sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei im oktober begann in der landeshauptstadt b die schlußverhandlung im prozeß des ziegelschlägers martin hollup und seines weibes barbara hollup die leute waren gegen ende juni desselben jahres mit zwei kindern einem dreizehnjährigen knaben und einem zehnjährigen mädchen aus ihrer ortschaft soleschau am fuße des rad einer der höhen des marsgebirges im pfarrdorf kunowitsch eingetroffen gleich am ersten tage hatte der mann seinen akkord mit der gutsverwaltung abgeschlossen seinem weib seinem jungen und einigen gedrungenen taglöhnern ihre aufgabe zugewiesen und sich dann zum schnaps ins wirtshaus begeben bei der einrichtung blieb es während der drei monate welche die familie in kunowitsch zubrachte das weib und pavel der junge arbeiteten der mann hatte entweder einen brandweinrausch oder war im begriff sich einen anzutrinken manchmal kam er zur gemeinschaftlichen schlafstelle unter dem dach des schuppens getaumelt und am nächsten tag erschien dann die familie zerbeult und hinkend an der lehmgrube die taglöhner die nichts hören wollten von der auch ihnen zugemuteten fügsamkeit unter die hausordnung des ziegelschlägers wurden durch andere ersetzt die gleichfalls kehr um die hand verschwunden waren zuletzt trafen auf der arbeitsstätte nur noch die frau und ihre kinder sie groß kräftig deutliche spuren ehemaliger schönheit auf dem sonnenverbrannten gesicht der bub plump und kurzhalsig ein ungeleckter bär wie man ihn malt oder besser nicht malt das mädchen nannte sich milada und war ein feingliedriges zierliches geschöpf aus dessen hellblauen augen mehr leben und klugheit blitzte als aus den dunklen barbaras und pavels zusammen die kleine führte eine art kontrolle über die beiden und machte sich ihnen zugleich durch allerlei handreichungen nützlich ohne das kind würde auf der ziegelstätte näher ein wort gewechselt worden sein mutter und sohn plagten sich vom grauenden tag bis in die sinkende nacht rastlos finster und stumm lang ging es sofort und zum ärgernis der frommen im dorfe wurde nicht einmal an sonnen und feiertagen gerastet der unfug kam dem pfarrer zu ohren und bewog ihn einsprache dagegen zu tun sie blieb unbeachtet infolgedessen begab sich der geistliche herr am nachmittag des festes marie himmelfahrt selbst an ort und stelle und befahl dem weibe hollup sofort von seiner den feiertag entweihten beschäftigung abzulassen nun wollte das unglück das martin der eben im schuppen seinen jüngsten rausch ausschlief sehr zur unzeit erwachte sich erhob und hinzutrat gewahr werden wie pavel offenbar voll zustimmung mit aufgesperrten mund und hangenden armen der priesterlichen vermahnung lauschte und hinterricks über ihn herfallen war eins der geistliche zögerte nicht dem knaben zu hilfe zu eilen entzog ihn auch der misshandlung des vaters lenkte aber dadurch den zorn derselben auf sich vor allen zeugen die das geschrei hollups herbeigelockt hatte und deren anzahl von minute zu minute wuchs überschüttete ihn der rasende mit schimpfreden sprang plötzlich auf ihn zu und hielt ihm die geballte faust vors gesicht der pfarrer keinen augenblick aus erfassung gebracht wandte angeekelt den kopf und gab mit seinem abwehrend in der rechten erhobenen stock dem trunkenbold einen leichten hieb auf den scheitel martin stieß ein geheul aus warf sich nieder krümmte sich wie ein wurm und brüllte er sei tot mause totgeschlagen durch den geistlichen herrn am anfang antwortete ihm ein allgemeines hohen gelächter doch war seine sache zu schlecht und nicht wenigstens einige verteidiger zu finden in der schade neugierigen welche den am boden liegenden umdrängte erhoben sich stimmen zu seinen gunsten erfuhren widerspruch und gaben ihn in einer weise zurück die gar bald tätlichkeiten wach rief die autorität des pfarrers genügte gerade noch um die krakeler zu zwingen den platz zu räumen sie zogen ins wirtshaus und ließen dort den vom geistlichen herrn erschlagenen so lange hochleben bis ein trupp bauernbursche dem wüstentreiben des gesindels ein ende zu machen suchte da kam es zu einer brügelei wie sie in kunowitsch seit der letzten großen hochzeit nicht mehr stattgefunden hatte die ortspolizei gönnte dem sturm volle freiheit sich auszutoben und hatte zum lohn für diese mit vorsicht gemischte klugheit am nächsten morgen das ganze dorf auf ihrer seite die allgemeine meinung war in der sache gebe es nur einen schuldigen den ziegelschläger und man solle keine umstände mit ihm machen zur lösung des akkords verstand die gutsverwaltung sich gern martin hätte ihn ohne dies unter keiner bedingung einhalten können so fleißig weib und kind auch waren zu hexen vermochten sie doch nicht holob wurde abgefertigt und entlassen von dem gelde das ihm außer den bereits erhobenen vorschüssen noch zugam sah er keinen kreuzer darauf hatte der wirt beschlag gelegt nach einem vergeblichen versuch sich sein vermeintliches recht zu verschaffen blieb dem gesellen nichts übrig als seiner wege zu gehen der auszug des ziegelschläger fand statt an der spitze schritt das oberhaupt der familie in knapp anliegender ausgefrenster leinwandhose in zerrissener blauer beachtendjacke er hatte den durchlöcherten hut schief aufgesetzt sein rotes betrunkenes gesicht war gedunsen seine lippen stießen flüche hervor gegen den pfaffen und die pfaffenknechte die ihm um seinen redlichen bruderwerb gebracht ein paar schritte hinter ihm kam die frau sie hatte die stirn verbunden und schien sich selbst kaum schleppen zu können schleppte aber doch ein wegelchen in dem sich werkzeug und einiger hausrat befand und milada in eine decke eingehüllt lag krank zerbläut man konnte das letztere wohl vermuten denn vor der abreise hatte martin noch entsetzlich gegen die seinen gewütet pavel schloss den zug mit beiden armen gegen die rückseite des wagens gestemmt schob er ihn kräftig vorwärts und half auch mit dem tief gesenkten kopfe nach so oft leute des weges kamen die den auswandernden entweder mit einem blick des mitleids folgten oder einen trumpf auf holubs wilde schimpfreden setzten einige tage später an einem stürmischen grauen septembermorgen fand der kirchendiener als er sich ins pfarrhaus begebend um dort die kirchenschlüssel zu holen an der sakristei vorbeikam die tür derselben nur angelehnt ganz erstaunt und erst nicht wissend was er davon denken sollte trat er ein sah die schränke offen die messgewänder auf dem boden zerstreut und der goldenen borden beraubt er griff sich an den kopf schritt weiter in die kirche von dort das tabernakel erbrochen und leer ein zittern befiel ihn diebe stieße er vor diebe und er meinte es fasse in einem genick und wußte nicht wie er aus der kirche und über den weg zur pfarrei gekommen der pfarrer pflegte seine tür nicht zu versperren was sollen die leute bei mir suchen meinte er so brauchte der sakristan nur aufzuklinken er tat es schreck und grauen im flur lag die kreise mark des pfarrers ausgestreckt besinnungslos voll blut wie der scharfe luftzug durch die offene tür über sie hinbläst regt sie sich stellt den kirchendiener an und deutet mit einer schwachen aber furchtbar ausdrucksvollen gebärde nach der stube des geistlichen herrn der sakristan der dem wahnsinn nahe ist macht noch ein paar schritte schaut stöhnt und fällt auf die knie aus entsetzen über das was er sieht eine viertelstunde später weiß das ganze dorf der geistliche herr ist heute nacht überfallen und offenbar im kampf um die kirchenschlüssel ermordet worden im schweren kampf das sieht man darauf deutet alles hin über den urheber der grässlichen tat ist niemand im zweifel auch wenn die aussagen der magd nicht wären wüsste jeder der martin holup hat's getan in soleschau wird zuerst auf ihn gefahndet er war vor kurzem da hat seine kinder beim gemeindehirten in kost gegeben und ist mit seinem weibe wieder abgezogen nach kaum einer woche wurde das paar in einer diebsherberge an der grenze entdeckt in demselben moment in welchem holup einen teil der in stücke gebrochenen monstranz aus der kirche von kunowitsch an einen hausierer verhandeln wollte der streuch konnte erst nach heftigem widerstand festgenommen werden die frau hatte sich mit stumpfer gleichgültigkeit in ihr schicksal gefügt bald darauf traten beide in b vor ihre richter die amtshandlung durch keinen zwischenfall gestört ging rasch vorwärts von anfang an behauptete martin holup nicht er sondern sein weib habe das verbrechen ausgeheckt und ausgeführt und so oft die unwahrscheinlichkeit dieser behauptung ihm dargetragen wurde so oft kam er auf sie zurück dabei verrannte er sich in sein eigenes grob gesponnenes lügennetz und gab das widrige hundertmal dagewesene schauspiel des ruchlosen wichtes der zum selbstankläger wird indem er sich zu verteidigen sucht merkwürdig hingegen war das verhalten der frau die gleichförmigkeit ihrer aussagen erinnerte an das bekannte non mi ricordo sie lauteten unveränderlich wie der mann sagt was der mann sagt in seiner anwesenheit stand sie regungslos kaum atmend den angstscheiß auf der stirn die augen mit todesbanger frage auf ihn gerichtet war er nicht im saale konnte sie ihn nicht sehen so vermutete sie ihn doch in der nähe ihr scheuer blick irrte suchend umher und heftete sich plötzlich mit grauenhafter starrheit ins leere das aufklinken einer türe das leiseste geräusch machte sie zittern und beben und erschaudernd wiederholte sie ihr sprüchlein wie der mann sagt was der mann sagt vergeblich wurde ihr zugerufen du unterschreibst dein todesurteil es macht keinen eindruck auf sie schreckte sie nicht sie fürchtete nicht die richter nicht den tod sie fürchtete den mann und auf diese an wahnsinn grenzende angst vor ihrem herrn und peiniger berief sich ihr anwalt und forderte in einer glänzenden verteidigungsrede in anbetracht der zu tage liegenden unzurechnungsfähigkeit seiner klientin deren lossprechung die lossprechung nun konnte ihr nicht erteilt werden aber verhältnismäßig mild war die buße welche der mitschuldigen an einem schweren verbrechen auferlegt wurde das verdikt lautete tod durch den strang für den mann zehnjähriger schwerer kerker für die frau barbara hollup trat ihre strafe sogleich an an martin hollup wurde nach der gesetzlich bestimmten frist das urteil vollzogen an den vorstand der gemeinde solleschau trat nun die frage heran was geschieht mit den kindern der verurteilten verwandte die verpflichtet werden könnten für sie zu sorgen haben sie nicht und aus liebhaberei wird sich niemand dazu verstehen in seiner ratlosigkeit verfügte sich der bürgermeister mit pavel und milada nach dem schlosse und ließ die gutsrau bitten ihm eine audienz zu gewähren sobald die alte dame erfuhr um was es sich handelte kam sie in den hof geeilt so rasch ihre beine von denen eines merklich kürzer als das andere war es ihr erlaubten das scharf geschnittene gesicht vorgestreckt die brille auf der adlernase die ellbogen weit zurückgeschoben humpelte sie auf die gruppe zu der ihrer am tore wartete der bürgermeister ein stattlicher mann in den besten jahren zog den hut und machte einen umfänglichen kratzfuß was will er sprach die schloßfrau indem sie ihn mit trüben augen anblinzelte ich weiß was er will aber da wird nichts draus um die kinder der sträuche die einen braven pfarrer erschlagen haben kümmere ich mich nicht da ist ja der bub wie er ausschaut ich kenn ihn er hat mir kirschen gestohlen hat er nicht wandte sie sich am pavel der braunrot wurde und vor unbehagen zu schielen begann warum antwortet er nicht warum nimmt er die mütze nicht ab weil er keine hat entschuldigt der bürgermeister so was sitzt ihm denn da auf dem kopf struppiges haar freiherrliche gnaden ein helles lachen erscholl verstummte aber sofort als die kreise in den dürren zeigefinger drohend gegen diejenige erhob die es ausgestoßen hatte und das ist das mädel komm her milada näherte sich vertrauensvoll und der blick den die gutsfrau auf dem freundlichen gesicht des kindes ruhen ließ verlor immer mehr von seiner strenge er klebt über die kleine gestalt und über die lumpen von denen sie umhangen war und heftete sich auf die schlanken füßchen die der staub grau gefärbt hatte einer der plötzlichen stimmungswechsel denen die alte dame unterworfen war trat ein allenfalls das mädel begann sie von neuem will ich der gemeinde abnehmen obwohl ich wirklich nicht weiß wie ich dazu komme etwas zu thun für die gemeinde aber das weiß ich das kind geht zugrunde bei euch und wie kommt das kind dazu bei euch zugrunde zu gehen der bürgermeister wollte sich eine bescheidene erwiderung erlauben red er lieber nicht fiel die gutsfrau im hinz wort ich weiß alles die kinder für welche die gemeinde das schulgeld bezahlen soll können mit zwölf jahren das a vom z nicht unterscheiden sie schüttelte unwillig den kopf sah wieder auf miladas füße nieder und setzte hinzu und die kinder für welche die gemeinde das schuhwerk zu bestreiten hat laufen alle barfuß ich kenn euch wies sie die abermalige einsprache zurück den der bürgermeister erheben wollte ich habe es lang aufgegeben an euren einrichtungen etwas ändern zu wollen nehmt den buben nur mit und sorgt für ihn nach eurer weise dafür dient's wohl ein gemeindekind zu sein das mädel kann gleich dableiben der bürgermeister gehorchte ihrem entlassenden wink hoch erfreut die hälfte der neuen seinem dorfe zugefallenen last losgeworden zu sein pavel folgte ihm bis ans ende des hofes dort blieb er stehen und sah sich nach der schwester um es war schon eine dienerin herbeigeeilt welcher die gnädige frau anordnungen in bezug auf milade erteilte baden hieß es die lumpen verbrennen kleider aussuchen aus dem vorrat für weihnachten bekommt sie auch etwas zu essen fuhr es pavel durch den sinn sie ist gewiß hungrig seitdem er dachte war es seine wichtigste obliegenheit gewesen das kind vor hunger zu schützen kleider haben ist schon gut baden auch nicht übel besonders in großer gesellschaft in der pferdeschwemme wie oft hatte pavel die kleine hingetragen und sie im wasser plätschern lassen mit händen und füßen aber die hauptsache bleibt doch nicht hungern sag daß du hungrig bist rief der junge seiner schwester ermahnend zu jetzt ist der kerl noch da wirst dich trollen halte das echo das seine worte weckten vom schlosse herüber der bürgermeister der schon um die ecke des gartenzauns biegen wollte kehrte um fasste pavel am kragen und zog ihn mit sich fort drei tage dauerten die beratungen der gemeindevorstände über pavels schicksal endlich kam ihnen ein guter gedanke den sie sich beeilten auszuführen eine deputation begab sich ins schloss und stellte an die frau baronin das untertänigste ansuchen weil sie schon so do pro tiva allergütigst gewesen sich der tochter des unglücklichen holop anzunehmen möge sie sich nun auch des sohnes desselben annehmen der bescheid den die väter des dorfes erhielten lautete hoffnungslos verneinend und die beratungen wurden wieder aufgenommen was tun das sind solchen fällen gewöhnlicher meinte der bürgermeister der bub geht von haus zu haus und findet jeden tag bei einem anderen bauern verköstigung und unterstand alle bauern lehnten ab keiner wünschte den sprössling der raubmörder zum hausgenossen der eigenen sprösslinge zu machen wenn auch nur einen tag lang in vier oder fünf wochen zuletzt wurde man darüber einig die junge bleibt wo er ist wo er sein eigener vater ihn hingegeben hat bei dem spitzbuben dem gemeindehirten freilich wenn die gemeinde sich den luxus eines gewissens gestatten dürfte wird er es gegen dieses auskunftsmittel protestiren der hirt erführte einen klassischen namen virgil und sein weib gehörten samt den häuslern bei denen sie wohnten zu den verrufensten des ortes er war ein trunkenbold sie katzenfalsch und bösartig hatte wiederholt wegen kurpfuscherei vor gericht gestanden ohne sich dadurch in der ausübung ihres dunklen gewerbes bären zu lassen ein anderes kind diesen leuten zu überliefern wäre auch niemandem eingefallen aber der pavel der sieht bei ihnen nichts schlechtes das er nicht schon zu hause hundertmal gesehen hat so biß man ihn den sauren apfel und bewilligte jährlich vier metzenkorn zur erhaltung pavels der hirt erhielt das recht ihn beim austreiben und hüten des viers zu verwenden und versprach darauf zu sehen daß der jünger am sonntag in die kirche und im winter so oft als möglich in die schule komme begil bewohnte mit den seinen ein stübchen in der vorletzten schaluppe am ende des dorfes es war ein klafter lang und breit und hatte ein fenster mit vier scheiben jede so groß wie ein halber ziegelstein das nie aufgemacht wurde weil der mosche rahmen dabei in stücke gegangen wäre unter dem fenster stand eine bank auf welcher der hirt schlief der bank gegenüber eine mit stroh gefüllte bettlade in der frau und tochter schliefen den zugang zur stube bildete er einen schmaler flur in dessen tiefe sich der herd befand er hätte zugleich als ofen dienen sollen erfüllte aber nur selten einen von beiden bestimmungen weil die gelegenheiten holz zu stehlen sich immer mehr verminderten so diente er denn als aufbewahrungsort für die mageren vorrättern getreide und brot für vigils nie gereinigte stiefel seine peitsche seinen knüttel für ein schmutzfarbenes durcheinander von alten flaschen henkellosen körben töpfen und scherben würdig des pinsels eines realisten zwischen dem gerümpel hatte pavel eine lagerstätte für milada zurechtgemacht auf der sie ruhte zusammengerollt wie ein kätzlein er streckte sich auf dem boden dicht neben dem herde aus und wenn die kleine im laufe der nacht erwachte griff sie gleich mit den händen nach ihm zupfte ihn an den haaren und fragte bis da er brummte sie dann an bin da schlaf du nur bis sie wohl auch zum spaß in den finger und sie stieß zum spaß einen schrei aus und virgil wettete aus der stube herüber still ihr raubgesindel ihr galgenvögel bebend schwieg milada und pavel hob sich unhörbar auf seine knie streichelte das kind und flüsterte ihm leise zu bis es wieder einschlief als er zum ersten male ohne die schwester zur ruhe gegangen war hatte er gedacht heut wird's gut heut weckt er mich wenigstens nicht auf der balg am frühesten morgen aber befand er sich schon auf der dorfstraße und lief geraden weges zum schlosse das stand mitten im garten der von einem drahtgitter umgeben war ein dichtes immergrünes fichtengebüsch verwehrte ringsum den einblick in dieses heiligtum pavel pflanzte sich am tore auf das dem des hauses gegenüber lag preßte das gesicht an die eisernen stäbe und wartete sehr lange blieb alles still plötzlich jedoch meinte pavel das zuschlagen von fenstern und thüren und verworrenes geschrei zu hören meinte auch die stimme miladas erkannt zu haben zugleich erbrauste ein heftiger windstoß schüttelte die toten zweige von den bäumen und trieb die dürren blätter im rauschenden tanze durch die luft zwei megte kamen aus dem dienertrakte zum hause gelaufen eine von ihnen wäre beinahe über den alten pfau gestolpert der im hofe auf und ab stellste er sprang mit einem so komischen satz zur seite dass pavel laut auflachen mußte im schlosse und in seiner umgebung wurde es nun lebendig es kamen auch leute zum gartentor wer aber durch dasselbe ein und ausging sperrte es langsam hinter sich ab es war das eine einführung die ihre neuheit wegen manchen vorübergehenden auffiel das gartentor absperren bei hellichten tage was soll denn das heißen wird sich schwerlich lange halten die unbequeme einrichtung aber sie hielt sich doch zum allgemeinen und mißbilligenden erstaunen der dorfbewohner und nach und nach erfuhl man auch ihren grund dem pavel wurde er durch winska des häßlichen hirten hübsche tochter in folgender weise mitgeteilt du lump du deine schwester ist just so ein lump wie du die petruschka aus der herrschaftlichen küche sagt daß die gnädige frau es mit deiner schwester treibt wie mit einem eignen kind und deine schwester will immer nur auf und davon darum wird das schloß jetzt abgesperrt wie eine geldrohe wenn ich die gnädige frau wäre ich möcht solche geschichten nicht machen was ich tät weiß ich deinen vater hat man am hals aufgehängt deine schwester würde ich an händen und füßen binden und an die wand hängen dieses bild schwebte dem pavel den ganzen tag vor augen und nachts verschwamm es ihm mit einem andern dessen er sich aus der kindheit besann da hatte er gesehen wie der heger ein gefangenes blutjunges reh aus dem walde getragen hatte die läufe waren ihm mit einem strick zusammengeschnürt und an denen hing es am stock über des hegers rücken pavel erinnerte sich wie es den schlanken hals gebogen die ohren gespitzt und das haupt emporzuheben gesucht er erinnerte sich der verzweiflung die dem feinen geschöpf aus den augen geschaut hatte im traume kamen ihm diese augen nun vor aber wie miladers augen einmal rief er laut bis da richtete sich im halfschlafe auf wiederholte bis da tastete suchen umher und erwachte darüber völlig mit der schnelligkeit des blitzes mit der gewalt des sturmes kam das verweisende gefühl der trennung über ihn und warf ihn nieder der harte junge brach in tränen in ein leidenschaftliches schluchzen aus weckte die leute in der stube weckte der häusler seine wandnachbarn mit seinem geheul die ganze gesellschaft kam herbei bedrohte ihn und da er taub blieb für jede auch die nachträglichste ermahnung wurde er mit vereinten kräften zur tür hinausgeschleudert das war eine tüchtige abkühlung selbst für den heißesten schmerz pavel blieb eine weile ganz ruhig und still auf der festgefrorenen erde liegen die ihm völlig neue und grässliche empfindung einer ungeheuren sehnsucht verminderte sich allmählich und eine alte wohlbekannte trat an ihrer stelle trotz kalter wühlender kroll wartet dachte er wartet ich werde euch der entschluß ein ende zu machen war gleich da der plan zu dessen ausführung greifte langsam in pavels schwerfälligem kopf nachdem aber die große anstrengung ihn auszudenken überstanden war erschien dem burschen alles übrige nur noch wie spielerei er wollte ins schloß eindringen die schwester entführen mit ihr über die berge in die fremde gehen sich als arbeiter verdingen und nie wieder den vorwurf hören daß er der sohn seiner eltern sei mit dem bewußtsein eines siegers erhob pavel sich vom boden und ging in weitem bogen hinter den häusern des dorfes dem schloßgarten zu die pfeife des nachtwärtes warnte freundlich vor den wegen die zu vermeiden waren auf den feldern lag harter hoher schnee die erde schimmerte lichter als der himmel an dem die bleiche mondesichel immer wieder hinter treibendem gewelk verschwand pavel gelangte ans gartengitter überkletterte es und ließ sich von oben in die fichten und dann von zweigs zweig zu boden fallen da befand er sich nun im garten wußte auch in welcher gegend derselben in der dem dorf entgegengesetzten der besten die er hätte wählen können für jetzt sowohl wie später zur flucht von steigernder zuversicht erfüllt ging er vorwärts immer geradeaus und man muß zum schlosse kommen was dann zu geschehen hätte malte pavel sich nicht deutlich aus er ging milada zu befreien das war ihm herrlich klar und mochte alles übrige zweifel und ratlosigkeit sein der gedanke erleuchtete ihm die seele den hielt er fest daß er jämmerlich zu frieren begann in seinen elenden kleidern daß ihm die glieder steif wurden kremte ihn nicht aber schlimm war's daß immer tiefere finsternis einbrach und pavel alle augenblicke an einen baum anrannte und hinfiel wenn er auch das erste mal gleich wieder auf die beine sprang beim zweiten male schon kam die versuchung bleib ein wenig liegen raste schlafe trotzdem aber erhob er sich mit starker willenskraft tappte weiter und gelangte endlich an das ziel das er sich vorgesetzt ans schloß hochauf schlug ihm das herz als er an die alte verwitterte mauer griff weiß gott wie nahe er der schwester ist weiß gott ob sie nicht in dem zimmer schläft vor dessen fenster er jetzt steht das er zu erreichen vermag mit seinen händen es könnte so gut sein warum sollte es nicht und leise leise fängt er an zu pochen da vernimmt er dicht am boden ein knurrendes geräusch auf kurzen beinen kommt etwas herbeigekrochen und ehe er sich's versieht hat es ihn angesprungen und sucht ihn an der kehle zu packen unterdrückte einen schrei er wirkte den köhte aus allen seinen kräften aber der köhte ist stärker als er und wohlgeübt in der kunst einen feind zu stellen das geheul das er dabei ausstieß that seine wirkung es rief leute herbei sie kamen schlaftrunken und ganz erschrocken als sie aber sahen daß sie es nur mit einem kind zu thun hatten wuchs ihnen sogleich der mut pavel wurde umringt und überwältigt obwohl er raste und sich zur wehr setzte wie ein wildes tier kapitel 3 von das gemeine kind von marie freifrau von ebner eschenbach diese lipowax aufnahme ist in der public domain was pavel im schlosse gewollt erfuhr niemand aber die hartnäckigkeit mit welcher er jede auskunft verweigerte bewies deutlich genug daß er die schlechtesten absichten gehabt haben mußte einbrechen wahrscheinlich oder feuer anlegen dem kerl ist alles zuzutrauen so sprach die öffentliche meinung und die mit elternrechten ausgestattete gemeinde beschloss pavels exemplarische züchtigung durch den herrn lehrer habrecht in gegenwart der sämtlichen schuljugend der lehrer ein kränklicher nervöser mann verstand sich äußerst ungern zur ausübung des ihm zugemuteten strafgerichts seine ansicht war daß solche vor einem jugendlichen publikum vorgenommene exekution demjenigen an dem sie vollzogen wird selten nützt und denen die ihr zusehen immer schadet dieses vieh wird durch den anblick ein noch ärgeres vieh äußerte er viel zu derb für einen pädagogen man hatte wenn auch nicht ganz überzeugt seine einwendung oft gelten lassen dieses mal fruchtete sie nichts an dem tage der zur bestrafung des nächtlichen einschleichens bestimmt war übernahm ihn denn der lehrer seufzend aus den händen der schergen und führte ihn um schopfe bis zur thür der schulstube hier blieb er stehen hob den gesenkten kopf des knaben in die höhe und sagte schau mich an was schaust denn immer auf den boden schlechter nicht liebreich waren diese worte und doch woran lag es denn daß sie dem pavel ordentlich wohl thaten und daß sogar die art in welcher die herr lehrerin dabei an den haaren zauste etwas vertrauenseinflößendes hatte und wie eine herzstärkung wirkte fürcht dich du bosnickl du trotznickl fürcht dich fuhr jener fort machte schreckliche augen und schwang mit äußerst bezeichnender gebärde den dürren arm in die luft und pavel aus dem seit drei tagen kein wort herauszubringen gewesen der seit drei tagen keinem menschen ins gesicht geschaut hatte richtete mit einem male seinen scheuen blick blinzelnd auf den lehrer und sprach mit einem halben lächeln ich fürcht mich aber doch nicht aus der schulstube hatte es früh herausgesummt wie aus einem bienenkorbe dann war das summen in wüsten lärm übergegangen und jetzt wurde da drinnen gerauft um die besten plätze zum bevorstehenden schauspiel der lehrer brummte unwillig vor sich hin und schüttelte pavel vor neuem wenn du dich schon nicht fürchtest so schrei schrei was du kannst rat ich dir sagte er öffnete die thür und trat ein sogleich wurde es still in der stube nur einzelne unwillkürliche ausrufe befriedigter erwartung ließen sich hören freundschaftlich rückte man aneinander in den bänken die rührendste eintracht herrschte der lehrer stellte pavel neben das katheder und sah sich nach der route um da er sie eine weile nicht fand oder nicht zu finden schien rief eine stimme dort im fenster steht sie im winkel die stimme kam aus einer der letzten reihen und gehörte dem arnost dem sohn des häusers bei dem virgil zur miete wohnte pavel ballte die faust gegen ihn was seinem gemurmel der entrüstung anlaß gab mehr als hundert augen richteten sich schadenfroh und gehässig auf den braunen zerlumpten jungen in ihm kochte er die galle und so klar er zu denken vermochte so klar dachte er was hab ich euch getan warum seid ihr meine feinde habrecht gebot stille und hielt eine ansprache in welcher die schuljugend auf eine merkwürdige enttäuschung vorbereitete ihr seid voll vergnügen warum wieso tun euch die prügel wohl die ein anderer kriegt paßt auf wehtun werden sie euch jeder von euch seine stimme senkte sich zu einem geheimnisvollen geflüster und er streckte den zeigefinger langsam gegen das auditorium aus jeder der dasitzt und vor schadenfreude aus der haut fahren möcht wird bald vor schmerz aus der haut fahren mögen jeder der herklotzt und zuschaut wenn ich meine schläge austeile wird sie mitspüren mitspüren wiederholte er seine unheimliche prophezeiung bei der er ihm selbst zu grusen schien und jetzt gebt acht was der herr lehrer kann alle kinder schauderten vor dem wunder das ich an ihren vollziehen sollte nur noch von der seite streiften zarge blicke den gefürchteten mann dessen erscheinung in ihrer länge und magerkeit etwas gespenstisches hatte die buben stierten zu boden die mädchen verdeckten die augen mit den schürzen der lehrer aber ging rasch ans werk mit fabelhafter geschwindigkeit wirbelte er die fuchtel um den kopf des eloquenten und führte dann eine anzahl hiebe die pavel für die einleitung zur eigentlichen strafe hielt statt diese jedoch folgen zu lassen sprach der lehrer plötzlich herr gott da fällt mir jetzt die brille herunter heb sie auf für die strafe bedanken kannst du dich nach der stunde pavel starrte mit stumpfsinnigem staunen an er wartete noch auf die richtigen wichse da hörte er daß er sie schon habe und er hielt befehl sich zu setzen auf den letzten platz in die letzte bank der lehrer zog das taschenluch bischte sich den schweiß von der stirn nahm umständlich eine brise und begann den unterricht arnost der so rot war wie ein krebs flüsterte seinem nachbar zu hast g'schaut ein bissel antwortete er spürst was ich spür's im buckel mich brennt's am ohr ein neugieriges kleines ding von einem mädchen das zufällig mit einem auge an einen riß in der schürze geraten war und ihn zum auslugen benutzt hatte gestand einigen gefährtinnen daß es meine auf lauter erbsen zu sitzen nach beendigter lehrstunde wollte pavel sich mit den anderen davon machen aber der schulmeister hielt ihn zurück betrachtete ihn lange mit stechenden blicken und fragte ihn endlich ob er sich schäme pavel antwortete leise nein nein wieso nein hast aller scham den kopf abgebissen der bursche verfiel wieder in das hartnäckige schweigen das der lehrer an dem armseligsten und seltensten besucher seiner schule kannte bis er hatte ihn laufen lassen heute jedoch als er ihn strafen sollte für eine unbekannte schuld mitleid mit ihm gefühlt und diese regung tat sie nun leid und er fuhr giftig fort aufgewachsen in schande ja wirklich schon aufgewachsen bald vierzehn jahre an die schande gewöhnt weiß nicht einmal mehr wie sie thut nun sprach pavel weiß schon und den mund des kindes verzehrte ein alternder zug verbissener bitterkeit er hatte nicht verstanden was der herr lehrer früher gewollt mit seinen schlägen die beinahe nicht weh taten daß ihm jetzt den jammer seines lebens vorwarf verstand er wohl weiß schon wiederholte er in einem tone durch dessen erzwungene keckheit unbewußter schmerz einer tiefen enttäuschung drang der lehrer betrachtete ihn aufmerksam er war das verkörperte elend der bub nicht durch die schuld der natur sie hatte es gut mit ihm gemeint und ihn kräftig und gesund angelegt das zeigte die breite brust das zeigten die roten lippen die starken gelbisch schimmernden zähne aber die wohlwollenden absichten der natur waren zu schande gemacht worden durch harte arbeit schlechte nahrung durch verwahrlosung jeder art wie der junge dastand mit dem wilden braunen hagelstrüb das den stets gesenkten kopf unverhältnismäßig groß erscheinen ließ mit den eingefallenen wangen den vortretenden backenknochen die magere derbe gestalt von einem mit löchern besäten rock aus grünem sommerstoff umhangen die füße mit fetzen umwickelt wurde einen anblick abstoßend und furchtbar traurig zugleich weil das bewußtsein seines kläglichen zustandes ihm nicht ganz verloren gegangen schien lange schwieg der lehrer und auch pavel schwieg aber immer vertrossener ließ er die unterlippe hängen und begann verstohlen nach der tür zu sehen wie einer der eine gelegenheit zu entwischen wahrzunehmen sucht da sprach der lehrer eigentlich sei nicht so dumm wenn du aus der schule draußen bist sollst du denken wie kann ich hinein und nicht wenn du drin bist wie kann ich hinaus pavel stutzte das war nun wieder ganz unerklärlich und stimmte mit der weiter verbreitenden meinung überein der schulmeister vermöge die gedanken der menschen zu erraten geh jetzt fuhr jener fort und komm morgen wieder und übermorgen auch und wenn du acht tage nacheinander kommst krieg so in mir ein paar ordentliche stiefel stiefel wie die kinder der bauern haben ordentliche stiefel mit hohen schäften unaufhörlich während des heimwegs sprach pavel die worte ordentliche stiefel vor sich hin sie klangen märchenhaft er vergaß darüber daß er sich vorgenommen hatte den arnoß zu prügeln er stand am nächsten morgen vor der tür der schule bevor sie noch geöffnet war und während der stunde plagte er sich mit heißem eifer und verachtete die mühe die das lernen machte er verachtete auch die drastischen ermahnungen vigils und seines weibes die ihn zwingen wollten statt zum vergnügen in die schule zur arbeit in die fabrik zu gehen freilich mußte dies im geheimen geschehen zu offenen gewaltmaß regeln zu greifen um den buben im winter vom schulbesuch abzuhalten wagten sie nicht das hätte gar so auffällig gegen die seinetwegen mit der gemeinde getroffene übereinkunft verstoßen sieben tage vergingen und am nachmittag des letzten kam pavel nach hause gerannt in jeder hand einen neuen stiefel winzka war alleine als er anlangte sie beobachtete ihn wie er das blanke paar in den winkel am herd sich selbst aber in einiger entfernen und davon aufstellte und in stille bewunderung versank freude vermochten seine vergrämten züge nicht auszudrücken aber belebter als sonst erschienen sie und es malte sich in ihnen ein plumpes behagen einmal trat er näher hob einen der stiefel in die höhe riebe mit dem ärmel küßte ihn und stellte ihn wieder an seinen platz aus der stube erscholl ein gelächter winzka trat auf die schwelle lehnte sich mit der schulter an den türpfosten eine tür gab es zwischen der stube und dem eingang nicht und fragte wo hast die stiefel gestohlen du spitzbub er sah sich nicht einmal nach ihr um von antworten war gar keine rede winzka jedoch wiederholte ihre frage so oft bis er sie anbellte gestohlen ja just gestohlen du esel murmelte sie siehst du jetzt sagst du's selbst der blick ihrer begehrlichen grauen augen wanderte abwechselnd von den stiefeln zu den eigenen nackten hübsch geformten füßen pavel hatte sich auf die erde gekauert neben sein neues köstliches eigentum es war ihm als müsse er es beschützen gegen eine nahende gefahr und er machte sich gefaßt ihr zu begegnen winzka neigte den kopf auf die seite lächelte den burschen der drohend zu ihrem porsah plötzlich an und sprach mit einschmeichelnder stimme sag mir woher hast sie er wußte nicht wie ihm geschah in dem ton hatte er die winzka vor kurzem zum peter sprechen hören der liebhaber war heiße wellen wogten auch in seiner brust er verschlang seine reizende hausgenossin mit den augen und meinte was ihn da mit ungeheurer macht angepackt hatte sei die lust auf sie loszustürzen und sie durchzuprügeln da berührte er sich nicht öffnete nur ganz willenlos die lippen und sprach der herr lehrer hat sie mir gegeben winzka begann leise zu küchern o je der wenn du sie von dem hast dann hast du nichts was nichts nun nichts wenn du morgen aufwachst sind die stiefel weg weg warum nicht gar ja ja was der lehrer schenkt hält sich nicht über nacht du weißt ja daß er ein hexenmeister ist pawel geriet in eifer ich weiß daß er kein hexenmeister ist das mädchen warf verächtlich die lippe auf du dummrian er war drei tage tot und im sarge war er nicht und weiß nicht jedes kind daß er einer der drei tage tot gewesen ist in die vorhölle hineingeschaut und im teufel eine menge abgelernt hat pavel starrte sie sprachlos an ihn begann zu gruseln sie gähnte drückte die wange an die herborgezogene schulter und sagte nach einem weilchen so nachlässig als ob sie eine ihr langweilig gewordene hundertmal erzählte geschichte wiederholte der alten blinden masker die im vorigen jahr bei uns gestorben ist hatte auch ein paar schuhe geschenkt sie hat sie am abend vors bett gestellt und wie sie am morgen hineinfahren will tritt sie statt in die schuhe auf eine kröte so groß wie eine schüssel pavel schrie auf das ist nicht wahr heiß und kalt wurde ihm vor zorn und angst und plötzlich schossen tränen ihm in die augen winzger streifte mit einem blick voll geringschätzung und kehrte in die stube zurück an dem abend suchte pavel sich des schlafers zu erwehren er wollte seinen schatz bewachen er bietete auch ein vater unser nach dem andern und die bösen geister zu bannen trotzdem sank er endlich doch ins schlummer und als er am nächsten morgen erwachte hatte winzgers prophezeiung sich erfüllt die stiefel waren verschwunden das gemeindekind marie freifrau von ebner eschenbach pavel verlor kein wort über sein unglück als winzger entschelmisch lachend fragte wo seine stiefel wären führte er einen so derben schlag nach ihr daß sie schreiend davonlief auch die erkundigungen seiner schulkameraden fertigte er mit püffen ab die ärgsten erhielt arnost der ihn dafür beim lehrer verklagte damit war aber nichts getan denn es gehörte zu den eigentümlichkeiten des letzteren daß er gleich stocktaub wurde wenn einer seiner zöglinge sich über den andern beschwerte eine woche verfloß pavel erschien nicht mehr in der schule er ging aus freien stücken in die fabrik und arbeitete dort von früh bis abends mehrmals schickte der lehrer nach ihm und da es vergeblich blieb begab er sich endlich in eigener person nach der wohnung virgils um den buben abzuholen das weib des hirten empfing ihn und verblüffte ihn bevor er noch den mund auftun konnte durch die lauten ausbrüche ihres jammers nach fünf minuten war dem lehrer als ob er unter einer traufe stände aus der statt regentropfen schrotkörner auf ihn niederhagelten ihm wurde er ganz wirr in seinem müden und schmerzenden kopf die frau rief gott und alle heiligen zu zeugen ihres leidens an nein sie hatte nicht geahnt was sie sich aufheißte als sie da eingewilligt das kind des gehängten und der zuchthäuslerin bei sich aufzunehmen viel war ihm im leben schon begegnet aber etwas so schlechtes wie der bub noch nie jedes wort aus seinem munde ist trug und verleumdung erzählt er nicht dass seine pflegeeltern ihn abhalten in die schule zu gehen und dass sie den wochenlohn einstecken die in der fabrik verdient von entrüstung hingerissen setzte sie ihn zu die bösen augen weit geöffnet und bedeutungsvoll auf den alten gerichtet redet er nicht noch ganz anderen als uns armen leuten mit respekt zu melden grausige dinge nach der lehrer hatte sein taschentuch gezogen und drückte es an den kahlen scheitel er kannte die gerüchte die über ihn im schwange waren und es bildete den zwiespalt in ihm daß sie ihn manchmal verdrossen und daß er sich ein anderes mal einen spaß daraus machte sie zu nähren heute war das erstere der fall er winkte abwehrend still still halten sie ihr maul o jesus maria ich rief das weib ich red nicht ich möcht mir lieber die zunge abbeißen keinem pfifferling sollte sich der herr lehrer mehr kümmern um den schlechten boben sage ich nur die schönen stiefel nicht zwei tage hat er sie gehabt so wo sind sie die virgilowa wie sie im ort genannt wurde ergoß sich in einem neuen redeschwall wo die stiefel geblieben seien müsse der herr lehrer den juden fragen dem der bub sie vermauschelt habe der jud werde freilich nichts davon wissen wollen zitterte sie und habrecht völlig betäubt hielt sich die ohren zu und trat den rückzug an nach einigen schritten doch blieb er stehen warnte sich und befahl der frau pavel morgen ganz gewiß in die schule zu schicken sie versprach den auftrag zu bestellen und tat es indem sie pavel am abend mitteilte der herr lehrer sei dagewesen und ließe ihm sagen nicht mehr unter die augen soll er ihm kommen die ermahnung war überflüssig pavel wich ohnehin dem schulmeister auf hundert schritte aus der winzger hingegen lief er nach und gehorchte wie ein knurriger hund der unzufrieden mit seinem herrn immer zum aufruhr bereit ist und sich doch immer wieder unterwirft was sie wollte geschah er besorgte ihre botengänge er stahl für sie holze aus dem walde eier aus den schornen der bauern er geriet ganz und gar unter ihre botenmäßigkeit indessen was ihn auch beschäftigte wohin er auch wanderte eines vergaß er nicht einen umweg scheute er nie und niemals tag für tag kam er an das tor des schloßgartens und später in den hof hinein und starrte die fenster des hauses an anfangs mit sehnsüchtiger hoffnung im herzen später als er in die selle mädig erloschen war aus alter gewohnheit eines schönen mainachmittags fand er als er an seinen beobachtungsposten trat zu seiner höchsten überraschung das gartentor offen unter den säulen der einfahrt stand die equipage der frau baronin eine geschlossene kaläsche mit dicken fliegenschimmeln bespannt die dienerschaft drängte sich grüßend und knicksend um den wagen auf dem ein koffer aufgebunden war nun flog der schlag lärmend zu der lakei sprang zum kutscher auf den bock der schwere kasten schwankte auf den schneckenfedern das gefährt setzte sich in bewegung in kurzem trabe umkreiste es den hof bog ganz langsam um die ecke am torpfeiler und rollte der straße zu pavel hatte einen blick in das innere des wagens geworfen und war zurückgefahren wie geblendet er presste das gesicht an die mauer er schloß die augen und sah dennoch wieder sah mit dem geschlossenen klar und deutlich was er eben mit seinen offenen augen gesehen die frau baronin war nicht allein in ihrem wunderbaren wagen neben ihr saß ein kleines fräulein in schönen kleiden mit einem hütchen auf dem kopfe und hatte wohl bekannte hatte die züge myladas aber so runde und rosige wangen wie seine schwester nie gehabt plötzlich richtete der bursche sich empor und sprang in tollen sätzen im wagen nach der hatte abermals eine wendung gemacht und lieb mit eingelegtem ratschuhe im schritt den schimmel den abhang des schlossbergs hinab pavel lief quer über das grüne feld lief der kaläsche voraus und erwartete sie am weg rein aufgestellt pochenden herzens sie kam quietschend und rasselnd heran und der junge streckte sich guckte und erblickte abermals die liebliche erscheinung von vorhin und jetzt war auch er gesehen worden ein freudenjauchzen drang an sein ohr die stimme myladas rief pavel pavel mit solchem ungestüm warf das kleine mädchen sich ans fenster daß die scheibe klirrte und in stücke brach sogleich hielt die karosse und der bediente schickte sich an vom bock zu steigen hastig befahl die baronin sitzen bleiben vorwärts jag den buben fort die peitsche knallte um pavels kopf und drinnen im wagen erscholl lautes jammergeschrei dazwischen ließ ernster liebevoller zuspruch sich vernehmen pavel sah daß die alte dame das kind an sich gezogen hatte und daß es in ihren armen weinte dieses weinen ging durch mark und bein dieses weinen mußte aufhören dem mußte er ein ende machen da stieß er auf einmal einen jauchzer aus wie er dem übermütigsten nicht besser gelungen wäre und begann in gehöriger entfernung von der kutscherpeitsche beeren plump und emsig reed und purzelbäume zu schlagen wenn der atem ihm auszugehen drohte stand er still lachte zu der kleinen hinüber machte zeichen und schnitt gesichte bis sie endlich in ein fröhliches geleichte ausbrach ach wie hüpfte ihm das herz im leibe als er einmal wieder ihr liebes lachen vernahm die entfernung zwischen ihm und dem wagen wuchs und wuchs pavel lief und sprang nicht mehr er schritt nur noch und als er am großen berge angelangt war erklommen die schimmel ebendessen steilen gipfel mühsam keuchte er die höhe hinan und oben brach er zusammen mit hämmernden schläfen einen rötlichen schein vor den glühenden augen zu seinen füßen breitete die sonnenbeglänzte ebene sich aus an der grenze derselben lag die stadt einzelne ihrer häuser schimmerten schneeweiß herüber die vergoldeten spitzen der kirchtürmer glitzerten wie sterne am blauen tageshimmel in der richtung gegen die stadt schlängelte sich die straße durch die grünen fluren und auf der straße glitt ein schwarzer punkt dahin und diesen punkt verfolgte pavel so imbrünstig mit den blicken als ob das heil seiner seele davon abhinge daß er ihm nicht entschwinde als es geschah als die schatten der augen den kleinen punkt aufnahmen und ihn nicht mehr zum vorschein kommen ließen streckte sich pavel flach auf die erde und blieb so regungslos liegen wie ein toter seine schwester war ein fräulein geworden und war fortgefahren in die stadt wenn er jetzt ans gartentor kam mochte er nur vorübergehen mit der freude nach der kleinen auszulugen war es nun nichts mehr herb und trostlos fiel er gedanken an den verlust seines einzigen glückes dem jungen auf die seele gern hätte er geweint aber er konnte nicht er wäre auch gern gestorben gleich hier auf dem fleck er hatte oft seine existenz für wünschen gehört von seinem eigenen vater wie von fremden menschen und nie ohne innerste entrüstung dabei zu empfinden jetzt sehnt er sich selbst nach dem tod und wenn es einmal so weit gekommen ist mit einem menschen kann auch das ende nicht mehr ferne sein meinte er und steht es einem nicht frei es zu beschleunigen es gibt allerlei mittel man hält zum beispiel den atem an das ist keine kunst es handelt sich nur darum daß es lange genug geschieht pavel unternimmt den versuch mit verzweifelter entschlossenheit und wie er dabei den kopf in die erde wühlt regt sich etwas in seiner nähe und er vernimmt ein leises geräusch wie es durch das aufspreizen kleiner fügel hervorgebracht wird er schaut wenige schritte von ihm sitzt ein rebhuhn auf dem neste und hält die augen in unaussprechlicher angst auf einen feind gerichtet der sich schräg durch die jungen halme anschleicht unhörbar bedrohlich grau eine katze ist's pavel sieht sie jetzt ganz nahe dem neste stehen sie leckt den lippenlosen mund krümmt sich wie ein bogen und schickt sich an zum sprung auf ihre beute ein flügelschlag und der vogel wäre der gefahr entrückt aber er rührt sich nicht pavel hatte über der besorgnis um das dasein des kleinen wesens alle seine selbstmordgedanken vergessen so fliegt du dummes tier dachte er aber statt zu entfliehen duckte sich das rebhuhn suchte sein nest noch fester zum schließen und verfolgte mit den dunklen äuglein jede bewegung der angreiferin pavel hatte eine scholle vom boden gelöst sprang plötzlich auf und schleuderte sie so wuchtig der katze an den kopf daß sie sich um ihre eigene achse drehte und geblendet und niesend der bursche sah ihn nach ihm war weh und wohl zumute er hatte einen großen schmerz erfahren und eine gute tat getan unmittelbar nachdem er sich elend verlassen und reif zum sterben gefühlt dämmerte etwas wie das bewußtsein einer macht in ihm auf einer anderen einer höheren als derjenigen die seine starken arme und sein finsterer trotz ihm oft verliehen was war das für eine macht unklar tauchte diese frage aus der lichtlosen welt seiner vorstellungen und er verfiel in ein ihm bisher fremdes mühevolles und auch süßes nachsinnen ein lauter ruf pavel pavel komm her pavel weckte ihn auf der straße stand der herr lehrer die in einer seiner beliebten nachmittagsplatziergänge bis hierher geführt hatte und der seit einiger zeit den jungen beobachtete er trug einen knotenstock in der hand und versteckte ihn rasch hinter seinem rücken als pavel sich näherte du unglücksbub was treibst du fragte er ich glaube du nimmst trebhühnernester aus pavel schwieg wie er einen falschen verdacht gegenüber immer pflegte und der schulmeister drohte ihm ärgere mich nicht antworte antworte rat ich dir als der bursche in seiner stummheit verharrte hob der lehrer plötzlich den stock und führte einen schlag nach pavel den dieser nicht auswisch und den er ohne zucken hinnahm im herzen habrechts regten sich sofort mitleid und reue pavel sagte er sanft und traurig um gottes willen ich höre nur schlimmes von dir du bist auf einem schlechten weg was soll aus dir werden diese anrufung rührte den buben nicht im gegenteil eine tüchtige dosis geringschätzung mischte sich seinem hasse gegen den alten hexenmeister bei der ihn betrogen hatte was soll aus dir werden wiederholte der lehrer pavel streckte sich stemmte die hände in die seite und sagte ein dieb die frau baronin kam noch am abend desselben tages nach hause aber allein ihre fahrten nach der stadt wiederholten sich jede woche den ganzen sommer hindurch und man wußte bald im dorfe dass ihre besuche dem kloster der frommen schwestern galten mit deren oberin sie sehr befreundet war und denen sie die kleine melada zur erziehung anvertraut hatte das institut stand in hohen ehren und als pavel hörte dass seine schwester dort untergebracht war durchströmte ihn ein gefühl von glück und stolz und von dankbarkeit gegen die frau baronin er widerstand auch einige zeitlang den aufforderungen winskers und der eigenen lust raubzüge in den herrschaftlichen wald zu unternehmen nur eine zeitlang seitdem der alte förster pensioniert und sein sohn an dessen stelle gekommen war der eintritt in den wald jedem unbefugten ein für allemal verboten worden das neue gesetz machte böses blut und reizte gewaltig zu übertretungen es bildete sich eine bande von buben und mädeln lauter häusler kindern deren führerschaft pavel übernahm wie ein natürliches recht in kleinen gruppen wanderten sie hinaus lustig kühn und schlau sie kannten die schlupfwinkel und gedeckten stege besser als selbst die jäger und gingen mit köstlichem gruseln ihren abenteuern entgegen die nur auf zweierlei weise erenden konnten entweder glücklich heimkehren das gestullene holz auf dem rücken mit der aussicht auf lob und ein warmes abendessen oder erwischt werden und prügel kriegen an ort und stelle wegen die barrei und daheim weil man sich hatte erwischen lassen das letztere schicksal traf selten einen anderen als pavel dem es oblag den rückzug zu decken und den man immer im stiche ließ weil man seiner verschwiegenheit sicher war der pavel verriet keinen und hätte er es getan dem schlechten buben würde man nicht geglaubt haben sein ruf verschlimmerte sich von tag zu tag fand sich im walde irgendeine böswillige beschädigung vor sie war sein werk entdeckte man eine schlinge er hatte sie gelegt fehlten hühner kartoffeln birnen er hatte sie gestohlen trat ihn jemand an und drohte ihm dann stellte er sich und starrte ihm stumm ins gesicht die alten leute schimpften ihn nicht einmal mehr er wäre entstande meinten sie einem steine nachzuwerfen aus dem busch so schwarz erschien er mit der zeit daß die familie virgil förmlich in unschuld schimmerte im gegensatz zu ihm daß pavel hundert hände und die kraft eines riesen hätte haben müssen um die zahllosen schelmenstreiche die ihm zugeschrieben wurden wirklich auszuführen überlegten seine mitbürger nicht er aber kam langsam dahinter und ihn erfüllte eine grenzenlose verachtung der dummheit die das unsinnigste von ihm glaubte wenn es nur etwas schlechtes war er fand einen genuss darin das blöde und ihm übelgesinnte volk bei jeder gelegenheit von neuem aufzubringen und wie ein anderer im bewusstsein der würdigung schwelgt die ihm zuteil wird so schwelgte er in dem bewusstsein der feindseligkeit die er einflößte was er zu tun vermochte sie zu nähern das tat er und kannte aufrichtigkeit nicht einmal gegen den geistlichen im beichtstuhl die zeit verfloß der sommer ging zu neige der erste september der tag des großen kirchenfestes kam heran im vorigen jahre noch hatte sich pavel durch die menge gedrängt und während des hochamtes barfüßig und zerlummt unter den bauernkindern gekniet dicht an den stufen des altars heute trat er nicht in die kirche ein er hielt sich draußen wie die bettler und vagabunden zu denen er seiner ausstaffierung noch passte sein ehemals langer grüner rock reichte ihm jetzt gerade bis zum gürtel und präsentierte geplatzt an allen nähten eine musterkarte von abgelegten kleidern der vigilova in gestalt von großen und kleinen flicken das grobe hemd ließ die brust unbedeckt die leinwandhose altersgrau und verschrumpft war so hoch über die knie hier rauf gezogen als ob ihr eigentümer eben im begriff sei durch den bach zu warten pavel stand mit dem rücken an die planken des pfarrhofgartens gelehnt die arme über den zur seite geneigten kopf erhoben und sah gleichgültigen blickes den zug der kirchgänger vorüberweilen in scharen kamen burschen und mädel heran die letzteren begaben sich sofort in das gotteshaus die ersten blieben bei denen am weg aufgerichteten marktbuden zurück und erwarteten den inhalt musternd das zusammenläuten zur predigt einer unter ihnen ein kleiner junger mensch mit häßlichem flachgedrücktem gesicht tat sich dabei durch ein auffallend protziges wesen hervor er trug feine halbstädtische kleidung an die schwarze jacke war aus lauter wohlhabenheit so viel stoff verschwendet worden dass sie sich vorne wie eine tonne blähte und sich hinten zu einem stolzen katzenbuckel aufbauschte die anderen burschen begegneten dem dorfstutzer mit einer rücksichtnahme die trotz einer kleinen beimischung von spott den wunsch verriet auf guten fuße mit ihm zu stehen natürlich auch er war ja der peter der einzige sohn des bürgermeisters der erbe des größten im besten stande befindlichen bauernhofes im ganzen orte das erste glockenzeichen klang vom turme der zudrang der bevölkerung zur kirche hatte aufgehört hastend eilten nur noch einzelne verspätete die dorfstraße herab ganz zuletzt ganz allein erschien winska und erregte alsbald die aufmerksamkeit des hofstaats der den peter umgab sakkament hieß es die winska was die heute schön ist wie prächtig ihr das kopftüchlein steht es ist von seide meiner treu und wenigstens sechs röcke hat sie an und wie bescheiden sie tut o du heilige du jeder hatte ein boshaftes wörtlein für sie oder ein galantes das viel beschämender war als das boshafte nur der peter schwieg und sah aufmerksam einem vogel nach der auf dem eckpfeiler des pfarrhofgartens gesessen hatte und sich in die luft schwang bei winskas nahen sie war bald in der die kirchenpforte umstehenden menge verschwunden die burschen folgten ihr nach und pavel hörte den einen von ihnen zum anderen sagen ich möchte nur wissen wie der virgil der alte krumbeiniger lump zu der hübschen tochter gekommen ist der angeredete verzog den mund und ich möchte wissen erwiderte er wie die tochter des lumpen zu den schönen kleidern gekommen ist daß sie schöne kleider trug hatte pavel nicht bemerkt und von der ganzen winska nichts gesehen als ihre füße oder eigentlich ihre stiefel eine halb vermischte erinnerung an eine große freude an ein bitteres leid war beim anblick desselben in ihm aufgetaucht und er sah ihr nach in seiner langsamen und hartnäckigen weise wenn ihn die winska schallt schloss sie meistens mit den worten und dumm bist du dumm der dümmste im ganzen dorfe vor kurzem noch hatte diese versicherung ihn kühl gelassen seit einiger zeit begann sie ihn zu verdrießen ihm schwante daß etwas wahres an ihr sei dumm murmelte er und griff sich an die stirn aber so dumm doch nicht wie sie glaubt die spitzbübin so dumm doch nicht daß aus seinem gedächtnis alles verschwunden wäre was sich vor einem jahre begeben hatte und daß er nicht vermöchte einen verdacht der damals schon flüchtig in ihm aufgestiegen war von neuem und jetzt kräftiger zu fassen das hochamt dauerte lange die sonne stand bereits im scheitel als gesang und musik endlich verstummten und die peter so eilig aus der kirche heraus trinken wie sie hineingedrängt hatten pafels augen suchten nur die eine und vermochten nicht sie zu entdecken auch dann nicht als das gewühl sich zerstreute und ein teil der leute die marktbuden umringten der andere in leicht übersehbarem zug die dorfstraße hinanschritt winzger war wie verschwunden und der peter mit ihr nach der messe wäre es pafels sache gewesen heimzukehren und mit virgil das vieh auf die weide zu treiben aber das fiel ihm heute nicht ein er vagabundierte in der nächsten umgebung auf den feldern und im walde herum und suchte die winzger bis zur wutgesteigerte ungeduld kochte in seiner brust und quälend nackte der hunger an ihm gegen abend kam er zum wirtshaus vor dem es lustig zuging betrunkene sangen buben beigten sich kleine mädchen hüpften im reigen beim schall des zimbals und der fielen der durch die offene tür herausgällte neugierige hielten die fenster der tanzstube besetzt beobachteten was drinnen vorging und machten ihre klossen darüber nach langem kampf eroberte pavel einen platz zwischen ihnen und sah die paare sich drehen im dunstigen spärlich erleuchteten gemach ganz nahe am fenster an dem er stand schwenkte peter die winzger auf einem fleck herum er war schon stark angetrunken hatte die jacke und mit ihr seine vornehme zurückhaltung abgelegt der peter in hemdärmeln war ein so ordinärer kompan wie der erstbeste knecht die winzger in seinen armen schlug züchtig die augen zu boden und er glühte feuerrot bei den reden die er ihr zuflüsterte und den küssen die er ihr raubte über den anblick vergaß pavel seinen hunger seine ungeduld wich einem rasenden im unbegreiflichen schmerz wie in den fängen eines raubtieres wandte sich und brachte ein entsetzliches röcheln hervor die umstehenden es schragen man stieß ihn hinweg und er wehrte sich nicht er schlich davon durch die langsam hereinbrechende dunkelheit seinem unheimlichen daheim zu aus der hütte schimmerte ihm der ungewohnte glanz einer brennenden kerze entgegen sie war auf dem fenster simse aufgepflanzt und in dem von ihrem scheine erhellten stübchen saßen virgil und sein weib auf der bank und zwischen ihnen stand ein teller mit braten und eine flasche brandwein die beiden alten aßen und tranken und waren guter dinge pavel beobachtete sie eine weile vom feldrein aus stieg dann zum hohlweg herab den die dorfstraße bei den letzten schaluppen bildete und streckte sich auf die ausgebrochenen ziegelstufen des eingangs den kopf an die tür gelehnt so mußte im fall daß er etwa einschlief die windskern wecken wenn sie ins haus wollte stunden vergingen der matte glanz den das licht im fenster auf den weg geworfen hatte erlosch das treibende gewölk am himmel der umschleierte mond mahrten pavel an die winternacht in welcher er ausgezogen war milada aus der gefangenschaft zu befreien was für ein narr war er damals gewesen was für ein narr geblieben bis auf den heutigen tag von dem einzigen der nie beschimpft dem einzigen der ihm je eine wohltat gewiesen hatte er sich in blödsinnigem misstrauen abgewendet und war der betrügerin unterwürfel gewesen die ihn zum besten hatte ihn bestahl und verlachte oh ganz gewiss verlacht und verspottete sie spottete so gern die winska und so leicht bei viel geringeren veranlassungen als seine grenzenlose domheit eine war was tue ich ihr fragte er sich plötzlich und antwortete auch sogleich ich schlag sie tot keine überlegung was dann nicht die geringste angst nicht der kleinste skrupel nicht einmal ein zweifel an der ausführbarkeit seines rasch gefassten vorsatzes er stand auf öffnete leise die thür holte den knüttel virgils vom herde und legte ihn neben sich nachdem er seinen früheren platz und seine frühere stellung wieder eingenommen hatte nun kam eine große ruhe über ihn die augen fielen ihm zu und er schlief ein nicht tief so halb und halb wie er zu schlafen pflegte wenn er die nacht mit den pferden draußen auf der hutweide zubrachte der morgen dämmerte als leichte schritte die sich näherten ihn weckten sie war es heiter bequem und friedlich mit ihrer unschuldig pfiffigen miene kam sie einher zögerte ein wenig als sie pavel daliegen sah betrat dann ganz sachte die stufen und beugte sich um ihn zur seite zu schieben da packte er sie am fuß und riß sie zu boden sie fiel ohne einen laut erhob sich aber sogleich auf die knie wie der nach dem knüttel griff ein blick in das jungen gesicht und aus dem ihrigen wich alles blut pavel stammelte sie was fällt dir ein du wirst mich doch nicht schlagen sie stemmte beide arme gegen seine brust und sah angstvoll und beben zu ihm empor schlagen nicht erschlagen werde ich dich antwortete er dumpf und wandte den kopf um ihren flehenden augen auszuweichen aber zieh zuvor meine stiefel aus jesus maria wegen der stiefel wirst mich umbringen ja ich will schrei nicht so die alten wachen auf alles eins sie schmiegte sich an ihn ein schüchternes lächeln und zuckte ihre lippen sie kommen mir zu hilfe wie kannst mich dann totschlagen geh sei still sei gut er suchte sich von ihrer umarmung loszumachen die ihn beseligte und empörte er fühlte mit zorn gegen sich den zorn gegen sie unter ihren liebkosungen schwinden spitzbibin rief er mach keinen lärm mahnte sie wenn die leute zusammenlaufen was hast du davon sei still schlag mich tot meinetwegen aber sei still schlag mich tot du dummer pavel und nun kicherte sie schon völlig vergnügt und zwischen den wirren haaren die ihm über die augen hingen schoss ein blitz voll düsterer glut hervor der sie von neuem schaudern machte das war kein törichter junger mehr es war ein frühreifer mann der sie angeblickt hatte und instinktmäßig rettete sie sich in der furcht vor ihm an seine brust tu mir nichts wie leid wäre dir sie stand neben ihm und hielt seine hand der der knüttel entzunken war sie bat sie schmeichelte sie suchte ihn zu rühren und hielt sich selbst eine totenklage oh wie leid wäre dir um mich niemandem so leid wie dir um die arme winzka du bist nicht arm fuhr sie an du nicht schlecht bist du und ich geh aufs bezirksamt und verklag dich wegen der stiefel fragte sie und lachte herzlich und sorglos ja flugs ließ winzka sich auf die stufen nieder zog die stiefel aus und stellte dieselben vor pavel hin da hast sie geißhals ich brauch sie nicht ich brauch nur dem peter ein wort zu sagen so kauft er mir andere viel schönere pavel brüllte förmlich auf nein nein nimm die meinen behalt sie ich schenk sie dir nur geh nicht mehr mit dem peter versprichs er fasste sie an den achseln und schüttelte sie daß sie hören und sehen verging versprichs versprichs sei ruhig ich verspreche es antwortete winzka doch war der ton in dem sie es sagte so wenig überzeugend und es flog ein so seltsamer ausdruck über ihr gesicht dass pavel die faust ballend drohte nimm dich in acht ende von kapitel fünf kapitel sechs von das gemeindekind von marie freifrau von ebner eschenbach diese librox aufnahme ist in der public domain die nächste woche brachte viele regentage und an jedem trüben morgen packte pavel seine schulsachen zusammen und ging zum gelächter aller die ihm auf dem wege dahin begegneten in die schule dort saß er der einzige seines alters unter lauter kindern und immer auf demselben platz im letzten auf der letzten bank anfangs tat der lehrer als ob er ihn nicht bemerkte erst nach längerer zeit begann er wieder sich mit ihm zu beschäftigen einmal als die stunde beendet war die stube sich gelehrt hatte pavel aber fortzugehen zögerte fragte ihn der lehrer was willst du eigentlich in deinem beruf kannst du dich bei mir nicht ausbilden pavel machte verwunderte augen und der lehrer fuhr fort hast du mir nicht gesagt daß du ein dieb werden willst nun unglückspupp unterricht im stehlen geb ich nicht dem pavel schwebte schon die antwort auf der zunge darum ist mir es auch nicht zu tun versteht ohnehin aber er bezwang sich und sagte nur lesen und schreiben möchte ich lernen zur not kannst du's ja just zur not kann ich's nicht musst dir halt müh geben geben müh kann's doch nicht gib dein buch her pavel schüttelte den kopf aus dem buch kann ich schon aber da er fuhr mit der hand die heftig zitterte zwischen sein hemd und seine brust und zog einen zerknitterten brief hervor da hat mir der bot etwas von der post gebracht geschriebenes ja so das ist freilich eine andere sache da würde ich wohl selber mühe haben sein scherz reute ihn als pavel denselben für anstam und zum ersten mal im leben demütig sprach ich möchte den herrn lehrer doch bitten daß er's probiert pavel küßte wenn man so sagen darf das blatt mit den augen und reichte es dem alten hin sorgfältig ängstlich wie ein leicht zu beschädigendes kleinod der lehrer entfaltete es und überflog die zahlen es ist ein brief pavel und weißt du von wem er wird von meiner schwester milada sein aus dem kloster nein er ist nicht von deiner schwester aus dem kloster nicht er ist von deiner mutter aus dem erstockte und der bursche ergänzte mit plötzlich veränderter miene und rauer stimme aus dem zuchthaus willst du ihn hören pavel hatte den kopf sinken lassen und antwortete durch ein stummes nicken der lehrer las mein sohn pavel vor drei monat habe ich meine feder an das papier gesetzt und meiner tochter milada einige paar zeilen in das kloster geschrieben meine tochter milada hat's aber nicht bekommen die klosterfrauen haben ihr ihn nicht gegeben sie haben mir sagen lassen das beste ist wenn sie von der mutter nichts hört so weiß ich nicht ob ich recht tu wenn ich dir schreibe pavel mein lieber sohn mit der bitte daß du mir antworten sollst ob meine paar zeilen dich und milada deine liebe schwester in guter gesundheit antreffen was mich betrifft ich bin gesund und soweit zufrieden in meinem platz deine mutter meine zwei kinder tag und nacht bete ich für euch zum lieben gott glaube auch daß meine tochter milada eine kleine klosterfrau werden wird wenn es die zeit sein wird und arbeite fleißig hier im hause was mir zurückgelegt wird für meine kinder in sechs jahren mein lieber sohn pavel werde ich wieder nach haus kommen und bitte euch noch daß ihr manches mal in guten an die mutter denkt die ärmste auf der welt die lettern des briefes waren steif und ruhig hingemalt bei der nachschrift hatte die hand gezittert große matte flecken auf dem papier verrieten daß sie unter tränen geschrieben worden waren mit mühe entzipferte der vorleser die halbverwischten züge und ihn ergriff die fülle des leids und der liebe die sich in dieser armseligen kundgebung aussprach sagte er du mußt deiner mutter sogleich antworten der junge hatte sich abgewendet und starrte finster zu boden was soll ich hier antworten murmelte er was dein herz dir eingibt für die unglückliche frau pavel verzog den mund es geht dir ja gut gut du dummer bub gut im kerker der alte mann geriet in eifer er wurde warm und beredsam die schönen und vortrefflichen dinge die er sagte ergriffen ihn selbst ließen pavel jedoch kühl er hatte auf die vorstellungen des lehrers zwei antworten die er hartnäckig wiederholte ob sie paßten oder nicht sie sagt dir selbst daß es ihr gut geht und die schwester schreibt dir nicht warum soll ich ihr schreiben hast du denn gar kein gefühl für deine mutter fragte der lehrer endlich nein erwiderte pavel der alte schüttelte sich vor ungeduld ich denk der zeit wo du ein kind warst sprach er und brav unter der obhut deiner braven mutter die dich zur arbeit angehalten hat klotzt du nur brav und rechtschaffen sag ich das war sie aber leider gar zu geschreckt und immerhalb närrisch aus angst vor dem niederträchtigen na unterbrach er sich jeder mensch hat mitleid mit ihr gehabt sogar den richtern hat sie erbarmen eingeflößt nur du ihr sohn bist mitleidlos gegen sie warum denn warum ich frage dich gib antwort sprich er schob die brille in die höhe und näherte die kurzsichtigen augen dem gesichte pavels in den zügen desselben malte sich ein eiserner widerstand aus den düsteren augen funkelte ein abglanz jener entschlossenheit die auf eine große sache gestellt den märtyrer macht der alte seufzte trat zurück und sagte geh mit dir ist nichts anzufangen als pavel schon an der tür war rief er ihm aber doch halt zu eins nur will ich dir sagen es ist dir nicht alles eins ich habe es bemerkt wenn die leute dich schimpfen eine zeit kann kommen in welcher du froh wärst gut zu stehen mit den leuten und gerne hören möchtest in seiner jugend war der pavel ein nichtsnutz aber jetzt hält er sich ordentlich für den fall merkt ihr merkt ihr pavel wiederholte er nachdrücklich und eine schwache röte schimmerte durch das fahle grau seiner wangen mach dich nicht zu deinem eigenen verleumter das schlechte das die anderen von dir aussagen kann bezweifelt kann vergessen werden du kannst es niederleben das schlechte ja sogar das widersinnige und dumme das du von dir selbst aussagst das putzt sich nicht hinweg das haftet an dir wie deine eigene haut das überlebt dich noch er hob die hände über den kopf huschte so planlos und unbeholfen im zimmer umher wie ein aus dem schlafe gescheuchter nachtfalter und wimmerte und stöhnte vergiß meinetwegen alles was ich dir gesagt habe aber den rat vergißt du nicht den geb ich dir aus meiner eigenen erfahrung betrachtete den schullehrer nachdenklich der alte herr tat ihm leid und kam ihm zugleich unendlich töricht vor worüber kränkte er sich konnte es darüber sein daß die leute ihn einen hexenmeister nannten das wäre auch der mühe wert für sein leben gern hätte er sich erkundigt wußte aber nicht wie die frage stellen er nahm so lange keine notiz von des lehrers entlassenden winken bis sie sein heftig anließ was willst du noch dann gab er zur antwort wissen was den herrn lehrer kränkt habrecht bog sich zurück tat einen tiefen atemzug und schloß die augen später pavel später jetzt würdest du mich nicht verstehen da platzte pavel heraus das wegen der hexerei ein unwillkürlicher aufschrei ja ja und der lehrer packte ihn an den schultern und schob ihn aus der tür also richtig der alte kremte sich über den verdacht indem er im dorfe stand unbegreiflich kindisch erschien das dem pavel sein gönner wurde von stunde an ein schwächling in seinen augen und er schlug dessen eindringlichste warnung in den wind ja sie reizte ihn sogar ihr zuwider zu handeln die leute sollen ihn nur für schlechter halten als er ist er wills nach lob und liebe geizen die feiglinge sich sagen zu dürfen ich bin besser als irgend einer weiß das ist die herbe die rechte wonne für ein starkes herz den brief der mutter bemühte sich pavel nachzubuchstabieren und jetzt wo er dessen inhalt kannte gelang es ihm so ziemlich überraschte ihn bei der beschäftigung wollte wissen was er las und als er eine auskunft darüber verweigerte suchte sie ihm das blatt zu entreißen was zürnte sie da er ihr werde du willst mir verbieten daß ich mit dem peter gehe hast aber geheimnisse von mir kriegst briefe und versteckst sie ihre hübschen brauen zogen sich zusammen um den mund zuckte ein unbezwingliches lächeln meinst denn daß ich nicht eifersüchtig bin sie scherzte sie verhöhnte ihn bewußte es und barbie seligt daß sie so mit ihm scherzte ja just eifersüchtig du wirst just eifersüchtig sein brummte er und ein himmel tat sich vor ihm auf bei dem gedanken wie es denn wäre wenn aus dem spiel das sie jetzt mit ihm trieb einmal ernst werden sollte einmal in der weiten unabsehbaren zukunft die noch vor ihm lag und welcher er wenn auch sonst nichts doch ein festes vertrauen auf die eigene kraft entgegentrug die winska hatte eine hand auf die schlanke hüfte gestemmt und streckte die anderen nach ihm aus von wem ist der brief pavlitschek fragte sie schmeichelnd und schelmlich der brief den du an deinem herzchen versteckst von meiner mutter antwortete er rasch und wandte sich ab winska tat einen ausruf des erstaunens wenn's wahr ist ich hätte nicht geglaubt daß die im zuchthaus briefe schreiben dürfen was können sie auch schreiben gute lehren vielleicht wie man's anstellen soll um zu ihnen zu gelangen ins freie quartier nagte gequält an den lippen wirf den brief weg fuhr winska fort und sag niemanden daß du ihn gekriegt hast es soll nicht heißen daß zu uns briefe kommen aus dem zuchthaus die leute sagen uns ohnehin genug übles nach noch immer weniger als ihr verdient rief pavl heftig aus und winska errötete und sagte verwirrt und sanft ich hab dein bestes im sinn ich hab gestern den ganzen tag für dich genäht ich hab dir ein ganz neues hemd gemacht ein hemd so aber glaub mir mit der mutter sollst du nichts zu thun haben glaub mir sie hat den galgen mehr verdient als den vater und er hat gewiß recht gehabt wie er immer ausgesagt hat vor gericht das weib hat mich verführt er hat nichts von sich gewußt er war ja immer besoffen aber sie ho sie hat's hinter den ohren gehabt und es war halt wie im paradies mit dem adam und der eva sie sah ihn lauernd von der seite an und begegnete in seinen zügen dem ausdruck einer außerordentlichen überraschung war denn der adam besoffen fragte er mit ehrlicher wissbegier winska fasste ihn an beiden ohren rüttelte ihn und lachte o wie dumm nicht vom adam von deinem vater ist die rede und dass deine mutter ihn verleitet hat den geistlichen umzubringen schweig rief pavl du lügst ich lüg nicht ich sag was ich glaube und was andere glauben wer wer glaubt das sie antwortete ausweichend aber er packte ihre arme mit seinen großen händen zog sie an sich und wiederholte wer sagt das wer glaubt das bis sie geängstigt und gefoltert hervorstieß der arnost mir soll er sagen mir ich schlag ihm die zähne ein und schmeiß ihn in den bach dir will das nicht sagen vor dir fürchtet er sich lass mich los ich fürcht mich auch lass mich los gut pavl ah fürcht's dich fürcht ich nur sprach er triumphierend und entwaffnet zum spaß rang er noch ein wenig mit ihr und gab sie plötzlich frei reicher lohn wurde ihm für seine großmut zuteil die winska sah ihn zärtlich an und lehnte einen augenblick ihren kopf an seine schulter ein freudenschauer durchrieselte ihn aber er rührte sich nicht und bemühte sich gleichgültig zu scheinen pavel begann winska nach einer weile ich hätt eine bitte eine ganz kleine willst sie mir erfüllen es ist leicht sein gesicht verdüsterte sich das sagst du immer ich weiß schon was möchtest du denn wieder der alte schlosspau hat noch ein paar schöne federn sagte sie rupf sie ihm aus und schenk sie mir sie bat in so kindlichem ton ihre mine war so unschuldig und er völlig verzaubert er ließ sich's nicht merken brummte etwas unverständliches und schob sie sachte mit dem ellbogen weg dann nahm er die peitsche vom herd und ging zur schwemme die pferde zusammenzuholen mit denen er auf der hutweide übernachten sollte die hutweide lag in einer niederung vor dem dorfe nicht weit vom kirchhof der ein längliches viereck bildete und sich von einer hohen weiß getünften mauer umgeben ins feld hineinstreckte es war eine nacht so lau wie im sommer in unbestrittenem glanz leuchtete der mond und die von seinem licht übergossene wiese glich einem ruhigen wasserspiegel still weideten die pferde pavel hatte sich in seiner wächterhüte ausgestreckt die arme auf den boden das gesicht auf die hände gestemmt und beobachtete seinen schutzbefohlenen die fuchsstute des bürgermeisters die weisminnige war früher sein liebchen gewesen seitdem er aber den sohn des bürgermeisters hasste hasste er auch dessen fuchsstute sie kam auf alte freundschaft bauend zutraulich daher beschnupperte ihn und blies ihn an mit ihrem warmen atem ein fluch ein derber faustschlag auf die nase war der dank den ihrer liebkosung ihr eindruck sie wich zurück mehr verwundert als erschrocken und pavel drohte ihr nach er hätte alles von der welt vertilgen mögen was mit seiner nebenbuhler in zusammenhang stand das versprechen der winzger flößte ihm kein vertrauen ein es war viel zu rasch gegeben worden viel zu sehr in der weise in welcher man ein ungestümmes kind beschwichtigt sie will kein geschrei kein aufsehen sie tut ja seit einiger zeit so ehrbar hat ihr früheres übermütiges wesen ihre gleichgültigkeit gegen die meinung der leute abgelegt die angst und hast mit der sie ausgerufen hatte es soll nicht heißen dass zu uns briefe kommen aus dem zuchthaus klang dem pavel noch im ohr er meinte das blatt in seiner brust brenne er griff danach und zerknüllte es in der geballten faust was brauchte sie ihm aber auch zu schreiben die mutter hatte sie noch nicht schande genug über ihn gebracht sie stand zwischen ihm und allen anderen menschen zwischen ihn und die winzger die so viel bei ihm galt sollte sie ihm nicht reden in seinem tiefsten innern glaubte ja wußte er seine mutter hatte das nicht getan dessen man sie beschuldigt und dennoch trieb ihn ein dunkler instinkt sich selbst zu überreden es kann wohl sein und aus dem schwankenden zweifel wuchs ein fest entschluß hervor ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben ihren brief zerriss er in fetzen auf dem letzten die in der hand behielt waren noch die worte zu lesen deine mutter die ärmste auf der welt das bist du musste er doch etwas wehmütig berührt zugestehen das bist du von ihr er gewesen ihre große gestalt tauchte vor ihm auf in ihrem ernst in ihrer schweigsamkeit abends erliegen unter der lass der arbeit den not der misshandlung am morgen wieder rastlos am werke er sah sich als kind an ihrer seite von ihrem beispiel angeeifert schon fast so still und so vertraut mit der mühsal wie sie erinnerte sich mancher derben zurechtweisung die durch seine mutter erfahren und keiner einzigen äußerung ihrer zärtlichkeit vieler jedoch ihrer stummen fürsorge ganz besonders der alltäglich vorgenommenen ungleichen teilung des brotes ein großes stück für jedes kind ein kleines für sie selbst pavel begann die fetzen des briefes zusammenzulegen legte sie aufeinander und betrachtete das päckchen ungewiß was er damit anfangen sollte endlich trug es zum friedhof und begrub es dort zu den füßen der mauer und in den herüberhängenden zweigen einer trauereische in seine hütte zurückgekehrt legte er sich hin und schlief ein und träumte von dem schönen hemde das winzgerfing genäht und das eine große frau mit verhüllten antlitz in dunkles strichlingswänder gekleidet ihm streitig zu machen suchte das bild dieser frau verfolgte ihn fortan und wenn er in mondhellen nächten nur eine weile unverwandt nach dem friedhof blickte ballte es sich zusammen aus nebel und dunst und glitt an der schimmernden mauer entlang pavel starrte die erscheinung mit tiefem grauen an und dachte meine mutter ist vermutlich gestorben und meldet sich bei mir der winzger erzählte er von diesem erlebnis nichts er hätte auch keine gelegenheit dazu gehabt sie war unfreundlich mit ihm guckte immer nach seinen händen wenn er heimingam sagte spitz schönen dank für die federn und ging ihm übrigens schmollend aus dem wege er sah wohl ein das würde nicht anders werden bevor er ihr den willen getan und so bequemte es sich zur erfüllung ihres kindischen wunsches die ihm eine leichte sache schien seit miladas abreise stand die pforte des schloßgartens wieder offen von früh bis abends und der alte pfau stellste unzählige male im tag an ihr vorbei er hatte in der tat nur reste seines sommerlichen federschmuckes übrig behalten drei prachtexemplare an lächerlich langen von nachwuchs noch unbedeckten kielen eines tages lauerte pavel ihm auf und als er ihn kommen sah schlich er ihm nach in den garten längs eines schmalen weges in bäume und büsche gegen das haus deckten schritt der vogel gemächlich hin und pickte aus purer jagdlos hie und da in den insekt vom boden auf plötzlich mußte er so leise pavel auch auftrat dessen schritte vernommen haben denn er blieb stehen regte mit einer raschen wellenbewegung den hals und warnte den kopf seinem nachfolger zu wie fragend was willst du von mir wirst gleich sehen dachte der bursche und als meister pau ein schnelleres tempo einschlug machte pavel ein paar sätze glied aus und fiel nieder verlor aber die geistesgegenwart nicht sondern streckte die hand aus und riß mit festem glücklichen griff dem vogel auf einmal seine letzte zier der stieß ein raues alarmgeschrei hervor machte kehrt schnellte halb fliegend halb springend empor und er der noch am boden liegende sich besann saß ihm das zornige tier im nacken und lagte mit dem harten scharfen schnabel auf seinen kopf seine schläfen los es tat weh kam dem pavel jedoch sehr komisch vor dass ein vogel sich in einem kampf mit ihm einließ er lachte wurde etwas krampfhaft und machte eine heftige anstrengung das tier abzuschütteln aber es krallte sich mit unheimlicher stärke fester spreiste die flügel lieh sich im gleichgewicht und immerfort kreischend streckte es den kleinen kopf weit vor die augen seines feindes suchend und betreuend da wurde diesem angst mit beiden händen griff er nach dem langen blauen hals dessen gefiel er sich unter seinen fingern sträubte und drehte ihn zusammen wie zu einem knoten das tier gab noch einen schrillen verzweiflungsvollen laut und glied über pavels schulter zur erde wo es auf dem rücken liegen blieb mit zusammengezogenen zuckernden füßen ob tot hatte der sieger nicht mehr zeit sich zu überzeugen denn er sah aus dem schloss der leute herbeikommen raffte die federn vom grase auf und war wie der blitz aus dem garten draußen auf der straße mäßigte er seine schnelligkeit um nicht durch sie die aufmerksamkeit der vorübergehenden zu erregen das herz pochte ihm heftig und er dachte an den lärm den es im schloss bei der auffindung der zappelten pfauenbistie absetzen würde an der spitze der schar die auf deren geschrei nach dem kampfplatz geeilt war meinte er die frau baronin erkannt zu haben eine weile ging pavel unbeheiligt seines weges und hoffte schon dem verdacht und der gefahr in dronnen zu sein als die rufe galgen strick schlechter bub an sein ohr schlugen und ihn eines anderen belehrten hinter ihm her waren wie er sich durch einen ratschen blick überzeugte der schmächtige undrückige gärtner und zwei alte arbeiter greif aus elendes krüppenvolk hörte pavel und schoß vorwärts im leichten wegverschlingenden lauf er hatte einen guten vorsprung vor seinen verfolgern und als er zu rennen begann wurde ein noch viel besserer daraus an dem aufsehen das er regte lag ihm jetzt nichts mehr sondern nur daran seinen raub in sicherheit zu bringen glühend mit funkelnden augen stürmte er in die hütte winzger stand allein im flur und errötete vor freude als pavel die federn hinreichte bei seinen hastig hervorgestoßenen worten versteck sie versteck sie er schrak sie jedoch sehr und fragte was gibt's mit ihnen ich mag sie gleich nicht wenn's was mit ihnen gibt er drang ihr das gestohlene gut auf schob sie in die stube und trat selbst zum eingang der hütte zurück wo er sich an den türpfosten lehnte die arme kreuzte und trotzigen mut es die häsche erwartete der anführer desselben war so aufgeregt daß er nur abgebrochen seine befehle erteilen konnte packt ihn packt den hund ins schloß mit ihm rief er sein begleiter zu zwei impreßhaften und friedfertigen menschen die einander ansahen und dann ihn und dann wieder einander packen war das ihre sache sie hielten sich für verdienstvolle gärtnergehilfen weil sie zum rehchen griffen und mit ihm auf den wegen herumscharrten sobald sie die schloßfrau erblickten und den rest des tages lagen sie im gras tranken schnapps und rauchten zuweilen meistens jedoch schliefen sie dem pavel wäre es nur ein spiel und zugleich ein wahres genügen gewesen die gardier anzurennen und zu boden zu schlagen aber um winskas willen und ihre angst vor einem skandal verzichtete er auf diese ergötzlichkeit und ließ sich ruhig beim kragen nehmen was die beiden alten zaghaft und ohne innere überzeugung taten indessen wuchs ihnen der kamm bei der widerstandslosigkeit mit der pavel sich in sein schicksal ergab und ein großer stolz erwachte ihnen als sie den wilden buben dem sie sonst von weitem auswichen als gefangenen durch das dorf führten der gärtner der zeta und mordio schrie bildete die nachhut und die straßenjugend lief mit was hat er getan fragten die leute er soll etwas erwürgt haben was weiß vorläufig niemand aber das weiß man der kommt ins zuchthaus wie die mutter der stirbt am galgen wie der vater fäuste hoben sich drohend steine flogen und fehlten aber worte schlimmer als steine trafen ihr ziel pavel blickte keck umher und das bewußtsein unauslöschlichen hasses gegen alle seine nebenmenschen erquickte und stehlte sein herz gelassen brate er in den schloßhof und wurde sogleich ins haus und in ein ebenerdiges zimmer mit vergitterten fenstern gebracht dessen tür man hinter ihm absperrte es war eines der gastzimmer in dem pavel sich befand und seine augen hatten solange sie offen gestanden eine pracht wie diejenige die ihn hier umgab nicht erblickt seidenzeug grün schillernd wie katzenaugen hing an den fenstern und türen in so reichen falten wie der neue sonntagsrock winskas sie warf und mit demselben stoff waren große und kleine bänke die lehnen hatten überzogen an den wänden befanden sich bilder das heißt eingerahmte dunkelbraune flecke aus denen an verschiedenen stellen ein weißes gesicht hervorschimmerte eine falle totenhand zu winken schien ein großer schrank war da im altar in der kirche sehr ähnlich und am fenster pfeiler ein spiegel in dem pavel sich sehen konnte in seiner ganzen lebensgroßen zerlumptheit als er hineinblickte und dachte so bin ich gewahrte er über seinem kopf ein seltsames ding ein flacher eiserner kübel schiens aus dem goldenen arme herausragten und der mit einem äußerst dünnen seilchen an der decke befestigt war pavel sprang sogleich davon und betrachtete das böse ding misstrauisch aus der entfernung es schien keinen anderen zweck und auch keine andere absicht zu haben als auf die leute die so unvorsichtig waren in seinen bereich zu treten niederzustürzen und sie zu erschlagen nach kurzer zeit ließen schritte auf dem gang sich hören die tür wurde geöffnet und die baronin trat ein sie ging mühsam auf dem stock gestützt war sehr gebeugt und blinzelte fortwährend fast auf den fersen folgte ihr tief bekümmert die spärlichen haare so zerzaust als hätte er eben in ihnen gewühlt der schulmeister sein ungeschickt fahriges benehmen fiel sogar dem schlechten beobachter pavel auf um ihn belieben euer gnaden sich zu setzen fragte der alte schoß dienstfertig umher und drückte die sessel auseinander um der frau baronin den überblick und somit die wahl zu erleichtern lassen sie's gut sein schullehrer sagte sie ärgerlich nahm gerade unter dem kronleuchter mit dem rücken gegen die fenster platz legte den stock auf ihren schoß und gab pavel befehl näher zu treten er gehorchte der lehrer jedoch stellte sich hinter den sessel der gnädigen frau und über ihren kopf hinweg bedrohte er abwechselnd den delinquenten mit blicken des ingrims oder suchte ihn durch minen welche die tiefste wehmut ausdrückten zu erschüttern und zu rühren die baronin hielt die hand wie einen schirm an die stirn und sprach ihre rot gerenderten augen zu pavel erhebend du bist groß geworden ein großer schlingel als ich dich zum letzten mal gesehen habe warst du noch ein kleiner wie alt bist du sechzehn jahre erwiderte er zerstreut das eiserne ding an der dünnen schnur nahm seine ganze aufmerksamkeit in anspruch wie im geist sah es herunterfallen und die frau baronin auf ihrem richterstuhl zu einem flachen kuchen zusammenpressen sie nahm wieder das wort schau nicht in die luft schau mich an wenn du mit mir redest sechzehn jahre vor drei jahren hast du mir meine kirschen gestohlen heute erwürgst du mir meinen guten pfau der mir das weiß gott lieber war als mancher mensch der lehrer erhob seine flehend gefalteten hände und gab dem burschen ein zeichen diese gebärde nachzuahmen pavel ließ sich aber nicht dazu herbei warum hast du das getan fuhr die baronin fort antworte pavel schwieg und der alte und frau schoß das blut ins gesicht erregten tones wiederholte sie ihre frage die junge schüttelte den kopf aus seinem dichten haargestrüpp hervor glitt sein blick über die zürnende und ein leises lächeln kräuselte seine lippen da wurde die kreischen vom zorn übermannt frecher bub rief sie griff nach ihrem stock und gab ihm damit einen streich auf jede schulter nun ja dachte pavel wieder prögel immer prögel und er richtete seinen stillen stoßseufzer an das eiserne ding wenn du doch herunterfallen wenn du ihr doch auf den kopf fallen möchtest machte hinter dem rücken der baronin ein kompliment indem sich anerkennung aussprach euer gnaden haben dem hohlbub pavel eine spürbare zurechtweisung gegeben bemerkte er das war gut eine sehr gute vorbereitung zum verhör das ich jetzt mit euer gnaden erlaubnis vornehmen will der alten frau war nach ihrer gewaltthat nicht wohl zumute sie hatte ihren zorn auf einmal ausgegeben und lag nun im bann eines viel unleidigeren gefühls einer cremlichen sentimentalen entrüstung was ist da zu verhören sprach sie der schlimme bub hat mir meinen pfau gewürgt und will nicht sagen warum weil er sonst sagen müßte aus bosheit so ist es o gewiß bestätigte der lehrer den armen pfau fehlten als man in tod aufwand seine letzten schwanzwidern die hat der schlechte bub ihm gewiß ausgerupft aus bosheit das ist nun wieder albern schulmeister fiel die baronin ärgerlich ein wenn der junge wie schon viele andere dumme jungen vor ihm meinem armen pfau nur federn ausgerupft hätte wär das noch kein zeichen von bosheit dumheit wäre es gewesen und die barei o wie wahr entgegnete habrecht dummheit und dieberei so ist es und nicht anders euer gnaden ist es so wer weiß es ganz recht wer außer euer gnaden die sogleich licht in die sach gebracht haben federn ausrupfen ei 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 um federn war's den buben zu tun dadurch hat er den pfau gereizt und einen kampf hervorgerufen in dem das gute thier gefallen ist wie der rabe odins an dessen ohr neigte sich habrecht an das ohr der baronin und flüsterte nicht unernehmen feinspuren seiner tapferkeit zu hinterlassen geruhen sich zu überzeugen die stirn des buben ist erhackt und voll blut so ja mir scheint so sprich holub pavel rief der lehrer sich wieder aufrichtend entschuldige dich um die federn war's dir dummem jungen zu tun eine böse absicht hast du nicht gehabt sprich befahl auch die baronin hat dich jemand zum raub der federn angestiftet denn im grund setzte nach kurzer überlegung hinzu was solltest du mit ihnen freilich was ein solcher bettler mit pfauenfedern jedesmal wenn das wort federn ausgesprochen wurde überrieselte es den burschen als ihm aber der lehrer nun mit bestimmten fragen zu leibe ging wer hat dich angestiftet war's nicht die saubere winska der überkam ihn eine todesangst vor den schlimmen folgen welche dieser verdacht für die tochter des hirten haben könnte und fest entschlossen ihn abzuwenden sprach er mit dumpfer stimme es hat mich niemand angestiftet ich hab's aus bosheit getan die baronin stieß ihren stock heftig gegen den boden und erhob sich da haben sie's sprach sie zum schullehrer da hören sie ihn den geben sie auf der ist verloren erbarmen sich euer gnaden flitterte alter glauben ihm nicht der unzinger tropf lügt sich zum schelm der tropf weiß nicht was er tut euer gnaden sie winkte ihm zu schweigen und trat dicht am pavel heran ihre müden augen maßen den wildling mit traurigem ausdruck und das ist der bruder meines lieben kindes sagte sie tief aufseufzen so oft das kind an mich schreibt und so oft ich es sehe fragt es wie geht's meinem pavel wann wird mein pavel zu mir kommen es weiß daß ich mit ihm nichts zu tun haben will ich habe es erklärt und bleibe dabei aber es fragt doch das kind pavel war zusammengefahren er rieß die augen weit auf seine nasenflügel behebten welches kind die milada wann wird mein pavel zu mir kommen wiederholte die baronin erregt und gerührt und mit den tränen kämpfend aber kann ich dich zu ihr schicken dieb schlechter bub schlechterste im dorfe kann ich denn schicken sie mich sagte pavel leise der lehrer zog die schultern in die höhe schlub die kinnleide vor und machte ihm die eindringlichsten zeichen haben euer gnaden die gnade ich bitte untertänigst euer gnaden so spricht man pavel aber zermantete seine verschränkten finger seine brust hob sich keuchend mit einem trockenen schluchzen sprach er noch einmal schicken sie mich die barone wandte sich dem lehrer zu es scheint ihm eindruck zu machen es macht ihm einen außerordentlichen eindruck euer gnaden haben das rechte getroffen mit diesem weisen beschluß beschluß von einem beschluß ist noch gar nicht die rede den einwand überhören fuhr der lehrer fort das unschuldige kind wird besser als irgend wer auf sein gemüt zu wirken verstehen das kind das kind fiel die baronin ein ist der stolz und der liebling des klosters sehn euer gnaden und was könnte für den verwahrlosten jungen heilsamer und aneifernder sein als der anblick einer wohlgeratenen schwester als ihr beispiel ihrer mahnungen vielleicht entgegnete die alte dame nachdenklich und so wollen wir es denn in gottes namen versuchen ein letztes mittel schlägt das fehl dann mein wort darauf bei seiner nächsten übelthat kommt er nicht mehr vor mir ein sondern vor das bezirksgericht hörst du's rief der lehrer und pavel murmelte ein ungerechtfertigtes ja in wirklichkeit wußte er nicht was und ob überhaupt gesprochen worden seitdem man ihm hoffnung gemacht hatte daß er seine milada wiedersehen solle das unerreichbare ziel seiner jahrelangen sehnsucht stürmte sich nahe vor ihm sein heißester in tausend schmerzen aufgegebener wunsch war ihm auf das unerwarteste erfüllt das herz hüpfte ihm im leibe ein jauchzen das er nicht unterdrücken konnte drang aus seiner kehle er wandte sich auf den fersen und jetzt geh ich zu milada sagte er halt rief die baronin bist närrisch so ohne weiteres geht mir nicht zu milada jetzt träufst du dich nach hause und am samstag kommst du ins schloß und holst einen brief für die frau oberin ab den wirst du ins kloster tragen und bei der gelegenheit vielleicht deine schwester zu sehen bekommen gewiß ich werde sie gewiß zu sehen bekommen wenn ich nur einmal dort bin sprach pavel und schürzte mit einer unwillkürlichen bewegung die ärmel auf nicht gar zu viel zuversicht versetzte die baronin sie war müde geworden und schickte sich an ihren frühen platz wieder einzunehmen da sprang pavel auf sie zu schob sie hastig zur seite und den lehnsessel aus dem bereich des kronleuchters hinaus so rief er jetzt setzen sie sich die kreisin war nahe daran gewesen umzusinken als sie statt des stützpunktes den sie suchte einen stoß erhielt mit einem schrei der angst klammerte sie sich an den in tiefster ehrwucht dargereichten arm des lehrers der die gnädige frau zu ihrem sitz geleitete und am beben vor unwillen die faust gegen pavel erhob was tust was fällt dir ein spitzbube pavel deutete ruhig nach der schnur des lüsters wenn das strickerl reißt ist sie ja tot sprach er esel esel fort hinaus rief harbrecht und der junge gehorchte ohne mit abschied nehmen zeit zu verlieren die baronin beruhigte sich allmählich und sagte er ist blitzdumm aber hat wenigstens eine gute absicht gehabt das weiß gott rief der lehrer wenn euer gnaden nur nicht zerschrocken wären ach was daran liegt nichts sie zog das taschentuch und drückte es an ihre stirn viel schlimmer ist viel schlimmer daß ich einmal wieder inkonsequent gewesen bin wie oft habe ich mir vorgenommen es bleibt dabei meine milada darf ihren bruder nicht mehr sehen und jetzt schick ich ihn selbst zu ihr keine willenskraft mehr keine energie der geringste anlaß und mein festester vorsatz ist wie kommt vom alter euer gnaden fiel harbrecht in liebenswürdig entschuldigendem ton ein da können euer gnaden nichts dafür der mensch ändert sich bedenken nur euer gnaden auch die zähne mit denen man in der jugend die hartesten nüsse knackt beißt man sich im alter an einer brotrinde aus ein unappetitlicher vergleich erwiderte die baronin verschonen sie mich schullehrer mit so unappetitlichen vergleichen in der nacht vom samstag auf den sonntag schloß pavel kein auge er lag wie in fieber hitze und meinte immer jetzt und jetzt komme jemand ihm den brief abzufordern den ihm die baronin am abend überschickt hatte und der ihm anders ins kloster verschaffen sollte sie konnte sich's anders überlegt ihre güte konnte sie gereut haben pavel kauerte sich zusammen auf seiner elenden lagerstätte und faßte wilde entschlüsse für den fall daß seine besorgnisse in erfüllung gehen sollten indessen graute der morgen und pavels eigene hirngespinste blieben seine einzigen bedränger dennoch verließ die unruhe ihn nicht schon um vier uhr stand er am brunnen und wusch sich vom kopf bis zu den füßen zu kempt und hose an und den rock der eine bedeutende verschönerung erfahren hatte auf dessen schleißigster stelle gerade über dem herzen prangte ein bunter flicken ein handgroßes stück zeug das beim zuschneiden von winskers neuem leibchen übrig geblieben war pavel nahm sich vor es herabzutrennen und der kleinen milada zu schenken wenn es ihr so gut gefiele wie ihm und so zog er rüstig und freudig aus und begegnete keiner lebenden seele im ganzen dorf an der mauer des schlossgartens schlüpfte er besonders eilig vorbei und nun ging's bergab und bergauf immer mit der stillen besorgnis wenn mir nur keiner nachläuft um mich zurückzurufen auf der höhe angelangt von welcher aus er vor fast zwei jahren dem wagen nachgeblickt der seine schwester entführte atmete er freier er besann sich wie schöner damals die türme der stadt hatte glänzen gesehen heute lag er den herbstnebel über ihnen und verwagen sie seinen augen und auf dem feld das zu jener zeit im grün der jungen halme geprankt lagen große harte schollen vom pfluge umgelegt dessen schaufel einen metallglanz auf ihnen hinterlassen hatte er schritt weiter verlor sein ziel oft aus den augen verfolgte es aber mit dem instinkt eines tieres es fiel ihm nicht ein daß es fehlen könnte drei stunden war er gewandert da hörte er zum ersten male deutlich den schlag der uhr von einem der kirchtürme schallen und langte bald darauf bei den kleinen häuschen der vorstadt ein die brücke von welcher er oft sprechen gehört hatte lag vor ihm und unter ihr rauschte ein so gewaltiges wasser wie er nicht gewusst hatte dass es auf erden gibt und das wunder das er anstaunt milada sieht es alle tage denkt pavel und stolz auf die schwester und ehrfurcht vor ihr ergreifen ihn am brückenpfeiler sitzt ein altes weib und hat äpfelfeil gewiss ist milada äpfel noch ebenso gern wie früher wie wär's wenn er ihr ein paar mitbrachte die högerin kehrt in den rücken zu sie kramt eben in ihrer vorratskiste ihr ein paar äpfel wegzumausen wäre eine kleine kunst soll er soll er nicht eine innere stimme warnt ihn gestohlenes gut taugt nicht mehr für milada er steht und zaudert da wendet sich die alte sidin rühmt ihre ware und lädt ihn zum kauf ein ich hab kein geld sagt pavel zögernd mit der freundlichkeit der högerin ist es sogleich vorbei und ihre aufforderung lautet jetzt wenn du kein geld hast so pack dich das ist wieder gewohnter klang pavel fühlt sich angeheimelt er fragt und fast zutraulich nach dem nächsten weg zum fräuleinstift was willst du im fräuleinstift brummte das weib wer ist gestern gekommen am samstag wird er ausgeteilt pavel lügt er weiß selbst nicht warum und behauptet das sei ihm wohl bekannt wiederholt seine erkundigung und wandelt nachdem er sie erhalten einem hause zu das sich wie eine riesige gelb getünchte schachtel am ende des platzes erhebt es hat auffallend kleine fenster und an der seite ein schmales pförtchen zu dem einige stufen hinunterführen ratlos steht er lange davor pocht rüttelt an der klinke aber sie bleibt unbeweglich und sein pochen ungehört eine schar kleiner jungen kommt daher einer von ihnen springt die treppe zur klosterpforte hinab hängt sich an den glockenstrang lässt ihn plötzlich zurückschnellen und läuft davon ein geläute das gar nicht enden wollte drang aus dem inneren des hauses das pförtchen öffnete sich pavel trat ein und stand wieder vor einer geschlossenen tür doch hatte diese ein glasfenster und gewährte den einblick in eine halle deren ziemlich niedriges gewölbe von freistehenden säulen getragen wurde und deren wände mit feuchtigkeitsflecken bedeckt waren eine nonne erschien musterte den besucher und fragte mit strenger miene warum schälst du so stark was willst du meine milada stammelte pavel es überkam ihn plötzlich dass er sich unter einem dache mit seiner schwester befand und unleidlich wurde seine ungeduld wo ist sie rief er wen meinst du fragte die klosterfrau es gibt hier keine milada du bist wohl fehlgegangen schon wollte sie ihn abweisen da erinnerte er sich des talismans wie er bei sich trug und überreichte den brief die nonne betrachtete eine weile die aufschrift ja so sagte sie liebes kind deine schwester heißt bei uns maria du kannst sie jetzt nicht sehen sie ist in der kirche pavel erklärte er wolle auch in die kirche und dabei nahm sein gesicht einen so entschlossenen und bösen ausdruck an dass der pförtnerin angst wurde sie bemühte sich ihn begreiflich zu machen dass er warten müsse bis die messe aus sein werde führte ihn zu dem ende in ein an die halle anstoßendes zimmer ließ ihn dort allein und verschloss hinter ihm die tür da war er ein gefangener der düstere raum in dem er sich befand hatte keinen zweiten eingang dafür aber drei mit schweren bauchigen gittern versierende fenster sie öffneten sich auf einen mit obstbäumen pflanzten rasenplatz in dessen mitte altersgrau und verwittert eine muttergottesstatue stand ein buntes grenzlein auf dem haupte und pavel dachte gleich niemand anders als milada habe das geflochten wenn sie doch käme bald käme wenn doch die messe schon vorüber wäre glockenklang erhob sich es wurde zum sanctus geläutet nun folgte die wandlung pavel sank auf die knie und betete inbrünstig lieber gott schick mir meine schwester er sehnte sich er hoffte erwartete die glocken hatten längst zum letzten segen geläutet die kleine erschien immer noch nicht und still war es ringsum wie in einer leeren kirche kein mensch im garten zu erblicken in der halle kein laut kein schritt zu hören pavel warf sich gegen die tür und polterte mit händen und füßen solange er konnte umsonst niemand kam ihn zu erlösen erschöpft und verzweifelt sank er auf dem boden zu füßen eines großen tisches der nebst einigen an die wände gerückten stühlen die ganze einrichtung der stube bildete sie kommt nicht sie kommt nicht und mich hat man eingesperrt und vergessen das sagte er sich anfangs mit zorniger empörung über etwas abscheuliches und unerhörtes zuletzt mit stumpfe ergebung in das unabänderliche sein kopf wurde immer schwerer seine augen fielen zu er schlief ein so fest so tief schlief er dass ihn das geräusch der plötzlich aufgerissenen tür nicht weckte dass er erst zum bewusstsein kam als ein paar kleine arme ihn umklammerten eine liebe geliebte stimme jauchze pavel pavel bist du endlich da er riss die augen auf sprang empor schaute wurde feuerrot hätte auch gerne das gesagt und konnte nicht brannte danach sie an sein herz zu ziehen und wagte es nicht ach schön schön hatte er sich seine schwester vorgestellt aber so schön wie sie ihm in wirklichkeit erschien doch nie und nimmermehr sie trug ein dunkelblaues kleid das im schnitt ein wenig an einen priesterlichen talar mahnte und auf der brust ein silbernes kreuz ihre blonden haare waren in einen zopf geflochten der über den rücken hing bis zum gürtel an der stirn den schläfen im nacken aber kräuselten sich der kleid in den hand eigensinnig entschlüpft kleine feine goldige löckchen und umgaben den kopf wie ein heiligenschein immer scheuer wurde die bewunderung wie der pavel das kind betrachtete plötzlich trübten sich seine augen erhob den arm empor und presste ihn an sein gesicht diesem seltsamen empfang gegenüber blieb die kleine eine weile ratlos umfing ihren bruder aber bald von neuem und unter ihren liebkosungen wich der entfremdende bann der ihn bei ihrem anblick ergriff hatte er setzte sich nahm sie auf seinen schoß küßte und herzte sie und ließ sich von ihr erzählen wollte auf das genaueste wissen wie sie lebte was sie tat was sie lernte vor allem jedoch was sie zu essen bekam er staunte wie geringen wert sie auf diese so wichtige sache legte wie um nichts so sehr zu tun war als darum das bravste kind im ganzen kloster zu sein und um die anerkennung dieser tatsache es ist schwer die bravste zu sein weil so viele gute kinder da sind aber ich bin's doch sagte sie richtete sich freudig auf und rief mehr im ton der überzeugung als der frage du bist es auch ich entgegnete er voll ehrlicher verwunderung wie soll denn ich brav sein ohne die verschränkten finger von seinem nacken zu lösen streckte sie die arme aus wog sich zurück sah ihn in die augen und sprach wie du brav sein sollst so halt wie man halt brav ist man tut nichts unrechtes du wirst doch nichts unrechtes tun er schüttelte den kopf suchte sich von ihr loszumachen besonders aber ihren blick zu vermeiden warum soll ich nichts unrechtes tun murmelte er es geht nicht anders und welches unrecht tust du zum beispiel zum beispiel ich nehme den leuten sachen weg was für sachen wie du fragst was soll ich denn nehmen was ich immer genommen habe obst oder rüben oder holz mit steigender angst aber noch zweifelnd schrie die kleine auf dann bist du ja ein dieb ich bin auch einer das ist nicht wahr sag dass das nicht wahr ist dass du nicht schlecht bist um gottes willen sag es sie drohte schmeichelte und geriet in bestürzung als er die entschuldigung vorbrachte wie soll ich nicht schlecht sein die eltern sind ja auch schlecht gewesen just deswegen rief sie begreifst du es nicht just deswegen bin ich die bravste im ganzen kloster und mußte der bravste sein im ganzen dorf damit der liebe gott den eltern verzeiht damit ihre seelen erlöst werden denk an die seele des vaters wo die jetzt ist eine fliegende blässe überzog wie einen hauch ihre rosigen wangen wir müssen immer beten fuhr sie fort beten beten und gute werke tun und uns bei jedem guten werk sagen für die arme seele die im fegenfeuer brennt mit tiefster durchdrungenheit stimmte pavel bei ja die brennt gewiß o gott im himmel und weißt du was ich glaube flüsterte die kleine wenn wir schlimm sind da brennt sie noch ärger weil die liebe gott sich denkt das kommt von dem bösen beispiel welches die kinder bekommen haben sie hielt inne schlugte einige male hintereinander ihre augen öffneten sich weit und starrten dem bruder voll leidenschaftlichen schmerzes an plötzlich fasste sie seinen kopf mit beiden händen drückte ihr gesicht an das sein und fragte warum stielst du ach was erwiderte er laß mich sie umklammerte ihn fester und rief wieder ihr beschwörendes sag sag und da er durchaus nicht rede stehen wollte begann sie zu raten stielst du vielleicht aus hunger bist du vielleicht manchmal hungrig er lächelte gelassen ich bin immer hungrig immer ich denk aber nicht immer dran suchte er sie zu beruhigen als sie in jammer ausbrach über diese antwort doch hörte die kleine nicht an sondern rannte unter heftigen vorwürfen gegen sich selbst aus dem zimmer bald erschien sie wieder gefolgt von einer laienschwester der einen reichlich mit brot und fleisch besetzten teller trug der wurde auf den tisch gestellt und pavel eingeladen sich's schmecken zu lassen er machte der aufforderung ehre aß hastig war aber erstaunlich bald satt ist das dein ganzer appetit fragte die klosterdienerin und sah ihn mit jungen hellen augen freundlich an bist nicht gewohnt ans essen hast gleich genug ich kenn das schon woher kommt er denn wer ist er wandte sie sich an milada von zu hause antwortete diese er ist mein bruder nun ja in christus jeder arme ist unser bruder in christus so mein ich's nicht er ist mein wirklicher bruder beteuerte milada und wurde böse als die schwester sie ermahnte sich erstens nicht zu ärgern und zweitens nicht einmal im scherz eine unwahrheit zu sagen aber ich sag ja keine unwahrheit schwester philippine fragen sie die ehrwürdige mutter fragen sie das fräulein fertnerin eiferte das kind die klosterdienerin aber erwiderte gutmütig verweisend seien sie ruhig fräulein maria seien sie nicht schlimm sie waren schon so lange nicht mehr schlimm nur nicht wieder in die alten fehler verfallen sonst müßte ich's melden sie wissen recht gut daß ich's melden müßt damit nahm sie rasch den teller vom tisch nickte den kindern einen munteren abschiedsgruß zu und ging sie will nicht glauben dass ich dein bruder bin sprach pavel nach einer weile milada legte wieder ihre wange an die seine und flüsterte ihm ins ohr vielleicht glaubt sie's doch glaubt's doch warum tut sie dann so und warum hast du ihr's nicht besser gesagt warum warst du gleich still ich bin still wenn ich recht hab weil's mich freut wenn die leute so dumm sind und ich mir dann so gut denken kann ihr esel aber du brauchst es nicht ja ich ich bin auch still nicht aus trotz und hochmut wie du aus demut und selbstüberwindung sie warf sich in die brust und ihr gesichtchen leuchtete vor stolz damit die engel im himmel ihre freude an mir haben nachdem sie sich an der bewunderung geweidet mit der er sie ansah fuhr sie fort pavel ich darf unserer mutter nicht schreiben aber du schreibe ihr schreibe ihr dass ich immerfort für sie bete und nichts anderes werden will als eine heilige ja und dass ich auch für sie sorge schreibe ihr und mir alle tage etwas abbreche für sie und alle tage wenigstens ein gutes werk tue für sie und du pavel unterbrach sie sich fasst ihn an beiden schultern und fragte was tust du für unsere mutter ich lautete die antwort ich tu halt nichts ach geh du wirst schon etwas tun was soll ich tun ich weiß nicht was so sage ich dir du sollst daran denken was die mutter anfangen wird wenn sie heimkehrt wohin soll sie gehen wo soll sie wohnen die arme mutter und nun kam ilada mit einem ganz fertigen plan der darin bestand dass pavel einen grund kaufen und für die mutter ein haus bauen müsse er ärgerte sich wie soll denn ich ein haus bauen ich habe ja kein geld aber ich habe riecht das kind warte ich bring dir's bleib ruhig sitzen und warte flog sie davon lange jedoch dauerte es ehe sie wieder zurückkam die pförtnerin folgte ihr und hielt einen gegenstand den milada in der hand trug scharf im auge halt sprach die klosterfrau was wollen sie damit tun ich schenke es meinem bruder ich habe erlaubnis von der ehrwürdigen mutter die pförtnerin betrachtete das kind mißbilligend fragte gedehnt wirklich und zog sich langsam mit leise kleidenden schritten zurück milada schwang triumphierend einen gestrickten beutel durch dessen weite maschen es hell und silbernd blinkte er enthielt ihre ersparnisse das von der frau baronin erhaltene und gewissenhaft zurückgelegte wochengeld im ganzen 34 gulden dass man damit noch keinen grund kauft noch kein haus baut leuchtete sogar dem geschäftskundigen pavel ein aber es war doch ein anfang es war doch ein eigentum an das sich die hoffnung es zu vergrößern knüpfen ließ die kinder berieten wie das geschehen solle und milada kam bald darauf daß ihr bruder fleißig arbeiten und etwas verdienen müsse pavel aber meinte wie soll ich denn etwas verdienen solange ich beim hirten bin kann ich nichts verdienen ja rief er ja wenn ein gedanke war ihm aufgetaucht und dieses ungewöhnliche ereignis versetzte ihn in fieberhafte erregung wenn ich hierbleiben dürfte sie haben ja eine wirtschaft die klosterfrauen wenn sie mir etwas zu tun geben möchten in der wirtschaft in der wirtschaft fragte milada und machte große augen wenn sie mir einen dienst geben möchten fuhr er fort bei den ochsen bei den pferden bei den kühen oder so etwas daß ich hierbleiben könnt daß ich nur nicht ins dorf zurück müßte er faßte ihre hände und beschwor sie seine fürsprecherin bei den klosterfrauen zu sein nachdem seine träge phantasie einmal begonnen hatte ihre schwingen zu entfalten flog sie beharrlich fort und trug ihn immer höher empor ein so ausgezeichneter knecht wollte er werden daß die beförderung zum aufseher und dann zum meier nicht lange auf sich warten lassen könnte von dem geld das er verdiente wollte er daheim im dorf ein haus für die mutter bauen die sollte nur dort wohnen er blieb in der nähe seiner schwester und wie er sie heute sah und sprach so würde er sie dann sehr oft sehen und sprechen und wenn das sein könnte dann wäre er glücklich wäre brav aus wäre es mit der schlechtigkeit mit der dieberei aus mit der pavel ballte die faust gegen ein unsichtbares wesen mit der winska wollte er sagen doch überkam es ihn als dürfte er den namen in gegenwart seiner schwester nicht aussprechen das kind schmiegte sich an ihn machte keine einwendung hörte seine erzählung wie der des schönsten märchens zu und setzte manchmal noch ein licht auf in dem freundlichen bilde das er entwarf ja du wirst der meier sein und ich die heilige hatte die kleine eben freudig ausgerufen da ertönte laut und lange fortgesetzt aus der ferne erst dann näher und näher der schall einer glocke mir lade seufzte tief auf das zeichen sagte sie was für ein zeichen dass du fortgehen musst ich gehe aber nicht du hast dir selbst gesagt dass ich hier bleiben kann rief pavel und die kleine erwiderte wie stürzt was fällt dir ein ich darf etwas nicht sagen nun begann es dicht vor der tür zu scheinen sie wurde geöffnet die pförtnerin ließ sich blicken sprach nicht setzte aber die glocke die sie in der hand hielt immer heftiger in bewegung zugleich erschien eiligen schrittes schwester philippine und rief pavel zu die sprechstundes aus höchste zeit empfiehl dich vorwärts vorwärts er gab keine antwort und gehorchte auch nicht die klosterdienerin wiederholte ihre mahnung pavel aber den kopf gesenkt mit den fingern einer hand die der andern pressend und zern blieb auf seinem sessel sitzen die pförtnerin rief eine zweite laihenschwester herbei gab auch ihr befehl den zudringlichen burschen fortzuschaffen und winkte milada das zimmer zu verlassen die kleine zögerte da kam die nonne auf sie zu und ergriff sie beim arme sie gehen hinauf in die klasse sprach sie mit äußerstem bemühen das beben ihrer stimme zu verbergen und den schüchternen widerstand des kindes mit sanftmut zu besiegen doch funkelte unwillen aus ihren dunklen augen und die leisen worte die sie dem klosterzügel hinzuflüsterte schienen nach dem eindruck den sie hervorbrachten zu schließen nicht eben gütiger zu sein die kleine lauschte ihnen mit gespannter angstvoller aufmerksamkeit rief plötzlich leb wohl pavel leb wohl und eilte hinweg da sprang er auf stieß die laihenschwestern die ihn festhalten wollten zur seite und stürmte milada in die halle nach bleib schrie er hast du vergessen was wir tun wollten was geschehen muß bleib da und sag's den klosterfrauen er wurde immer ungebärdiger und bedrohte die dienerinnen die sich anschickten ihn mit gewalt vorzuschaffen die friedliche klosterhalle stand in gefahr der schauplatz eines kleinen handgemengs zu werden als die aus dem garten hereinführende tür geöffnet wurde und einem langen zug von nonnen einlass gewährte an dessen spitze die oberin zwischen den zwei nächsten würdenträgerinnen schritt ein mildes lächeln auf dem schönen gesichte die großen klaren augen mit dem ausdruck leisend staunens auf die erregte pförtnerin gerichtet kam sie bis zum eingang des sprechzimmers und blieb vor demselben stehen pförtnerin war plötzlich wie versteinert die laihenschwestern knicksten bis zur hälfte ihrer natürlichen größe zusammen milada neigte sich in tiefer verbeugung lehnte das köpfchen auf die schulter errötete und erbleichte was gibt es denn was geschieht hier fragte die oberin und sowohl dem auge der anblick ihrer edlen züge sowohl tat dem ohr der reine metallklang ihrer stimme warum ist unsere kleine maria noch nicht in die klasse zurückgekehrt die pförtnerin gab eine etwas verworrene erklärung dessen was sich eben zugetragen sie schonte dabei pavels nicht die hohe vorgesetzte hörte er zu mit nicht mehr ungeduld als ein engel hätte verraten dürfen und ließ mit der teilnahme eines solchen ihren blick auf den verklagten übel täter ruhen mit den klosterfrauen willst du sprechen sagte sie zu ihm so sprich mein kind das sind die klosterfrauen pavel erbebte vor entzücken und hoffnungsfreudigkeit bei diesen gütigen worten aber zu tun wie sie geheißen vermochte er nicht zagend blinzelte er zu der ehrwürdigen empor die vor ihm stand so licht und herr in ihrem dunklen gewändern ihm war als hätte er in das antlitz der heiligen jungfrau geschaut und als sein blick im niederkleiden ihre hände streifte da meinte er zwischen den schlanken über den gürtel gefalteten finger den schlüssel zum himmel blinken zu sehen wie gepackt und niedergeworfen von einer gewaltigen faust lag er mit einem mal auf seinen knien und seine lippen murmelten leise und inbrünstig erlösen erlösen im nächsten augenblick niehte seine schwester neben ihm und begann auch zu rufen nur lauter nur kühner als er erlösen 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 ehrwürdige mutter erlösen sie ihn die angefliete machte eine bewegung der abwehr sie reichte milada beide hände zog sie in die höhe und sprach ich weiß nicht was ihr wollt und so bittet man nicht auch du bursche steh auf und sage vernünftig was du zu sagen hast pavel erhob sich sogleich seine wangen glühten braunrot schweißtropfen perlten an den wurzeln seiner haare er wollte sprechen brachte aber nur ein heißeres und undeutliches gemurmel hervor sprich du für ihn was will er wandte die oberin sich an milada er möchte so gern hierbleiben erwiderte das kind bewegt und kleinlaut er möchte ein knecht sein bei den kühen oder bei den pferden die ehrwürdige lächelte und die gefolge die großen und die kleinen nonnen die breiten und die schmalen die freundlichen und die strengen lächelten gleichfalls wie kommt er auf den gedanken hat ihn jemand hergewiesen fräulein ökonomin ist eine stelle frei in der wirtschaft keine antwortete die angeredete pavel bildete sich ein zwischen den beiden frauen sei es hin und her geflogen wie ein blick stillen einverständnisses als die oberin von neuem fragte vielleicht denkt aber der meier daran einen der knechte zu entlassen der bursche kann früher davon gehört haben als wir wäre das nicht möglich nein ich weiß ganz bestimmt dass der meier nicht daran denkt einen knecht zu entlassen so so versetzte die oberin nun denn mein kind da ist nichts zu tun da waren diejenigen die dich zu uns geschickt haben falsch berichtet geh dein heim mein kind geh mit gott und du kleine maria in die klasse in die klasse sie wollte sich abwenden und ihren weg weiter verfolgen pavel warf sich ihr entgegen ehrfuchtsvoller scheu hatte bisher seine zunge gebunden die angst der verzweiflung löste sie um gottes willen gütige gebene deite klosterfrau rief er und fasste die oberin am kleider um gottes willen behalten sie mich schicken sie mich nicht ins dorf zurück meine milada sagt dass ich brav werden soll im dorf kann ich nicht brav werden hier will ich sein behalten sie mich im dorf bin ich ein dieb und muß ein dieb sein kind kind was sprichst du entgegnete die ehrwürdige niemand muß ein dieb sein jeder mensch kann sich sein brot redlich verdienen ich nicht schrieb pavel während er sich mit allen kräften gegen zwei nonnen die vorgetreten waren und das gewand der oberin aus seinen händen zu lösen suchten ich nicht was ich verdiene nimmt der vigil und versauft's und ich muß auch seine ganze arbeit tun und bekomme nichts die gemeinde sollte mir kleider geben und gibt mir nichts und wenn die virgilowa hingeht und sagt der bub hat kein hemd der bub hat keine jacke sagen sie und wir haben kein geld aber wenn sie auf die jagd gehen wollen und ins wirtshaus dann haben sie immer geld genug ungläubig schüttelte die oberin den kopf und machte einwände die pavel widerlegte der wortkarge jünger sprach sich in eine wahre derb zutreffende beretsamkeit hinein was er vorbrachte war nicht die furcht langen nachdenkens die erkenntnis seines ganzen elends kam ihm zugleich mit derjenigen dass er seine rettung geben könne aus diesem elend und jede neue anklage gegen seine schlechte adoptivmutter die gemeinde und jeden neuen ausbruch der entrüstung und des jammers schloss er mit dem leidenschaftlichen beschwören behalten sie mich schicken sie mich nicht ins dorf zurück allein ob seine augen sich angst oder hoffnungsvoll auf die hohe frau richteten welche er die macht zuschrieb sein trostloses schicksal in ein glückliches zu verwandeln immer begegneten sie demselben ausdruck sanfter unerbittlichkeit und wie sie vor sich hinblickte und endlich fromm und endlich teilnahmslos so tat ihr ganzes gefolge und der schwer begreifende pavel begriff endlich dass er umsonst gebeten hatte geh mein kind sprach die oberen geh mit gott und bedenke wo immer du wandelst wandelst du unter seinen augen und unter seinem schutz und wenn er mit uns ist was vermögen die menschen wieder uns was vermag ihr böses beispiel und was die versuchung in welche ihr böses beispiel uns führt geh getrost mein kind und der herr geleite dich sie gab der pförtnerin einen wink diese eilte die tür der halle zu öffnen stumm ohne gruß schritt pavel dem ausgang entgegen da tönte plötzlich ein durchdringender schrei milada die bisher regungslos dagestanden ohne den blick ohne das ein wenig heuchlerisch seite geneigte köpfchen auch nur einmal zu erheben rannte ihrem bruder nach warte ich geh mit dir rief sie hing sich an seinen hals küßte ihn und schluchzte armer pavel armer pavel ganz außer sich schlug sie mit den kleinen fäusten nach den nonnen die an sie herantraten und sie in sanft beschwichtigender weise zur ruhe mahnten sie keuchte sie wimmerte lassen sie mich ich will mit ihm gehen weil er arm ist weil er ein dieb ist sehen sie sehen sie er hat lumpen er hat nichts zu essen ich will auch lumpen haben ich will auch nichts zu essen haben ich will nicht einer heiliger sein und in den himmel kommen wenn er in die hölle kommt sie schrie als ob sie sich mit gewalt die brust zersprengen wollte und er kämpfend zwischen seiner bestürzung über die heftigkeit und seiner freude über diese unerwartete äußerung ihrer liebe starrte sie an beschämt beglückt und völlig ratlos und rührte sich nicht als die große frau in einen dichten kreis um ihn und milada schlossen die arme der kleinen von seinem nacken lösten und sie festgehalten an händen und füßen emporhoben es geschah mit größter schonung ohne das geringste zeichen von ungeduld ein tiefes leid ein inniges bedauern war alles was sich in den minen der frommen frauen aussprach als ihr zögel auch jetzt noch seinen widerstand fortsetzte pavel kreischt das kind pavel reiß mich los gehen wir fort weit weg gehen wir zusammen in die arbeit in den ziegelschlag wie früher wie damals wo wir klein waren ich will achtgeben auf dich dass du kein dieb mehr bist reiß mich los nimm mich mit geh nicht allein ich sehe dich nie mehr wenn du allein weg ist sie lassen dich nie mehr zu mir nie mehr ihr schreien endete in nicht unterscheidbaren lauten in einem heiseren husten pavel stöhnte der hilferruf der kleinen schnitt ihm ins herz und doch blieb er unbefangen genug um zu denken was sie verlangt ist unmöglich was sie sich zutraut geht weit über ihre kräfte sie schwieg endlich gewiß vor erschöpfung pavel konnte sie nicht sehen drei und vierfach waren allmählich die reihen geworden welche die klosterfrauen zwischen ihr und ihm bildeten statt der über angestrengten stimme seiner schwester vernahm der bursch eine reine glockenhelle diamante zusprach gleichmäßig eindringlich und immer leise pavel hielt den atem an und horchte die kleine blieb ruhig nur aufseufzen hörte er sie manchmal aus tiefster schmerz zerrissener brust und scheinen wollte ihm als nenne sie dabei seinen namen und er hielt sich nicht länger er stürzte vor den kreis zu durchbrechen dem den anblick seiner schwester entzog er hatte widerstand erwartet und fand keinen wie auf ein gegebenes zeichen wichen die klosterfrauen zu beiden seiten aus und er sah melada vor sich stehen und der hand der oberen bleich zitternd das köpfchen wieder schief geneigt die rotgeweinten augen gesenkt die um ihn rotgeweinten augen ein fast unüberwindlicher lust ergriff ihn sie in seine arme zu nehmen und mit ihr zu entfliehen die tür war offen ein paar sätze und er hätte das freie erreicht und einmal draußen sollten sie ihm nur nachlaufen die klosterfrauen aber dann wohin führst du das kind fuhr es ihm durch den kopf und die andere lautete ins elend und überwand die rasch und heiß auflödernde versuchung tritt näher sprach die oberen sag seiner schwester liebe wohl er folgte dem geheiß und setzte aus eigener machtvollkommenheit hinzu am nächsten sonntag komme ich wieder die kleine brach von neuem in tränen aus und flüsterte ohne aufzublicken darf er das kann ich nicht im voraus sagen erwiderte die ehrwürdige das hängt ja nicht von mir ab sondern von dir von deiner aufführung dein bruder darf immer kommen wenn du gut gehorsam und sie legte besonderes gewicht auf diese worte nicht ungeduldig bist so schau rief pavel fröhlich aus die bedingnis an welcher sein wiedersehen mit der schwester geknüpft worden enthielt für ihn die trostreiche verheißung er begriff nicht warum mylada traurig und ungläubig den kopf schüttelte als er sie küssend und umarmend versprach sich in acht tagen gewiß wieder einzufinden und als die kleine hinweggeführt worden und als er im befehl der pförtnerin gehorchen die halle verlassen hatte und nun draußen stand auf dem platz vor dem kloster lachte er vor sich hin er lachte über das törichte kind das die trennung von ihm jahrelang guten muttes ertragen und das sich nun da es ein abschied für eine woche galt so bitter kremte die arme kleine wie liebte sie ihn wann hätte er sich's träumen lassen daß sie ihn so sehr liebte alles wäre sie bereit gewesen um ihn aufzugeben das schöne haus in dem sie wohnte ihre guten kleider das gute essen ja sogar die sichere aussicht auf das himmelreich das will er ihr lohnen er weiß schon wie er wird sich ihrer liebe würdig machen ohne gar stolz die herrlichste zuversicht erfüllten ihn etwas köstliches unbegreifliches schwellte sein herz er gab sich keine rechenschaft davon er hätte es nicht zu nennen gewußt es war ihm ja so neu so fremd es war ja glück unter dem einfluß des wunders das sich in ihm vollzog meinte er auch von außen kommende wunde erwarten zu müssen und wie er so langsam dahinschritt gestaltete sich aus seinen werbenden träumen immer deutlicher die überzeugung daß seiner großen veränderung seines schicksals entgegen gehe dem geheimnisvollen anfang zu einem schöneren besseren leben eine stunde wanderte er bereits und hatte kaum den vierten teil des weges zurückgelegt der überholte ihn ein bote der gleichfalls aus der stadt kam und nach dem dorfe ging ein alter bekannter der nachtwächter wendelin der mann wurde jeden sonntag am frühen morgen von der baronin nach dem kloster geschickt er überbrachte das taschengeld für melada einen brief für die oberen und geschenke für ihre armen und hatte den wochenbericht über den schützling der gnädigen frau in empfang zu nehmen demjenigen den die ehrwürdige heute sandte waren in eile folgende zeilen hinzugefügt worden die zusammenkunft der beiden kinder hat den erwarteten erfolg nicht gehabt dieselbe gab vielmehr dem tropfen wager bunten blut der leider in den adern unseres lieblings rollt gelegenheit sich wieder zu regen wir fürchten es werde lange zeit bedürfen bevor es uns gelingt den üblen eindruck den diese erste und wenn frau baronin unseren rat befolgen auch letzte wiedersehende geschwister auf maria vorgebracht hat zu verwischen kapitel 7 aufgenommen von julia niedermeyer als pavla am späten nachmittag heimkehrte sah er schon am beginn der dorfstraße die wirgelower wie auf der lauer stehen sie rief ihn von weitem an und begrüßte ihn voll freundlichkeit und fragte teilnehmend nach seinen erlebnissen er gab einsilbige antwort schielte misstrauisch nach der alten und dachte was will sie mir antun die hexe seine ungewißheit über ihre absichten dauerte nicht lange die hartnäckigkeit mit der sie sich an seine fersen heftete ihre eifrig und ängstlich wiederholten ermahnungen ward doch renn nicht so führte ihn auf die rechte spur von der hütte wollte die alte entfernen halten in der hütte ging er etwas vor dessen zeuge er nicht sein sollte den verdacht kaum gefasst und sofort versetzte er sich in trab war bald an ort und stelle stieß heftig die tür auf und sprang in den flur sein erster blick richtete sich nach der stube dort saß winska auf dem bette schön und nett angetan hielt die hände vor dem gesicht und schluchzte vorher stand der peter mit einer wahren armen sündermine war feuerrot und hatte sein hütlein das drei pfauenfedern schmückten weit zurück ins genick geschoben als pavel auf der schwelle erschien erhob winska sich rasch bist du da da was willst was suchst rief sie er blickte finster und grimmig die federn auf peters hütlein an und fragte hast du ihm die geschenkt eines atemzugs dauer war winska verwirrt der bürgermeister sohn aber warf sich in die brust was untersteht sich der hund geht's dich an sprach er troll dich pavel spreizte die beine aus und stemmte sie auf den boden als ob er an ihn anwachsen wolle für dich habe ich die federn nicht gestohlen sie gehören der winska gib sie der winska zurück peter wandte den kopf ohne ihn zu erheben brüllte ein lang gedehntes drohendes du und holte mit der faust gegen pavel aus im selben augenblick glied winska ihm in den arm und lehnte sich an ihn mit der ganzen wucht ihrer kräftig zierlichen gestalt sie trocknete an seiner schulter eine träne ab die er noch auf der wange stand tu ihm nichts er weiß er nichts sprach sie er ist so dumm wer stieß pavel hervor und kalter schweiß trat ihm auf die stirn der fragt antwortete das mädchen und jetzt hör an und merk dir was mir gehört gehört auch dem sie tippte mit dem finger auf peters brust ich brauche es ihm nicht erst zu schenken weil ich selbst ihm gehöre mit haut und haar und solange mich behalten will ist's recht und wenn mich einmal nicht mehr will gehe ich in den brunnen der bürgermeistersohn wiederholte sein früheres du aber diesmal richtete er sich an die geliebte seine drohung schloss einen zärtlichen vorwurf ein und so stämmig und selbstbewusst er dastand und so hilflos und voll hingebung sie an ihm lehnte die stärkere schien sie kreine nur ich weiß doch daß ich in den brunnen muß sprach sie seufzend heiraten kann mein liebster mich armes mädel nicht heiraten der dich pavel brach ihn ein blumpes geleicht aus heiraten das hast dir gedacht nie entgegnet winska schwermütig ich hab mir nie etwas anderes gedacht als er ist halt mein erster schatz ich werd schon loskommen von ihm kommen ja so viele los von ihrem ersten schatz jetzt aber merk ich ich kann's nicht und wenn's heute heißt der peter gehorcht dem vater und heiratet die reiche miloslava sag ich kein wort und geh nur in den brunnen mädel mädel schrie peter stampfte mit dem fuße faßte ihr rundes köpfchen mit seinen beiden händen und drückte einen leidenschaftlichen kuß auf ihren mund pavel stürzte aus der hütte draußen schüttelte er sich als ob er in einen bremsenschwarm geraten wäre und das giftige getier das ihn von allen seiten anfiel loszuwerden suche dann begann er so müde er war ein rastloses wandern durch das dorf daß die winska trotz des versprechens daß er ihr abgerungen die geliebte peters geblieben war daran suchte er sich einzureden lag ihm nichts mehr aber daß sie die tochter des trunkenwolls virgil und seines verachteten weibes es darauf abgesehen hatte die frau des bürgermeistersohnes zu werden das erschien ihm unverzeihlich und frevelhaft dafür konnte die strafe nicht ausbleiben und dafür mußte die winska am ende wirklich in den brunnen bei dem gedanken ergriff ihn ein schneidendes unerträgliches weh und zugleich eine wütende lust den anderen etwas mitzuteilen von seiner pein die dunkelheit war hereingebrochen tiefe ruhe herrschte und ihr frieden empörte den friedlosen der umherirrte krollend mit kochendem blut er hatte den bereich der häusler hütten verlassen er schritt am hoch eingeplankten wirtsgarten dahin dem gegenüber das haus des bürgermeisters sich erhob die tür desselben wurde eben geöffnet zwei männer traten heraus pavel erkannte sie in ihren stimmen als sie jetzt über die straße herüber kamen es waren die zwei ältesten geschworenen steht schlecht mit ihm wird's nicht mehr lange machen was meinst sagte eine kaum mehr lang erwiderte der andere wer um gotts willen wer wird's nicht mehr lang machen der bürgermeister pavel besann sich plötzlich dass er dem manne jüngst begegnet war und den ersten nicht erkannt hatte weil er so verändert ausgesehen der bürgermeister ist krank und wird sterben und dann ist peter sein eigener herr und kann die winska heim führen wenn er will die bauern schritten dem wirtshaus zu pavel folgte ihnen ihren reden lauschend aber nicht fähig eine silbe zu unterscheiden ein heftiges hämmern und brausen in seinem kopf übertönte den von außen kommenden schall der gedanke der in einen augenblick grasen gemacht hatte seinen schrecken verloren vor einem anderen nicht minder peinlichen aber viel ungeheuerlicheren weil er das unmögliche als möglich erschienen ließ und ihn die gehasste die geliebte zeigte vor dem altar im brautkranz die er nicht mehr gebührte ein unleidlicher schmerz ergriff ihn und dem tobenden kampf in seiner seele entstieg der zornige wunsch wenn sie doch lieber in den brunnen müsste die in vor ihm langsam herschreitenden männern schlossen sich andere an die gruppe blieb eine weile im schleppenden wortkranz gespräch vor der offenen wirtshaustür stehen und trat dann in die gaststube pavel schlich nach bis in den flur weiter wagte er sich nicht das zimmer war überfüllt doch gab es heute weder tanz noch musik man spielte karten man rauchte man trank man zankte einige burschen traktierten ihre mädchen mit braten und wein an einem tisch saß arnost zwischen der magd und dem knecht des herrn postmeisters bei einem glase bier aus dem die drei abwechselnd tranken der schmächtige häuslers sohn hatte sich in der letzten zeit tüchtig herausgemacht sah wohl genährt aus war ordentlich gekleidet befand sich sogar im besitz einer tabakspfeife vor einem jahr hatte er das glück gehabt seinen liederlichen vater zu verlieren seitdem ging es ihm gut er hielt sich und die mutter von seiner hände arbeit und erlaubte der alten nicht mehr das diebshandwerk zu treiben als sie es unlängst wieder versuchte und er sie dabei betraf prügelte er sie erbarmungslos durch und schwor er werde die alte katze schon lernen das mausen aufzugeben mit den genossen seiner jugendstreiche ließ er sich nicht mehr ein und hätte den pafel nicht einmal mit einem hölzchen anrühren mögen doch erwies er ihm hie und da kleine wohltaten in erinnerung der vielen schläge die jener einst an seiner stelle einkassiert hatte als er den hirten jungen hereingucken sah machte er die anderen auf ihn aufmerksam und meinte dem bugen seh er doch immer der hunger aus den augen die kleine gesellschaft erhob sich arnost bezahlte bild aber von den kreuzern die er auf seine silbermünze heraus bekam einen in der hand und schleuderte ihn prahlerisch noch aus der mitte des zimmers den pafel zu der fing ihn auf hielt in den weichen erhobenen geschlossenen hand öffnete sie aber plötzlich und ließ das geldstück zu bodengleiten arnost fuhr auf dummer kerl such ihn jetzt such den kreuzer pafel aber streckte die hände in die taschen such selbst ich brauch dein geld nicht ich hab geld antwortete er zog seinen beutel hervor und schwenkte ihn triumphierend daß die silbergulden klapperten geld der lump der bettler hatte geld da gab's nur einen aufschrei da wurde die aufmerksamkeit allgemein viele leute verließen ihre sitze in der tür entstand ein gedränge der knecht packte pafel am kragen schüttelte ihn und wetterte woher hast du's woher dieb und nun konnte der junge sich freuen daß seine jacke zu morsch war und nachgab als er den fuß gegen die beine des knechtes stemmte und sich mit einem kräftigen ruck losriß einen fetzen des alten kleidungsstücks in den händen seines bedrängers zurücklassend schnellte er davon sprang zur tür und über die stufen hinaus in das bergende dunkel kaum entronnen aber die verfolger auf den fersen rief er noch zurück woher ich's hab gestohlen hab ich's und stob davon mit höhnendem gelächter und durch ihn selbst auf die richtige fährte geleitet eine schar junger burschen anust an der spitze fluchend und drohend ihm nach er rannte die dorfstraße wieder hinauf bis zu dem gässchen das von zwei häusern gebildet auf den platz führte auf dem die schule stand in das gässchen warf er sich prallte den friedlich dahinschreitenden nachtwächter an fegte den alten so glatt nieder daß dieser hinfiel wie eine arm voll getreide unter einer scharfen sense stolperte selbst schnellte wieder empor und lief weiter indes der nachtwächter durch sein geschrei dient der pafel herjagenden die seine spur schon verloren hatten wieder auf dieselbe lenkte dem gehetzten blieb eben noch genug zeit die schule zu erreichen er fand die tür unverschlossen trat ein schlug sie zu schob den riegel vor und polterte die treppe zur stube des lehrers hinauf in das arnost und seine gefährten schon an der haustür pochten und lärmten habrecht saß am tische mitten im zimmer beim scheinen einer kleinen hellbrennenden lampe und las er hatte die ellbogen auf den tisch und die wangen auf die geballten fäuste gestützt und diese sonst zuvor an wangen waren gerötet und die sonst immer so matt und müde blickenden augen glühten in seltsam schmerzlicher begeisterung wie er seiner höheren traurig schönen welt ins irdische elend zurückgezehrt sah er halb zürnend halb erschrocken zu dem ungestimmen eindringling hinüber und verbarg dabei mit einer unwillkürlichen bewegung beider hände die blätter des aufgeschlagen vor ihm liegenden buches herr lehrer geuchte pavel atemlos herr lehrer heben sie mir mein geld auf er hielt ihm sein beutelchen hin und berichtete in hastigen abgebrochenen sätzen wie er zu dem reichtum gekommen war und in welchem verdacht er sich bei den leuten gesetzt hatte die nun da unten spektakel machten hatte ich wieder der teufel geritten fuhr havrecht ihn an lief zum fenster öffnete es schrie ihn nab so laut er konnte befahl der brüllen meute sich zurückzuziehen er nehme den bumi in gewahrsam es stehe gut für ihn er werde ihn morgen schon selbst dem bürgermeister vorführen auf alles nichts er müßte seine warte verlassen und sich hinunter zu den stürmern begeben um sie wenigstens daran zu hindern in die tür einzurennen und daweil der alte auf der straße parlamentierte stand pavel in der stube mit brennendem kopf die hände die seinen durch ihn selbstgefährdeten schatz festhielten an die brust gepreßt ich will's nicht wieder tun ich will so etwas nicht mehr sagen dachte er ein ihm endlos dünkende zeit verstrich der lärm nahm allmählich ab es ward still arnost und seine begleiter traten den rückzug an doch hörte man noch lange ihre erregten stimmen der lehrer betrat die stube er war sehr erhitzt und eine unerhörte verwirrung herrschte in seinen dünnen nach allen richtungen flatternden haaren jetzt sind sie fort sagte pavel und habrecht grummte wenn sie nun nicht wiederkommen sie sollen sich unterstehen rief der junge mit einem bedeutsamen blick auf den krug dem winkel neben dem bettestand wenn sie wiederkommen schütte ich ihnen wasser auf den kopf das wirst du bleiben lassen denk erst daran dein geld zu verstecken schau her der lehrer rückte den tisch gegen die wand und hob ein stück der diele auf welcher derselbe gestanden in die höhe es zeigte sich ein kleiner holler raum in dem der lehrer das buch mit dem pavel ihn beschäftigt gefunden und das geld legte und den er sorgsam verdeckte der junge hatte ihm mit der größten aufmerksamkeit zugesehen nachdem alles in ordnung gebracht war und der tisch wieder auf dem alten fleck stand fragte er was ist es denn mit dem buch ist es ein hexenbuch habrecht geriet den zorn wie törich redest du und wie frech weiß nicht was mich am meisten verdrehst willst du auch mich zum feinde haben hast noch nicht genug feinde manchmal fuhr fort immer mehr in hitze geratend habe ich mich gewundert dass sie alle gegen dich sind ich hätte mich nicht wundern sollen es kann nicht anders sein es ist deine eigene schuld wen magst denn du vor wem hast denn du achtung nicht einmal vor mir ein hexenbuch er wiederholte das wort mit einem neuen ausbruch der entrüstung und rang die anklagend erhobenen hände pavels gesicht hatte sich gerötet und sah förmlich angeschwollen aus um seinen mund zitterte es als ob er in tränen ausbrechen wollte mit vieler mühe wirkte er das geständnis hervor dass er entschlossen sei von heute an ein neues leben anzufangen wie er es am morgen seiner schwester melade habe versprechen müssen nun entsetzte sich der lehrer noch mehr und lachte krimig das war das rechte das hatte der junge gut gemacht vernünftig gewollt unsinnig gehandelt weiß beschlossen schwarz getan plötzlich grief er sich an den kopf und stöhnt im tiefsten schmerze auf dummer kerl armer teufel ich kenne das ich könnte etwas davon erzählen ich aber dir noch nicht unterbrach er sich und fuhr mit dem zeigefinger dicht vor pavels nase hin und her als er sah wie dieser in hoher spannung aufhochte das ist keine geschichte für dich jetzt noch nicht später vielleicht einmal wenn du gescheiter geworden bist und wunder jetzt kriegst du die wunden erst aber du spürst sie noch nicht oder oberflächlich vorübergehend warte bis sie sich werden eingefressen haben dann wirst du an mich denken dann im alter dann wirst du wissen das ist das ärgste im alter leiden um eine jugendtorheit willen nicht einmal groß klausende haben schlimmeres getan und leben in frieden mit sich und mit der welt eine übermut eine närrische prahlerei kaum eine lüge und doch just genug um einer hölle da drinnen anzufachen er klopfte sich mit der faust auf die eingedrückte brust sank auf den sessel zurück warf sich über den tisch und vergrub den kopf in die verschränkten arme so lag er lange wie von fieberfrösten durchrieselt und pavel betrachtet ihn mitleidig und wagte nicht sich zu rühren was tat denn der herr lehrer schluchzte er weil es der kampf eines unaufhaltsamen weinens was diesen gebrechlichen körper so erschütterte und lieber gott worüber kränkte sich der man worin bestand das unrecht was er in seiner jugend begangen hatte und daß ihn im alter nicht mehr froh werden ließ neugier war sonst pavels sache nicht das geheimnis des lehrers aber hätte er gern ergründet und geholfen hätte er ihm auch gern ihm und sich selber mit in welcher weise war ihm bereits eingefallen es gab er heute einen solchen sturm und sturz von gedanken in seinem kopf daß er sie ordentlich sausen und krachen hörte habrecht richtete sich auf lächelte trübsinnig und sprach bist noch da dummer junge geh nach hause geh wiederholte er streng als seine erste aufforderung ohne wirkung blieb pavel jedoch stand fest wie ein verkörperter entschluss blickte dem lehrer ruhig in die augen und betreute nach hause geh er nicht heute müsse er etwas anfangen er aber schon im kloster anfangen wollen dort sei es aber nichts gewesen und so bete er beim herr lehrer anfangen zu dürfen das neue leben erwiderte pavel und wußte erstaunlich gut bescheid darüber zu geben wie er sich dasselbe vorstelle im kloster hatte er demütig gebeten man möge ihn behalten dem lehrer versprach er ihm beinahe tröstlicher weise er werde von nun an immer bei ihm bleiben und dafür sorgen daß ihm ein rechter nutzen aus dieser hausgenossenschaft erwachse wie oft habe sich der lehrer über die nachlässigkeit ärgern müssen mit welcher die gemeinde ihrer pflicht nachkam das zur schule gehörende feld zu bestellen jetzt wolle er dieses feld in seine obhut nehmen und den garten ebenfalls bald werde man sehen ob das feld noch schlecht bestellt ob der garten noch eine wildnis sei nicht eben breit aber sehr langsam setzte pavel auseinander wie fleißiger seien und zum entgelt nichts ansprechen wolle als ein obdach und die kost geld verdienen könnte er im spätherbst und im winter in der fabrik wo sie bis zu einem gulden taglund zahlen habe er deren hundert beisammen dann ließ er sich an den ankauf von so viel grund und boden denken als man brauche um ein haus darauf zu bauen seine schwester werde ihrerseits weitersparen und so oft als nur möglich wolle er sie besuchen er wisse wie gar so böse es für ihn gewesen sei daß er sie so lange nicht habe sehen dürfen am ende verfiel er wieder in seinen tröstlichen ton und versprach sich am abend regelmäßig beim lehrer einzufinden damit sie nicht zu allein sind da können sie lesen in ihrem schon wollte er sagen hexenbuch verschluckte aber glücklich die zwei ersten silben und sprach nur die letzte aus und ich zähle indessen mein geld habrecht hat ihn reden lassen und dabei einige male vor sich hingesäuft dummer bupf aber pavel konnte dennoch bemerken daß der lehrer nicht so abgeneigt war wie er sich stellte die ausführbarkeit des vorgebrachten plans zuzugeben alles gut sagte er endlich oder wenigstens nicht so unvernünftig wie man es von dir gewohnt ist aber doch alles nichts kann alles nicht sein ohne erlaubnis der gemeinde die werde zu haben sein der herr lehrer solle sich nur recht ansetzen meinte pavel und verfolgt seine meinung mit solcher unerschütterlichkeit wiederholte wenn eine neue antwort auf neue einwände ihm nicht einfiel mit so störischem gleichmut immer wieder die alte bis der lehrer sich überwunden gab und ausrief so bleib denn in gottes namen wenn du schon nicht wegzubringen bist glätte da machte pavel einen freudensprung unter dessen wucht der boden zitterte und jauchzte ich hab's ja gewußt der lehrer wird mir helfen der lehrer verwies ihm seine plumpheit seine wildheit und immerfort sankend aber mit einem ungewohnten ausdruck tief innerster zufriedenheit in seinem armen grauen gesicht traf er anstalt zur bewirtung und aufnahme des gastes pavel erhielt ein butterbrot das ihm so ausgezeichnet schmeckte wie noch nie zuvor und wie auch später niemals wieder ein butterbrot und wurde in die ans zimmer stoßende kammer gewiesen der lehrer breitete einen kotzen auf den boden aus da streck dich aus und schlaf gleich ein befall er deckte den jungen mit einem fadenscheinigen radmantel zu und ging die tür hinter sich schließend pavel blieb im dunkeln zurück und hatte den besten willen der letzten weisung des lehrers nachzukommen doch gelang es ihm nicht denn seine seele war des jubels zu voll so hatte es denn angefangen das neue leben so lag er nicht mehr frierend zusammengekaut im flur der hirtenhütte in dem der wind eiskalt und messerscharf durch die klaffenden türspalten drang er lag unter einem mantel aus wirklichem tuch in einer kammer wo die luft fest eingesperrt war und wo es vortrefflich roch nach allerhand guten sachen nach altehrwürdigen gewändern nach schabenkräutern nach stiefeln nach saurer milch wie wohl befand er sich und wie genoß er ihm vorhinein die freude die milada haben würde an seinem glück im gedanken an seine schwester schloß er die augen und als er sie wieder öffnete schimmerte die schlanke sichel des jungen mondes durchs fenster herein er grüßte ihn und sagte zu ihm auch du fängst an wir fangen beide an dabei bekam ihn trotz all des neuen das ihn umgab trotz all des neuen das in ihm gärte und keimte zum erstenmal nach langer langer zeit ein heimatsgefühl plötzlich stieg die erinnerung an die nächte vor ihm auf die er einst mit seinen eltern unter den dächern der ziegelschupen zugebracht in der fremde und doch zu hause weil er das ganze häusliche elend mitgezogen war und nun gab es für ihn wieder ein zu hause und ein besseres als das frühere er brauchte den vater nicht mehr zu fürchten und die mutter war fern die mutter freilich wird wiederkommen und dann es durchrieselte ihn er hüllte sich dichter in den mantel und sprach sein kurzes kräftiges gebet dessen hauptinhalt lautete lieber herrgott du siehst daß ich den rechten weg eingeschlagen habe jetzt lieber herrgott pass auf daß ich ihn nicht wieder verlassen muß das gemeindekind von marie freifrau von ebner eschenbach diese liebe worksaufnahme ist in der public domain als der lehrer am folgenden tage zum bürgermeister kam lag dieser von schmerz gequält auf dem bette er hatte in seinem jämmerlichen zustand nicht das geringste interesse für wohl oder weh der mitmenschen so oft habrecht auch begann von pavel zu sprechen der krank kam immer auf sich auf seine leiden auf seine klagen über den arzt zurück der alle finger lang daher laufe ihm das geld aus der tasche stehle und nicht helfe um wie viel besser dran als er war seine magd ja die vor ein paar wochen so krank und so matt dass er sich kaum hatte auf den beinen halten können jetzt frisch und gesund und warum weil sie von allem anfang an vom arzt nichts hatte wissen wollen weil sie ohne erst lange zu fragen zum weib des hirten geschickt um ein mittel das hatte geholfen gleich nach einer stunde war sie hergestellt der lehrer sagte hm hm und brachte von neuem die angelegenheit pavels vor worauf ihm der patient nochmals die geschichte der wunderbaren heilung seiner magd erzählte und was beschließt ihr über den pavel fragte der schulmeister und erhielt endlich den bescheid er solle sich an die räte wenden so machte er denn die runde bei den räten einer nach dem anderen hörte ihn ernsthaft und geduldig an und jeder sagte da müssen sie zuerst zum bürgermeister der bürgermeister schickt mich zu euch ja dann müssen sie zu den zwei anderen räten selbstständig einen entschluss zu fassen oder nur eine meinung auszusprechen dahin war doch ruhiges zureden keiner zu bringen und in eifer zu geraten hütete sich harbrecht um nicht bei den misstrauischen dorffätern in den verdacht irgendeiner eigennützigen absicht bei der sache zu kommen zuletzt ging er ins schloss um dort für seinen schützling zu wirken kam jedoch übel an der brief aus dem kloster hatte seine wirkung nicht verfehlt die frau baronin machte sich bittere vorwürfe die zusammenkunft der geschwister befürwortet zu haben war sehr aufgebracht gegen pavel wollte nicht mehr von ihm sprechen hören und riet dem schulmeister den schlingel ein für allemal seinem schicksal zu überlassen die woche verfloß vigil begab sich täglich nach der schule um den pavel abzuholen aber der junge ließ sich entweder nicht finden oder leistete offenen widerstand da wanderten endlich der hirt und sein weib zum bürgermeister und ersuchten ihn seine autorität geltend zu machen und den buben zurück zu ihnen zu zwingen der kranke mann versprach alles was sie verlangten blickte zwischen jedem mühsam herausgestoßenen satz die wunderdoktorien fragen fast flehend an und ächzte nach seiner schmerzenden rechten seite deutend da sitzt da sitzt der teufel mein gott mein gott sprach das weib rechts ja rechts da tut's weh das ist die leber die leber nun ja sie sagt also wenigstens etwas sie sie sagt die leber ist's aber der doktor der sagt nicht leber und gar nichts sagt nichts und weiß nichts sprach das weib mit überlegener wegwerfen der mine weiß nicht einmal eine linderung weiß gar nichts die virgilowa erhob die gefalteten hände zur höhe ihrer lippen und hauchte über die fingerspitzen ach gott ach gott und wenn man denkt wie leicht dem herrn bürgermeister zu helfen wäre der kranke bäumte sich auf seinem lager meinst du so hilf mir wenn ich nur dürfte entgegnete sie mit einem raschen lauernden blick wenn ich nur etwas schicken dürfte in vierzehn tagen wären sie gesund so schick mir etwas schick aber das maul gehalten verstehst du wenn der brach sich um ängstlich auf schritte und stimmen die sich näherten zu horchen und fuhr dann leise fort wenn's dunkel wird kommt die markt und holt's ich schick den buben das wird besser sein da setzen sie dem auch gleich den kopf zurecht und sagen ihm wo du hinköhrst da gehst wieder hin die magd soll nur aufpassen bei der stalltür der bürgermeister winkte heftig um neun geht fort geht begit und sein weib gehorchten schleunig trafen aber schon am ausgang der stube mit peter und dem arz zusammen dieser ließ die unbefugte kollegin hart an mit der frage was sie hier zu suchen habe nicht minder misstrauisch und viel derber wies peter die beiden alten hinweg das ehepaar legte den heimweg schweigend zurück in der hütte angelangt begab die frau sich sogleich zu der truhe kramte eine schmutzige in lumpen gehüllte schachtel hervor und entnahm ihr zwei fläschchen das eine trug die etikette der städtischen apotheke mit der aufschrift kamillengeist der inhalt der zweiten war von gelb grauer farbe und hatte einen dicken weißlichen bodensatz aufmerksam prüfend hielt die frau das fläschchen gegen das licht und begann es langsam in ihren fingern zu drehen vigil hatte sich auf die bank gesetzt was tust fragte er plötzlich was willst du ihm helfen lass ihn dem kann niemand helfen antwortete das weib der muß sterben muß sterben was willst du also misch dich nicht hinein sie zuckte die achseln dreivierteljahr oder ein ganzes kann er schon noch machen oder ein ganzes wiederholte vigil bestürzt dachte nach und rief auf einmal voll grimm hast gesehn wie sein bursch mit uns war aus lauter angst vom vater versetzte das weib er möchte uns prügeln aus lauter angst und sie gibt auch noch prügel von ihm dann sie legte ungemeines gewicht auf dieses wort und zwingte mit ihren blassen katzenaugen dann wenn die verliebtheit verraucht sein wird und die verraucht bald wie die burschen schon sind die schlechten kerls pack dich wird's dann heißen ich habe nichts mehr mit dir zu tun und das medel weiß daß es so kommen kann und wenn's so kommt dann geht das medel in den brunnen vigil stieß einen heißeren laut hervor und bekreuzte sich dreimal nacheinander gerät albernes medelgerät von unserm ist's kein gerät erwiderte das weib mit innigster überzeugung die tut's tut's nicht lass nur darauf ankommen ich schon meinetwegen braucht sich der rackern nicht zu genieren so soll sie gehen es wird halt auf der welt um ein armes mädel weniger geben mich hätt's nur gefreut wenn der alte früher gestorben wär jetzt sondern auch der peter wenn er dürft wie er wollt sie nehmen tät und wenn's ihn nur hätt wenn nur der soll brach in ein gelecht aus dann wär er's der prügel bekäm vigil nahm zuerst teil an ihrer lauten heiterkeit doch hielt er bald inne verzog heuchlerisch den mund und sprach tief aufseufzend gott gäb's daß der liebe gott den armen herrn bürgermeister bald erlöst vielleicht gibt das versetzte rauheren drohns die frau und jetzt mach fort und hol den buben er geht nicht sag daß der bürgermeister es befiehlt er geht doch nicht so sag daß die winzka um ihn schickt der hirt stand auf und schlicht ihm ausgang zu dort blieb er stehen wandte sich und sprach du hörst helfen sollst ihm just nicht was unrechtes geben aber auch nicht höhnisch pinzelte sie ihn an werden schon sehen um ihre dünnen über das vorstehende noch gut erhaltene gebiss festgespannten lippen flog ein grünlicher schatten den mann überlief's er humpelte sachte davon zwei volle stunden ließ pavel auf sich warten es war beinahe nacht als er endlich kam an die tür klopfte und nach winzka fragte in die hütte einzutreten war er nicht zu bewegen der hirt der ihn begleitet hatte lehnte an der wand und rührte sich nicht bei den nachbarn herrschte stille nur unterbrochen durch das kräftige schnarchen arnusts dessen lagerstätte in der nähe des fensters stand virgilowa erschien auf der schwelle die winzka schlaft schon sagte sie jetzt kannst sie nicht mehr sehen warum kommst so spät muß doch gleich zum bürgermeister ich sollst ihn selbst bitten daß er dich beim lehrer lasst und sie senkte die stimme zu kaum hörbaren geflüster und mußt ihm auch ein mittel bringen aha pavel begriff sogleich um was es sich eigentlich handele er war oft genug seiner prinzipalin verschwiegener bote bei kranken gewesen und teilte mit dem ganzen dorfe den glauben an ihre kunst und an die heikraft ihrer medikamente so streckte er die hand aus und sprach gebt her sie reichte ihm das fläschchen mit dem harmlosen inhalt und schärfte ihm umständlich die vorsichtsmaßregeln ein unter denen es auf dreimal zu lernen sei geh durch den garten schloss sie als der junge ungeduldig zu werden begann und ihr nur noch mit halbem ohr zuhörte halt dich weit von der straße daß dich der nachtwächter nicht sieht die magd weiß daß du kommst und wird dir aufmachen mit ein paar sätzen war pavel auf dem feld rein einen augenblick hob sein dunkler schatten sich vom bleigrauen horizont ab dann war er verschwunden vigilova trat auf ihren mann zu fasst ihn am arm und zog ihn einige schritte mit sich fort jetzt laufst du dem buben nach und sagst ihm bald hätte die frau vergessen das da muss er zuerst austrinken und das flascheu gleich wieder zurück schicken damit die frau es im mörser zerstoßen und das pulver auf sieben maulwurfs hügel streuen kann sonst hilft alles nichts so sagst ihm und das gibts ihm sie drückte ihm ein kleines kaltes ding in die hand bei dessen berührungen schauderte um gottes willen ist da was unrechtes drin es ist was gegen die schmerzen die werden gut davon wie den ratzenehre sagte er und fügte plötzlich in zorn geratend hinzu warum hast du es nicht gleich dem buben mitgegeben warum soll ich es hinterher tragen sie kicherte dass du nichts sagen kannst wenn es aufkommt ich weiß nichts davon dass du mich nicht sitzen lassen kannst wie du gern möchtest wenn es schief geht darum du feigling und jetzt lauf er trat von ihr weg ich geh nicht sagte er so lass ihn leiden niemand weiß was der noch leiden muss sein eigener sohn könnte ihm nichts besseres tun als ihn erlösen er wird zu seinem sohn noch sagen bring mich um oder ich fluch dir lauf lauf willst noch nicht so lass ihn leiden wie einen gebissenen hund damit er zeit hat die winske in den brunnen zu jagen und den sohn um sein glück zu fluchen und sich selber ums ewige leben sie sprach leise mit heftiger und furchtbarer beretsamkeit und vigile zuckte unter dem schwall ihrer worte wie von tausend nadeln gestochen ein liebeswerk schloss sie ein werk der barmherzigkeit den zu erlösen was ein rechter mann wär thetz um gottes willen er keuchte es war ihm gräßlich zu sehen daß die augen seines weibes in der dunkelheit klimmten von eigenem fahlen weißlichem licht um gottes willen um gottes willen also wiederholte er wandte sich und trat seine wanderung an das geisschen die mazualte wurde von der rückwand einiger schollnen und vom zaun des bürgermeistergartens gebildet an der ecke des letzteren angelangt blieb vigile stehen hinter dem zaun regte sich's ein geflüstert rangendes alten ohr ein zärtliches liebesgeflüster ein seufzen kosen küssen einen abschied nehmen für eine nacht als wär's für die ewigkeit es sind die zwei dachte vigile es ist der racker der da küsst und herzt der racker für den ich hingehen und töten muss muss ich war gestern bei der beicht und geh aufs monat wieder und das könnte ich nicht beichten und dafür gibt's keine absolution dafür gibt's nur die hölle am vorigen sonntag hat der pfarrer von ihr gesprochen und ihre qualen ausführlich geschildert der hirt eilt immer noch vorwärts seine zähne schlagen zusammen es pfeift laut in seiner brust heulen und zähne klappern das ist schon die hölle er trägt sie schon in sich außer ihm ist sie aber auch die dunkelheit ist hölle und was wandert da vor ihm her was für ein breiter schwarzer strich noch schwärzer als die finsternis ei der pavel blitzt es durch das chaotische durcheinander seiner vorstellungen ruf ihn so ruf ihn doch ermahnt er sich selbst wozu nun um das gift er dachte es nicht mehr aus ihm war als ob sein kopf hüchse und groß würde wie ein zehneimerfaß und als ob seine füße so schwach und dünn würden wie weidenruten und diese schwachen füße sollen den ungeheuren kopf tragen und die hölle die er in der brust hat das geht nicht das nimmermehr was aber geschieht jetzt heiliger sabamen der schwarze strich verändert die form und es ist nicht pavel es ist der leibhaftige teufel unter dem begiel einhergeht der teufel der sich nicht einmal nach ihm umsieht so sicher ist er der folgt mir gewiß dem hirten schwindelt und er bricht zusammen nein wirkte er hervor nein ich tue es nicht herrgott im himmel gib eine teite dreifaltigkeit verzeih mir meine sünden und vor dem namen des höchsten und heiligsten verrinnt der spuk und es ist pavel der sich jetzt über den alten beugt und fragt was wollt denn ihr da ich ich schluchzt vigil und klammert sich mit beiden händen an ihm fest ich nichts gift hab ich bringen sollen aber ich tu's nicht erhob sich den arm pavels immer festhaltend zertrat das fläschchen und stampfte die scherben in die erde schau mir zu rief er bleib da und schau mir zu laßt mich auch ihr seid einmal wieder betrunken sprach der junge machte sich los von vigils krampfhaften umklammern und stieg über den zaun in den garten am nächsten morgen erwachte pavel aus tiefem schlafe die tür der kleinen kammer die ihm der lehrer als wohnstube angewiesen hatte war aufgerissen worden im dämmerschein des grauenden herbsttages stand der schulmeister da und rief steh auf beeil dich du musst die sterbeglocke läuten für wen denn fragte pavel und regte die schlummer schweren glieder für den bürgermeister der junge sprang empor wie angeschossen er ist tot ich gehe hin besorg du das leuten sprach habrecht und eilte hinweg pavels erste empfindung war schrecken und staunen der bürgermeister dem er gestern das mittel gebracht hat das ihn gesund machen sollte nicht genesen gestorben nicht genesen das mittel hat nicht geholfen gott hat's nicht gewollt darum vielleicht nicht weil er's wohl meint mit pavel dieser gute gott hat vielleicht den bürgermeister sterben lassen damit der pavel nicht zwingen könne noch länger bei vigil zu bleiben die junge flog aus dem hause und über den hof die treppe zum glockenturm hinauf und läutete läutete mit andacht mit imbrunst mit feierlicher langsamkeit und dabei betete er still und heiß für das seelenheil des verstorbenen als er am turme herunterkam traf er den herrn pfarrer der auf dem heimweg aus dem sterbehaus den verdeckten kerlchen in den händen eben im begriff war in die kirche zu treten pavel sank auf die knie vor dem heiligen viatikum und der priester ließ ihm vorübergehen einen blick so voll verdammnis und verwerfung über ihn hingleiten daß er erschrocken zusammenfuhr an die brust schlug und sich fragte ist er böse auf mich weil er sich vielleicht auch denkt daß der bürgermeister meinetwegen hat sterben müssen er ging in die schule zurück und nach seiner stube und hatte dieselbe kaum erreicht als auch schon winzke hereinstürzte verstört ganz außer sich sie hatte die kleide nur hastig übergeworfen das tüchlein fiel er vom zerrauften haar in den nacken ihr gesicht war totenbleich und mit den gebärden wilder verzweiflung warf sie sich vor pavel hin erbarm dich rief sie du bist besser als wir alle guter pavel weil du so gut bist erbarm dich unser wir waren immer schlecht gegen dich aber erbarm dich doch erbarm dich meines alten vaters meiner alten mutter erbarm dich meiner sie presste das gesicht an seine knie die sie umschlungen hatte und sah flehen zu ihm empor er war noch bleicher geworden als sie eine unheimliche wonne durchschauerte ihn was willst du fragte er pavel antwortete sie und drückte sich fester an ihn das fläschchen das du gestern gebracht hast hat der tote wie sie ihn gefunden haben in der hand gehalten und die leute sagen und der peter sagt auch es ist gift gift die nächtliche szene mit vigil fiel ihm plötzlich ein ja von gift hat ein alter geredet ottern gezücht ihr habt den bürgermeister vergiften wollen so wahr gott lebt beteuerte winska ich hab von nichts gewußt und auch so wahr gott lebt es ist nichts böses geschehen glaub mir der bürgermeister ist an seiner krankheit gestorben nur früher als der doktor gemeint hat und das mittel das du gebracht hast war ein gutes mittel und wir das schon sehen bei gericht denn es kommt vors gericht der peter wills keuchend in namenloser aufregung brachte sie diese worte hervor und ihr starrer blick hielt ihn sein fest wenn's so ist's entgegnete pavel vor was fürcht's sich vor was weißt nicht wie die leute sind wenn die mutter vors gericht kommt und wird zehnmal losgesprochen deswegen heißt es doch losgesprochen ist nicht unschuldig die mutter darf nicht vors gericht kommen pavel pavel sie wiederholte seinen namen in allen tonarten des jammers ihr zarter körper schmiegte sich schlangenmäßig an ihm empor und er mit widerstrebender seele voll argon und groll verschlang sie mit den augen ich kann nicht helfen murmelte er du kannst du brauchst nur zu wollen du brauchst nur zu sagen sag es pavel guter guter pavel was denn was soll ich sagen daß dich niemand geschickt hat stammelte sie zagend daß du von selbst zu ihm gegangen bist von selbst brach er aus was werde denn ich von selbst zu ihm gehen was werde denn ich ihm bringen von mir selbst ich weiß ja nichts o lieber allerliebster ein hirt weiß immer was du hast oft kräuter gekocht für die kranken ziegen und schafe und hast halt gemeint was für die so gut ist kann auch für einen kranken menschen gut sein das sag paveli jack wenn sie dich fragen sie küßte ihn die er nicht mehr wehrte auf seine brennenden lippen das sag und dann nur alles wie es war wie du dich eingeschlichen hast in seine stube und was er gesagt hat wie er dich gesehen hat da hat er ja nichts gesagt nichts gesagt nichts aber fürchterlich geklotzt und du und ich habe ihn gebeten dass er mich beim herrn lehrer lassen soll und dann weiter paveli jack weiter dann hat er mit dem kopf gemacht nein nein noch fürchterlicher nach dem mittel geklotzt und gewinkt dass ich ihm davon geben soll und du hast ihm davon gegeben ja und niemand war dabei niemand und die magd ist sie draußen an der tür gewesen die ist draußen an der tür gewesen und was hat sie gesagt sie hat gesagt gott gebs dass das mittel hilft und du ich habe auch gesagt gott gebs und wie du in den garten hinaus gekommen bist war niemand dort der peter sprach pavel mit bestimmtheit er hat mich gehört mir nachgeschrien das ist gut alles gut das musst du alles aussagen flüsterte winzger und umarmte ihn als ob sie ihn ersticken wollte und es wird dir nichts geschehen sie sind ja gescheit bei gericht und wissen gleich ob ein mittel giftig ist oder nicht dir wird nichts geschehen und uns wird geholfen sein ich bitte dich also erbarm erbarm dich sie sah ihn an wie ein in todesangst ringender den retter von dem er sein ganzes heil erwartet und ein wonniges gefühl der macht schwellte die brust des verachteten jungen was kriege ich wenn ich's tu rief er übermütig und packte sie an beiden arm wirst du dann den peter stehen lassen und mich nehmen wilde verzweiflung flog über ihre züge von zorn über mannt vergaß sie alle klugert dummer bub so war's nicht gemeint sie schrie es fast und suchte sich von ihm loszumachen er spottete nicht warum also gibst mir küsse und nennst mich allerliebster soll ich statt euer vor gericht damit der peter dich nehmen kann das willst das will ich sprach sie finster das muß ich dummer bub sie trat einen schritt zurück und erhob die gerungenen hände ich muß als weib ins bürgermeisterhaus oder in den brunnen du mußt 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 er hatte begriffen und stöhnte auf in qualvollem entsetzen nichtsnutzige ihre augen schlossen sich ein tränenstrom ran über ihre wangen ich hab geglaubt daß du mich lieb hast und mir helfen wirst sprach sie mit weicher stimme aber du willst nicht sie schwieg ihm raubten grimm und schmerz den atem eine weile standen sie wortlos voreinander er im griff auf sie loszustürzen um sie zu erwürgen sie auf das schlimmste gefaßt und sich darein ergebend winzga begann er endlich und sie bei diesem ton so trotzig er auch klang sie fasste wieder hoffnung was guter guter pavel nichtsnutzige wiederholte er mit zusammengebissenen zähnen sie wollte sich von neuem vollem niederwerfen drober sie in seinen armen auf trug sie zur tür und stieß sie hinaus noch einmal warnte sie sich vernichtet zerknirscht was wirst du sagen vor gericht ich werd schon sehen was ich sagen werd antwortete er geh sie gehorchte kapitel x das gemeindekind von marie freifrau von ebner eschenbach diese librivox aufnahme ist in der public domain im bürgermeisterhause herrschten verwirrung und schrecken zum zehnten male erzählte peter den neugierigen die in der sterbestube hereindrangen wie er noch vor mitternacht mit seinem vater gesprochen und dann in die kammer nebenan schlafen gegangen sei und wie ein paar stunden später ein röcheln ihn geweckt habe wie er aufgesprungen zum vater gestürzt ihn schon in den letzten zügen gefunden und den knecht nach dem priester und die magd nach dem doktor geschickt und wie beide zu spät gekommen und wie der doktor der er nach der hand des toten griff die zur faust geballte fast gewaltsam hatte öffnen müssen um ihr ein halbgelehrtes fläschchen entnehmen zu können welches die finger im todeskampf erstarrt noch festhielten die zuhörer drückten ihre teilnahme durch seufzen und klagen aus peter fuhr fort der pfarrer schaut was ist das fragte er und der doktor schaut auch und wie er schon ist sagt nichts herr gott im himmel ruft der pfarrer ist ihm sein leiden zu viel geworden ist er in todsünde gestorben er ist an einer verblutung gestorben sagte doktor und das fläschchen führte an die nase und das ist kamillengeist sagt er wer's glaubt fiel ein altes weib dem peter in die rede und er schluchzte auf wer's glaubt das hab ich auch gesagt gift hat mein vater bekommen ich hab am abend einen kerl aus dem garten schleichen sehen und ich glaub ich kenn ihn sag ich reiß die magd her und geb ihr eine und sag wer war gestern am abend im zimmer bei meinem vater der pavl patscht sie heraus und fällt auf die knie euer vater hat befohlen daß man ihn hereinlassen soll schlagt mich tot aber so wahr gott leb euer vater hat befohlen daß man ihn hereinlassen soll ich sag wie's ist und weiter weiß ich nichts bei dieser stelle seiner erzählung brach peter regelmäßig in ein rasendes weinen aus er warf sich über die leiche seines vaters und der rohe harte burs schwimmerte wie ein kind schon lange ist mir meine mutter gestorben und jetzt hab ich auch keinen vater mehr eine weise bin ich und ganz verlassen im publikum das mit spannung den ausbrüchen seines aufrichtigen schmerzes lauschte erhoben sich anklagende stimmen gegen pavl der schlechte bub hat die hand im spiel bei dem unglück bei dem bürgermeister dem schlechten buben der vermutlich lieber auf der faulen haut liegt als arbeitet ist der dienst beim hirten zu schwer gewesen er hat fort gewollt aber nicht dürfen ohne erlaubnis des bürgermeisters und weil der unerbittlich geblieben ist und die erlaubnis nicht gegeben hat so oft er wupp sie auch von ihm verlangt so hat der schlechte bub sich jetzt gerecht und den bürgermeister aus der welt geschafft die legende war bald fertig verbreitete sich rasch im dorfe fand glauben und stachelte die leute auf zur entfaltung einer ungewohnten energie die ihres oberhauptes beraubte ortsbehörde entsandte einen boden nach dem bezirksamt um für alle fällen den gendarm zu holen während einige heißspornen nach der schule liefen um auch für alle fälle den giftmischer durchzuprügeln indessen fanden sie das haus versperrt der lehrer hatte gleich nachdem das für pavl so bedrohliche gerücht zu ihm gedrungen ein verhör mit dem burschen angestellt ihn dann in die schulstube eingeschlossen und sich zum doktor begeben bei demselben waren bereits der herr pfarrer der peter anton der schmied und einige bauern versammelt der pfarrer saß in dem großen schwarzen lehnstuhl in einer ecke des fensters in der andern die hände auf dem rücken hielt sich der doktor den beiden honeratioren gegenüber standen einen regelmäßigen halbkreis bildend die bauern ach da kommt er der herr lehrer sprach der pfarrer mit seiner leisen etwas heiseren stimme sie werden wohl bereits wissen um was es sich handelt bemerkte der doktor und dessen bläuliche lippen ein kaum wahrnehmbares lächeln spielte peter rief der pavl hat meinen vater vergiftet weiß man noch nicht murmelte anton und muss ins kriminal fuhr peter fort und anton wiederholte weiß man noch nicht worauf peter den trumpf setzte ich stehe nicht ab er muss ins kriminal vorläufig sagte habrecht habe ich ihn in der schulstube eingesperrt der pfarrer stutzte so glauben auch sie er hielt fast erschrocken inne wie jemand der sie verschnappt hat und dem das sehr unangenehm ist habrecht bemerkte es und hielt sich schadenfroh an das bedeutungsvollste wort in dem übereilt ausgesprochenen satze auch wiederholte er nachdrücklich nämlich wie euer hochwürden eine leichte röte erschien auf den eingefallenen wangen des priesters ich dachte an die voxpopuli sagte er ja so die entstellte voxdei nun öffnete sich die tür ein großer vom alter schon gebeugter mann mit grau-gelbem haar und ziegelrotem gesicht der viertelbauer barosch trat ein er ging auf den pfarrer zu küßte ihm die hand und meldete der gendarm komme schon was soll der gendarm fuhr harbrecht ihn an und barosch richtete seine starren immer erstaunten immer um verzeihung bittenden brandweintrinkeraugen demütig auf den lehrer und antwortete den buben aufs bezirksgericht führen was soll der bub auf dem bezirksgericht gestehen was denn dass er dem bürgermeister etwas gebracht hat das gesteht er ja ohnehin so sprach der pfarrer das hat er ihnen gestanden er würde es auch ihnen gestehen da wäre ich doch begierig herr lehrer da möchte ich sie doch bitten lassen sie ihn rufen haben sie die güte ich geh um ihn schrie peter und wollte schon davoneilen anton hielt ihn fest nicht du du bist wie ein narr ich geh hellerer aber harbrecht dankte auch ihm für das anerbieten verließ die stube und kehrte nach einer weile von seinem schützling begleitet zurück peter konnte nur mit größter mühe verhindert werden über den letzteren herzufallen drohte ihm und rief so laut die atemraubende wut die ihn beim anblick pavels ergriffen hatte es erlaubte schaut ihn an den hund sieht man ihm nicht an was für ein hund der hund ist und wirklich konnte der zustand in dem der junge vor die höchsten instanzen seines dorfes trat ein günstiges vorteil für ihn nicht erwecken der kopf schien ihm zu brennen eine scheue und finstere qual sprach aus dem glühenden antlitz und entsetzlicher unstillbarer hass aus den blicken die er hinterhalb geschlossenen lieden hervor auf seinen hauptankläger auf peter warf legte die hand auf seine schulter und schob ihn vor sich hin in die fensterecke zwischen dem pfarrer und dem doktor hinein der pfarrer betrachtete den jungen schweigend räusperte sich und fragte ruhig und geschäftsmäßig ist es wahr daß du dich gestern abend in das haus des bürgermeisters geschlichen und ihm etwas gebracht hast pavel nickte und durch den kreis der bauern lief ein geflüster triumphierender entrüstung was war das was du ihm gebracht hast es war eine gute medizin wie bist du zu der guten medizin gekommen fiel nun harbrecht ein pavel schwieg und der lehrer fuhr fort hat dich nicht vielleicht jemand zum bürgermeister geschickt mit dieser guten medizin der junge erschrak und versetzte rasch nein ich hab sie von mir selbst gebracht woher weißt du denn auf einmal etwas von guten medizinen mischte der doktor sich ins verhör und pavel erwiderte ein hirt weiß immer was er lügt erklärte der lehrer er will oder darf die wahrheit nicht sagen und das halten sie für die wahrheit fragte der pfarrer dessen gelassenheit vorteilhaft abstach von der nervösen unruhe harbrechts dieser sprach für die wahrheit halte ich dass der junge zum kranken bürgermeister geschickt worden ist und zwar durch die kurpfuscherin die frau des hirten pavel schrie auf sie hat mich nicht geschickt ich bin von selbst gegangen und peter wiederholte zornig von selbst er gibt's zu aber der herr lehrer nicht der herr lehrer will unschuldige leut hineinbringen das verzeih gott dem herr lehrer der bub hat mit den leuten die der herr lehrer hineinbringen will schon lang nichts mehr zu tun der bub ist schon lang beständig beim herrn schullehrer in der schul mich wundert nur entgegnete ihm der doktor daß dein vater das mittel das der bub ihm von sich aus gebracht hat so ohne weiteres genommen haben soll außer er hätt's extra beim buben bestellt was mir auch nicht recht einleuchten will sag ganz genau wie es zugegangen ist wandte der pfarrer sich an pavel du hast dich also gestern in die stube des bürgermeisters geschlichen ja und was hast du gesagt guten abend herr bürgermeister und was hat er gesagt nichts und was hat er getan mir gewinkt ich soll ihm das mittel geben so hat er also gewußt daß du ein mittel bringen wirst pavel antwortete nicht er hatte den kopf vorgestreckt und lauschte einem geräusch von schritten und stimmen die sich der tür näherten abermals wurde sie geöffnet der gendarm kohautek auch der heiße gendarm genannt erschien gefolgt von den räten die schwüle die bereits im zimmer herrschte nahm plötzlich so sehr zu als hätte man einen geheizten ofen hereingestellt und alle diese hitze schien von dem vor berufseifer glühenden kohautek auszugehen aber nur aus den augen loderten die inneren flammen und wie warm ihm immer war verrieten allein die kleinen schweißtropfen die auf seiner nase perlten sein gesicht war von schöner klarer olivenfarbe und rötete sich nie er begann sogleich seines amtes zu walten und die vorerhebungen einzuleiten der ganze mann war nur eine drohung während er das wort an den angeklagten richtete und doch fühlte sich dieser seit der anwesenheit des gendarmes ruhiger und sicherer er glaubte einen stein im brett bei kohautek zu haben seitdem er einmal wegen eines geflügeldiebstahls von ihm verdächtig und später unschuldig befunden worden der gendarm stellte an pavel ungefähr dieselben fragen die man schon an ihn gestellt hatte er erhielt dieselben antworten und gelangte endlich zu dem dunklen punkt in der sache zu der proveniens des corpus delicti des flascherls über die proveniens dieses corpus dieses flascherls mußte der bub seine aussage machen er mußte kohautek vermaß sich ihn gleich dazu zu bringen fragte ermunterte warnte vor der gefahr in welche sich pavel durch sein eigensinniges schweigen versetzte alles umsonst der bub blinzelte ihm fast vertraulich zu und blieb taub für seine ermahnungen wie für die des geistlichen und für das flehende beschwören habrechts blieb unempfindlich für die beschimpfungen peters und seiner gesinnungsgenossen zuletzt verstummte er völlig und die bauern sahen darin den deutlichsten beweis seines schuldbewusstseins peter spiel vor ihm aus er geht ins kriminal er hat meinen vater vergiftet mit kamillengeist sagte der doktor nahm das fläschchen aus seiner tasche und hielt es dem besonnensten aus der gesellschaft dem schmied anton unter die nase der roch dran zog die axel in die höhe und sprach ja ja nach kamillen riecht's aber nun aber aber was es ist weiß man nicht der lehrer an dem alles beebte und er fortwährend vor sich hin murmelte vernünftig vernünftig haltet ruhe meine nerven versetzte nun was meint ihr ihr leute wenn das gift wäre würde ich davon trinken seht her ich trinke er erbat sich das fläschchen vom doktor und tat einen schluck daraus nun seht ich habe getrunken und befinde mich wohl und werde mich morgen auch noch wohl befinden ein wenig stutzende bauern sahen den schulmeister schäl an traten näher zusammen und wisperten miteinander was meint ihr was sagt ihr fragte harbrecht barosch seufzte schüttelte den kopf verzog den breiten schmunzelnden mund ja brachte er endlich hervor ja das ist keine kunst jetzt ist freilich nichts giftiges mehr drin wieso es ist dasselbe fläschchen und was früher drin war ist noch drin das heißt ein bisschen weniger ja das giftige das war schon weggetrunken das hat der bürgermeister beim ersten zug bekommen das giftige ist das leichtere und schwimmt oben schwimmt oben wetterte peter und der schulmeister sprang mehrmals empor vor zorn und entrüstung sie hören sie hören rief er dem pfarrer zu der geistliche behielt immer seine leidende miene und seinen gleichmut und erwiderte die anrufung harbrechts nur mit einer bedauernden gebärde der gendarm stand unbeweglich und strahlte knirschende hitze aus der doktor hingegen verlor die geduld er dem mannach sagte daß er mit seinen worten so sparsam sei als ob ihn jedes einen gulden zettel koste brach in eine rede aus o du nie überwindende ewig triumphierende dummheit das giftige ist das leichtere und schwimmt oben da haben wir's da wissen wir's bleiben wir nur gleich dabei eines besseren überzeugen kann uns ohnehin keine macht der welt und wenn der allweise selbst vom himmel herunterstiege und sich aufs beweisen und widerlegen einlassen wollte er hätte den weg umsonst gemacht die bauern hörten diese anklage an ohne recht zu wissen was sie daraus machen sollten aber mit steigendem entzücken hatte pavel ihr gelauscht der doktor staunte über das verständnis das ihm sieghaft und wundervoll aus den fest auf ihn gerichteten augen des jungen entgegen leuchtete dieser hatte zum ersten mal in seinem leben den kopf stolz und gerade empor gehoben so jedes wort des doktors wie eine köstliche labe förmlich in sich hinein und schlug als das letzte gesprochen war ein wildes herausforderndes gelächter auf da brach die empörung über ihn los kohautek vermochte im ersten augenblick nichts zu seinem schutze trotz verzweifel der gegenwehr wurde pavel niedergeworfen mißhandelt mit füßen getreten der gendarme mußte seine ganze autorität und anton der sich ihm zur seite stellte die ganze kraft seiner fäuste aufbieten um den jungen den ausbrüchen der sinnlosen wut seiner unbefugten richter zu entreißen eine rasche kurze beratung mit dem geistlichen dem lehrer und dem doktor und kohautek beschloss pavel mitzunehmen aufs gericht ich tu's nicht rief er weil ich ihn für schuldig halte ich tu's weil ihr bestien seid vor denen ich ihn in sicherheit bringen will spann einen ein ich schrie peter ich führe ihn und war mit einem sprung aus dem zimmer der geistliche warf einen blick durch das fenster vor dem hause hatten sich gruppen gebildet welche dem auf die straße herunterdringenden lärm horchten und einzelne worte die zu unterscheiden ihnen möglich gewesen in großer aufregung nachsprechen die bewegung stieg aufs höchste als peter mit seinem wegelchen gefahren kam und der gendarme mit pavel und dem lehrer der den jungen auf seinem schweren gange nicht verlassen wollte in der tür des doktorhauses sichtbar wurden habrecht stieg zu peter auf den vorderen sitz auf dem rückwärtigen nahm der gendarme neben dem delinquenten platz flüche drohende minen und gebärden begleiteten das davonrollende gefährd peter lenkte es so langsam durchs dorf dass die sämtliche straßenjugend zeit hatte sich ihm anzuschließen und ihm das geleitet zu geben sie tat es unter jubeln und jauchzen da fader schrie eine stimme aus der rotte da fader schallte es im chor wohin fast rief ein kleiner verwachsener fratz und ein bildhübsches häuslerkind ein blauäugiges mädchen eines der lustigsten in der verwegenen bande an deren spitze pavle einst auf holzdiebstahl in den wald gezogen war lachte zu ihm hinauf pass zum vater oder zur mutter die ausgegebene parole pfiff in unzähligen wiederholungen durch die luft immer ärger wurde das treiben und endlich hieb peter auf befehl des gendarmes mit der peitsche in die vor schadenfreude und lust am quälen berauschte schar sie schien sich zu verlaufen schlug aber nur einen kürzeren weg ein und fasste posto hinter einer johannisstatue die zwischen bäumen am ende des dorfes stand als das weglein dort ankam wurde es mit lautem hallo und einem hagel von erdklunken und steinen empfangen kautek fluchte peter trieb die pferde an habrecht zog den rock über die ohren pavel saß regungslos erst als das gefährt auch seinen ausdauerndsten verfolgern entronnen war bückte er sich und warf die steine die in den wagen gefallen waren ruhig hinaus alle bis auf den letzten den kleinsten ihn betrachtete er aufmerksam und nachdenklich und steckte ihn dann in die tasche was willst du mit dem steine fragte die chandarm wenn ich mir einmal ein haus baue und ich baue mir eins lautete die antwort lege ich den stein unter den riegel der tür damit ich mich erinnern muß bei jedem ein und ausgehen wie die leute mit mir gewesen sind eine stunde später war man am bestimmungsorte angelangt der bezirksrichter ließ pavel vor sich führen und schien eher geneigt an seine schuld als an seine unschuld zu glauben denn pflegte er zu sagen was mich betrifft ich denke von den menschen nicht das schlechte sondern das allerniederträchtigste die gerechtigkeit nahm ihren lauf die obduktion der leiche des bürgermeisters wurde angeordnet in abwesenheit des gerichtskämikers nahm ein stellvertreter ein sehr zuversichtlicher junger mann die analysen in höchst eleganter weise vor und konstatierte schlankweg die anwesenheit von gift im magen und den eingeweiden des toten da gab es für pavel eine reihe böser tage doch blieb er standhaft und benahm sich vor dem offiziellen richter genau so wie er sich beim verhör daheim im dorfe benommen hatte seine leiden nahm ein ende bei der rücke des gerichtskämikers der die arbeiten seines grünen rivalen einer prüfung unterzog ihre mangelhaftigkeit dartat und im einverständnis mit dem amtschirurgen und dem kreisphysikus unwiderleglich bewies der bürgermeister sei nicht an gift sondern an seiner krankheit gestorben fast unmittelbar darauf erfolgte pavels freisprechung und seine entlassung aus der haft peter sein hauptankläger wurde in die kosten verurteilt am letzten sonntag den pavel in der untersuchungshaft zubrachte hatte habrecht die erlaubnis erhalten ihn zu besuchen der lehrer war tief bewegt beim wiedersehen zwei monate im arrest rief er aus so weit hast du's gebracht du feind deiner selbst pavel pavel viel böses haben die menschen dir schon getan aber keiner von ihnen so viel wie du dir selbst er fragte ihn was er denke in den langen einsamen tagen und nächten nicht viel in der nacht schlaf ich und bei tag arbeite ich sie haben mir werkzeug geliehen erwiderte pavel und holte unter seinem bett das modell eines hauses hervor sein zukünftiges wohnhaus das sei im kleinen äußerst genau hergestellt mit fenstern und tür und strohbedecktem dache ein merkwürdiger kontrast der bursche mit den groben händen und diese zierliche arbeit er hatte das für seine schwester milada gemacht und bat habrecht es mitzunehmen und ihr zu schicken bat den lehrer auch ihr zu schreiben seine schwester solle wissen daß er unschuldig sei habrecht versprach es zu tun verschwieg aber daß bereits zwei umfängliche briefe von ihm an die frau oberin gerichtet worden in denen die sachlage gewissenhaft und mit ehrlicher breite dargelegt war und pavel so rein erschien wie ein osterlämpchen aus zucker beide sens schreiben waren in form und inhalt muster von jener höflichkeit die sich nie genug tut weil sie einem unstellbaren herzensbedürfnisse entspringt leider jedoch hatten sie zur nachahmung nicht angespornt habrechts briefe waren unbeantwortet geblieben es war gegen ende januar der tag mild der schnee begann zu schmelzen schmale braune bäche flossen die abhänge herab trübselig schielte die sonne durchs weißliche gewölk die entlaubten bäume an der straße warfen bleiche schatten auf den sumpfartig schimmernden feldweg an dessen rand pavel dem dörfer zuschnitt in seiner haft hatte er oft gemeint wenn er nur wieder ins freie kommt an die luft wenn es sich nur wieder regen darf dann wird alles gut nun war er frei wanderte heim aber gut wollte es nicht werden so öd so kahl so freudlos wie die landschaft in ihrer winterlichen armut lag die zukunft vor ihm sein erster gang im orte war der zur hütte des herten den herd im flur hatte man abgeräumt minska kniete davor und schürte das feuer das hell und lustig brannte schweigend ohne sie anzusehen schritt pavel an ihr vorbei geraden weges in die stube begil und sein weib schrien auf als er vor ihnen erschien die alte bedeckte ihr gesicht mit der schürze der kreis hielt dem eintritt in mir ein beschwörer dem satan den großen kranz entgegen und zitterte dabei am ganzen leibe pavel aber kreuzte die arme und sprach spitzbub spitzbüb ich bin wieder da und eine schrift darüber daß mir das gericht nichts tun darf habe ich in der tasche daß ihr mich jetzt in ruh beim lehrer laßt das rat ich euch sonst geht's euch schlecht angewachsen ist mir die zunge nicht das hab ich euch sagen wollen schloß er wandte sich und ging sie blickten ihm betroffen nach der hatte sich verändert in den zwei monaten als ein bub war er fortgegangen als ein bursche kam er heim gewachsen war er und dabei nicht schmäler geworden kapitel 11 von das gemeindekind von marie freifrau von ebner eschenbach diese librivox aufnahme ist in der public domain außerhalb des dorfes zu füßen eines abhangs den vor jahren der längst ausgerodete bauernwald bedeckt hatte befand sich eine verlassene sandgrube seitdem sie ihres inhalts bis auf die letzte ader entledigt worden gehörte sie zu den toten kapitalien des gemeindevermögens und keiner dachte daran das öde fleckchen erde nutzbar zu machen denn keiner der da begonnen hätte zu pflügen und zu sehen würde die ernte erlebt haben einmal nur bot der verwalter der frau baronin deren schlechteste felder an die sandgrube grenzten dreißig gulden für den von unkraut überwucherten winkel trat jedoch als der kauf richtig gemacht werden sollte von demselben wieder zurück von der zeit an hatte kein käufer sich mehr gemeldet das erstaunen war nicht gering als ein solcher endlich wieder auftrat und zwar in der person pavel holobs ein jahr war vergangen seitdem er aus der untersuchungshaft entlassen worden und tag für tag hatte er sich im winter wie im sommer am frühen morgen auf die beine gemacht und war erst mit der sinkenden nacht heimgekehrt nichts vermochte die gleichförmigkeit seiner lebensweise zu unterbrechen nichts ihm eine teilnahmsäußerung für die vorgänge in der außenwelt zu entlocken über die heirat peters und winskers die ganz in der stille begangen worden war und im dorfe sogar den hartnäckigsten schweigern so viel zu reden gegeben hatte verlor er kein wort an dem tag wie an jedem andern ging er nachts svaro wo er immer arbeit fand in der sägemühle in der zuckerfabrik oder im wald er verdiente viel und konnte am ende der woche seinen lohn ungeschmälert in die sparkasse unter der diele im zimmer habrechts legen da ihn dieser mit kostgeld und kleidung versorgte mit wonne sah er das wachsen seines reichtums und hätte sich überhaupt ganz zufrieden gefühlt unter zwei bedingungen ein wiedersehen mit seiner schwester wäre die erste ruhe vor den neckereien der dorfjugend die zweite gewesen aber keiner von beiden wurde erfüllt so oft er sich an der klosterpforte einstellte wurde er unerbittlich fortgewiesen und so zeitig er auch nach svaro ging immer fanden sich buben und mädel die noch zeitiger aufgestanden waren um ihm aufzulauern und ihm unter dem türspalt hervor oder über die hecke hinweg nachzurufen giftmischer bist doch ein giftmischer pafe schwieg lange klagte aber zuletzt voll bitterkeit dem lehrer seinen vertruß schau schau erwiderte er jetzt ärgerst dich wie lang ist's her daß dir um nichts so viel zu tun war als um die schlechte meinung der leute der bursche wurde rot man kann am ende genug davon kriegen meinte er und habrecht versetzte das denk ich wenn sich einer prügel geholt hat und im anfang auch trotzt und sagt nur zu endlich wird's ihm doch genug und dann sagt er hört auf aber just da packt niejenigen die zuschlagen erst die rechte passion wie geht's denn mir und wie lange ist's denn bei mir her daß ich gelacht habe wenn die leut gekommen sind und mich gebeten haben ich soll machen daß der hagel ihr fällt oder der blitz ihre scheune verschont es hat mir geschmeichelt o lieber und heute möchte ich jedem esel um den hals fallen der nichts anderes von mir glaubt als daß ich so dumm bin wie er selbst im wirtshaus berieten derweil die bauern über den verkauf der sandgrube an pavel anton der schmied um seine meinung befragt befürwortete die sache auf ihn hatte die schuldlosigkeitserklärung die pavel von amts wegen ausgestellt worden eindruck gemacht und das gutachten der sachverständigen ihn in dem zweifel befestigt den er von anfang her an der leichtigkeit der gifte gehegt sein rat war man verkaufe dem buben die grube er hat geld er soll zahlen der vorschlag ging durch pavel wurde mündig gesprochen und er war ab die sandgrube zu hohem preis nachdem ihm begreiflich gemacht worden daß die gemeinde welcher er ohnehin seit sieben jahren im beutel lag am wenigsten ihm etwas schenken könne was ihn betraf er fand seinen besitz nicht zu teuer bezahlt ihm erschien eine summe immer noch gering die ein wunder getan und ihm dem bettler dem gemeindekind zu einem eigentum verholfen hatte sein gönner und er beschlossen den tag an dem der kaufkontrakt unterschrieben worden war auf das feierlichste habrecht zündete aus dem lämpchen auch eine kerze an pavel breitete seine schätze vor sich aus das zeugnis vom amte den kaufvertrag den rest seiner ersparnisse und mir lad das beutelchen mit seinem noch unangetasteten inhalt das geld wurde gezählt und ein überschlag der kosten des hausbaus gemacht um die ziegel war keine sorge die sollte pavel mit erlaubnis des lehrers auf dem felde desselben schlagen nach ton brauchte man ihn dagegen nicht weit zu suchen schwer hingegen ist das holzwerk weit zu schaffen dazu reichen die vorhandenen mittel nicht aus und können im günstigsten falle vor dem nächsten herbste kaum zusammengebracht werden zum glück kommt der dachstuhl zuletzt die nächsten sorgen pavels galten der planierung seines grundes und dem aufbau seiner vier mauern genug für den anfang genug für einen der zur bestellung seiner angelegenheiten nur die zeit hat die ihm der dienst bei fremden bauten übrig läßt dies alles ausgemacht und der bursche holte schreibmaterial herbei und verfaßte schwer seufzend und unter größeren anstrengungen als das fällen eines baumes ihn gekostet hätte folgenden brief milada meine allerliebste schwester ich bin dreimal bei dir gewesen aber die klosterfrauen haben mir es nicht erlaubt der lehrer hat ihnen schon geschrieben milada ich habe die sandgruben gekauft wo ich für mich und die mutter das haus bauen soll bitte die frau baronin dass sie mich zu dir gehen lässt weil ich unschuldig bin und vom gericht den schein bekommen habe dass mir das gericht nichts tun darf ich habe auch neue kleider und möchte nicht mehr im klosterknecht sein weil ich die sandgruben habe so sollten mich die klosterfrauen zu dir erlauben auch an seine mutter schrieb pavel noch an demselben abend und teilte ihr mit daß sie wenn ihre strafzeit verflossen sein werde eine unterkunft bei ihm finden könne von der mutter kam auch bald ein brief voll liebe dank und sehnsucht die antwort miladas ließ lange auf sich warten und brachte als sie eintraf eine herbe enttäuschung lieber pavel ich habe immer gewußt daß du unschuldig bist hieß es in dem schreiben und mich gefreut und gott gedankt daß er dich würdigt unschuldig zu leiden nach dem vorbild unseres süßen heilands und jetzt muß ich dir etwas sagen lieber pavel ich habe dich lange nicht gesehen aber das war nur gehorsam und kein freiwillig opfer das hat meine löse mir nicht angerechnet jetzt hat die ehrwürdige frau oberin erlaubt daß du mich besuchst und jetzt erst kann ich ein freiwilliges opfer bringen ich tu's pavel und bitte dich lieber pavel komm nicht zu mir warte noch ein jahr warte ohne murren denn nur das opfer das wir freudig zu füßen des kreuzes niederlegen ist ein gott wohlgefälliges und wird von ihm denen angerechnet für welche wir es darbringen laß uns freudigend sagen du weißt daß wir es für die seelen unserer eltern tun die keine andern fürsprecher als uns bei ihrem ewigen richter haben komm also nicht wenn du aber dennoch kämst lieber lieber pavel es wäre umsonst mich würdest du nicht sehen ich würde die guten klosterfrauen bitten mich vor dir zu verstecken du würdest wieder fortgehen hättest mich nicht gesehen und mir das herz nur unendlich schwer gemacht denn ich hab dich lieb mein lieber pavel gewiß lieber als du dich selber hast was schreibt denn deine schwester fragte habrecht der den burschen mit betroffener miene auf das blatt niederstarren sah da sein schöne regelmäßige schriftzüge er langsam entziffert hatte pavel beugte sich plötzlich vor große tränen stürzten aus seinen augen was schreibt sie wiederholte der lehrer er hielt keine antwort und fragte nicht mehr er wußte ja bereits aus erfahrung wenn der mensch etwas verschweigen will dann gibt es keine macht auf erden die ihm sein geheimnis entreißt als das frühjahr kam schlug pavel in einer reihe von mondhellen nächten die ziegel zu seinem bau mehr als einmal fand er am abend aus der fabrik heimkehrend seine arbeit zerstört kleine füße waren über die noch weichen ziegeln gelaufen und hatten sie unbrauchbar gemacht pavel lauerte den übeltätern auf erwischte sie und führte sie dem pfarrer vor es wurde ihnen eine ermahnung zuteil die doch ohne wirkung blieb der unfug wiederholte sich da beschloß pavel selbstgerechtigkeit zu üben mit einem knüttel bewaffert wollte er hinter einem alten breitstämmigen nußbaum posten fassen und die vom dorf heranrückenden feinde dort erwarten zerbläuen und verjagen zu seinem größten erstaun fand er jedoch das hüteramt das er antreten wollte bereits versehen und zwar durch vigil dieser hatte gleichfalls einen stock in der hand bin schon da sagt er hab ihrer schon einige weggetrieben was willst du spitzbub fuhr pavel ihn an fort schlechter kerl mit dir bin ich fertig er hob den knüttel vigil hatte den sein auf den boden gestemmt beide hände darauf gelegt und sich zusammengekrümmt zitternd und demütig sprach er pavelitschek schlag mich nicht lass mich hier stehen ich stehe hier und geb acht auf deine ziegel du ja just du wirst achtgeben du dich kenn ich geh zum teufel sprich nicht von ihm wimmerte der alte beschwörend und seine knie schlotterten sprich um gottes willen von dem nicht ich bin alt pavelitschek ich werde bald sterben du sollst zu mir nicht sagen geh zum teufel alles eins ob ich sag oder nicht alles eins ob du gehst oder nicht wenn du nicht von selber gehst holt er dich vigil fing an zu weinen meine alte wird auch bald sterben und fürcht sich sie möcht ich noch sehen bevor sie stirbt sie war's auch die mir gesagt hat geh hin und gib acht auf seine ziegel pavel betrachtete ihn still und aufmerksam wie er aussah wie merkwürdig ganz eingeschrumpft und mager verkältet zitternd in seinen dünnen kleidern und dabei das gesicht feuerfarbig wie ein lämpchen aus rotem glas in dem ein brennender docht schwimmt das öl von dem dieses jämmerliche dasein sich näherte war der branntwein der einzige trost der es erquickte ein gedankenloses lippengebet armer spitzbob dachte pavel die zeiten sind vorbei in denen du mich mißhandelt hast jetzt kriegst du vor mir so bleib sprach er zögernd und immer noch voll mißtrauen ich werde ja sehen was für einen wächter ich an dir hab als er wiederkam fand er alles in ordnung begil hielt wirklich treue wacht belangte dafür nicht lob noch lohn und fragte nur immer wirst nicht zu alten kommen pavel ließ ihr sagen von ihm aus könne sie in frieden sterben aber besuchen wollte er sie nicht mehr der hauptgrund seiner weigerung war die furcht minska bei ihrer mutter zu treffen und ihr dort nicht ausweichen zu können was er sorgsam tat seitdem sie die frau peters geworden und wie er die augen von ihr wandte wenn er ihr begegnete wie er jeder kunde von ihr so viel als möglich sein ohr verschloss so verjagte er sogar jeden gedanken an sie der sich ihm unwillkürlich aufdringen wollte sie hatte das ziel ihrer wünsche erreicht und er hatte ihr geholfen es zu erreichen jetzt sollte es aus sein was peinigt ihn denn noch seinem willen entgegen stärker als seine eigene stärke was quälte ihn bei ihrem anblick er kreuzte die arme über dem herzen und murmelte mit einem fluche klopf nicht aber sein herz klopfte doch wenn die schöne bäuerin vorüberschritt oder vorüberfuhr in demselben wegelchen in dem ihr mann vor nur anderthalb jahren pavel zu gericht geführt hatte sie bemühte sich glücklich auszusehen es wirklich sein konnte sie kaum peter war ein tyrannischer und geiziger eheherr der alle voraussetzungen der vigilova zunichte gemacht hatte seine schwiegereltern durften ihm nicht ins haus das wenige was minska zur verbesserung ihrer lage tun konnte geschah im geheimen unter furcht und sagen sie selbst lebte im wohlstand hatte mit gepränge die taufe ihres zweiten kindleins gefeiert aber wie das erste bald nach der hochzeit geborene war auch dieses weniger wochen alt gestorben und bereits hieß es im dorfe dir bringt kein kind auf pavel war gerade dazu gekommen als man den kleinen sah ganz still und wie in beschämung aus dem tor hinausschaffte und ein schluchzen hatte er aus der stube dringend gehört ein schluchzen das ihm durch die seele ging und ihn an die stunde mahnte in welcher diejenige die es ausstieß an seiner brust gelegen und ihn bestürmt hatte mit ihren bitten und berauscht mit ihren liebkosungen den tods zweiten enkels erlebte die vigilova noch kurze zeit darauf schlug er letzter stündlein nach schwerem fürchterlichem kampf der geistliche hatte von ihrem fühl nicht weichen dürfen noch im verröcheln verlangte sie nach segen und gebet in ihren brechenden augen war noch die frage zu lesen ist mir verziehen mit gleichgültigkeit nahm pavel die nachricht ihres todes auf und blieb ungerührt von den wehklagen die virgil über den verlust seines weibes anstimmte der trost den er dem witwer angedeihen ließ lautete kein schad um die alte und virgil unterbrach die ergüsse seines schmerzes richtete die augenzwinkert auf pavel und fragte halb überzeugt meinst dies begab sich zu ende des sommers und am ersten sonntag der dem ereignis folgte ließ der pfarrer pavel zu sich bescheiden es war nach dem segen der geistliche saß in einem garten auf der bank unter dem schönen birnbaum dessen früchte sich bereits goldig zu färben begannen ganz vertieft in das lesen eines zeitungsblattes pavel stand schon ein weilchen da ohne daß er es wagte den pfarrer anzusprechen bevor dieser das kleine blasse von einem breitkrempigen strohhute beschattete gesicht erhob und nach einigem zögern sagte dir ist unrecht geschehen sein blick glied an pavel vorbei und richtete sich in die ferne du hast am tod des bürgermeisters keine schuld freilich nicht entgegnete pavel die kinder laufen mir aber doch nach und schreien giftmischer ich möchte den pfarrer bitten das ihnen verbietet mir nachzurufen giftmischer meinst du daß sie es mit meiner erlaubnis tun fragte der priester gereizten tones und die alten fuhr pavel fort sind auch so dreimal habe ich kleine fichten gepflanzt auf meinem grunde etwas anderes wächst ja dort nicht dreimal haben sie mir alles ausgerissen sie sagen dein haus muß freistehen man muß in dein haus von allen seiten hineinschauen können man muß wissen was du treibst in deinem haus der pfarrer räusperte sich hm hm das kommt daher daß du einen so schlechten ruf hast du muß trachten deinen ruf zu verbessern pavel mummelte ich habe mein zeugnis vom amt nutzt alles nichts wenn die leute nicht dran glauben sprach der geistliche auf den glauben kommt es an im großen wie im kleinen zu deiner ewigen seligkeit brauchst du den glauben an gott zu deiner wohlfahrt hier auf erden brauchst du den glauben der menschen an dich wär freilich gut du willst sagen es wäre gut wenn du ihn erwerben könntest willst du so sagen ja so bemühe dich du hast einen besseren weg schon eingeschlagen und muß nur trachten auf ihm vorwärts zu kommen ohne stütze jedoch wird das kaum gehen die wirst du noch lange brauchen bis jetzt war der herr lehrer deine stütze wird es aber nicht mehr lang sein können wie warum warum nicht mehr lang weil er versetzt werden wird an eine andere schule versetzt rief pavel in bestürzung wahrscheinlich einen augenblick sah der pfarrer ihm fest ins gesicht dann sprach er mehr als wahrscheinlich gewiß mache dich darauf gefasst und überlege an wen du dich wenden kannst wenn der lehrer fortgeht zu wem du in diesem falle sagen kannst ich bitte nehmen sie sich jetzt meiner an nach einer pause in welcher pavel wie weit nicht dort vor ihm stand wurde der pfarrer fort aufrichtig müht sich für den ungeschlachten burschen dem sein ganzer mensch widerstrebte wenigstens die teilnahme des seelsorgers abzuringen überleg's ist niemand da zu dem du ein vertrauen fassen und so sprechen könntest er mußte die frage wiederholen ehe sie beantwortet wurde und dann geschah es mit einem so entschiedenen niemand daß der priester es vorläufig nicht unternahm diese feste überzeugung zu erschüttern er räusperte sich abermals so so sagte er niemand das ist ja schlimm denk aber doch ein wenig nach vielleicht fällt dir doch noch jemand ein er lehnte sich wieder an den baum zurück sah wieder ins weite und schloss du kannst nach hause gehen kannst auch dem lehrer sagen dass ich ihn vermutlich gegen abend besuchen werde pavel entfernte sich verwirrt in halber betäubung als ob er einen schlag auf den kopf bekommen hätte daheim fand er den lehrer in der stube am tische sitzend vor seinem buche mit der von süßem schmerz verklärten miene die er immer annahm wenn es sich in diese geliebten blätter versenkte pavel nahm platz ihm gegenüber und betrachtete ihn mit unendlich gespannter aufmerksamkeit lange wagte er nicht ihn zu stören endlich aber brach er ohne seinen willen gegen seinen willen in die worte aus herr lehrer was muß ich von ihnen hören kaum hatte er diese vorwurfsvolle frage ausgesprochen als sein schrecken über die wirkung die er vorgebracht hatte ihn erfasste habrecht war aschfahl geworden seine augen verschleierten sich sein unterkiefer hing herab und zitterte vergeblich bemühte er sich zu sprechen brachte nur ein unzusammenhängendes gestotter hervor nach atem ringend focht er mit den händen in der luft und sank unter ächzen und stöhnen auf seinen sessel zurück pavel aber der noch nie einen menschen sterben gesehen hatte und meinte das ginge viel leichter als es in wahrheit geht sprang auf warf sich auf die knie und beschwor ein hände ringend sterben sie nicht herr lehrer sterben sie nicht ein mattes lächeln stahl sich über habrechts gesicht unsinn sagte er nicht von sterben ist die rede sondern von dem was du von mir gehört hast beichte befahl er richtete sich auf und rollte fürchterlich die augen was war's wie lautet der unsinn o vermalle deiter unsinn kein vernünftiger glaubt ihn und doch lebt er vom glauben kugel zuweiter im dunkel in der tiefe sie zählen sich an den fingern her diejenigen die selbst nicht mitzählen was hast du gehört sprich er zog pavel in die höhe und rüttelte ihn als der verblüffte bursche jedoch anfangen wollte zu reden preßte er die hand auf seinen mund und gebot ihm schweigen was käme heraus was ich weiß im vornhinein zum ekel was mich nicht schlafen läßt schweig rief er ich will einmal reden ich elender lügner ich will die wahrheit sagen ich armer zöllner will sie dir dem armen zöllner sagen setz dich hör mir zu beug dein haupt wenn es auch nur eine klägliche geschichte ist und die geschichte einer jämmerlichen torheit sie ist doch heilig denn sie ist wahr er ging zum wasserkrug trank in langen zügen und begann dann leise und hastig von den tagen zu sprechen in denen er jung gewesen ein lehrersohn und gehilfe seines kränklichen vaters durch begabung und verhältnisse durch alles was natürlich und vernünftig ist bestimmt eins zu werden was jener war in seinem herzen aber kochte der ehrgeiz prickelte die eitelkeit diese üblen berater lenkten seine sehnsucht weit ab vom leichten erreichbaren spiegelten ihm ein hohes ziel als das einzig erstrebenswerte vor die zukunft eines großen professors in der großen stadt die träumte er für sich und sein schwacher vater für ihn und dieses schattengebilde der zukunft es lebte und nährte sich vom fleisch und blut der wirklichkeit von der kraft der gesundheit dem schlaf der jugend wie lange kann eine an beiden enden angezündete fackel brennen kein mensch vermag ungestraft zwei menschen zugleich bei tag ein lehrer und bei nacht ein student zu sein als der erste noch jung als der zweite doch schon recht alt der mit entsetzlicher geschwindigkeit verrannte zeit die er für seine zwecke nur zur hälfte ausnutzen durfte eines morgens brach er an der tür der schulstube zusammen wie aus der ferne hörte er noch einen zitternden klageruf sah wie durch dichten nebel ein vielgeliebtes geißen antlitz sich zu ihm neigen dann war es stille und dunkelheit und wohltuend überkam ihn das gefühl einer tiefen bleiernden ruhe lange zeit verging habrecht lag dahin anfangs in wirren fieberträumen später in dumfer bewusstlosigkeit man hielt ihn für tot legte ihn in den sarg und trug ihn in die leichenkammer dort erwachte er seine rücke ins leben erregte nur entsetzen sich ihrer zu freuen war niemand mehr da seinen vater hatten schrecken und kram getötet der schlief schon seit ein paar tagen unter dem friedhofsrasen und lieber hätte der widerstandene sich neben ihn gebettet als daß er ein gebrochener mann den kampf mit dem leben von neuem aufnehmen sollte an eine fortsetzung seiner studien war nicht zu denken habrecht bewarb sich um die stelle die sein vater begleitet hatte sie wurde ihm zuteil zur unzufriedenheit der dorfbewohnerschaft daß einer der drei tage tot war wieder lebendig wird das ist man mag es nehmen wie man will eine unheimliche sache wo hat sich seine seele aufgehalten während dieser drei tage aus welchem grauenhaften bereich kommt sie zurück sagten sie die seltsamsten gerüchte begannen sich zu verbreiten das märchen vom aufenthalt des schulmeisters in der vorhöhle entstand und er ließ es gelten er war ein armer zugrunde gerichteter mann der gefürchtet hatte sich kaum bei den schulkinder in respekt setzen zu können und dem es schmeichelte als er nun bemerkte daß es sogar den erwachsenen scheu einflößte und daß nicht leicht jemand ihm zu widerzusprechen oder zu handeln wagte seinen edlen ehrgeiz zu befriedigen war ihm die möglichkeit genommen ein falscher ehrgeiz bemächtigte sich seiner und er griff zu dessen sättigung unlautere mittel er nährte den wahn dem zu bekämpfen seine pflicht gewesen wäre er ein lehrer ein verbreiteter wahrheit auf erden ein streit der wieder den irrtum er unterstützte die lüge die dummheit den feind er war ein stiller verräter an der eigenen sache er hielt das vorteil aufrecht weil seine eitelkeit dabei ihre rechnung fand der pfarrer der ihn durchschaute rügte sein tun sein eigenes gewissen warf ihm das unrecht vor er beschloss es nicht mehr zu begehen er fasste den vorsatz und dachte ihn leicht auszuführen indessen siehe da was mußte er kennen der wahn den er früher unterstützt hatte und nun austilgen wollte war nicht mehr auszutilgen nicht in kurzer nicht in langer zeit nicht mit kleiner und nicht mit großer mühe ich habe dem unverstand das hölzchen geworfen rief er aus und er hat eine keule daraus gemacht mit der er mich trischt ich habe mit schlangen gespielt und wie ich einsehe dass ich frevel treibe und aufhören will ist zu spät und ich bin unrettbar und singelt von peinlicher unruhe gejagt begann er seine gewohnten wanderungen durch das zimmer wär ich doch ein aufrechter verbrecher ein mörder meinetwegen ein ehrlicher mörder und nicht die verlogene kreatur die ich bin bin denn man wird's nicht los die falsche hat hat sich hineingefressen in den menschen und regiert ihn gegen seinen willen das ist fürchterlich wahr sein wollen und nicht mehr können er blieb vor pavl stehen packte ihn an beiden armen und rüttelte ihn du wirst es auch erfahren wenn du dich nicht änderst ändere dich du kannst es noch was soll ich tun fragte pavl nicht lügen nichts von dir aussagen was du nicht für wahr hältst im guten nicht denn das ist niederträchtig im bösen nicht denn das ist dumm du machst dich zum knecht eines jeden den du belügst und wäre er zehnmal schlechter und geringer als du ich weiß was du willst dich trotzig zeigen steuereinflößen warte nur bis der tag der umkehr kommt er kommt bei dir er bricht schon an warte nur wenn du einmal grauen empfinden wirst vor dir selbst herr lehrer unterbrach ihn pavl seien sie ruhig es klopft jemand habrecht fuhr zusammen klopft was wer ah hochwürden der geistliche war eingetreten ich habe dreimal geklopft sagte er aber sie haben nicht gehört sie haben so laut gesprochen seine klugen scharfen augen richteten sich prüfend auf den durch sein unerwartetes erscheinen in bestürzung versetzten lehrer hochwürden wie schön ist es gefällig einen sessel pavl einen sessel stammelte harbrecht und eilte zum tisch an den er die zitternden weine lehnte und über den er wie beschützend die gebundenen arme erhob mit einer selbstverräterischen ungeschicklichkeit die ihresgleichen suchte lenkte er die aufmerksamkeit des priesters auf das was er ihr um jeden preis hätte entziehen mögen auf das offen daliegende buch der pfarrer trat ihm gegenüber schlug bevor harbrecht es hindern konnte das titelblatt auf und von seinem platze aus ohne das buch zu wenden las er mit schrecken mit abscheu mit gram titi lucretii carri di rerum natura er zog die hand zurück rieb sie heftig am rock ab und rief lucretz o herr lehrer o und harbrecht ringend in seelenqual sammelte sich mühsam langsam zu einer lüge zufall stotterte er zufällig übrig geblieben das büchlein aus der zeit der philologischen studien zufällig jetzt zum forschern gekommen wünsche es hoffe es müßte sie sonst bedauern entgegnete der geistliche der nicht los ließ aus dem bann seines blickes und sie hätten recht der sie einen himmel haben und ihn jedem verheißen können der da kommt sich bei ihnen trost zu holen brach harbrecht aus als der priester ihn verlassen hatte nahm er den zerlesenen band liebkos ihn wie etwas lebendiges und barg ihn an seiner brust seinen mit stets erneuter wonne genossenen stets verleugneten freund tafel baute rüstig an seinem haus fort und es wurde fertig allen hemmnissen zum trotz welche der mutwille und die pose der sahnen um seinem erbauer die beendigung des anspruchslosen werkes zu erschweren da stand es nun mit moos und stroh bedeckt sehr niedrig und sehr schief aus den drei kleinen fenstern guckte die armut heraus doch wer unsichtbare inschriften zu lesen verstand der las über der schmalen tür durch mich geht der fleiß ein der diese armut besiegen wird vorläufig war die schaluppe der gegenstand des spottes eines jeden den sein weg vorbeiführte pafel ließ sich aber die freude an seinem häuschen nicht verderben sondern ging wohlgemut an dessen innere einrichtung er hatte einen herd gebaut und einen bescheidenen brettervorrat gekauft um diesen mit ihm zu durchmustern fand der schullehrer sich ein sie hielten beratung drehten jedes brett wohl zehnmal um und überlegten wie es am besten zu verwenden wäre plötzlich hob pavel den kopf und horchte das langsame rollen eines schweren wagens die anhöhe herauf ließ sich vernehmen die frau baronin kommt rief pavel sie hat mein haus noch nicht gesehen was wird sie sagen wenn sie sieht daß ich ein haus habe in der that kannte die baronin pavels bauwerk noch nicht die spazierfahrten der alten dame lenkten sich regelmäßig nach einer anderen richtung den schlechten steilen weg durch das dorf kam sie nur einmal im jahre gefahren meistens zur herbstzeit wenn sie ihren alten pensionierten förster im jägerhaus droben besuchte das war heute und wäre wohl öfters der fall gewesen ohne die gründe die matthias der bediente immer anzuführen wußte um von dem ausflug nach dem jägerhaus abzuraten der grund dem alle diese gründe lieferte war der daß er an der gicht in den beinen litt ungern zu fuße ging und recht gut wußte daß es am ende des dorfes wo die jähre steigung begann heißen würde steig ab matthias du bist zu dick die armen pferde können dich nicht schleppen als pavel das nahe des wagens bemerkte war matthias soeben vom bock herab befohlen worden er schritt verdrießlich hinter der großen kaläsche einher und die baronin saß in derselben ebenfalls verdrießlich sie ärgerte sich über den buckel den ihr kutscher machte und schloss daraus auf einen mangel an respekt indes derselbe nur die folge der lassenden jahre war die gebieterin sagte leise vor sich hin dass die leute heutzutage nicht mehr gerade sitzen können was das für eine manier ist eine rechte stand wenn sich einer gar nicht zusammen nehmen kann sie selbst saß aufrecht wie eine kerze und streckte sich so viel sie konnte um mit gutem beispiel voranzugehen was freilich unter den gegebenen umständen wenig nützte dabei blickte sie lebhaft und neugierig umher durch die große brille die sie bei ihren ausfahrten aufzusetzen pflegte bei der sandgrube angelangt wurde sie die neue hütte gewahr welche sich dort erhob und rief matthias er hat denn da einen stall gebaut was ist denn das für ein stall matthias beschleunigte seine schritte nahm den hut ab und antwortete das ist eine schluppen was der tausend wer hat sich denn die gebaut matthias lächelte verächtlich die hat sich ja der pavel gebaut der hollub gott bewahr einen der baut häuser ja fuhr matthias fort und legte vertraulich die hand auf den wagenschlag für die mutter heißt's daß die wo unterschlupfen kann wenn sie herauskommt aus dem zuchthaus wird ein raubnest werden ist noch gut daß es so frei steht und so weit draußen aus dem dorf während dieses gesprächs war die equipage vor dem hüttchen angelangt von dem sie nur noch der weg rein und der raum trennte auf dem pavel seine bretter ausgelegt hatte die baronin befahl dem kutscher ordentlich zu hemmen und anzuhalten sie beugte sich aus dem wagen und fragte was sind denn das für bretter habrecht trat heran und begrüßte die gnädige frau sieh da sprach diese der lehrer das ist schön da können sie mir gleich sagen was das für bretter sind aus der herrschaftlichen brettmühle euer gnaden und wie kommen sie denn hierher als eigentum des pavel hollub der sie gekauft hat gekauft entgegnete die baronin das ist schwer zu glauben daß der etwas gekauft haben soll pavel hatte sich bisher regungslos hinter dem schulmeister gehalten bei den letzten worten der gnädigen frau fuhr er auf warnte sich sprang in die hütte und kam gleich darauf wieder zurück einen bogen papier in der hand halten den er ohne ein wort zu sprechen der baronin überreichte was ist das fragte sie was bringt er mir da die saldierte rechnung über die gekauften bretter antwortete habrecht an denen die frage gerichtet war so der kauft ein und bezahlt rechnungen woher nimmt er das geld dazu ich habe gehört dass er einen beutel voll geld gestohlen hat eine alte geschichte euer gnaden die nicht einmal wahr gewesen ist als sie noch neu war ich weiß schon sie nehmen immer seine partei ihrer meinung nach habe ich immer unrecht gegen einen schlechten menschen er ist nicht mehr schlecht die zeiten sind vorbei euer gnaden können mir glauben warum spricht er denn nicht selbst warum steht er denn da wie das leibhaftige böse gewissen entschuldige dich sprach die alte dame sich an pavel richtend sag etwas bitte um etwas wenn ich gewusst hätte dass du ein haus baust und bretter brauchst hätte ich sie dir geschenkt kannst du nicht bitten weißt du nichts um was du mich bitten möchtest jetzt erhob pavel seine augen zu der alten frau zagend zweifelnd blickte er sie an ob etwas zu bitten habe fragte sie nicht mehr nachdem diese düsteren augen sie angeblickt und sie in ihnen eine so kummervolle so unaussprechlich tiefe sehnsucht gelesen hatte was möchtest du also sagte sie so rede pavel zögerte einen augenblick nahm sich zusammen und antwortete ziemlich deutlich und fest ich möchte die frau baronin bitten dass sie meiner schwester milada schreibt sie möchte mir erlauben sie zu besuchen ungeduldig wackelte die baronin mit dem kopfe das kann ich nicht tun da mische ich mich nicht ein das ist die sache der klosterfrauen zu milada darf man nicht ohne weiteres hinlaufen so oft es einem einfällt ich darf's auch nicht milada gehört nicht mehr uns sondern dem himmel der mensch richtete sie sich wieder an harbrecht spricht auch immer dasselbe ich begreife nicht wie man sagen kann daß es sich geändert hat und jetzt fahren wir adieu vorwärts jakob der wagen setzte sich in bewegung war jedoch kaum ein stückchen weitergerollt als die baronin abermals halt zu machen befahl harbrecht herbei winkte und fragte was ist denn mit dem neuen schullehrer warum kommt er nicht er hat sich ja heute vorstellen sollen morgen euer gnaden wenn ich bitten darf wieso morgen ist denn heute nicht mittwoch ich bitte um verzeihung heute ist dienstag dienstag das ist etwas anderes ich habe schon geglaubt der jüngling der vermutlich ein gelehrter flegel sein wird findet es überflüssig der gutsbesitzerin seinen kratzfuß zu machen und wann reisen denn sie schullehrer nächste woche euer gnaden recht schade recht schade um sie es kommt nichts besseres nach sprach die baronin und fuhr harbrecht hultvoll grüßend davon als der lehrer sich nach pavel umsah stand dieser unbeweglich und feuerrot im gesicht so ist es doch wahr fragte er so mühsam schluckend als ob ihm die kehle zugeschnürt wurde sie gehen fort das heißt ich komme fort erwiderte harbrecht zügernd ich bin versetzt worden weit weg ziemlich wissen sie das schon lang herr lehrer dass sie versetzt worden sind lang nicht lang wie man es nimmt warum haben sie es mir nicht gesagt wozu hast du es nicht ohnehin erfahren aber nicht glauben wollen die meinen pfarrern nicht und den andern schon gar nicht wenn es ist habe ich mir gedacht werden sie es mir schon selbst sagen er vermochte nicht weiter zu sprechen der anblick von pavels schmerzvoller bestürzung schnitt seinem alten freund in die seele aber wollte sich nichts davon merken lassen gönn mir mein glück rief er nach einigen augenblicken des schweigens plötzlich aus denk nur ich komme unter lauter fremde menschen schaut mich einer an schau ich ihn wieder an ganz ruhig fällt mir nicht ein zu fragen was hast du von mir gehört was mutest du mir unheimliches zu die achtung die ich zu verdienen verstehe werde ich haben und genießen die höchste achtung denn wie ein engel will ich sein wie ein heiliger und sogar die schlechten kerle werden zugeben müssen das ist einmal ein braver lehrer so wird es dort sein während hier er preßte die hände an beide schläfen und stöhnte herzzerreißend ein beispiel fuhr fort ich werde dir ein beispiel geben wie es hier ist und wie es dort sein wird denk dir eine große tafel schneeweiß die hätt ich mit edlen zeichen beschreiben sollen aber statt dessen hab ich dereinst die reine tafel bekritzelt und beschmiert und wenn ich jetzt tun will wie ich soll und schöne buckstaben zeichnen kann ich's nicht so ohne weiteres das tolle zeug das schon dasteht muß erst weggeputzt werden oh wie schwer nein unmöglich und wenn ich auch meine es ist ausgetilgt und keine spur mehr vorhanden hinter meinen sorgfältig gemalten lettern kommt es doch wieder zum vorschein blasser von jahr zu jahr ja vielleicht was hilft's dafür ist mein auge empfindlicher geworden und der eindruck bleibt sich gleich verstehst du mich das wird nun alles anders drüben in der neuen heimat ist die tafel blank wie sie es von anfang an gewesen als sie mir anvertraut wurde die tafel ist der ruf verstehst du oder nicht unglücksmensch mir scheint du verstehst kein wort pavel wehrte sich nicht gegen diesen verdacht ihn beschäftigten andere gedanken und plötzlich rief er ich weiß was ich tu ich geh mit ihnen das lasst er dir nicht einfallen fuhr habrecht heraus setzte er aber um die schonungslosigkeit seine abwehr zu vermindern erklärend hinzu was würde aus deiner mutter wenn sie dich nicht fände bei ihrer rückkehr sie kann uns ja nachziehen wenn sie will entgegnete pavel und zupfte an seinen lippen wie kinder in der verlegenheit tun und wie einem kinder sprach habrecht ihm zu sich zu fügen zu bleiben wo er war gab ihm gründe dafür an und schloß ungeduldig als pavel zu allem den kopf verschüttelte endlich woher deine mutter kommt von der ich übrigens nicht schlechtes glaube hätten die leute bald weg und würden fragen was für einen anhang bringt uns der lehrer ins dorf das kann nicht sein du musst es selbst einsehen bescheide dich damit warnte er sich und indem er den schweiß abtrocknete der ihm trotz der herbstlichen kühle auf der stirn perlte trat er eilends die flucht an um mit weiligen neuen vorschlägen pavels zu entrinnen er hatte solche nicht zu fürchten gebraucht der bursche brachte das gespräch nicht mehr auf die immer näher heranrückende trennung wurde nur stiller trauriger führte aber sein arbeitsvolles leben fort und suchte die gesellschaft seines gönners nicht öfter auf als zu jeder anderen zeit und habrecht mit dem egoismus des kranken der keine sorge aufkommen läßt als sie um seine genesung wollte nichts wissen von dem kampf der sich hinter pavels anscheinender ruhe verbarg wollte nichts wissen von einem leid dem abzuhelfen ihm unmöglich gewesen wäre geschieht mußte einmal sein es geschah am besten klaglos übrigens vergaß habrecht seine schützung beinahe über den vertruß den sein nachfolger ihm bereitete dieser junge mann herr georg mnadeck war einige tage später eingetroffen als er erwartet worden hatte sich an der verwunderung ergötzt die habrecht darüber äußerte und auf die zumutung ins schloss zu gehen um der frau baronin seine aufwertung zu machen geantwortet recht gern wenn sie jung und schön ist sonst habe ich mit baroninnen nichts zu tun und auf ihren schlössern nichts zu suchen aber meinte habrecht die höflichkeit gebietet nicht jedem ich zum beispiel bin ohne vorurteile er tat sich darauf etwas zugute fast so arm zu sein wie job und ganz so stolz wie diogenes bezog die schule an der spitze eines koffers eines feldbettes eines tisches eines sessels fand sich für den anfang genügend versorgt und dankte ablehnend für die bereitwilligkeit mit welcher sein vorfahr im amte ihm einiges hausgerät zur verfügung stellen wollte so wanderte den habrechts mobiliar in die hütte an der sandgrube vom volksmund schlechtweg die grubenhütte getauft und nahm sich dort ordentlich stattlich aus erregte auch vielfachen neid die leute fanden habrechts großmut gegen pavel unbegreiflich und kaum zu verzeihen mladeck aber machte sich über das verhältnis zwischen den beiden seine eigenen gedanken und hatte keinen grund dieselben dem kollega zu verheimlichen am vorabend des für habrechts abreise bestimmten tages suchte er ihn auf und fand ihn in der schulstube wo er am fenster stehen in ungeduldiger erwartung auf die straße blickte als der eintrittete ihn anrief sah harbrecht sich um und sprach sie sind's gut gut das sie sind's es ist mir lieb daß es kein anderer ist welcher anderer denn nun der pavel wissen sie aufrichtig gestanden ich beabsichtige mich heute schon und zwar ohne abschied davon zu machen des burschen wegen ich gehe freudig von hier fort kann's nicht verbergen und das tut ihm weh so habe ich mich bei der frau baronin und beim herrn pfarrer empfohlen und fahre ab bevor pavel nach hause kommt habe mir ein wegelchen bestellt drüben an die gittertür es sollte schon da sein er eilte wieder an das fenster und bog sich weit über die brüstung der wind zauste ihm die spärlichen haare in dünnen strähnen umflogen sich seinen scheitel und sein gesicht das so alt aussah und so wenig harmonierte mit der noch jugendlich schlanken und beweglichen gestalt er trug den schwarzen anzug den ihm sein vater zur letzten prüfung hatte machen lassen und der auf eine körperliche zunahme des besitzers berechnet die nie eintrat die hageren glieder in dem maße schlotternd umhing als das tuch fadenscheiniger und dessen falten weicher geworden waren nadeck musterte ihn durch die scharfen gläser des zwickers und sprach wie lang sind sie denn hier schulmeister gewesen einundzwanzig jahre und nach einundzwanzig jahren machen sie sich aus dem staub als ob sie etwas gestohlen hätten verderben den kindern die freude einer abschiedshuldigung und den erwachsenen die eines festessens und das alles um ihren pavlitschek nicht weinen zu sehen sonderbar es muß ein eigenes bewandtnis mit ihnen haben kollega wie habrecht erbleichte unter dem inquisitorischen blick der sich auf ihn richtete was für eine bewandtnis fragte er und die zunge klebte ihm am gaumen erschrecken sie doch nicht vor mir mir ist nichts menschliches fremd entgegnete mladeck voll überlegenheit aufrichtig kollega bekennen sie war die mutter ihres pavlitschek die übrigens jetzt im zuchthaus sitzen soll ein schönes weib habrecht begriff die bedeutung dieser frage nicht gleich als ihm jedoch klar wurde lachte er laut auf lachte immer munterer immer heller und rief in fröhlicher regung nein so etwas o sie kreuzköpferl sieh nein daß ich heute noch einen solchen spaß erlebe herr jesus was sie doch gescheit sind er brach in ein neues geleichte aus der krankhaft empfindliche mann den die leiseste anspielung auf einen durch ihn selbst erregten argwohn in allen seelentiefen verwundete fühlte sich durch den jeder veranlassung entbehrenden wie gereinigt kein lob keine schmeichelei hätte ihn so herzlich beglücken können wie seines nachfolgers falsche und nichtsnutzige vermutung es tat er bemerkte nicht dass er beleidigte mit seiner lustigkeit wurde förmlich übermütig und rief ich wollte sie hätten recht es wäre besser für den burschen aber sie haben nicht recht und sein vater ist wahrhaftig am galgen gestorben ein unglück für den sohn dass diesem als schuld angerechnet wird man muss ihn in schutz nehmen gegen die dummheit und bosheit ich hab's getan tun sie es auch versprechen sie mir das mlade knickte mit sauer süßer miene im innen aber blähte er sich giftig auf und dachte zum lohn dafür daß du mich seinetwegen verspottet hast das wird mir einfallen inzwischen vernahm man durch die nachmittagsstille das langsame heranrumpeln eines leiterwagens meine gelegenheit sprach habrecht hob das felleisen vom boden und lud es mit mladex hilfe auf seine schulter jede andere dienstleistung besonders das geleite zum wagen verbat er sich und eilte davon ohne einen blick zum wagen zurückzuwerfen nach der stätte seiner langjährigen tätigkeit keine regung der wehmut beschlich beim scheiden seine brust fahre rief er dem ihn begrüßenden bäuerlein zu und wenn dich jemand fragt wen du führst so sag einen bräutigam sag's getrost es ist schon mancher zur hochzeit gefahren der nicht so guter dinge war wie ich damit kletterte er in den wagen streckte sich der länge nach in das nicht aufgestreute stroh und kommandierte jauchzend hieee die dorfleute kamen an dem tag etwas früher als sonst vom felde zurück sie hatten eile ihre anstalten zum abschiedsfest für den lehrer zu treffen der schlot des wirtshauses qualmte bereits seit einigen stunden die ein wort mitzureden hatten gingen dem stand der dinge in der küche nachsehen andere hielten sich in der nähe um wenigstens den guten bratengeruch zu schnuppern der die luft ringsum zu erfüllen begann die buben sammelten sich schwarmweise und weil es ihnen bevorstand beim morgigen festzug eine gute weide friedlich in reih und glied zu wandeln entschädigten sie sich dafür und prügelten einander heute noch in aufgelöster ordnung gehörig durch in den häusern und vor den häusern flochten die mütter den mädchen die haare mit roten bändchen ein und in den steilen taten die bauernburschen dasselbe an mähnen ihrer rosse da entstanden eine unzahl dünner zöpflein so steif wie draht die den köpfen der mädchen und den hälsen der pferde etwas sehr nettes und gut gehaltenes gaben mit einem worte die vorbereitungen zur feierlichkeit waren im besten gange als sich die kunde von der stattgefundenen abreise habrechts verbreitete anfangs wollte niemand an dieselbe glauben erst als der bauer der den lehrer nach der eisenbahnstation gebracht von dort zurückkehrte und dessen herzliche abschiedsgrüße an die dorfbewohner bestellte mußte man wohl oder übel zu zweifeln aufhören nur pavel ließ sich als er nach vollbrachtem tagwerk heimkneide in seiner überzeugung habrecht sei da müsse noch da sein nicht irre machen er würdigte diejenigen die ihn deshalb verhöhnten keine antwort rief zur schule und trat ohne weiteres in die wohnstube in welcher am ladeg fand diesen fragte er kurz und barsch wo ist der herr lehrer ladeg der einen im briefe schrieb wandte den kopf da ist der herr lehrer sprach er auf sich selbst deutend und ohne anzuklopfen tritt man bei ihm nicht ein das merk dir du lümmel pavel stotterte eine entschuldigung und bat nun ihm zu sagen wo der frühere herr lehrer sei abgepatscht und auch du patsch ab lautete die antwort pavel schritt langsam die treppe hinab trat in das schulzimmer blieb dort eine weile stehen und wartete und als derjenige den er erwartete nicht kam ging er ins gärtchen indem er auf und ab wandelte auslugend horchend plötzlich schlug er sich vor die stirn dumm kopfte er wahr daß ihm das nicht früher eingefallen bei ihm in seinem hause befand sich der lehrer um ihm ihm ganz allein liebwohl zu sagen aufliebend mit der rasch abblühten hoffnung rannte er durchs dorf nach seiner hütte und rief bei der seiben angelangt hey lehrer keine antwort auch hier alles still und nun begriff pavel daß er seinen alten gönner vergeblich suchte in der mitte der stube stand der tisch an dem er so oft ihm gegenüber gesessen hatte sein dünnbeiniger lehnsessel davor und an der wand sein altersbrauner schrank der anblick dieser habseligkeiten schnitt pavel in die seele und reizte seinen zorn er schleuderte den sessel in die ecke und führte einen fußtritt gegen den tisch das er krachend umstürzte was brauchte pavel das zeug was brauchte erinnerungen an den den so treulos verlassen hatte fort fort sein einziger freund fort ohne nur gesagt zu haben behüt dich gott was für ein mensch war er denn daß er das vermochte besser tausendmal er wäre gestorben daß man an seinem sarge weinen könnte und denken bis zum letzten augenblicke hat er dich geliebt aber so entkleiden wie ein schatten das macht alle seine güte und freundschaft schattenhaft kapitel 13 von das gemeindekind von marie freifrau von ebner eschenbach diese liebe works aufnahme ist in der public domain zur schnittzeit in demselben jahre fand ein großes ereignis statt die gemeinde führte ein lang gehegtes vorhaben aus sie kaufte für ihre bisher von einem pferdegöpel betriebene trashmaschine ein lokomobil auf der eisenbahnstation wurde es abgeholt und zog sechsspännig mit blumen begrenzt ins dorf ein stolz schritten die bauern neben ihm es verdarb keinem die freude an der wertvollen erwerbung dass man nur die erste der zehn raten in welchen sie bezahlt werden sollte erlegt hatte und vorläufig noch nicht wusste woher das geld nehmen für die übrigen neuen unweit von pafels hütte lag frei auf der anhöhe das dorf beherrschend der hof des neugewählten bürgermeisters dort öffnete das lokomobil seine tätigkeit es dampfte und schnob und die mit ihm in verbindung gesetzte trashmaschine schlugte die dagereichten gaben und spie mit nie dagewesenen geschwindigkeit die ausgelösten körnlein aus und das zerknitterte stroh anfangs drängte sich viel publikum zu dem hübschen schauspiel allmählich jedoch ließ bei den meisten das interesse an dem ewigen einerlei nach und er hielt sich nur bei einem armen jungen unvermindert der wohl keine aussicht hatte die maschine jemals in seinem dienste zu beschäftigen nämlich bei pavel er hatte arbeit beim holzschlag im herrschaftlichen wald erhalten und machte auf dem gang dahin täglich einen kleinen umweg um den anblick des schnaubernden ungeheuers zu genießen dem er sich mit stillem staunen hingab bis es hieß mach daß du fortkommst wenn der einen die maschine wegschauen könnte er täts meinte der bürgermeister pavel ging nahm aber die erinnerung an die bewunderte mit sich und hatte ein deutlicheres bild von ihr im kopfe als die bauern die in ihrer nächsten nachbarschaft auf der bank an der scheune saßen und die hantierung der taglühner überwachten wohlgefällig sahen die eigentümer des getreides das eben gedroschen wurde zu und freuten sich wenn die fleißige maschine die arbeit in wenig tagen fertig brachte die ihnen monatelang zu tun gegeben hätte bald kam die frage zur beratung ob man nicht einen teil der vielen jetzt übrig gebliebenen zeit dem für den bauer so außerordentlich lockern vergnügen der jagd widmen solle im nächsten jahre lief der pachtkontrakt mit der herrschaft ab und dann gedachte man sich wohl zu überlegen ehe man ihn erneuern würde die sache wurde oft besprochen und fand in der gemeinde nur wenige gegner unter ihnen jedoch einen sehr einflussreichen und sehr entschiedenen nämlich peter aus lauter geiz behaupteten seine feinde ihn reue das geld für die jagdkarte für pulver und blei er ließ das gelten und erklärte er brauche sein geld zu was g'scheiterem nun höhnten die spötter regelmäßig bei ihm ginge eben alles in hafe auf für die kohlfuchsen daß die doch ein bißchen zu kräften kämen damit gelang es immer peter wild zu machen er setzte seinen ganzen stolz in seine pferdezucht die schon sein vater mit gutem glück betrieben und war kürzlich mit zwei kohlfüchsen zur brämierung von arbeitspferden gefahren deren anblick wie er oft geprahlt hatte die kommission umreißen und alle anwesenden pferde in den grund und boden schlagen müsse stattdessen hatte man ihn zurückkommen sehen ohne preis zornig und schimpfend über die kommission die zusammengesetzt gewesen sei aus lauter eseln im dorfe verspottete man ihn jeder wußte die kohlfüchse waren für arbeitspferde zu schwach befunden worden und nun setzte peter seinen kopf darauf sie zu den stärksten pferden weit und breit zu machen und hoffte nur auf die gelegenheit einen glänzenden beweis davon zu geben dass ihm dies gelungen sei der ersehnte augenblick schien endlich gekommen wenn die maschine am getreide des bürgermeisters und an dem der umgebung ihre schuldigkeit getan haben würde sollte sie im hof peters am unteren ende des dorfes aufgestellt werden und er hatte die zeit sie abzuholen kaum erwarten können an bestimmten tage das lokomobil war noch im gange erschien er schon mit seinem gesicht so aufgeblasen wie ein luftballon hinter ihm sein knecht der die angeschierten kohlfüchse am zügel führte was willst mit den pferden fragte der bürgermeister was bringst nicht ein paar tüchtige ochsen die pferde halten dir die maschine über den berg nicht zurück barosch und anton die eben dastanden einige jüngere leute und alle tatlöhner waren derselben meinung sogar pavel der mit einem auftrag vom förster an den bürgermeister geschickt worden erlaubte sich in gegenwart der notabilitäten den mund aufzutun und sagte und der maschine kann das größte unglück geschehen peter schob die kurze pfeife aus dem linken mundwinkel in den rechten und den hut weiter zurück ins gesicht spann ein befahl er kurz und gebieterisch dem knecht und zog den gäulen die strenge vor brücken warte rief der bürgermeister wirst doch so nicht fahren wirst doch früher das feuer herausnehmen lassen er öffnete die türe des kohlenbehälters und barisch näherte sich mit dem schüreisen aber peter donnerte hin an lass bleiben so wie sie da steht so zieh ihnen meine rossi fort schlug die türe des kohlenbehälters wieder zu half dem knecht einspannen und ergriff die leitseile und die peitsche Hü! ein mächtiger Schnalzer, die Pferde zogen an, sprangen zur Seite, sprangen in die Höhe und erst auf einen zweiten und dritten Schnalzer legten sie sich ins Geschirr, dass die Stränge krachten. Vom Fleck bewegt war die Maschine. Peter schrie, sein Knecht schrie, die Bauern und die Taglinger standen staunend, denn wirklich, die Kohlfüchse zogen das Lokomobil bis zum Ausgang des Hofes. Von hier an ging's von selbst. Sachte abwärts neigte sich der Weg und mündete breit auslaufend in die Dorfstraße. Auf dieser ward die Senkung jeher. Pafel lief hinzu und wollte die Räder sperren. Peter jedoch, völlig berauscht von Übermut und Prahersucht, stieß in ihn weg. »Ich brauch das nicht, rief er.« »Ich fahr ohne Sperr.« »Narrheit«, meinte Anton, weil es er doch immer steiler abwärts ginge und Peter lachte. Wenn auch, um so schneller würden seine Pferde laufen und er vermaß sich, die Maschine im Trab in seinen Hof zu führen. Die Verkündigung dieses Wagnises erregte Hohn und Neugier. Ein Hauptspaß war's doch, dem Kunststück zuzusehen. Nur Anton empfand ungemischten Unwillen, kreuzte die Hände mit einer bedauernden Gebärde und sprach, »Läßt sich nicht sagen. Wird schon sehen.« »Ihr werdet sehen. Ihr!« »Was meine Füchse können«, gab Peter zurück, ging in jeder Hand einen Zügel mit großen Schritten neben den Pferden her, rief aber nicht mehr »Hü!«, sondern »Ho, ho, ho!« Die Pferde hielten der gewaltigen Last wacker Stand, die hinter ihnen rasselte und tränkte. Sie krochen förmlich mit eingezogenen Kreuzen, die Köpfe gehoben, die Hälse starr, die Kummete hinaufgeschoben bis an die Kinnladen. Peter hing sich an die Leitseile, so fest er konnte. »Lass nur die Ross nicht ins Laufen kommen, um Gottes Willen nicht«, rief ihm sein Knecht über die Pferde hinüber zu, und er gab keine Antwort. Ihm gruselte er bereits beim Gedanken an seine Großsprecherei mit dem Trabfahren. Ein paar Schritte noch, dann kam die erste, quer über den Weg gezogene Wasserrinne. Auf die hoffte er. Da wird das schwere Unding einen kurzen Augenblick aufgehalten, da tun die Füchse einen Schnaufer. »Ho! Ho!« Ein Ruck, die Vorderräder fahren, in die Vertiefung, gleich darauf aber wieder heraus, und zu gleicher Zeit springt die, von Peter, so nachlässig zugeworfene Tür des Kohlenbehälters auf, und dessen Inhalt strömt den Pferden auf die Gruppen, auf die Sprunggelenke. Sie werden wie rasend, kein Wunder. »Sperren! Sperren!« brüllt Peter nun. Es war viel zu spät. Es gab kein Halten mehr. Im Galopp ging's den Berg hinab. Die Maschine krachte und polterte, und Peter, in den Leihzeilen verhängt, halblaufend, halbgeschleift, stürzte nebenher. Ein heulender Schwarm folgte ihm nach, andere standen in Gruppen wie angenagelt auf dem Fleck. Deutlich sah jeder vor Augen, was im nächsten Moment geschehen mußte. Der abschüssige Weg bildete eine zweite, tiefere Rinne und führte dann um die Ecke an der Planke des Wirtshausgartens und an der ihr gegenüberliegenden Mauer, die den Hof Peters einfasste, vorbei, in deren großen Torbogen noch einzulenken, die reine Unmöglichkeit war. Wie die Pferde links hinjagen, wie die Maschine sich links überneigt, schon im Sturze begriffen, gibt's nichts anderes als das Zusammenbrechen in dem Graben. Und dem Peter, dem Gnadegott, der geht hinüber ohne Absolution, der wird zerquett zwischen Planke und Maschine. Alle wußten es, alle starrten auf den Fleck hin, auf dem das Ereignis sich vollziehen sollte. Einige erhoben ein rasendes Geschrei, diese fluchten, jener stickte der Laut in der Kehle. Jeder hatte eine andere an Ausdruck für seine Spannung, seine Angst, vereinzelte Scheu sogar ein sinnlos wieherndes Gelächter. Dass etwas geschehen könne, um das Unglück zu verhindern, fiel keinem ein. Und wie die Leute so durcheinander liefen oder dastanden und die Hände über dem Kopf zusammenschlugen, sahen sie auf einmal Pavel wie einen geschleuderten Stein auf die Planke zuspringen, den Eckpfeiler ergreifen und rütteln. Ein Rätsel, ein Wunder, wie ihm der Einfall gekommen war. Zwischen Planke und Maschine muß Peter zerquetscht werden. Wenn keine Planke da wäre, würde er nicht zerquetscht. Fort, also mit der Planke. Alles geschah zugleich. Der Athletenstärke des Burschen wich der Pfeiler, sank, riss ein Stück von der Planke mit und zugleich tat das Lokomobil seinen schweren Sturz. Rauch dampfte, Staub wirbelte, Pferdefüße forerten aus in die Luft. Männer und Frauen und kecke Kinder drängten heran. Ein paar alte Weiber, die von Peter nicht das Mindeste wieder sehen noch hören konnten, stritten darüber, ob ihm beide Arme oder beide Füße abgeschlagen seien. Wenn nur ihr nichts abgeschlagen ist, seufzte der neue Bürgermeister und meinte die Maschine und sprach damit die Empfindung der meisten anwesenden Männer aus. Eine allgemeine, sehr lebhafte Besorgnis um das gemeinsame Eigentum äußerte sich und mit ihr zugleich der Gräuel gegen denjenigen, der es leichtsinnig gefährdet hatte. Peter war blutend und zerschunden unter dem Lokomobil hervorgezehrt und auf die Beine gestellt worden. Doch kümmerte sich niemand darum, dass er wieder hinfiel und als er ganz heiß erkeuchte, »Die Roß, helft Ihnen!«, stieg der Unwille. Wenig fehlte und er hätte Prügel gekriegt. Pavla aber dachte, »Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre er jetzt hin«, und dabei ergriff ihn eine selbstgefällige Rührung und eine Art Wohlwollen für seinen schlimmsten Feind. Er trat zu ihm, und als er bemerkte, dass ihm Blut aus dem Munde floss, wasste er ihn unter die Schultern und zog ihn ein Stück weiter, um seinen herabgesunkenen Kopf auf einer kleinen Erhöhung des Rasens zu betten. Plötzlich aber, und sehr unsanft, ließ er ihn niederfallen. Ein durchdringender Schrei hatte sein Orge gellt. »Die Winska«, durchzuckte es ihn, »der Teufel führt sie jetzt her! Die Winska!« Sie war's. Sie hatte Peters Abwesenheit zu einem Besuch bei ihrem Vater genützt und kaum aus der Hütte getreten, den Lärm auf der Straße gehört und die Leute von allen Seiten in der Richtung nach ihrem Hause zustürzen gesehen. Von Angst erfasst, war sie quer durchs Dorf, war durch den Wirtshausgarten gelaufen, und das Erste, was sie dort erblickte, das war ihr Mann, mit Blut überströmt im Gras liegend und Pavel über ihn gebeugt, unverletzt. Ein wilder Verdacht loderte, besinnungsraubend, tollmachend in ihr auf. »Schurk, das hast du getan!« rief sie, ballte die Faust und schlug Pavel, der stumm und erschreckt zu ihr empor schaute ins Gesicht. Da mäßigte Anton den Eifer, mit dem er geholfen hatte, die Füchse aus den Strängen zu wickeln, wandte sich und sprach gelassen, »nicht schimpfen! Lieber bedanken! Wenn er nicht zugegriffen hätte, hättest du jetzt einen Mann so dünn wie ein lebzeltner Reiter!« Die Äußerung erweckte Heiterkeit, nur Winska achtete ihrer nicht, wußte überhaupt nichts von dem, was um sie her vorging. Sie hatte sich neben Peter auf den Boden geworfen und war in Schluchzen ausgebrochen. Pavel stand langsam auf von seinen Knien, starren Blickers schaute er zu, wie sie den Verwundeten herzte und küßte, mit Fieberschauern hörte er zu, wie sie ihn beschwor, nicht zu sterben, und den rohen Gesellen ihr treues Seelchen nannte, ihr Glück, ihr Leben, ihr eines und alles. Leidenschaftlich glühten Pavels Augen sie an, ein weißer Rand bildete sich um seine fest aufeinandergepressten Lippen, und zwischen den dichten Brauen und auf der Stirn ballte sich's zusammen, ein Gewitter von finsteren, qualvollen Gedanken. Endlich, mit einem heftigen Rucke, kehrte er sich ab von dem Schauspiel, das ihn festhielt und ihn folterte, und ging und half mit beim Aufrichten des Lokomobils. Als das mit schwerer Mühe vollbracht war, und Anton die Ansicht äußerte, die Maschine sei Gottlob, ohne Schaden davongekommen und könne gleich wieder in Gang gebracht werden, schüttelte Pavel den Kopf, und auf die, das Schieberventil führende Stange deutend, sprach er, »Wird schwerlich gehen, seht ihr nicht, dass der Stange verbogen ist?« Der Schmied schüttelte auch den Kopf, zog den von einem spärlichen, staubfarbigen, Bartgestrüpp umwachsenen Mund verächtlich in die Breite, und antwortete, »Wenn was verbogen sei, werde er's schon sehen, und wenn was fehle, werde er's schon machen.« Nun entrichtete Pavel seine bisher noch unbestellte Botschaft des Försters an den Bürgermeister und ging dann zurück in den Wald, wo über seine Arbeit herfiel wie der Löwe, über seine Beute. So oft er die Hacke hob und niedersausen ließ, war es, als ob er seine ganze Kraft sammeln und in einem Hiebe ausgeben wollte. Die Holzhauer vom Fache stellten wiederholt die eigene Tätigkeit ein, um der dieses Dilettanten mit spöttischer Missgunst zuzusehen. Der Führer der Partie, in welche Pavel eingereiht worden, der rohe Hanusch, machte ihm die Bemerkung, »Zerreiß dich, wenn's dich freut, deswegen kriegst du um keinen Kreuzer mehr bezahlt als ein anderer.« Indessen war es doch nicht lauter Unzufriedenheit, die er erweckte. Am Ende der Woche, da er mit seinen Genossen zur Auszahlung zum Förster kam, hatte dieser ein paar freundliche Worte für ihn, trug auch dem Heger auf, den arbeitswütigen Kerl im Auge zu behalten und ihm bei nächster Gelegenheit den Vorzug vor allen übrigen Taglöhnern zu geben. Bald darauf, am 1. September, dem Tage des heiligen Egidius, feierte die Kirche in Soleschau ihr Fest. Alles war, wie es immer gewesen. Die Marktbuden standen auf dem gewohnten Plätzen, die ganze Einwohnerschaft des Dorfes versammelte sich auf der Wiese zwischen der großen Rüster und dem Garten des Herrn Pfarrers. Die Frau Baronin, die sonst in jedem Wetter feindemütig zu Fuße zur Kirche huschte und wackelte, kam heute die 500 Schritte vom Schloss hergefahren, in höchster Stattlichkeit und Parade. Jakob und Matthias auf dem Bocke, ein Riesenexemplar der Leverraupe, gemahnend, in blauen Fracken mit gelben Längslinien über dem Rücken, mit gelben Westen und Aufschlägen, die gurkenförmige Schimmel in schweren, mit silberbeschlagenen Geschirren. Und im weitläufigen Schwimmer die kleine, alte, halbblinde Frau, die nach links und rechts grüßte auf gut Glück und manchem ihr unverschämt ins Gesicht starren Grobian mit freundlichem Kopfnicken dankte und manchen ehrbietigen Gruß unerwidert ließ, vor der Kirche angelangt, die doch ausstieg und in ein großes Gedränge geriet und sich in demselben ungemein tapfer hielt. Wie immer. Alles. Wie immer. Sie hörte jeden Klagenden, jeden Heischenden an, sie schrag vor keinem noch so bedenklichen Handkuss zurück, kein Bietender ging leer aus. Im schlimmsten Falle gab es eine schlagfertige Antwort und für diejenigen, die nichts wollten, als ihren Respekt bezeugen, einen Scherz, eine teilnahmende Erkundigung, die allerdings nicht immer an die rechte Adresse kam. Eine Unverheiratete wurde nach ihrem Kinder gefragt, ein junger Ehemann nach seinem Schatz, aber das schadete nicht. Erhöhte nur die fröhliche Stimmung, die sich unverhohlen äußern durfte. Die Gutsfrau liebte den Spaß und verziehen, sogar wenn auf ihre Kosten ging, weil sie sich im Grunde von den Leuten hoch geschätzt wusste, und das war ihre Stärke. Die Gutsfrau zweifelte nicht, dass die Leute sie betrogen und bestahlen, wo sie konnten, verziehen ihnen aber auch die Unredlichkeit, weil sie sich von ihnen geliebt wusste, und das war ihre Schwäche. Das erste läutende Scholl, der Pfarrer erschien an der Kirchentür in einer Wolke von Weihrauch, umringt von drei Assistenten. Heute wurde die Messe, wie Jakob sich kutschermäßig ausdrückte, vierspändig gelesen. »Weicht aus«, rief die Baronin in die Menge, »lasst mich zur Kirche gehen, ich muss ja für euch beten. »Wir tun's für euer Gnaden. Unsere Schuldigkeit, freiherrliche Gnaden«, sprachen die Leute und gaben Raum. Und die alte Frau ging auf den Geistlichen zu, der ihr das Weihwasser reichte, bekreuzte sich andächtig und verschwand in ihrem Oratorium. Alles wie immer. Außergewöhnlich war nur die Schönheit des Tages, an dem auch der verbissenste Wetterkritiker nichts auszusetzen gefunden hätte. Ein grüner Herbst war dem feuchten Sommer gefolgt, ein sonniger Herbst, der die reiche Ernte auf Feldern und Wiesen gemächlich und ohne Hindernis einzubringen gestattete. Alle Besitzenden waren in der besten Laune, die sich auf dem Markt in reger Kauflust äußerte. Frauen und Männer standen an dem Buden, prüften die Ware, feischten sie an. Abgeschlossen sollte der Handel erst nach der Messe werden. Zweites Leuten Hohe Zeit, auch für die Minderandächtigen, sich in ein schon halb gefülltes Gotteshaus zu begeben. Der Zug der Kirchengänger wird dichter. Die Männer schreiten vorbei am Pfarrersgarten, an dessen Einfassung wie vor sieben Jahren Pavel lehnt. Damals ein verwahrloster, zerlumpter Junge, heute ein gedrungener, kraftstrotzender Bursche, dessen Kleidung sich von der der anderen nur dadurch unterscheidet, dass sie besser sitzt und sorgfältiger gehalten ist. Nach den Männern kamen die Frauen. Pavel fühlte es in jedem Nerv, in jedem Blutstropfen. Nun kamen die Frauen. Er lehnte sich zurück an die Stakete, reutzte die Beine und nahm eine gleichgültige Miene an. Was kümmerten ihn, die an der Spitze gingen, die Mädel? Er hatte mit keiner etwas zu tun, hatte vielmehr für jede einzelne mehr Geringschätzung, als sie alle zusammen ihm gegenüber aufbrachten, die armen Gänse. Nach den Mädels kommen die Frauen, die Jungen zuerst und unter ihnen die eine. Die eine, deren Namen er nie mehr aussprechen, für die er blind und stumm sein will, von jetzt an bis zu seiner letzten Stunde. Was durch ihn für sie geschehen war, hatte er nie erwogen, nie überlegt. Es war eben getan worden, werkzeugsmäßig, unter einem übermächtigen Zwang, ohne klares Bewusstsein, ohne den Gedanken an einen Verdienst von seiner Seite, an eine Verpflichtung von der Ehren. Neulich aber, im Wirtshausgarten, als ihn angeklagt und beschimpft, da schwand das Dämmern, da schienen Licht und Schatten sich grell, da sagte er sich, was alles er für sie getan hatte, Unerhörtes, Ungeheures, und sie? Er rechnete zum ersten Male und schloss auch gleich die Rechnung ab. Es ist aus zwischen ihm und ihr, sie lebt für ihn nicht mehr, und dennoch fühlt er ihr nahen. Warum fühlt er's? Wenn es aus ist, er warf den Kopf zurück und hob den Blick empor zum höchsten Wipfel der Rüster und sah dort oben etwas, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Inmitten der grünen Zweige, der Blätterunendlichkeit, einen großen, himmelanragenden, abgestorbenen Ast. Der Anblick griff ihm ins Herz, als ob er an dem blühenden Leib eines geliebten Wesens das Zeichen schweren Sichtums entdeckt hätte. Wipfel dürr, der herrliche Baum Pavel, Pavel, hör mich an, sprach eine wohlbekannte Stimme, und er erzitterte, er fürchtete sich, vor sich. Wird es ihn wieder überkommen, das entsetzliche Gefühl, werden sie ihn wieder packen, die feurigen Krallen, ihm die Brust zusammenpressen und ihm den Atem rauben? Winsker wiederholte Pavel, hör mich an, ich habe dir Unrecht getan, verzeih mir. Sie sagte es freundlich, demütig, sie stand da und leistete Abbitte in Gegenwart aller, die mit ihr zugleich gekommen waren, unter denen niemand dem kleinen Auftritt eine so neugierige Aufmerksamkeit schenkte, als ein blondes, schlankes Kind, ein halber Fremdling im Orte, eine Erscheinung von solcher Lieblichkeit, dass sie sogar in diesem bedeutungsvollen Augenblick Pavels Aufmerksamkeit erweckte. Dich sollte ich kennen, dachte er, und er kannte sie wirklich. Er besann sich dessen. Es war dieselbe, die der einst, als er aufs Gericht geführt worden, das bitterste Hohenwort für ihn gefunden und den Stein geschleudert hatte, der jetzt unter seiner Türschwelle vergraben lag. Seit Jahren hatte man sie im Dorfe nicht mehr gesehen, sie sei im Dienst in der Stadt, hieß es, und nun war sie heimgekehrt und war schön wie die Madonna auf dem Altarbild. Pavel blickte abwechselnd sie an und Winska, und eine so ruhig wie die andere. O Wunder! O Glück! O Sieg! Keinen befreiten Gefangenen, keinen von schwerer Krankheit Genesen hatte Ursache zu beneiden. Er ist geheilt von der Krankheit dieser Liebe, er ist befreit von den Fesseln, die er gehaßt hatte. Er ist gesund und frei. Verzeih mir, bat Winska von Neuem, und er, mit wonnig genossener Gelassenheit, erwiderte, Laß gut sein, die Zeit ist vorbei, in der ich mir so was zu Herzen genommen hätte. Sie errötete, biss sich auf die Lippen und setzte ihren Weg weiter fort. Sie ging verwirrt mit der beschämenden Empfindung, dass ihr eine Macht geraubt worden war, die sie für unverlierbar gehalten hatte. Die Feine, die Blonde folgte ihr. Pafel aber stemmte beide Hände in die Seiten, wiegte sich übermütig in den Hüften und sprach vor sich hin, »Die Weiber, pfui, so nichts gut als zum Schlechten!« Ende von Kapitel 13, gelesen, von Juli Niedermeier. Kapitel 14 von Das Gemeindekind von Marie, Freifrau von Ebner-Eschenbach. Diese liebe works Aufnahme ist in der Public Domain. Peter ging es täglich besser. Er durfte widersprechen und durfte essen, was ihm schmeckte. Nur Schreien und Rauchen war ihm noch verboten. Während seiner Krankheit hatte er nicht aufgehört, sich zu fürchten. Im Anfang vor dem Sterben und später vor der Rechnung, die der Arzt ihm machen würde. Als dieser seine Besuche einstellte und die Rechnung nicht sofort schickte, ließ Peter sie abholen, aber nur, um ihr einen schnöden Empfang zu bereiten. Er legte sie auf den Tisch, setzte sich vor sich hin und begann, Posten für Posten, grimmig anzufeinden. Sein Weib schlich voll Besorgnis um ihn herum und bat ihn schüchtern, nicht so zu toben, worauf er es noch viel Ärger trieb, zu Fleiß, weil er doch sehen wollte, ob die Reparatur, die der alte Notenreißer an ihm vorgenommen und sich so unverschämt bezahlen lasse, wenigstens ordentlich gemacht sei. Es war ihm gelungen, sich völlig um sein bisschen Menschenverstand zu bringen und in den nicht mehr zurechnungsfähigen Zustand hineinzuärgern, in welchem ihn Winsker am liebsten vor der Begegnung mit fremden Leuten bewahrt hätte, als es an der Tür pochte und recht zur unguten Stunde der Wirth erschien. Er zog höflich den Hut und Winsker sah auf den ersten Blick, der will etwas, und zwar etwas nicht ganz Rechtmäßiges. Peter gab auf die Erkundung nach seinem Befinden, mit der der Besuch sich einführte, keine Antwort, schob, als jener sich neben ihn gesetzt hatte, ihm nur die Rechnung hin, schnaubte, da, und sah ihn von der Seite gespannt und erwartungsvoll an. Der Wirth versank in das Studium des Schriftstückes und nach einer Zeit, die zum Auswendiglernen desselben hingereicht hätte, sprach er, seine Worte mit einem Schlage der flachen Hand auf das Papier bekräftigend, »Das ist die Rechnung vom Doktor.« »Die Rechnung vom Doktor, vom Spitzbuben. Furchtbar überhalten hat mich der Lump.« »Kann's nicht finden,« erwiderte der Wirth. »Dich überhalten? So ein Sparmeister? Kommt nicht vor.« »Die Rechnungen sind in Ordnung, beide Rechnungen.« Die vom Doktor und, er lächelte, verlegen, griff in die Brusttasche und zog langsam ein gefaltetes Papier hervor, das er dem Peter hinhielt. »Und die meinige auch.« Peter fuhr zurück, wie vor einem Feuerbrand, und schrie aus Leibeskräften, »Rechnung?« »Was das zum Teufel für eine Rechnung sein könne, hätte er wissen mögen. Er hatte keinen Kreuzer Schulden im Wirtshaus. Er trank nie einen Tropfen, den er nicht so gleich bezahlte.« »Ja«, meinte der Wirth, als er endlich zu Worte kommen konnte. »Es handelte sich auch nicht um Tropfen, sondern um einen Zaun. Den Zaun seines Gartens nämlich, der bei Gelegenheit des Lokomobilsturzes zu Schaden gekommen war.« Nun geriet Peter völlig in Wut. Was in alle Wetter ging der Zaun ihn an? Wie konnte der Wirth sich erfrechen, ihm die Rechnung für den Zaun zu bringen? Dass der Zaun umgerissen worden, das war ja die Ursache des ganzen Unglückes gewesen. Es geschah in dem Augenblick, in dem der Peter just den Begriff gewesen, die Pferde wieder in die Hand zu kriegen. Er hatte sie schon. Ein Riß noch, und sie wären gestanden wie Mauern, und hätten die Wendung genommen ins Hoftor wie die Lämmer. »Freilich, wenn der Zaun umpoltert vor ihren Nasen, da werden solche Tiere scheu. Kühe sind's ja nicht.« »So war's«, Peter schwor es hoch und teuer, schwor auch, jeden, der es nicht einsehe, mittels Fußtritten davon zu überzeugen. In seiner Aufregung verließ er trotz Winskers Abmahnungen das Haus und begab sich mit dem Wirt an die Ecke von dessen Garten, um den Vorgang an Ort und Stelle ausführlichst zu demonstrieren. Sorgenvoll blickte sein Weib ihm nach. Sieben Wochen lang hatte er das Zimmer nicht verlassen und er nahm jetzt seinen ersten Ausgang an einem stürmischen Oktobertag im leichten Hausanzug, heiß vor Zorn und kreuchend vor Aufregung. Bis er rüber hörte sie ihn schreien. Als er den Zaun erblickt hatte, dessen Wiederaufstellung zu bezahlen ihm zugemutet wurde, war er in die Höhe gesprungen wie toll. »Was war denn das?« »Betrug! Schuftiger Betrug!« Nicht nur einfach aufgestellt, neu hergestellt war der Zaun. Mehr als die Hälfte seiner morschen Bretter durch Neue ersetzt. Wie? Ein alter Zaun war umgefallen und ein neuer aufgestanden und zwar auf Peters Kosten? Er tobte. Er rief jeden Vorbeigehenden zum Zeugen des Diebstahls, den der Wirt an ihm verüben wollte. Vor einem immer wachsenden Publikum erzählte er die Geschichte ein halbes Dutzendmal nacheinander. Er erzählte sie mit immer neuen, seiner Behauptung bekräftigenden Zusätzen. Der verfluchte Zaunumreißer, der Bub, hat alles auf dem Gewissen, das Scheuwerden der Pferde, den Sturz des Lokomobils, den Unfall Peters, des Helden, der selbst im Augenblick dringender Lebensgefahr die Rettung des Eigentums der Gemeinde im Auge behalten und, statt zur Seite zu springen, noch ganz zuletzt seinem Gespann eine Wendung gegeben, einen Ruck, der verhindert hatte, dass die Maschine auf Franzen ging. Er war zuletzt so heißer wie eine Rohrdommel und fiel vor Müdigkeit fast um. In der Nacht ließ die Unruhe nicht schlafen und des Morgens schickte er zum Bürgermeister, zu den Räten und zu einigen Freunden und dann bot sie ins Wirtshaus, wo er eine ernstliche Beratung mit ihnen pflegen wollte. Sie kamen und er setzte ihnen auseinander, dass er sein Recht verlange und wenn die Gemeinde es ihm nicht gewähre, werde ich es beim Bezirksgericht holen, beim Kreisgericht, beim Kaiser. Der Bürgermeister stieß Seufzer um Seufzer aus, während Peter sprach, lächelte ängstlich, sah die Räte um Beistand bittend an. Er war der sanftmütigste Mann im Orte, sehr jung für sein Amt und, weil etwas gebildeter als die meisten seiner Standesgenossen ihre Rohheit gegenüber ziemlich hilflos. Was denn also Peters Recht sei? fragte er und dieser, statt zu antworten, begann seine Geschichte zu erzählen, die seit Geistern noch viel wunderbarer, unmöglicher und chlorreicher für ihn geworden war. Der Bürgermeister zuckte die Achseln, der älteste der Räte schlief ein. Anton machte seine ausdrucksvollste Bedauern der Gebärde. Einige Witzbolde jedoch erlauben sich, Petersprallereien im Scherz zu überbieten und erregen damit großes Gelächter. Er schwankte eine Weile, ob er mitlachen oder sich ärgern sollte, wählte er aber dann das Letztere. »Hab ich den Zaun umgerissen?« rief er. »Nein, nein«, antwortete man ihm, »so bezahle ich ihn auch nicht.« »Nein, nein«, »wer aber tut's?« jammerte der Wirt, dem die Geschweißtropfen auf den glänzenden Wangen standen. »Wie du die Rechnung gestellt hast?« »Niemand.« »Sie ist auf alle Fälle unverschämt«, sagte Anton und dankbar nickte der Bürgermeister ihm zu. Barochi doch, der eben sein fünfstes Schnapsgläschen lehrte und gern ein sechses auf Kredit bekommen hätte, neigte demütig den kleinen, kugelrunden Kopf auf die Seite hin und sagte, »Warum niemand?«, »Warum nicht der, der ihn umgerissen hat?«, »Warum nicht der Bub?« »Der Bub?« »Das wäre, das wäre, das wäre was?« »Haha, der Bub!«, kicherte, lachte, spottete man. Trotzdem aber ließ sich unschwer erkennen, dass der Vorschlag Anklang gefunden hatte. Peter bemächtigte sich seiner sogleich und beanspruchte ihn als sein Eigentum. Das war das Recht, von dem er geredet, die Genugtuung, die ihm gegenüber für die Gefahr, in die der Bub ihn gebracht, für den Opfermut, den hingegen er bei Rettung der Maschine an den Tag gelegt hatte. Der älteste Rat war eben aufgewacht und fiel verdrießlich ein, mit dieser Rettung sei es ein verfluchtes Geflunker. Bei dieser Rettung habe das Lokomobil eines hinaufbekommen, von dem er sich nicht erholen könne. In einem Fort repariere Anton an ihm und könne es nicht auf gleich bringen. Es puste wie schwindsüchtig und sein vormals so heller Pfiff flieche jetzt dem Miauen einer kranken Katze. »Daran läge gar nichts«, meinte Anton. Pfeifen und Miauen kämen am Ende auf eins heraus. Das aber, dass die Maschine weit weniger leistungsfähig sei als früher, müsse er leider gelten lassen. Seine Erklärung erweckte allgemeine Unzufriedenheit, nur Peter nahm keine Notiz von ihr, trommelte mit den Fäusten auf den Tisch und rief, »Der Bub muss her, und der Bub muss zahlen.« »Musser freilich«, stimmte man von vielen Seiten bei, und der Bürgermeister, immer ungeduldiger werdend, je ohnmächtiger er sich fühlte, gegen die Strömung zu steuern, welche die öffentliche Meinung genommen, sagte lauter, als sonst seine Weise war. »Er muss?« »Was muss er?« »Das nicht, was ihr euch einbildet?« Und die Einwendungen beantwortend, die ihm zugerufen wurden, schloß er, »Er kommt nicht, kann nicht kommen, weil er und der Arnust einberufen worden sind und sich heute haben stellen müssen.« Das war nun allerdings etwas anderes, und es hieß sich bescheiden. Wohl kam Pavel am nächsten Morgen zurück, brachte aber nur vierundzwanzig Stunden daheim zu und sprach nur mit zwei Personen, mit dem Bürgermeister und mit Anton. Beim ersten meldete er sich in Gesellschaft Arnusts. Sie hatten beide das Glück gehabt, zur Landwehr eingestellt zu werden, mußten jedoch sogleich einrücken. Der zweite, den er zufällig traf, der Schmied, klagte ihm seine Not mit der Maschine und forderte ihn auf, nach dem Hofe Peters zu kommen, wo sie noch immer stand. Beim ersten Blick, den Pavel auf sie warf, wiederholte er, »Sein schon einmal gesagt ist, seht ihr nicht, dass das Stangel verbogen ist?« Anton gab es zu, war bei der Ansicht, an der Kleinigkeit lege es nicht. »Alles liegt daran«, entgegnete Pavel. »Deswegen stoßt's ja so, deswegen geht der Schieber nicht ordentlich. Und wie soll denn der Dampf richtig eintreten? Einmal kommt zu viel, einmal zu wenig.« Es gelang ihm, den Schmied zu überzeugen, und nun brachten sie miteinander die Sache in kurzer Zeit in Ordnung. Peter zeigte sich nicht, aber man hörte ihn in der Scheuer jämmerlich husten. »Er hat sich verdorben mit lauter Schrein«, sagte Anton. »Der Doktor kommt wieder zu ihm.« Diese Mitteilung wurde so gleichgültig aufgenommen, als sie gemacht worden. Pavel ging heim, bestellte sein Haus, sperrte es ab und begab sich beinahe fröhlichen Mutes nach dem Orte seiner neuen Bestimmung. Das Wenige, das er bei der Asentierungskommission vom militärischen Wesen gesehen, hatte ihm sehr gefallen. Dem Schmiede wurde viel Lob zuteil wegen der wieder vollkommen hergestellten Maschine. Er schien es jedoch nur ungern anzunehmen und brachte, wenn jemand damit anfing, das Gespräch sofort auf etwas anderes. Dass die Hilfe Pavels nötig gewesen war, um die Ursache des Schadens, wenn er das Lokomobil erlitten hatte, zu entdecken, rollte ihm nicht über die Lippen. Während Pavels Abwesenheit kam die Frage, wer die Rechnung für die Reparatur des Zaunes bezahlen solle, im Gemeinderat auf die Tagesordnung. Der Wirt ließ mit Drängen nicht nach und setzte die Erledigung der Angelegenheit endlich durch. Stimmenmehrheit entschied, der Bub zahlt. Man ist ja bereits schon früher einig darüber gewesen. »Wenn er aber nicht kann,« wandte der Bürgermeister ein, »ach was, wie soll er nicht können? Er hat Geld, und wenn er keins hat, ist er sein Haus da, das immerhin ein paar Gulden wert ist. Mag ihn der Wirt auspfänden lassen.« Dabei blieb er's, trotz des Verdrusses, den dieser Beschluss den Bürgermeister verursachte. Nach Pavels Rückkehr fand die Wirt sich schleunigst bei ihm ein, erzählte ihm, was in seiner Angelegenheit ausgemacht worden war, und endete mit der Versicherung, dass an der Sache nichts mehr zu ändern sei, und Pavel unweigerlich zahlen müsse. Der riß die Augen immer weiter auf. Es kochte in ihm, obwohl er äußerlich ganz ruhig schien. Dennoch wurde dem kleinen, dicken Wirt unheimlich beim Anblick dieser Ruhe. »Wer hat denn das bestimmt, dass ich zahlen muß?«, fragte Pavel. »Nun, die Gemeinde, der Bürgermeister, die Bauern.« »Der Bürgermeister, die Bauern«, wiederholte der Bursche und trat einen Schritt auf ihn zu, der Wirt aber mehrere Schritte zurück. »Zahl«, sagte er, »wenn du gleich zahlst, lass ich die Kreuze nach, lass ich einen Gulden und die Kreuze nach. Setz dich und zieh den Gulden und die Kreuze gleich von der Rechnung ab.« Der Wirt hätte gern widersprochen, wäre dieser Aufforderung sehr gern nicht nachgekommen, aber er tat es doch und erkundigte sich dann schüchtern, »Wirst du jetzt zahlen?« »Eher nicht, als ich mit dem Bauern gesprochen habe. Am Sonntag komme ich ins Wirtshaus und spreche mit dem Bauern. Auf was wartest du noch?« Die Frage war mit einem Nachdruck gestellt, der den Wirt veranlasste, sie nicht erst in wohlgesetzter Rede, sondern zugleich mit der Tat zu beantworten und dabei nicht mehr Zeit zu verlieren, als er brauchte, um die Tür zu erreichen, die mit vorsichtiger Geschwindigkeit hinter sich schloss. Abends erzählte er seinen Gästen, »Der Kerl hat euch beim Militär ein Wesen angenommen, wie ein Korporal. Einer, der keine Courage hat, könnte sich vor ihm fürchten und am Sonntag will er kommen, hierher ins Wirtshaus und mit dem Bauern reden.« Die Gäste, unter denen auch Anton und Barosch sich befanden, widersprachen der Behauptung, dass man Courage brauche, um sich vor Pavel nicht zu fürchten, und Barosch meinte, die Absicht, mit dem Bauern zu reden, könne der Bub haben, ausführen werde er sich schwerlich. »Weil«, und dabei klopfte er, voll ungewohnt der Hochachtung gegen sich selbst, an die eingefallene Brust, »weil wir mit uns nicht reden lassen.« »Überhaupt«, rief der Wirt, »nehmt es sich in der letzten Zeit viel zu viel heraus.« »Was denn eigentlich?« fragte Anton, der bis jetzt geschwiegen hatte, worauf der Wirt versetzte, »und man soll es ihm einmal wieder zeigen.« »Was soll man ihm zeigen?« Auf diese zweite Frage erhielt Anton ebensowenig Antwort wie auf die erste. Niemand wußte eine. Trotzdem stimmten alle dem Wirte bei. Der Bub nimmt sich zu viel heraus, und man muß es ihm einmal wieder zeigen. Und eine kleine Karikatur der Farmer setzte eine Kindertrompete an den Mund und huschte im Dorfe umher, von Haus zu Haus, von Hütte zu Hütte, und verbreitete die Kunde, »Am Sonntag kommt das Gemeindekind ins Wirtshaus und wird dort Rechenschaft verlangen«, von seinen Nährvätern. »Und die werden ihm das geben, was ihm gebührt.« »Sie haben sich's vorgenommen, es werden es ihm einmal wieder zeigen.« Worin das geheimnisvolle »Es« bestand, verriet die kleine Farmer nicht und gab dadurch dem zu erwartenden Ereignis einen ganz besonderen Reiz. Am Sonntag war das Wirtshaus überfüllt, aber der Bürgermeister erschien nicht und von den Räten nur der Älteste, Peschek, ein braver Mann und auch energisch, wenn er nicht eben an Schlafsucht litt. Peter hatte sich eingefunden mit seiner zahlreichen Freundschaft. Er sah übel aus, seine Kleider schlotterten um ihn, seine Stimme war heiser, und sein Atemholen glich dem Geräusch einer arbeitenden Säge. In der dunklen Ecke neben dem Ofen hockte auf einem Schemel Vigil. Das rote Gesicht des Alten und seine funkelnden Augen glänzten aus dem Schatten hervor. An die große Wirtshausstube stieß es ein fensteriges Zimmerchen, in dem der Honoratoren-Tief stand. Vor einer Weile hatte der Doktor und der Förster an demselben Platz genommen und den einzigen Zugang, den es hatte, die Tür ins anstoßende Gemach offen stehen gelassen, da auch sie nicht ganz ohne Neugier den Dingen, die da kommen sollten, entgegensahen. Sie blinzelten einander zu, als der Weed hereinglitt, mit anmutig auswärts gesetzten Füßen, wie er zu tun pflegte, wenn er das Honoratorenzimmer betrat, und lispelte, da ist er. Pavel trat ein, und zum allgemeinen Erstaunen kam Arnust in seiner Begleitung. Waren am Ende gute Kameraden aus den Zweien geworden, während ihrer kurzen Dienstzeit? Etwas Militärisches hatten beide angenommen. In strammer Haltung, ohne den Hut zu lüften, trat Pavel auf den Tisch der Bauern zu. Er trug ein weißes Blatt, das er langsam entfaltete, in der Hand. Näherte sich Pesek, hielt es ihm vor die Augen und sprach, der Wirt sagt, dass der Bürgermeister und die Bauern wollen, ich soll die Rechnung bezahlen. Ist das wahr? Kein laute Erwiderung ließ sich vernehmen. Pesek hatte gar nicht aufgeblickt, und Pavels Stimme klang vor Bewegung so unterdrückt, dass der Rat bei dem herrschenden Durcheinander auch wirklich tun konnte, als hätte er die Frage überhört. Er klopfte mit dem gelehrten Bierglas traumselig auf den Tisch und mahnte den Wirt einzuschenken. Pavel wartete, bis das geschehen war, dann wiederholte er, Wort für Wort, sein Sprüchlein. Zum zweiten Male verweigerte ihm Pesek seine Aufmerksamkeit, und nun legte Pavel die Hand auf dessen Schulter und sprach fest und drohend, antwortete mir. Hund! ertönte es vom anderen Ende des Tisches. Peter hatte geredet, und in seiner Umgebung erhob sich ein beifälliges Gemurmel. Pavel jedoch drückte stärker, als er wußte und wollte, die Schulter des alten Rates. Ob ich zahlen muß, frag ich euch, frag ich die Bauern, frag ich den dort, rief er zu Peter hinüber. Ja, 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 wetteten ihm alle unter einer Flut von Flüchen entgegen. Pesek wand und krümmte sich, ihm war der Schlaf vergangen. So wach hatte er sich lange nicht gefühlt und kaum je so hell sehend. Lass mich los, drohte er zu Pavel hinaus und dachte bei sich, an dem Menschen wird ein Unrecht begangen. Ich kann dir nicht helfen, fuhr er fort, auch wenn ich möchte. Du musst zahlen. Pavel wechselte die Farbe und zog seine Hand zurück. Gut, knirschte er, gut also. Langsam, mit einer feierlichen Gebärde, griff er in die Brusttasche, entnahm einem Umschlag, den er bedächtig öffnete, eine Zehnguldennote, reichte sie samt der Rechnung dem Wirt und sprach, zahl dir und gib heraus. Eine Pause des Erstaunens entstand, das hatte niemand erwartet. Schadenfreude und Enttäuschung teilten sich in die Herrschaft über die Gemüter, nur der Wirt war eitel entzücken. Bereitwilligst legte er, nachdem er die Banknote eingesteckt, einen Gulden vor Pavel hin. Dieser nahm ihn in Empfang, kreuzt die Arme und warf einen kühnen, herausfordernden, einen wahren Feldherrnblick über die ganze Gesellschaft. So, sagte er, seine Stimme war nicht mehr umschleiert, sie klang laut und mächtig und mit einem wahren Genuss ließ er sie zu den Worten erschallen. Und jetzt sage ich dem Gemeinderat und den Bauern, dass sie alle zusammen eine Lumpenbagage sind. Ein einziger Aufschrei beantwortete er diesen unerhörten Schimpf, den der Geringste im Dorf, den Reichen, den Machthabern zugeschleudert. Die Nächststehenden stürzten sich auf ihn und hätten ihn niedergerissen, ohne Arnost und Anton, die ihm zu Hilfe kamen. Als in dem furchtbaren Lärm die Worte undankbare Kanalie, die Peter ausgestoßen, ein paar aufs Ohr schlugen, bäumte er sich auf und mit der Bewegung eines Schwimmers, der mit beiden Armen, die auf ihn eindringenden Wellen der Flut teilte, hielt er sich die Menge, die ihn bedrohte, vom Leibe. Undankbar, donnerte er und durch die Empörung hindurch und welche erglühte und bebte, klang erschütternd eine Klage lang erlittenen Schmerzes. Undankbar? Und was verdanke ich euch? Für den Bettel, den ihr zu meinem Unterhalt hergegeben, habe ich mit meiner Arbeit tausendfach bezahlt. Den Unterricht in der Schule hat mir der Lehrer umsonst erteilt. Keine Hose, kein Hemd, keinen Schuh habe ich von euch bekommen. Den Grund, auf dem mein Haus steht, habt ihr mir doppelt so teuer verkauft, als er wert ist. Wie der Bürgermeister gestorben ist, habt ihr mir die Schuld gegeben an seinem Tod. Eure Kinder hätten mich beinahe gesteinigt und wie ich freigesprochen war, da hat es geheißen, bist doch ein Giftmischer. Jetzt rette ich den Peter sein Leben und weil ich dabei den Wirt seinen Zaun umgerissen habe, muss ich den Zaun bezahlen. Bagage! Er warf ihnen zum zweiten Male das Wort ins Gesicht, wie eine ungeheure Ohrfeige, die allen galt und für alle ausreichte und war es die elementare Macht des Zornes, der ihm aus den Augen loderte, war es die halb unbewusste Empfindung der Berechtigung dieses Zornes. Trotz des Aufruhrs, den jenes Wort hervorrief, konnte Pavel fortfahren. Warum wart ihr so mit mir? Weil ich als Kind ein Dieb gewesen bin? Wie viele von euch sind denn ehrlich? Weil mein Vater am Galgen gestorben ist? Kann ich dafür? Bagage! Und jetzt übermannte ihn die Wut, betäubend, racheheischend, stieg die Erinnerung an alles, was er erduldet hatte und was ungesünd geblieben war, in ihm auf. Er fand keine Worte mehr für eine Anklage, er fand nur noch Worte für eine Drohung und die stieß er aus. Wenn ich aber heute etwas tue, was auch mich an den Galgen bringt, dann ist es eure Schuld. Nicht, was er gesagt und was die wenigsten verstanden hatten, aber seine geballten Fäuste, die herausfordernde Fechterstellung, die er angenommen, reizende Geschmähten und plötzlich hakelten Schläge auf Pavel nieder, ohne viel mehr Wirkung hervorzubringen, als ob sie auf einen Felsen gefallen wären. Er machte aber jeden, der auch nur einen Schlag von ihm empfing, kampfunfähig für diesen Tag und vermutlich auch für die nächstfolgenden. Gib jetzt Ruh, rief der Förster, dessen große Gestalt in der Tür des Honorationszimmers erschien. Du hast es ihnen gesagt, jetzt gib Ruh. Gib Ruh, tönte ein heißeres Echo zurück. Peter war auf den Tisch gestiegen und schleuderte einen Bierkrug nach dem Kopf Pavels, fehlte ihn und traf Arnos so hart an der Stirn, dass der Bursche taumelte. Doch raffte er sich sofort zusammen, sprang auf den tückischen Angreifer los und riss ihn vom Tisch herunter. Nun war der Kampf entbrannt. Zwei Parteien bildeten sich, die kleine Pavels, die große Peters. Der Wirt und Peschek flüchteten zum Doktor ins Nebenzimmer. Der Förster, der als Friedensstifter aufzutreten gesucht hatte, sah die Nutzlosigkeit seiner Bestrebungen ein, brach sich Bahn durch den Tumult und verließ das Haus. Draußen war schon eine zahlreiche Menge, meistens Weibern und Kindern bestehend, zusammengelaufen. Die Buben, berauscht von der Nähe einer großen Brügelei, schrien, sprangen an den Fenstern empor, rauften sich um die besten Plätze. Die Schwächeren, von den Fenstern der Wirtsstube verdrängt, machten sich an das des Honorationszimmers heran, stoben aber auf einmal kreischend auseinander. Über ihnen waren ein paar Beine zum Vorschein gekommen und hatten die Köpfe der Jungen als Stützpunkte benutzen wollen, um Boden zu gewinnen. Der Förster eilte hinzu und half dem Inhaber dieser Beine, dem Doktor, aus seiner schwebenden Stellung. Nicht mehr möglich, sich in anderer Weise zu entfernen, sagte der alte Herr, kopfschütteln. Und entfernen muss ich mich. Der Holop geht fürchterlich los. Ein Bär, der Mensch. Das glaubt nur, wer es gesehen hat. Ich empfehle mich. Auf demselben Wege wie der Doktor kam auch Peschek auf die Straße und hinter ihm der Wirt, der laut klirrte, als auf den Boden sprang. Dieses Geräusch wurde durch die Messer und Gabeln hervorgerufen, die er eiligst von den Tischen genommen und in seinen weitläufenden Kleidern verborgen hatte, bevor er die Gaststube dem tollen Herr überließ, das jetzt darin hauste. Er klagte, dass er nicht auch die Krüge und Gläser habe mitnehmen können. Jammerte, trieb die Gassenjugend hinweg, preßte das Gesicht an die Fensterscheiben und suchte zu erkennen, was in der Stube geschah. Aber das furchtbare Ringen ging im Halbdunkel der schon hereingebrochenen Dämmerung vor, im Qualm aufgewirbelten Staubes. Man sah nur einen, wild ineinander gekeilten, hin- und herbewegten Menschenknäuel, hörte Stöhnen und Fluchen und das Stampfen schwerer Tritte und das Krachen zertrümmerten Holzwerks. Um eine Bänke, um eine Tische, seufzte der Wirt. Und wie er sich an Peschek mit der Frage wenden wollte, ob man nicht nach dem Gendarm schicken solle, war der vorsichtige Rat in Gesellschaft des Doktors verschwunden. Herr Förster, machen Sie Ordnung, rief der Wirt. Ich stehe für nichts. Der Schmied, der Arnost, der Holub, drei gegen alle. Sie werden alle drei erschlagen, mit meinen Bänken, meinen Tischen, setzte er in Verzweiflung ausbrechend hinzu. Wird nicht so arg werden, erwiderte der Förster, und plötzlich kamen durch die offene Tür herausgeflogen zwei Bauernsöhne aus Peters Sippe. Sie hatten sich noch nicht aufgerafft, als ein paar gute Freundinnen nachkollerten und, nicht minder unwillkürlich als die vorhergehenden, drei und vier und fünf andere erschienen, im Purzelbaum, im kurzen Bogen, der mit den Füßen zuerst und jeder mit dem Kopfer. Und der Förster begrüßte die Ankündige und verstand es meisterlich, unterstützt von den Überredungskünsten ihrer Frauen, diejenigen, die sich anschickten, auf den Kampfplatz zurückzukehren, von der Ausführung ihres Vorsatzes abzuhalten. Einen unverhofften Verbündeten fand er an Barosch, der unter kräftiger Nachhilfe am Ausgang des Fluss erschien und hinter dem bald mehrere der älteren Generation angehörenden Männer sichtbar wurden. Auf der oberen Treppenstufe blieb Barosch stehen und brachte mit großer Anstrengung hervor, der Gescheitere gibt nach. Er besann sich, griff mit den Händen in die Luft, wiederholte, der Gescheitere gibt nach und fiel die Stufen herunter. So ist's recht, rief der Förster, meine Hochachtung vor den Gescheiteren. Und als alle in der Tür Eingekeilten sich herausgedrängt hatten, sprang er die Stiege hinauf und vor der Wirtsstube angelang, entfuhr ihm ein Potzblitz und Donnerwetter. Wie hatten die Reihen sich gelichtet? Inmitten der Trümmer dessen, was die Einrichtung der Gaststube gewesen war, behaupteten Peter und die wenigen Getreuen, die bei ihm ausgehalten hatten, noch das Feld gegen Pavel. Der hatte sich seiner Jacke entledigt und stand in Hemdärmeln vor Anorst und dem Schmied. Zu seinen Füßen kauerte seinen Schutz anrufend Virgil. Peter, außer sich, im Fieber glühend, suchte die Seinen zu neuem, offenbar schon oft zurückgeschlagenem Angriff, auf den Gegner anzufeuern. Sie aber zagten, und als nun der Förster auf sie losdonnerte, »Frieden!«, »dass sich keiner mehr rührt!«, gehorchten sie ihm, und auch Pavel gehorchte, aber sein Gesicht wurde erdfahl, und tödlicher Hass sprühte aus seinen, auf Peter gerichteten Augen. Die Ruhe war von kurzer Dauer. Was sie zwei miteinander auszumachen hatten, vermochte durch die Dazwischenkunft eines Dritten, niemand mehr geschlichtet zu werden. »Hund! Hund! Hund!«, kreischte Peter, fuhr plötzlich in die Hosentasche, ein einschnappendes Messer knackte, und er warf sich mit blanker Klinge auf den Gegner. Anust war vorgestürzt, den Angriff zu parieren, es gelang ihm halb und halb. Der gegen Pavels Brust geführte Stoß streifte die Rippen, ein großer Blutfleck, werbte das Hemd. »Zurück!«, schrie er. »Zurück!«, »laß den Kerl mir allein!«, und ein Ringen begann, wie das eines Menschen mit einem wilden Tiere. Peter schäumte, biß und kratzte. Pavel wehrte sich nur, hielt ihn nur von sich, ließ sich Zeit, sammelte seine Kraft zu einem entscheidenden Streich. Und nun geschah's. Mit der linken, sein Gesicht deckend, schob er raschen Griffs die Finger der rechten in Peters ledernen Gurt. Hob ihn an demselben hoch in die Luft, hielt ihn so mit ausgestrecktem Arm, schüttelte ihn und keuchte. »Bestie! Wenn ich dich jetzt hinhau, bist du fertig!« »Tu's!«, rief Arnost. »Tu's nicht!«, rief der Förster. Und Pavel fühlte die Last seines Feindes schwer werden wie Blei. Peters zusammengekrampfte Hände öffneten sich, das Messer entfiel ihm, die den aufgezogenen Beine sanken matt herab, einer Schöpfte erwartete, dass ihm der Rest gegeben wurde. Da lief ein Schauer über Pavels Rücken und sein Zorn erlosch. Er ließ Peter langsam niedergleiken, sagte, »Ich mein, du hast genug.« und warf ihn seinen Freunden zu, die den wankenden, halbbesinnungslosen, schweigend aus der Stube geleiteten. Der Förster schloss hinter ihnen die Tür und Pavel brach in Jauchzen aus. »Draußen alle!« »Und wir drinnen!« Er spürte nichts von seiner Wunde, nichts von den Beulen, mit denen er bedeckt war. Er spürte nichts als seine Siegeswanne und eine stürmische, äußerungsbedürftige Dankbarkeit für seine Verbündeten. »Draußen alle!« »Und wir drinnen!« »Wir drei!« »Wir vier!« »Wir vier!« »Wir vier!« »Wir vier!« »Wir vier!« »Hab ich nicht bis zuletzt bei dir ausgehalten, Paflitschek? Gegen den Schwiegersohn?« Pavel fuhr fort zu jubeln. »Gesagt habe ich es Ihnen auch!« »Gesagt und gezeigt!« »Schrie Arnus.« »Und wenn Sie bald wieder was hören oder sehen wollen, kannst du auf mich zählen, Kamerad!« Der Förster musterte Pavel von Kopf bis zu den Füßen. »Verflucht da, Bursch!« sprach er lächelnd, und Anton lächelte ebenfalls. »Der letzte Widerstreit zwischen seiner Eitelkeit und seiner Rechtschaffenheit war geschlichtet.« »Und die Maschine hat er auch repariert«, sagte der Schmied. Ende von Kapitel 14 Gelesen von Julien Niedermeyer Kapitel 15 Von das Gemeindekind Von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Um Mitternacht wanderte Pavel nach Hause. Es war kalt und sternenhell. In der Nähe der Kirche begegnete er dem Nachtwächter Much, der ihn mit einer gewissen scheuen Verbindlichkeit grüßte und zu ihm sagte »Unsere Hunde haben just einen fremden Hund erbissen. Verfluchtes Vieh! Hat sich gerauft wie der Teufel!« »Auch einer, gegen eine ganze Menge«, dachte Pavel. Und als er beim großen Ziehbrunnen anlangte und über ein Ding stolperte, das auf dem Boden lag, freute er sich, als er es unter seinem Fuß tritt, wie man hörte. Er zog den Hund aus der Blutlache, in der er lag, schöpfte Wasser und schüttete den vollen Eimer über ihn aus. So viel er in der Dunkelheit wahrnehmen konnte, war der unversichtige Eindring dem Übel zugerichtet. Grausam hatte sich an ihm der tierische Patriotismus bewährt, den der blinde Zug zum Einheimischen, blinden Hass gegen das Fremde bedeutet. Der Hund gab kein Zeichen des Lebens mehr. Pavel ließ ihn liegen und setzte seinen Weg fort. Bald jedoch bemerkte er, dass das Tier ihm nachkroch, mühselig den Berg hinauf. Er wehrte ihm nicht, ließ sich seine Begleitung gefallen und da er ihm angelangt, pflegte es, trotz des Abscheus und Ekels, den seine außergewöhnliche Häßlichkeit und seine klaffenden Wunden ihm einflößten. Am nächsten Tage ging er wie an jedem anderen Wintertag hinüber in die Fabrik. Die Arbeit kam ihm heute schwer an. In seinem Kopf war es schwül und der ganze Körper schmerzte. Bei der Heimkehr am Abend erwartete er, eine Vorladung zum Bürgermeister zu finden. Sie war nicht da und kam auch später nicht. In der nächsten Zeit, so oft er an einem seiner Feinde vorbeikam, machte er sich auf einen Angriff gefasst und bereit zu gegenwär, aber jedes Mal umsonst. Niemand schien Lust zu haben, mit ihm anzubinden. Fürchteten sie ihn? Sie, alle zusammen, ihn allein? Waren sie so feig? Oder gedachten sie nur, ihn sicher zu machen und warteten auf eine Gelegenheit, sich zu rächen? Waren sie so schlecht und tückisch? Jedenfalls wollte er keinen Augenblick unterlassen, auf seiner Hut zu sein, nie vergessen, dass er unter lauter Gläubigern wandelte. Die eine böse Schuld bei ihm einzukassieren hatten. Indessen verging der Winter, ohne dass es zum Ausbruch von Feindseligkeiten gegen ihn gekommen war. Er konnte unangefochten in seiner Hütte hausen. Der Anblick derselben, der so lange und so viel Missgunst erweckt hatte, ließ die Leute jetzt gleichgültig. Im Stillen staunte sogar mancher über den Hauch von Wohlhabenheit, der sich allmählich über die kleine Ansiedlung breitete. Pafel hatte sein Haus ringsum mit einem Zaun aus kreuzweiß gesteckten Weidenruten umgeben. Hinter dem er Gemüse zog. Alles gedieh, dank seinem unermüdlichen, eigensinnigen, seinem eisernen Fleiße. Das Fichtenbäumchen, das Einzige, das den Angriffen der Übelwollenden widerstanden, hatte es glücklich bis zum Soldatenmaße gebracht. Es guckte mit dem Wipfel in das Fenster an der Seite der Hütte hinein. Ein stämmiges Ding von einem Bäumchen, mit breiten Ästen, die es trotzig von sich streckte und das sich, so jung es war, schon einen weißen Moosbord angeschafft hatte. Das ganze Anwesen, die Hütte mit ihrem schiefen Dach, der Fichtenbaum daneben, der Zaun davor, nahm sich aus wie ein Bildchen, das Kinder entwerfen bei ihren ersten Versuchen in der Zeichenkunst. Auf der Schwelle, unter welcher der Stein eingegraben, der Pafel immer mahnen sollte an Haß und Verachtung gegen seine Mitmenschen, lag sein neuer Hausgenosse, sein bissiger Hund, den in unbewußtem Humor L'Amour genannt. L'Amour, nach Pafels Orthographie L'Amour, hatte die Größe eines Hühner und den Knochenbau eines Fleischerhundes. Seine breite Nase war von Natur aus gespalten, was ihm etwas sehr Unheimliches gab. Beim geringsten Anlaß pleckte er die Zähne und sträubte sein kurzes, schwarzes Haar. Ein bitterer Groll gegen alles Lebendige schien unablässig in seiner Seele zu gären. Nie ließ er sich in eine Liebesaffäre ein. Hund oder Hündin waren ihm gleich verhaßt und er wußte, sich beiden Geschlechtern gleich fürchterlich zu machen. Nur eine tiefe, stille, an Äußerungen arme Anhänglichkeit kannte er, die an seinen Herren. Stundenlang saß er vor dem Hause, ohne den Blick von dem Wege zu wenden, auf den Pafel kommen mußte. Wurde er seiner endlich gewahr, so verrieten höchstens einige Freudenschauer, die ihm über die Haut liefen, und ein kümmerliches Wählen des kurzen Schwanzes, etwas von den Gefühlen seines Innern. So wenig Zärtlichkeiten L'Amour spendete, so wenig wurden ihm zuteil. Aber sein Futter erhielt er gleich nach der Heimkehr seines Herrn und bevor dieser noch einen Bissen zu sich genommen hatte. Aus der ungetrübten Gemütsruhe, in welcher Pafel seit einigen Monaten dahin lebte, wurde er durch die Ankunft eines Briefes seiner Mutter gerissen. Noch hatte er letztes Schreiben nicht beantwortet, und nun kam dieses nach fast einjähriger Pause und erhielt weder eine Klage noch einen Vorwurf. Es wiederholte nur die Bitten, von denen schon das Frühere erfüllt gewesen, Bitten um Nachrichten von den Kindern, und schloß ebenfalls wie jenes und wie alle seine Vorgänger mit den Worten, »Mir geht es soweit gut.« Dann folgte die Unterschrift und endlich eine Mitteilung, die von der Schreiberin bis zuletzt aufgespart und dann an den äußersten Rand des Papieres verwiesen worden, wo sie wie zagend und verstehend stand, »Heut über vierzehn Monat ist meine Strafzeit aus.« Das war am Abend des sechsten März. Pafel rechnete an seinen Fingern. Im Mai des nächsten Jahres wird es also kommen, um mit ihm zu hausen, die Mutter. Die Mutter, die Genossin eines Raubmörders, die vor Gericht gegen die furchtbare Anklage, die Teilnehmerin seines Verbrechens gewesen zu sein, keine Silbe, keine laute Einwendung gefunden hat, nicht geleugnet hat, nie. Plötzlich erwachte ihn der Gedanke, »Wie ich?« »Auch er hatte vor Gericht nicht geleugnet, auch er sich nicht entschuldigt, weil er nicht gekonnt hätte?« »Nein, weil er nicht gewollt.« »Vielleicht, unaussprechlich tröstend, sein ganzes Inneres erhellend, überkam es ihn.« »Vielleicht hätte auch sie gekonnt und hat es nicht gewollt.« Noch am selben Tage schrieb er an seine Mutter, aber er schämte sich, ihr einzugestehen, dass er von Milada nichts wisse, und beschloß, seinen Brief erst abzuschicken, wenn er sich die Möglichkeit verschafft haben würde, darin Kunde von seiner Schwester zu geben. »Sollte es auch nur die kurze, karge sein, Milada ist gesund, sie lässt euch grüßen.« Der grauende Morgen fand ihn auf der Wanderung nach der Stadt, und so früh kam er vor der Klosterpforte an, daß er lange nicht wagte zu schellen. Er lehnte sich an die Mauer des großen Hauses, dessen Dach das liebste Barg, das er auf Erden besaß, das Einzige ihm nahestehende, ihm teure, das rein und unentweit geblieben war, das Einzige, an dem sein ganzes Herz hing, die Schwester, die sich freiwillig von ihm abgewendet hatte. Die Glocken der Klosterkirche läuteten zur Messe, feierliche Orgeltöne erklangen, und ein Gesang erhob sich so hell, so weich, wie die leise bewegte Luft, die er auf bebenden Schwingen herübertrug aus der Ferne. Aus einem irdischen Himmel, dachte Pavel, aus einem Reich des Seligen und Friedfertigen, zu hoch, zu her, um von der Sehnsucht eines makelvollen Erdenkindes auch nur erreicht zu werden, zu hoch, zu her, um ihm anderes einzuflößen als Ehrfurcht und Anbetung. Allmählich hatte sich um Pavel eine kleine Versammlung von alten Leuten und Kindern gebildet, ständigen Kostgängern des Klosters, die auf Einlass warteten. Als er ihnen gewehrt wurde, schloß sich Pavel als der Letzte ihrem Zuge an. Die Pförtnerin wies die Armen an einen Tisch, auf dem ein Frühmal für sie bereitstand, und richtete an Pavel, der am Eingang stehen geblieben war, und sich nicht rührte, die Frage, »Was wollen Sie?«, und er, obwohl ihm wahr, als würde er an der Gurgel gefaßt und gewürgt, brachte doch die Worte heraus, »Ich heiße Pavel Holub.« Eine dunkle Röte überflog das strenge Gesicht der Pförtnerin. »Ach ja«, sagte sie. Die unangenehme Erinnerung an Pavels ersten Besuch dämmerte in ihr auf. »Ich bin«, nahm er wieder das Wort, »der Bruder der kleinen Milada.« »Ach ja, ach ja.« »Und Sie möchten Ihre Schwester sehen?« setzte sie überstürzend zu. »Nein, zu einer so kühnen Hoffnung hatte er sich nicht verstiegen. Erst bei dieser Frage flammte sie in ihm auf und trieb um schwindelnd das Blut zu Kopf. Ob ich möchte?« stammelte er. »Freilich! Und wie?« Pförtnerin wurde der begangenen Übereilung inne und sagte verlegen, »Es ist aber kein Einlaß zu dieser Stunde. Es ist heute überhaupt kein Einlaß und...« »Aber da ist Mutter Afra«, unterbrach sie sich. »Warten Sie ein wenig.« Sie ging einer alten Klosterfrau entgegen, welche, gefolgt von zwei Laienschwestern, die in die Halle führende Treppe heruntergeschritten kam. Pavel erkannte sie sogleich. Es war das Fräulein Ökonomin, das einst ein so wichtiges Wort gesprochen hatte in der Sache, an der ihm damals sein ganzer Heil zu hängen schien. Die Pförtnerin sprach leise zu ihr, und Pavel konnte nicht zweifeln, dass von ihm die Rede war, denn Fräulein Afra hatte, während sie schweigend zuhörte, den Blick wiederholt und mit großer Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Nun winkte sie ihn heran, fragte belancholisch lächelnd, ob er wirklich Pavel Holob sei, und sagte, als er es bejahte, »Schwer zu glauben, so sehr haben Sie sich verändert. Und was bringen Sie uns Gutes?« Rasch, wie sie entstanden, war Pavels Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Schwester erloschen, und er wagte nicht einmal zu gestehen, dass er sie gehegt hatte. Einer Stube voll roher, halb betrunkener Gesellen hatte er den Meister gezeigt. Diese alte Frau, in ihrer heiteren Würde, mit der milden Freundlichkeit in den Leid verklärten Zügen, schüchterte ihn ein. Unterdrückten und bewegten Tones antwortete er, »Ich bringe einen Gruß von der Mutter an meine Schwester Milada und möchte auch fragen«, seine Stimme wurde beinahe unhörbar, »wie es meiner Schwester geht?« »Die Frage können wir beantworten, nicht wahr, Schwester Cornelia?« meinte Fräulein Afra sich an die Pförtnerin. »Ihre Schwester ist gesund an Leib und Seele. Dem Himmel sei Dank, der sie geschaffen hat, zu unserer Freude und Erbauung. Was den Gruß betrifft, dann müssen wir erst Erlaubnis einholen, ihn zu bestellen, nicht wahr, Schwester Cornelia?« Ihr Auge ruhte wohlwollend auf Pavel, während er immer noch schwer beklommen sagte, »Ich möchte auch gern der Mutter schreiben, dass die Schwester sie grüßen läßt.« »Ja, so«, versetzte Afra. »Nun, auch das kann bestellt werden, nicht wahr, Schwester Cornelia? Nur ein wenig gedulden müssen sie sich. Haben Sie Zeit, sich zu gedulden?« setzte sie scherzend hinzu, nickte mit dem Kopf und schritt weiter an Pavel vorbei, der sich ungeschickt, aber tief vor ihr verbeugte. Er wurde von der Pförtnerin in dasselbe Zimmer geführt, in dem er als kleine Junge so unvergeßliche Stunden der peinlichsten Erwartung durchlebt hatte. Nichts verändert in dem traurigen Raume, jeder Sessel an der alten Stelle, an der Mauer derselbe feuchte Fleck. Nur die Aussicht aus den vergitterten Fenstern bot heute ein friedliches Bild, denn die damals halb entblätterten Obstbäume prangten jetzt im Frühlingsschmuck weißer und rosiger Blüten. Am Ende des Rasenplatzes, vor dem bis an die Gartenmauer reichenden Seitenflügel des Hauses, trieb sich eine lustige Gesellschaft von kleinen Klosterzöglingen herum. Sie unterbrachen oft ihre Spiele und rannten im Wettlauf auf die Novize zu, der die Aufsicht über sie anvertraut war. Und was hatte diese nur zu tun, um sich der Liebkosung eines anstürmenden Schwarms zu erwehren? Und wie gütig tat sie es, und wie ernst, wie verstand sie, die Wildfänge zu bändigen und die Schüchternen aufzumuntern, Tadel und Lob zu verteilen, Zärtlichkeit zu spenden und Strenge walten zu lassen nach Verdienst und Gebühr. Parfels Augen hingen unverwandern ihrer holden, gärtenschlanken Gestalt. Ihre Züge genau zu unterscheiden, vermochte er nicht. Doch bildete er sich ein, das Wesen des jungen Mädchens, mahne an das Miladas. So, ungefähr so, mochte sie jetzt aussehen, die kleine Milada. Nur nicht so groß konnte sie geworden sein. Das schien ihm unmöglich. Unmöglich auch, dass sie jetzt schon das Kleid der Nonnen trage. Ein Glockenzeichen erscholl, die Novize nahm das kleinere Mädchen auf den Arm. Die anderen liefen vor ihr oder neben ihr her. Einen Augenblick und alle verschwanden im Haus. Parfel trat vom Fenster zurück. Er war durch die Worte des Freundin Afra auf ein langes Warten vorbereitet gewesen und nun sehr überrascht, als sie schon nach wenigen Minuten die Tür in ihren Angeln drehte. Auf der Schwelle erschien, in gewohnter, edler Ruhe, unverändert durch die an ihr hingegangenen Jahre, die Oberin. Sie führte ein junges Mädchen an der Hand, ein hohes, schlankes, dasselbe, dessen stilles Walten Pavel gesehen, dasselbe, das ihn an seine Schwester gemahnt hatte. Milada im Novizenkleid. Er starrte sie an in grenzenlos wonnigen, grenzenlos wehmütigen Staunen. Über ihre Lippen kam bei seinem Anblick ein Ausruf des Entzückens. Die Blässe ihres zarten Gesichtes wurde noch durchsichtiger, noch farbloser. Pavel, lieber, lieber Pavel, sprach sie, aber sie riß sich nicht los von der führenden Hand. Sie stand still und sah ihn mit großen, glückstrahlenden Augen an. Auch er stand still. Mächtiger als der Wunsch, auf sie zuzustürzen und sie an seine Brust zu ziehen, war die ehrbietige Scheu, die ihn ergriffen hatte und ihn gebannt hielt und ihm die Geliebte ersehnte, die nahe, unnahbar machte. Beklommen schwieg er. In seinem Kopf jagten sich die Gedanken. Diese junge Heilige, war das seine Schwester? Durfte er sie noch so nennen? War sie's, die er tausendmal in seinen Armen gehalten, geküßt, geherzt hatte, manchmal auch geschlagen? War sie's, der ein Geschrei, Hunger, Pavlitschek, Hunger, ihn zum Diebstahl verleitet hatte? Wie oft, wie oft? War sie's, deren Füßchen erverbunden, wenn sie sich wundgelaufen bei den Wanderungen von Ort zu Ort hinter dem Vater und der Mutter her? War sie's? Die Oberin weidete sich an der Überraschung der Geschwister. Nun, sagte sie, sich freundlich zu Melada wendend, wer hat denn einst in kindischem Vorwitz gesagt, ich sehe dich nie mehr, sie werden mir nie mehr erlauben, dich zu sehen, und jetzt ist er da, dein Bruder, begrüßt euch, gebt euch die Hände. Die Aufforderung mußte wiederholt werden, bevor Pavl und Melada ihr nachzukommen wagten, und dann, als Pavl die Hand seiner Schwester in der Seinen hielt, beängstete ihn ihr Glühen und das Jagen der Pulse, die an seine Finger klopften. In seiner derben Rechten lag eine kleine, schmale Hand, aber nicht die weiche Hand einer Musikgängerin, sondern eine, mit der Arbeit vertraute. So hatte man die zarte Pilgerin auf dem Wege zum Himmel nicht enthoben von der gemeinen Mühsal der Erde. Ein, als der Lehrer es zu ihm gesprochen, halbverstandenes Wort tauchte im Gedächtnis Pavl auf. Wie lange kann eine an beiden Enden angezündete Fackel brennen? Sein Herz schnürte sich zusammen. Er hob die Augen von der Hand Miladas zu ihrem Angesicht. Eine Nonne also, eine Nonne, sagte er. Die Oberin erwiderte, noch nicht. Über ein Kleines jedoch wird sie zu denen gehören, die mit unserem göttlichen Erlöser sprechen. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Bei dem Wort der Mutter erwachte Pavl wie aus dem Traum. Die Mutter lässt dich grüßen, sagte er. Es geht ihr gut. Sie möchte auch gern wissen, wie es dir geht. Was soll ich ihr schreiben? Schreibe ihr, antwortete Milada. Er brach sich jedoch und richtete einen um Erlaubnis bitten Blick auf die Oberin. Erst als diese zustimmend genickt, begann sie wieder. Schreibe ihr, dass mein ganzes Leben nichts ist als ein einziges Gebet für sie und noch für einen und seinen armen, unglücklichen Vater. Ihre Stimme hatte sich gesenkt und erhob sie sich freudigen Klanges. Und auch für dich, lieber, lieber Pavel. Pavel murmelte, etwas Unverständliches, seine Augen begannen unerträglich zu brennen. Plötzlich ließ er Miladas Hand aus der Seinen gleiten und trat einen Schritt zurück. Sie fuhr fort. Der Allbarmherzige hat mich erhört. Er hat dich gut werden lassen. Nicht wahr? Sprich, lieber Pavel. Sag ja, du darfst es sagen. Es ist dir ein Werk seiner Gnade. Sag, ich bitte dich, dass du gut und brav geworden bist. Pavel, lieber, bist du gut und brav? Er senkte den Kopf, gepeinigt, durch ihr Flehen und sprach, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? fragte Milada. Als er schwieg, rief sie mit aufsteigender Besorgnis die Oberin an. Er weiß es nicht. Erwürdige Mutter, wie kann das sein? Die Oberin sah bange, kalt und Unruhe, sich in den Zügen der Novize malen, sah ihre bleichen Wangen sich mit immer dunkler werdender Röte färben und versetzte beschwichtigend, es kann wohl sein. Er hatte eine schöne Antwort gegeben, die des Bescheidenen, der seinen Wert nicht kennt. Wir kennen ihn, wir wissen von den Fortschritten, die dein Bruder auf dem Wege des Heiles macht. Darum auch durfte er seinen Auftrag selbst bestellen und den deinen selbst einholen. Es ist geschehen, und nun, liebe Kinder, sagt euch lebewohl. Pafel seufzte tief auf. Jetzt schon? Und zugleich und mit derselben Bestürzung drangen aus Miladas Mund dieselben Worte, aber nur ein kurzer Kampf und dem unwillkürlichen Schrei des Herzens folgte der Ausdruck der Ergebung in fremden Willen und sie sprach lieber Wohl, Pafel. Ihr frommer Gehorsam wurde belohnt, die Oberin lächelte gütig. Du kannst doch sagen, auf Wiedersehen. Bei meiner Einkleidung, fiel Milada begeistert ein. Zu meiner Einkleidung wirst du kommen, das darf man. Nicht wahr, erwidrige Mutter, man darf, er darf, und ich, setzte sie nach kurzem Bissinnen demütig hinzu, darf ich noch eine Frage an ihn stellen? Frage. Milada, der schon im Begriffe gewesen, der Oberin zu folgen, wandte sich wieder Pafel zu. Lieber, hast du allen verziehen, die du Böses getan haben? Er sah die gespannte, bebende Erwartung, mit der sie seiner Antwort lauschte, erprüfte sein Herz und sagte, einigen schon. Du musst aber allen verzeihen, sie sind ja Werkzeuge Gottes. Die dich zu ihm führen durch Prüfungen. Verzeih ihnen, liebe sie, versprich es mir. Sie beschwor ihn mit einem Ungestüm, der in die Milada frühere Tage gemahnte. Versprich's mir, mein Pavel, wenn du es nicht tust, muss ich leiden, klagte sie. Es ist ein Zeichen, das ich noch nicht genug getan, gebetet, gebüßt habe. Ich verspreche es, rief er überwältigt und streckte seine Arme nachher aus. Dank, hörte er sie noch sagen. Dank, lieber, lieber Pavel. Und alles war vorbei, die Lichterscheinung entglitten. Die Oberin hatte Milada mit sich fortgezogen, er war allein. Bald darauf öffnete die Pförtnerin die Tür und blieb an derselben stehen, die Klinke in der Hand. Pavel leise der ihrer stummen Aufforderung Folge, er trat in die Halle, er trat ins Freie. Ende von Kapitel 15 aufgenommen von Juli Niedermeier Kapitel 16 von Das Gemeindekind von Marie, Freifrau von Ebner Eschenbach diese LibroVox Aufnahme ist in der Public Domain. Pavel schritt langsam über den Platz, der ihm einst einen so großartigen Eindruck gemacht und für dessen Herrlichkeiten er heute keinen Blick hatte. Das Glücksgefühl über das unerwartete Wiedersehen mit Milada zitterte noch eine Weile in ihm nach, wich aber bald einer jede andere verdrängenden Empfindung qualvoller Besorgnis und füllte seine Seele mit Leid und mit Treue. Er hätte sich nicht fortweisen lassen dürfen, wär es in feiger Schüchternheit getan. Er hätte bleiben und der Frau Oberin sagen sollen, mir bangt du meine Schwester, sehen Sie nicht, dass sie sich verzerrt in Arbeit, Gebet und Buße? Das wäre seine Pflicht gewesen, wohl auch sein Recht. Der Gedanke einmal gefasst und zugleich war er auch zum Entschluss. Pavel kehrte nach dem Kloster zurück und zog an der Glocke. Die Tür öffnete sich nicht, aber an einem in derselben angebrachten kleinen Gitter wurde ein Auge sichtbar. Die Pförtnerin fragte nach dem Begehr des Schellenden und auf Pavels Antwort kam der Bescheid, die Frau Oberin sei nicht zu sprechen. Die Klappe hinter dem Gitter schloss sich. Was tun? Pochen? Stürmen? Den Einlasser zwingen, auf die Gefahr hin, den Unwillen der Frommfrau auf sich zu laden? Und wenn dies geschah, wer würde Pavels Vergehen büßen, mehr büßen wollen als müssen? Milada. Er wusste es wohl und trat von Neuem seine Wanderung an. Am Ende der Stadt, in unmittelbarer Nähe der Brücke, stand ein Einkehrhaus und davor eine breitestige Linde, die ein Paar mit den dünnen Füßen in die Erde eingelassene Tische und Bänke beschattete. Pavel nahm auf einer der letzteren Platz. Er war hungrig und durstig und rief nach Bier und Brot. Aber als das Verlangte ihm gebracht ward, vergaß er zu essen und zu trinken. Im Hofe des Gasthauses ging es lebhaft zu. Ein Stellwagen war angekommen und hatte einige Reisende abgesetzt, von denen sich zwei in lebhaftem Streit mit dem Kutscher wegen des von ihm geforderten Trinkgeldes befanden. Eine alte Frau vermisste ein Bagagestück und durchstöberte zum Vertruß der anderen Fahrgäste den kleinen Berg von Wandelsäcken und Bündeln, der unter dem Türbogen zusammengetragen worden war. Diesen Vorgängen schenkte Pavel anfangs nur eine flüchtige Aufmerksamkeit, aber sie wurde sehr rege, als ihm plötzlich ein Köfferchen, ein Pelz und ein Knotenstock auffielen, die er neben dem Eckstein auf der Erde liegen sah. Das waren ja drei alte Bekannte, besonders der Stock, der hatte ihm einmal recht lustig auf dem Rücken getanzt. Ohne sich zu besinnen, rief er laut, Herr Lehrer, Herr Lehrer, sind Sie da? Sprang auf und wollte ins Haus stürzen. Da trat ihm Habrecht schon mit ausgebratenen Armen entgegen. Alle guten Geister, Pavel, lieber Mensch! Woher? Wohin? fragte der Bursche. Wohin? Zu dir? Dich wollte ich besuchen und treffe dich auf meinem Wege. Ein glücklicher Zufall, ein gutes Omen. Sie haben mich besuchen wollen? Das ist schön, Herr Lehrer. Schön? I, warum nicht gar? Aber sag mir nicht, Herr Lehrer, ich bin kein Lehrer mehr, das ist alles vorbei. Ich bin ein Jünger geworden und, er spitzte die Lippen und sog die Luft mit tiefem Behagen ein, als ob er von etwas köstlichem spreche. Und ein neues Leben beginnt. Pavel war erstaunt. Das neue Leben, hatte er gemeint, habe längst begonnen. War nichts. Ist durchaus missraten, erwiderte Habrecht, Kopfschütteln. Sollst hören, wie? Komm ins Haus. Unter der Linde ein schöner Baum. Werde mich vielleicht sehr bald nach dem Anblick einer solchen Linde sehnen? Ist's mir zu frisch? Komm, lieber Mensch, ich habe viel für dich auf dem Herzen und will auch viel von dir hören, ehe wir uns trennen, voraussichtlich auf Nimmerwiedersehen. Er bestellte ein Mittagessen für sich und Pavel, ließ das beste Zimmer des ersten Stockes aufsperren und erklärte sich ungemein zufrieden, als ihm eine große Stube angewiesen wurde, deren Einrichtung aus zwei schmalen Betten mit hoch aufgetürmten, rosenfarbigen Kissen aus einem mit Wachsleinwand überzogenen Tisch und aus vier Sesseln bestand. Auch die trübe Suppe und der noch trübere Wein, das ausgewässerte Rindfleisch und die halb rohen Kartoffeln, die der Wirt ihm vorsetzte, begrüßte er mit unbedingten Lobeserhebungen. Sein eigenes Nahrungsbedürfnis war nicht größer als das eines indischen Büses, aber seinen Gast munterte er fortwährend auf, iss und trink, lass dir's schmecken, das Mahl ist gut und ich würze es dir mit nützlichen Gesprächen, mit der Quintessenz meiner Erfahrungen. Er begann zu erzählen, geriet in immer erhöhtere Stimmung, hielt es nicht lange aus auf einem Platze, sprach jetzt stehend, jetzt sitzend, jetzt im Zimmer hin und her schwirrend und stets mit eigentümlich hastigen Gebärden. Ja, das war ein Irrtum gewesen, das mit dem Glauben an die neue Lebenssonne, die ihm in dem neuen Wirkungskreise aufgehen würde. Die Gespenste der toten Vergangenheit huschten nach in die lebendige Gegenwart und richteten Verwirrung und Hade an, wo Klarheit und Frieden herrschen sollten. So gut hatte Habrecht es machen wollen, zu viel Eifer an den Tag gelegt, sich zu demütig um Gunst beworben, dies alles verbunden mit seinem Fleiße, seiner strengen Pflichterfüllung und makellosen Lebensführung erweckte Misstrauen. Der Mann muss ein schlechtes Gewissen haben, sagten die Leute. Spürst du was? fragte Habrecht. Als ich das hörte, grinste das Gespenst mich an, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wäre ich gewesen wie einer, der nichts gut zu machen hat, hätte ich's nicht so gut machen wollen, wäre meinen geraden Weg einfach und schlicht gegangen, unbekümmert um fremde Wohlmeinung. Noch eins, sie sind dort viel rabiater Tschechisch als hier, mein deutscher Name verdroß sie. Sie haben bei mir deutsche Gesinnungen gesucht, bei mir, dem die Erde eine Stätte der Drangselle ist und jeder Mensch ein mehr oder minder schwer geprüfter. Ich werde einen Unterschied machen. Ich werde sagen, am Wohlergehen dessen, der Hüben am Bach zur Welt gekommen, liegt mir mehr, als am Wohlergehen dessen, der drüben geboren worden ist. Es gibt eine Nation, ja, eine, die leitet, die führt, die voranleuchtet. Alle tüchtigen Menschen, der anzugehören, wäre ich stolz. Was jeden anderen Nationalitäten stolz betrifft, ergriff sich an den Kopf und lachte, Narrheit, unwürdig des Jahrhunderts. Das ist mein Gefühl. Gefällt euch mein Name Habrecht nicht? sagte ich. Nennt mich Manpraff. Mir gilt das gleich. Nun, damit, dass ich bereit war, ihnen auch in der Sache nachzugeben, damit habe ich's ganz verschüttet. Jetzt war ich ein Spion, der sie kirren wollte. Gott weiß, in welchem Interesse. Und jetzt trat ich auf Schlangen bei Tritt und Schritt. Zuletzt konnte ich beim Bäcker kein Stück Brot mehr bekommen für mein gutes Geld und bei der Hökerin keinen Apfel. Oh, die Menschen, die Menschen. Man muss sie lieben und will ja, aber manchmal graut einem. Es graut einem sogar sehr oft. Die Erinnerung an das jüngst Erlebte drückte ihn nieder. Er blieb eine Weile still. Bald jedoch gewann seine unverwüstliche Lebhaftigkeit die Oberhand und neuerdings ließ er den Strom seiner Rede sprudeln und vergaß, von ihm hingerissen, auf die Begriffsfähigkeit seines Zuhörers Rücksicht zu nehmen. Braves Interesse für die Auseinandersetzungen seines alten Gönners hatte große Mühe, sich dem mangelhaften Verständnis gegenüber, das er ihnen bieten konnte, zu behaupten. Die letzte Prüfung, die Habrecht bestanden hatte, war bitter, aber kurz gewesen. Ein Freund, ein einstiger Schulkamerad, mit dem er in städter Verbindung geblieben, erschien an des Morgens bei ihm als Erlöser aus aller Pein und Not. Zwischen den Schicksalen beider Männer bestand eine gewisse Ähnlichkeit, und es war die außerordentliche Übereinstimmung ihrer Sinnesart, welche ihren Seelenbund trotz jahrelanger Trennung aufrechterhalten hatte. Sie beschlossen in der ersten Stunde des Wiedersehens, die Fortsetzung des Lebenskampfes Seite an Seite aufzunehmen. Für die Mittel, sich auf das von ihnen gewählte Schlachtfeld zu begeben, sorgte der Freund, sorgten die Freunde des Freundes. Diese lebten in Amerika in Wohlhabenheit und Ansehen und gehörten zu den eifrigsten Aposteln einer ethischen Gesellschaft, deren Zweck die Verbreitung moralischer Kultur war und die täglich an Anhang und Einfluß gewann. Bekenner einer Religion der Moral nennen sie sich, rief Habrecht. Ich nenne sie die Entzünder und Hüter des heiligsten Feuers, das je auf Erden und dessen Licht bestimmt ist, auf dem Antlitz der menschlichen Gemeinde den Widerschein einer Edeln bis zur fremden Freudigkeit wachzurufen. Ihre Botschaft ist zu mir getrunken in Gestalt eines Buches, dergleichen noch nie eines geschrieben wurde. Oh, lieber Mensch, ein Wunderbuch und hat bei mir beinahe dasjenige ausgestochen, das du einst, du Thor, ein Hexenbuch nanntest. Ich folge der Botschaft. Ich gehe hinüber, etwas zu suchen, das ich verloren und ewig vermisst habe, eine Anknüpfung mit dem Jenseits. Eins von beiden brauchen wir, wir armen Erdenkinder, ein, wenn auch noch so geringes Wohlergehen oder einen Grund für unsere Leiden. Sonst werden wir traurig und das ist eines Wackeren unwürdig. Hier unterbrach ein Pavel zum ersten Male. Ist Traurigkeit unwürdig? Durchaus? Traurigkeit ist Stille, ist Tod. Heiterkeit ist Regsamkeit, Bewegung, Leben. Er blieb vor dem Tische stehen, sah Pavel forschend an und sprach, Sie wählte noch immer, die Heiterkeit. Du bist nicht munterer geworden. Und wie geht es dir im Dorfe? Besser, erwiderte Pavel. Das lässt sich hören. Seit wann denn? Seitdem ich es ihnen einmal gesagt und gezeigt habe. Gesagt? Oh, gezeigt, oh, oh. Wie gezeigt? Hast sie geprügelt? Fürchterlich geprügelt. Ei, ei, ei. Habrecht machte ein bedenkliches Gesicht und kreuzte die Arme. Nun, lieber Mensch, prügelst ihn nicht schlecht, aber nur für den Anfang, durchaus nur und überhaupt nie mehr als ein Palliativ. Saalbader freilich verstehen von Radikalmitteln nichts, leugnen darum auch, dass es solche gäbe. Sei kein Saalbader, schrie er den erstaunten Pavel an, dass ich nicht einmal eine ungefähre Vorstellung von dem machen konnte, was damit gemeint war. Und nun forderte Habrecht, ihn aufzusprechen. Ich habe dir meine Generalbeichte abgelegt, lass mich die deine hören. Er begann, ihn auszufragen, verlangte von dem Tun und Lassen seines ehemaligen Schützlings genaue Rechenschaft und erhielt sie, so rasch die Ausrufungen, Betrachtungen und guten Ratschläge, mit denen der Pavel fortwährend unterbrach, es erlaubten. Dem aber war das ganz recht, störte ihn nicht mehr, als das Geräusch eines mummelnden Baches getan hätte und gab ihm Zeit, nach jedem Satz seine Gedanken zu sammeln und einen passenden Ausdruck für sie zu suchen. Endlich hatte er doch sein fest verschlossenes, übervolles Herz in das seines wunderlichen Freundes ausgeschüttet. Sie befanden sich beide in feierlicher Stimmung. Der alte Mann legte dem Jungen die Hände aufs Haupt und sprach einen warmen Segen über ihn. Von Vernunft und Gemeinde wegen, schloss er, hätte ein schlechter Kerl aus dir werden müssen. Stattdessen bist du ein Tüchtiger geworden. Mach's sofort, schlag ihnen ein Schnippchen ums andere. Arbeite dich hinauf zum Bauer, werde ihr Bürgermeister. Pavel machte größere Augen als je in seinem Leben und sah den Lehrer mit einem zugleich stolzen und Ungläubigen Lächeln an. Harbrecht nickte hastig. Ja, ja, und wenn du's bist, dann zahl ihnen mit gutem Heim, was sie Übles an dir getan haben. Der Abend brach an. Die Stunde der Abfahrt näherte sich und Harbrecht wurde von fieberhafter Unruhe ergriffen. Er forderte seine Rechnung, bezahlte, schenkte den Versicherungen des Wirtes, dass es zum Aufbruch viel zu früh sei, kein Gehör, verließ das Haus und schlug, von Pavel gefolgt, der das Kofferchen, den Pelz und den Stock trug, ihm eilmarsch den Weg zum Bahnhof ein. Als er dort anlangte und fragte, ob er noch zurechtkomme zum Abendzuge nach Wien, wurde er ausgelacht, was ihn beruhigte. Ein heftiger Sturm hatte sich erhoben und schüttelte die vor dem Stationsgebäude gepflanzten Akazienbäume, dass es ein Erbarmen war. Aus den grauen, jagenden Wolken fegte kalter Strichregen nieder. Harbrecht achtete dessen nicht und setzte seinen ehrwürdigen Frack, den er auch zu dieser Reise angelegt hatte, schonungslos den Unbilden der Witterung aus. Nur seinem grauen, langhaarigen Zylinder gewährte er den Schutz eines über ihn gepreiteten und unter den schnörkelförmigen Krempen befestigten Taschentuchs und pendelte so neben Pavel auf dem Perron hin und her und sprach ohne Unterlaß. Nachdem die Kasse eröffnet worden und er ein Billet gelöst hatte, kannte seine Ungeduld keine Grenzen mehr. Er zog seine Uhr, der des Bahnhofes traute er nicht, zehn Minuten noch, möglicherweise konnte aber der Zug gerade heute um fünf Minuten früher eintreffen. Und da man dann in fünf Minuten scheiden mußte, warum nicht lieber gleich? Er bat Pavel inständig, heimzugehen, sich seinetwegen nicht länger aufzuhalten. Vorher aber zwang er ihn noch, fast mit Gewalt, seine Uhr anzunehmen. Ich brauche sie nicht mehr, mein Freund hat eine. Denk nach, wenn immer auf zwei Menschen eine Uhr käme, was wäre das für ein günstiges, statistisches Verhältnis? Leb wohl! Geh jetzt! Mit einer Hand schob er ihn fort, mit der anderen hielt er ihn zurück. Meine letzten Worte, lieber Mensch, merk sie dir, präge sie dir in die Seele, ins Hirn. Gib acht! Wir leben in einer vorzugsweise lehrreichen Zeit. Nie ist den Menschen deutlicher gepredigt worden. Sei selbstlos, wenn aus keinem Edlern, so doch aus Selbsterhaltungstrieb. Aber ich sehe, das ist dir wieder zu hoch. Anders also. In früheren Zeiten konnte einer ruhig vor seinem vollen Teller sitzen und sich schmecken lassen, ohne sich darum zu kümmern, dass der Teller seines Nachbars leer war. Das geht jetzt nicht mehr, außer bei den geistig völlig Blinden. Allen übrigen wird der leere Teller des Nachbars den Appetit verderben, dem Braven aus Rechtsgefühl, dem Feigen aus Angst. Darum sorge dafür, wenn du deinen Teller füllst, dass es in deiner Nachbarschaft so wenig Leere als möglich gibt. Begreifst du? Ich glaube, ja. Begreifst du auch, dass du nie eines Menschen Feind sein sollst, auch dann nicht, wenn er der Deine ist? So etwas, erwiderte Pavel, hat mir schon meine Schwester gesagt. Habreich drückte seine Freude an dieser Übereinstimmung aus und fuhr fort. Werner, verlerne das Lesen nicht. Ich habe aus meinem Vorrat von Schulbüchern, ehe ich ihn verschenkte, sechs Stück für dich beiseite gebracht. Du wirst sie durch die Post erhalten. Schlichte Büchlein, von unberühmten Männern zusammengestellt. Wenn du aber alles weißt, was in ihnen steht und alles tust, was sie dir anraten, dann weißt du viel und wirst gut fahren. Lies sie. Lies sie immer und wenn du mit dem Sechsten fertig bist, fange mit dem Ersten wieder an. Was das Allerschwierigste im Leben betrifft, die Süßeste, die Grausamste, die Mächtigste und Fürchterlichste aller Leidenschaften, ich mag sie gar nicht nennen. So meine ich, du wärst abgeschreckt und könntest es bleiben. Sie ist dir am Quell vergiftet worden, beim ersten Ursprung, das hilft manchmal für immer. Du hast es mit ihr so schlecht getroffen, wie dein aufrichtigster Freund, für den ich mich halte, es dir nicht besser hätte wünschen können. Auf dem Bahnhof waren immer mehr Leute zusammengekommen. Ein erstes Glockenzeichen wurde gegeben, aus der Ferne gelte ein Pfiff. Habrecht merkte von alledem nichts. Er hatte Pavla am Rock gefasst und redete hastig und heftig in ihn hinein. Nicht jeder braucht einen Hausstand zu gründen. Das ist der größte Wahn, dass man einige Kinder haben müsse. Es gibt Kinder genug auf der Welt. Und je besser ein Vater ist, desto weniger hat er von seinen Kindern. Wer fühlt edel und selbstlos genug, um sich zutrauen zu dürfen, er werde ein guter Vater sein? Und deinen Ruf, lieber Mensch, achte auf deinen Ruf. Du weißt schon, die gewisse Tafel, die blank sein muss, die Deine war sehr verkritzelt. Putze, Fege, strebe vorwärts. Glaube, wenn du heute nicht etwas besser bist, als du gestern warst, bist du gewiss etwas schlechter. Herr Lehrer, wollte Pavlin aufmerksam machen, als er nun zum zweiten Male geläutet wurde. Aber unter dem Zipfel des Taschentuches hervor, das sich aus der Hutkrempel losgemacht hatte und nun, vom Winde bewegt, Habrechts Gesicht umflog, sah dieser in Liebreich an und fuhr fort. Wende mir nicht ein. Das sind lauter zu hohe Grundsätze für unsereinen. Gehen Sie damit zu denen, die ohnehin schon hochstehen. Wir sind geringe Leute, für uns ist auch eine geringe Moral gut genug. Ich sage dir, gerade die beste ist für euch die rechte. Ihr geringen, ihr seid die wichtigen. Ohne eure Mitwirkung kann nichts Großes sich mehr vollziehen. Von euch geht aus, was Fluch oder Segen der Zukunft sein wird. Herr Lehrer, Herr Lehrer, es ist Zeit, sagte Pavel und Habrecht versetzte. Eure Zeit, jawohl. Und was ihr aus derselben macht, das wird einsteigen, rief es dicht an seinem Ohr und er sah sich um, sah den Zug dastehen und erschrak furchtbar. Dritte Klasse nach Wien, schrie er, rannte auf den ihm vom Schaffner bezeichneten Waggon zu und er klaum ihn mit nicht gerade anmutiger, aber wunderbarer Behändigkeit. Pavel eilte ihm nach und reichte ihm seine Effekten in den überfüllten Wagen, in dem er unter vielen Entschuldigungen seinen Platz gefunden hatte. Ein neuer Pfiff. Der Zug setzte sich in Bewegung, eine kleine Strecke konnte ihn Pavel in scharfem Laufe begleiten. »Gott behüte Sie, Herr Lehrer!«, schrie er. Und durch das Brausen der davonrollenden Lokomotive und aus Rauch und Dampfwolken kam die Antwort »Und dich, lieber Mensch! Amen! Amen! Amen!« Am späten Abend, nachdem Pavel heimgekommen war, fütterte er seinen Hund, nahm eine Haue und grub dem Steine nach, den er unter die Schwelle seines Hauses versenkt hatte. Lamour saß daneben und warf aus verdrießlich zugekniffenen Augen so schäle Blicke auf die Arbeit seines Herrn, leckte sich die Nase so oft und saß so verächtlich drein, dass jener seine üble Laune bemerken mußte. »Ist dir's vielleicht nicht recht?« fragte Pavel. Ein höhnisches Zähnefletschen war die Antwort. Pavel aber hatte den Stein ausgehoben, betrachtete ihn, wog ihn in der Hand und fand ihn kleiner und leichter, als er sich ihn vorgestellt. »Da ist er, schau! Nimm!« sagte er und hielt dem Hunde hin, den er auf Befehl seines Herrn in die Schnauze nahm und ihm nachtrug. Am Brunnen angelangt, an dem ihre erste Begegnung stattgehabt hatte, nahm Pavel dem Hunde den Stein aus dem Maul und schleuderte ihn ins Wasser, indem er mit lautem Kluxen versank. Lamour gab durch Knurren seine Missbilligung zu erkennen. Ende von Kapitel 16 Aufgenommen von Julia Niedermeyer Kapitel 17 von Das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Diese Liebebox-Aufnahme ist in der Public Domain. Seit einiger Zeit hatte die Frau Baronin ihre Wohnung im ersten Geschoss des großen Schlosses mit einer zu eberner Erde gelegenen vertauscht. Sie fühlte sich sehr alt werden, das Treppensteigen machte ihr Mühe und sie unterzog sich desselben nur noch bei besonderen Feierlichkeiten, die nirgends anders als im Ahnensaale stattfinden konnten. Am 1. Januar zum Beispiel, wenn die Baronin die Glückwünsche ihrer in Korpore mit Gemahlinen und kurfähigen Nachkommen ausgerückten Beamten empfing oder am Gründonnerstag, wenn sie einer Familientradition getreu dasselbe Fest in bescheidener Nachahmung beging, das an diesen Tage in der Hofburg zu Wien mit kaiserlichem Glanze vollzogen wird. Das gewöhnliche Leben der Kreisin verfloss in gleichmäßiger, immer tiefer werdender Stille. Sie beschäftigte sich viel mit dem Gedanken an ihren Tod, dem sie ohne Furcht und trotz mancher quälenden Leiden und Beschwerden ohne Ungeduld entgegensah. Sie hatte ihre letzten Anordnungen getroffen und zum Erben ihres Gutes Soleschau das Kloster eingesetzt, an dessen Spitze ihre hochverehrte Freundin stand und in dem Melada erzogen worden war, die, so es Gott und seinen Stellvertretern auf Erden gefiel, bestimmt sein konnte, die oberste Leiterin des Hauses zu werden, in das sie vor Zeiten, als der ärmste Zögling getreten war. Die Bedürftigen der Gemeinde waren im Testament der alten Dame nicht vergessen und auch keiner ihrer Diener. Zuletzt hat sie an sich gedacht, dann aber recht ausführlich und das Zeremoniell, das sie bei ihrem Leichenbegängnis beobachtet wissen wollte, genau bestimmt. Die Gruft, die halb verfallen war und für den Erhaltung sie grundsätzlich nie etwas getan hatte, sollte noch ihre Reste aufnehmen, dann zugemauert und der Eingang mit Erde und Rasen überdeckt werden. Die Leute, die da drinnen liegen, schließen sich mit Vergnügen vor der heutigen Welt ab, meinte sie, ordnete jedoch an, dass die Kapelle, die den Grufthügel krönte, in gutem Stand erhalten werde und immer unverschlossen zu bleiben habe, damit jeder, dessen Herz danach verlangen sollte, an der heiligen Stätte ein Vaterunser für die alte Gutsfrau zu sprechen, diesem frommen Bedürfnisse nachkommen könne. Die Baronin sah jetzt oft darüber nach, wer von den Leuten, denen sie manche Wohltat erwiesen hatte, den Wunsch empfinden würde, für ihre ewige Ruhe zu beten und gewöhnte sich jeden, mit dem sie sprach, darauf anzusehen, ob er wohl zu denjenigen gehöre, der ihre vergessen oder zu denjenigen, die ihrer gedenken würden. Und wenn die Bejahung oder Verneinung der von ihr darüber angestellten Vermutungen auch nicht ausschlaggebend für ihre Wertmessung der Menschen war, so übte sie auf dieselbe doch großen Einfluß. Eines Morgens, am Tage nach Pafels letztem Klosterbesuch, die Baronin saß bei ihrer Arbeit in der Mitte eines Kanapés, das bequem, noch einem halben Dutzend Personen von ihrem Umfang Platz geboten hätte, hinter einem ebenso langen schwerfälligen Tisch, öffnete sich die Tür des Zimmers und Matthias trat ein und meldete, der Hollow ist schon wieder draußen. Schon wieder? Meines Wissens kommt er ja nie, sagte die Schlossfrau und Matthias erwiderte, ja, aber doch. Hm, hm, was will er? Sprechen möchte er. Mit wem? Mit freiherrlichen Gnaden. Soll kommen, befahl die Baronin und bald darauf knarrten Pafels schwere Stiefel auf den Baketten. Er wollte auf die Baronin zugehen und ihr die Hand küssen, wie er es sich geschickt hätte, aber der Tisch versperrte den Zugang zum Kanapé und ihn wegzuschieben hätte sich wieder nicht geschickt. So gerill Pavel in einen peinlichen Konflikt der Pflichten, ließ in seiner Verlegenheit den Hut fallen und wagte nicht, ihn aufzuheben. Die Baronin winkte ihm, näher zu treten, stand auf, beugte sich über den Tisch und suchte sich, so gut ihre zunehmende Blindheit es erlaubte, durch den Augenschein davon zu überzeugen, dass wirklich Pavel Hollop vor ihr stand. Dann setzte sie sich wieder und fragte, was ihn herführe. Er indessen hatte abwechselnd sie und die Strickarbeiten angesehen, die, offenbar, zur letzten Ausfertigung bereit, vor ihr lagen und neue und farbenfrische Ebenbilder der Röcklein und Jacken waren, in denen alle armen Dorfkinder herumliefen. Anke Heimel durch den Anblick und gerührt durch den Fleiß der alten, gebrechlichen Frau, faßte sich auf einmal ein Herz und kam mit seinem Anliegen heraus. Es bestand in der Bitte, die Frau Baronin möge sich gnädigst dafür verwenden, daß man seiner Schwester Milada den Dienst im Kloster erleichtere, sonst könne sie es nicht aushalten und müsse sterben. Sterben? Milada, sterben? Die Greisin lachte, war entrüstet, befahl dem impertinenten Dummkopf, der so etwas zu denken wage, dem rohen und grausamen Schlinge, der ein solches Wort über seine Lippen bringe, das Zimmer zu verlassen, rief den Bestürzten, als er gehorchen wollte, wieder zurück und forderte ihn auf, ihr zu erklären, wie er ins Kloster und dazu gekommen sei, Milada zu sprechen. Aber lüg nicht, wie ein Zigeuner, der du bist, setzte sie heftig erregt hinzu. Pafel erstattete seinen Bericht in äußerster Kürze, jedoch mit einem Gepräge der Wahrhaftigkeit, das wohl den verhärtesten Zweifler überzeugt hätte. Die Baronin senkte den Kopf immer tiefer auf ihre Strickerei. Sie bereute schon ihre Ausfälle gegen Pavel, besonders den letzten. Warum hatte sie ihn einen Zigeuner genannt? Warum ihn, damit an das elende Wanderleben, das sie in seiner Kindheit führen musste und zugleich an Vater und Mutter erinnert und ihm sein Unglück zum Vorwurf gemacht? Pfui! Dass sie sich so weit von ihrem Ärger über den Burschen hatte hinreißen lassen, weil er eine unbegründete Besorgnis um seine Schwester geäußert. Nach allem, was die Baronin in der letzten Zeit von ihm gehört, verdiente er eher Lob als Tadel. Hatte Anton, einer ihrer Vertrauensmänner, nicht gesagt, war nichts Nutz, Holub, aber jetzt macht sich. Hatte der Förster ihn nicht ganz außerordentlich gerühmt? Hatte nicht sogar der ihm durchaus nicht wohlgesinnte Pfarrer auf ihre Erkundigung nach ihm erwidert, es liegt nichts gegen ihn vor. Und sie beschimpfte ihn. Sie, die am Rande des Grabes stand, die bald nicht mehr vermögen würde, einem Menschen wohlzutun, tat noch einem ohnehin hart geprüften Weh. Holub, sprach sie plötzlich, deiner Schwester fehlt nichts. Trotzdem will ich zu deiner Beruhigung und auch ein wenig zu der Meinen morgen ins Kloster fahren. Denn, einen unangenehmen Eindruck machen mir deine eingebildeten Befürchtungen doch und ich möchte in Wald loswerden. Paffels Gesicht strahlte vor Freude. Wenn die Frau Baronin, sagte er, sich selbst vom Aussehen Meladas überzeugen möchte und, falls sie damit unzufrieden ist, bestimmen wollte, dass besser Acht auf sie gegeben und man ihr verbieten würde, sich weit über ihre Kräfte anzustrengen, wie sie es tut, weil sie sich vorgenommen hat, gar zu schwere Sünder loszubeten, das wäre eine große Wohltat und der liebe Herrgott wird es der Frau Baronin tausendfach vergelten. Sie lächelte und meinte, da hätte der liebe Herrgott viel zu tun, wenn er alle die Wechsel einlösen sollte, die von unbefugten Schatzmeistern auf ihn ausgestellt werden. Freilich, freilich, erwiderte Pavel gedankenlos, hob seinen Hut vom Boden auf, sah sich im Zimmer um und erkannte es als dasselbe, in welchem er nach dem Federnrauber an dem bösen Pfau seine erste Audienz im Schlosse gehabt hatte. Unwillkürlich warf er einen Blick nach der dünnen Schnur an der Decke und sah, dass sie noch immer fest hielt und dass der vergoldete Kübel bis zur Stunde nicht herabgefallen war. Jede Einzelheit des damaligen Vorganges tauchte vor ihm auf. Er erinnerte sich besonders deutlich der großen Abneigung, die ihm die Frau Baronin eingeflößt hatte und die in solchem Gegensatz zu der Hochachtung stand, von welcher er sich jetzt für sie durchdrungen fühlte. Was hatte sich denn verändert? Sie nicht. Sie war dieselbe geblieben, in seinen Augen nicht einmal älter geworden. Eine Kreisin damals, eine Kreisin jetzt. Er war ein anderer, ein reicherer Mensch, nicht mehr der Stumpfe, für den es nichts Verehrungswürdiges gibt, weil ihm der Sinn, es zu erkennen fehlt. Er empfand das mit ziemlicher Klarheit und hat es gern an den Tag gelegt, hätte sich aber auch gern empfohlen, nachdem sein Geschäft beendet, sein Gesuch angebracht und auf das Beste aufgenommen worden war. Ohne Ahnung, dass es ihm zukomme, zu warten, bis er entlassen werde, sprach er, ich will eure Gnaden nicht länger belästigen. Ich sag der Frau Baronin tausendmal, vergelt's Gott, und wenn sie sterben, werde ich für sie beten. So? So? Sie richtete sich empor. Willst du das wirklich tun und andächtig? Sehr andächtig. Pavel Holub, sagte die Baronin in freundlichem Tone. Es freut mich, dass du für mich beten willst. Und jetzt sag mir, mein Feld, dasjenige, an dessen Rand deine Hütte steht, hast du es dir wohl recht aufmerksam angesehen? Wie groß schätztest du's? Es wird so seine fünfzehn Metzen haben? Nicht ganz drei Hektare, sprach Pavel unerzögern. Ein schlechtes Feld, was? Ja, die Felder dort oben sind alle schlecht. Wenn ich der Verwalter wäre, würde ich dort oben nie Weizen aussehen. Sondern? Hafer oder Korn und Kirschbäume würde ich pflanzen. Viele, viele. So pflanze Kirschbäume, versetzte die Baronin ernst und rasch. Das Feld ist dein. Mein? Was ist mein? Nun, das Feld. Ich schenke's dir. Um Gottes Willen. Mir? Das Feld? Ihm war, als ob alles ins Wanken geriete, der Boden unter seinen Füßen, die Wände, das Kanapé und auf dem Kanapé die Frau Baronin. Er streckte die Arme aus und griff nach einem Stützpunkt in die Luft. Das große, das schöne, das gute Feld. Hast du nicht eben gesagt, dass es ein schlechtes Feld ist? Für sie, aber nicht für mich. Für mich ist es ein gutes, zu gutes, um Gottes Willen, wiederholte er. Schenken Sie es mir im Ernst? Das Feld? Die Baronin blinzelte. Es tut mir leid, Holub, sagte sie. Dass ich das Gesicht, das du jetzt machst, nicht recht deutlich sehen kann. Das Blindwerden, mein lieber Holub, setzte sie, leicht aufseufzend, hinzu. Verdirbt dem Menschen manche Freude. Geh jetzt und schicke mir den Verwalter. Ich will gleich Anordnungen treffen, dass die Schenkung rechtskräftig gemacht werde. Rechtskräftig? Euer Gnaden? Sogar rechtskräftig? Pavel kannte sich nicht mehr. Seinen Zücken überwand seine Schüchternheit. Er stürzte auf den Tisch zu, schob ihn zur Seite, ergriff die Hände der Gutsfrau und küsste sie. Und als sie ihm, mit aller Kraft, die sie aufzubringen vermochte, die Hände entzog, küsste er den Saum ihres Kleides und ihre Ärmel und ihr Umhängetuch und stöhnte und jauchzte und konnte nicht sprechen. Ihr wurde, so mutig sie war, ein wenig bang vor diesem entfesselnden Sturme. Sie zankte Pavel tüchtig aus und erklärte ihm, alles müsse ein Ende haben, auch Dankbarkeitsbezeigungen, und wenn er den Verwalter nicht augenblicklich holen gehe, sei es mit der ganzen Schenkung nichts. Das brachte ihn zu sich. In der nächsten Minute war er draußen im Hofe. Vor dem Tor stand die blonde Slava, das Häuslerkind, schnöden Angedenkens. Sie diente im Schlosser seit ihrer Rückkehr und war jetzt damit beschäftigt, Kekka-Turtel-Tauben zu füttern, die sich's nicht einfallen ließen, dem heranstürzenden Pavel auszuweichen. Er mußte sich in Acht nehmen, nicht eine von ihnen zu zertreten. Slava rief ihm einen guten Morgen zu und er, ganz vergessend, dass es seine schlimmste Feindin war, die zu ihm gesprochen, erwiderte, ich habe ein Feld, die Baronin hat mir ein Feld geschenkt. Die Feindin wurde rot bis unter die Haarwurzeln. Das ist aber schön, sagte sie, das freut mich. Jetzt erst besah er sich, mit wem er redete und eilte ohne Gruß hinweg. Er schloss ihn weg, so ganz anderes und Wichtigeres ihn auch erfüllte, nebenbei mußte er doch daran denken, wie gut das Rotwärm in ihr gestanden hatte, welch ein bildhübsches Mädchen sie war und daß es nicht recht sei, vom lieben Herrgott einer so schwarzen Seele Wohnung anzuweisen in einer so holden Hülle. Jeder Unbefangene mußte dadurch irre gemacht werden. Zum Glück war Parik ein Unbefangener, ihn vermochte der Schein nicht zu täuschen. Er kannte dieses Lava. Und ob ihre Lippen sich im Sprechen bewegten, ob sie von lieblichster Sanftmut umschwebt aufeinander ruten, er konnte sie nicht ansehen, ohne der Stunde zu gedenken, in welcher sie sich geöffnet hatten, um ihn dem Hohn und Spott preiszugeben, mit der grausamen Frage, fahr's zum Vater oder zur Mutter? Verzeih allen, hatten Milada und Habrecht gesagt, und er, wahrlich, er wollte es tun. Aber der gemahnt wird, zu verzeihen, wird er nicht und zugleich an das gemahnt, was er zu verzeihen hat? Die Erinnerung bildete die unüberbrückbare Kluft zwischen ihm und denjenigen, mit welchem Frieden zu schließen, seine liebsten Menschen ihn beschworen. Die Frau Baronin hielt Wort. Die Schenkung wurde rechtskräftig gemacht. Pavel war ein Grundbesitzer geworden. Das unerhörte Glück, das ihm vom Himmel gefallen, trug allerdings nichts bei zur Verminderung seiner Unbeliebtheit. Niemand gönnte es ihm. Sogar Arnust hatte, als ihm Pavel die große Nachricht gebracht, den Mund verzogen und gefragt, »Wie kommst du dazu?« Auch der Förster und Anton äußerten im ersten Moment mehr Überraschung als Teilnahme. Was den Verwalter betraf, so sprach der Frau Baronin gegenüber unverhohlen aus, sie habe sich von ihrer Großmut leider hinreißen lassen. Das Geschenk sei ein viel zu namhaftes und müsse in der Dorfbewohnerschaft Neid gegen den Empfänger erregen und Missmut gegen die edle Spenderin. Die Frau Baronin begnügte sich damit, diese Äußerungen der Unzufriedenheit ihres ersten Würdenträgers zur Kenntnis zu nehmen. Als jedoch der Herr Pfarrer dasselbe Lied anstimmte und von edlen, aber gar zu spontanen Entschlüssen der Frau Baronin sprach, entgegnete sie, »Die Schenkung an Pavel Hollup sei ja die Frucht eines von ihr ausnahmsweise langgehegten Entschlusses und durchaus keine zu großmütige, sondern die genau entsprechende Spende für einen braven, vom Schicksal bisher vernachlässigten Burschen, der überdies der Bruder der mutmaßlich zukünftigen Oberin eines Fräuleinstiftes sei. Hierauf schwieg der geistliche Herr. Aus dem Kloster war die Frau Baronin nach mehrtägigem Aufenthalt ganz vergnügt zurückgekehrt, hatte Pavel rufen lassen, ihm zahllose Grüße von seiner Schwester gebracht, ihn wegen seiner Sorgen um sie beruhigt und mit unendlicher Liebe und mit unendlichem Stolz von ihr erzählt. Die alte Frau wurde förmlich schwärmerisch in ihrer Begeisterung über das Kind. Der Allgütige selbst hatte ihr, der alten, müden Pilgerin, das Kind gesandt, damit es ihr die letzten Lebensjahre erhelle und ihr die Pforten seines Himmels öffne. »Mache dich einer solchen Schwester würdig«, schärfte sie Pavel ein, und er faßte die besten Vorsätze, nach diesem Ziel, das ihm als das denkbar Höchste erschien, zu streben, konnte aber den geheimen Zweifel, ob er auch jemals imstande sein werde, es zu erreichen, nicht loswerden. Doch kämpfte er redlich und wünschte heiß, dass die Frau Baronin und dass seine Schwester nur noch Gutes von ihm zu hören bekämen. Eine große Ängstlichkeit um seinen Ruf begann sich seiner zu bemächtigen. Die Sehnsucht, gelobt zu werden, die Freude an der Anerkennung erwachte in ihm, und er ahnte nicht, dass sie ihn so schwach machte, wie einst sein Trotz gegen die Menschen und seine herausfordernde Gleichgültigkeit gegen ihr Urteil ihn stark gemacht hatten. »Wer kann mir was nachsagen«, wurde seine stehende Redensart. Ein schäler Blick, ein raues Wort vermochten, den sonst gegen die rohesten Äußerungen der Missgunst gefeihten, zu beleidigen. Der Neid, den sein Besitztum erregte und der ihm in früheren Tagen die Freude daran gewürzt hätte, verdarb sie ihm jetzt. Sein Feld wurde zum Räuber seiner Ruhe und seines Schlafes, seine geliebte Qual. So oft er es nach kurzer Trennung widersah, war es in irgendeiner Weise geschädigt worden, und er brachte, um es zu verteidigen, die Energie nicht auf, mit welcher er da einst seine Ziegel verteidigt hatte. Er wollte nicht, dass der Frau Baronin zu Ohren komme, er habe sich wieder aufs Prügeln eingelassen, und überhaupt sollte sie nie erfahren, wie sehr das Geschenk, das sie ihm gemacht hatte, ihm bestritten wurde. Einmal fand er einen Teil des mageren, auf seinem Felder stehenden Weizens noch grün abgemäht. In der nächsten Nacht passte er den Übeltätern auf, die auch wirklich in Gestalt einiger mit Sicheln bewaffneter Weiber und Kinder wiederkamen. Pavel begnügte sich damit, ihnen die Sicheln und die Grastücher abzunehmen und trug dieselben am nächsten Morgen zum Bürgermeister. Der zeigte sich erfreut über dieses gesetzmäßige und schonende Vorgehen, versprach, den Schaden erheben zu lassen und das Diebsvolk zur Zahlung anzuhalten. Drei Wochen später lagen die Sicheln und Grastücher aber noch immer beim Ortsvorsteher, weil die Mittel, sie einzulösen, fehlten. Pavel ersuchte endlich selbst, sie ihren Eigenschimmern zurückzugeben, unter der Bedingung, dass die Leute zu ihm kämen, um sich bei ihm zu bedanken. Es geschah nur allzu gern. Das war ein neuer, ein guter Spaß, so wohlfeil durchzuschlüpfen und sich dann zu bedanken bei Pavel, dem Gemeindekind. Alle, welche den Scherz mitgemacht, fanden ihn so lustig, dass sie beschlossen, sich ihn bald wieder zu gönnen. Die Diebereien hörten nicht auf und Pavel fuhr fort, sich ihnen gegenüber erstaunlich wehrlos zu zeigen, während er andererseits eine außerordentliche Tatkraft entfaltete. Er hätte sich vervielfältigen, an zehn Orten zugleich sein und an jedem seinen Mann stellen mögen. Er regolte einen Teil seines Feldes und bereitete es vor zur Aufnahme der Kirschbäumchen. Er half dem Schmied, wo er konnte, der Förster verließ sich beim Anlegen der Waldkulturen auf niemanden so gern wie auf ihn und meinte, das Forstwesen wäre Pavels eigentliches Fach gewesen, wenn er sich ihm von Jugend auf hätte widmen können. Und was für ein Schmied wäre er geworden, wenn er etwas gelernt hätte, sagte Anton. Aber ein Gemeindekind lässt man nichts lernen. Die Grundlagen fehlen und beim Anfang anzufangen, ist es jetzt zu spät. Er wird sich mit dem schlechten Feld plagen bis an sein Ende und auch nichts Rechtes herausbringen. Diese Prophezeiung betrübte Pavel. Ihn im Glauben an sein Feld zu erschüttern, vermochte sie nicht. Er bestellte den alten Vigil, der sich seinem Pflegesohn, wie er ihn nannte, mit Haut und Haar geschenkt hatte und tagelang neben Lamour auf seiner Schwelle hockte zum Hüter seines Grundbesitzes und Vigil übernahm das Amt freudig, vermochte jedoch nicht mehr, es zu versehen. Vor seinen Augen vollzog sich frevel um frevel an Pavels Eigentum. Die Vorwürfe, die Vigil deshalb hören musste, nahm er mit einem verschmitzt schalkhaften Lächeln hin und sprach, »Geh, Pavlicek, was liegt dir an dem Krempel? Du kannst ihnen bald die ganze Geschichte hinwerfen. Wirst bald ganz andere Grundstücke haben.« Pavel geriet in Zorn, bewies ihm solche Reden und wandte sich rasch ab, um den Eindruck zu verbergen, den sie auf ihn hervorbrachten. Der Alte wurde immer aufgeräumter. Sein schwaches Lebensflämpchen schien neu aufzuflackern, in das der Sommer hinwälkte. Ein Wunder, das ihn beglückte, war im Begriff, sich zu vollziehen. Er, der gebrechliche Kreis, sollte den jungen, starken Peter überleben. Ja, das war das Einzige, was ihn freute. Er sollte den Peter überleben. Der Arzt machte kein Geheimnis daraus, dass sie ihn aufgegeben. Alle Leute wussten es, nur Winsker wollte es nicht glauben und der Kranke selbst sagte, »Ich werde gesund, sobald ich mich ausgerustet habe.« Peter kämpfte mit dem Tode wie ein Riese. Je näher der ihm kam, desto mutiger wehrte er sich. »Nützt alles nichts«, vertraute sein Schwiegervater jedem, der es hören wollte, an. »Die erste Frost nimmt ihn doch mit. Der Herr Doktor hat es mir gesagt.« Und Vigil konnte den ersten Frost kaum erwarten. Eines frühen Morgens im Oktober schaltet der Klang des Zügenglöckleins durch das Dorf. An ein Fenster der Grubenhütte wurde geklopft und Lammur schlug an. Paffel fuhr aus dem Schlafe, die Tür seiner Stube war geöffnet worden. Vigil stand da, das Gesicht brennrot, die mit einem Rosenkranz umwundenen Hände auf den Stock gestützt und sprach, »Was sag's dazu, Pavlitek?« »Die Winsker ist eine Wittib.« Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 von »Das Gemeindekind« von Marie, Freifrau von Ebner Eschenbach Diese Liebebox-Aufnahme ist in der Pappel Domain. Der Winter in diesem Jahr tritt gleich am Anfang mit ungewöhnlicher Kälte und ungewöhnlicher Reinlichkeit auf. Der Schnee tritt an den ganzen Tag und eine ganze Nacht hindurch in kleinen, dichten Flocken aus massigen Wolken niedergewirbelt war, blieb Silberweiß liegen. Auf den Fahrwegen bildeten sich glatte Schlittenbahnen und schmale Fußpforte liefen glitzernd von Haus zu Haus und am Rande der Felder hin. An der Hütte Pavls vorbei stängelte sich der meistbenützte von allen, der Pfad, den die Holzknechte auf ihren, jetzt regelmäßigen Gängen in den herrschaftlichen Wald ausgetreten hatten. Wenn sie am Morgen an die Arbeit gingen, braffen sie Pavl schon und wenn sie gegen Abend aus der Arbeit kamen, schien der unermüdliche Bursche gerade auf den Punkt angelangt, auf den der Fleiß zum Hochgenuß wird, zur seligen Besessenheit. Sie blieben dann meistens vor seinem Gärtlein ein wenig stehen, sahen ihm zu und wechseln ein paar Worte mit ihm. Einmal tat Hanusch, der Roheste unter den Rohn, als ob er nicht imstande wäre, zu erkennen, was für ein Ding das sei, mit dem Parfels zur Seite neigte und mit dem Pfeifenrohr nach den übrigen deutete, die werden sehen, ich weiß schon. Wetzt und ein Seidel, dass ich's weiß? Das Gekicher der anderen bewies, dass sie eingeweiht waren in den versteckten Sinn der Behauptung ihres Gefährten. Pavl aber kümmerten diese elenden Neckereien wenig und er sandte den Urhebern derselben, wenn sie sich endlich trollten, höchstens ein gelassenes »Hol euch der Teufel« nach. Der Holzknechte wegen wäre es ihm nicht eingefallen, den an seinem Wohnort vorbeiführenden Fußsteig zu verwünschen. Er verwünschte ihn aus einem viel triftigeren Grunde. Auf diesem Fußsteig kam jetzt ein auch zweimal die Woche Mägtleins Lava dahergewandert, als Botin der Frau Baronin an den Oberförster. Der alte Herr war krank gewesen, er holte sich langsam und zur Unterstützung der Fortschritte seiner Rekonvaleszenz sandte ihm die gnädige Frau allerlei gute Sachen. Edeln Wein aus ihrem Keller, feine Rehrücken, kräftige Hammelkeulen und meistens was Lava die Überbringerin dieser Leckerbissen. Pafel bemerkte mit Vertross, dass sie den Schritt verlangsamte, wenn sie in die Nähe seines Gärtleins kam und seine Ansiedlung neugierig betrachtete. Was hatte sie zu betrachten? Was hatte sie sich, um seine Ansiedlung zu kümmern? In guter Absicht geschah es gewiß nicht. Er gefiel sich darin, sein Vorurteil gegen sie zu nähern. Er überredete sich unter anderem, dass sie die Anführerin der Kinder gewesen, die ihm dereinst seine Ziegel zertreten hatten. Sie auf der Tat zu ertappen war ihm allerdings nicht gelungen. Aber das bewies keineswegs ihre Unschuld. Es zeigte nur, dass sie sich darauf verstanden, rechtzeitig die Flucht zu ergreifen, die von ihr verleiteten, ihm entscheidenden Augenblick treulos verlassend. Wie sie an ihren Spieß gesellen, hatten hundert und hundertmal die Genossen seiner Buben Streicher an ihm gehandelt. Er wusste, wie er es tat, in der Patsche stecken gelassen zu werden. Nachträglich noch hätte er für sein Leben gern den Verratenen eine Genugtum verschafft, sollte sie auch in nichts anderem bestehen, als in einem an die Verräterin gerichteten eindringlichen Vorwurf. Gewöhnlich verbiss sich Pavel, wenn der Slava von weitem erblickte, derart in seine Beschäftigung, dass es nichts zu geben schien, wichtig genug, ihn darin zu unterbrechen. Einmal machte er aber doch eine Ausnahme. Da kam sie daher mit ihrem Henkelkorbe leichten Ganges, vom Sonnenlicht umflossen, die Hexe, trug ein dunkles Wolltuch um das von der Winterkälte rosig angehauchte Gesicht, knüpft, eine gute, gefütterte und doch ungemein zierliche Jacke, ein faltenreiches Röcklein, das bis zu den Knöcheln reichte, blau mit weißen Sternchen besät, und hohe Stiefel an den schlanken Füßen, unter denen der Schnee knisterte. Und munter und frisch war sie, daß es ein Vergnügen hätte sein müssen, sie anzusehen, weil einem das Herz nicht voll des Gräuels gegen sie gewesen wäre. Bei der Umzäunung der Grubenhütte angelangt, hemmte sie, wie sie pflegte, einen Schritt und musterte das Häuschen von Grunde bis zum Fürste. Plötzlich richtete Pavel sich von seiner Arbeit auf, warf die Hacke hin und auf das Mäglein zuschreitend sprach er, was schaust? Und sie, überrascht, aber nicht im Mindesten erschrocken, wurde sehr rot und erwiderte, was soll ich schauen? Nichts, versetzte Pavel unwirsch, gar nicht schauen sollst, weitergehen sollst. Das schien jedoch keineswegs ihre Absicht, vielmehr hatte sie sich dem Zaun genähert und der Pavel dies seinerseits auch getan, standen sie ziemlich nahe aneinander. Sie, in der ganzen Zuversicht ihrer Schönheit, ihrer Jugend, ihres Frohsinns, er, in seiner befangenmachenden Erbitterung gegen sie, gegen ihre lügenhafte Anmut und Holzeligkeit. Slava hatte ihren Korb neben sich auf den Boden gesetzt und bewachte ihn fortwährend mit ihren Blicken, als ob sie fürchte, dass er davonlaufen werde, sobald sie ihn aus den Augen ließe. Und so, mit gesenkten Liden und leise bebenden Lippen sagte sie, ich schaue das Haus an, weil ich mich nicht getraue, dich anzuschauen. Pavel zog die braunen Finster zusammen und murmelte etwas von einem bösen Gewissen. Da wurde sie wieder rot. Wer hat ein böses Gewissen? Der fragt, ich? Warum hätte denn ich ein böses Gewissen? Die gehorchelte Treuherzigkeit, mit welcher diese Frage gestellt war, erweckte Pavels Zorn und während tausend brennende Ausdrücke für denselben sich ihm auf die Lippen drängten, plumpste er heraus mit dem Schwächsten, dem Kindlichsten. Hast du mir nicht, meine Ziegel zu treten? Das Mädchen erhob die Augen, ihr Blick ruhte voll und hell auf ihm. Wann soll ich das getan haben? Das habe ich nie getan. Lüg nicht, herrschte es Jan. Ich lüge nicht, erwiderte sie. Warum sollte ich lügen? Ich habe es nicht getan und damit gut. Er glaubte ihr. Er konnte nicht anders als ihr glauben. Und schon etwas besänftigt fuhr er fort. Bist du mir nicht nachgelaufen mit einem Stein in der Hand? Aber Pavel, wer wird sich denn so was merken, was ein dummes Kind getan hat? Was hast du nicht alles getan? Sie schlug leicht und sierlich mit der Hand in die Luft. So was vergisst man. Ich bitte dich, Pavel, vergiss das. Er schwieg. Es überkam ihn wie Scham über sein allzu treues Gedächtnis. Hatte es ihr nicht recht? So was vergisst man? Von Verzeihen, ja von Dankbarkeit gegen die Urheber unserer Prüfungen hatte Milada gesprochen. Von Vergessen der Beleidigung nicht. Um ihm davon zu sprechen, von diesem gründlichen Heilmittel, hatte die kleine nichtsnutzige Feinde entkommen müssen. Sie sagte noch ein paar freundliche Worte, beugte sich, hob ihren Korb auf und setzte ihre Wanderung fort. Pavel blieb allein mit L'Amour, mit seiner Arbeit und mit seinen Gedanken. Vergiss, dann brauchst du nicht zu verzeihen. Vergiss, dann hast du auch keinen Grund, dir etwas darauf einzubilden, das du verziehen hast. Wenn man's nur trefe. Er besann sich, dass er es einmal getroffen hatte, der hübschen Widersacherin gegenüber, damals, als er aus dem Schloss gestürzt kam, voll des Glücks über das große Geschenk der Frau Barronen. Und was einmal zufällig und unwillkürlich gelang, sollte es nicht wieder gelingen können, freiwillig und mit gutem Bedacht. Bei ihrem nächsten Gange zum Forsthause hielt Slava abermals ein Ständchen mit Pavel und seine erste Frage an sie war, wenn du kein schlechtes Gewissen gegen mich gehabt hast, warum hast du dich gefürchtet, mich anzuschauen? Weil du immer so verdrießig gewesen bist und schreckliche Augen auf mich gemacht hast. Das mag ich nicht. Ich hab's gern, dass man fröhlich ist und mich freundlich ansieht. Mit diesem Mann meinte sie nicht etwa ihn allein, sie meinte jeden. Pavel täuschte sich nicht lange darüber. Es war ein Teufelchen der Lustigkeit in ihr, das sie antrieb, den Ernst zu bekämpfen, wo immer sie ihm begegnete. Und diese Lustigkeit, die fast bis an die Grenze der Ausgelassenheit gehen konnte, verbunden mit den hohen Ehren, in welchen sie ihr nettes Persönchen hielt und ihrem jungfräulich süchtigen Wesen machte ihren von Jung und Alt empfundenen Zauber aus. Auf niemanden jedoch wirkte er unwiderstehlicher als auf Arnust. Den hatte sie völlig umstrickt und er machte Pavel gegenüber weder einen Hehl aus seinen Liebesschmerzen noch aus seiner Eifersucht auf ihn. Als ein Verständiger mit praktischem Sinn ausgerüsteter Bursche fand er nichts erklärlicher, als er Slava den Inhaber eines Hauses und eines Feldes ihm, der nur ein Haus und in der zugehörigen kleinen Gemeinde Anteil besaß, vorziehen müsse. Das Pavel in die Reihen der Bewerber um die Gunst oder die Hand des hübschen Mädchens zu treten wie Absichtiger schien ihm so ausgemacht, dass er nicht einmal danach fragte und sein Freund, der mir das zu verstehen gab und der schon hat sagen wollen, bist ein Narr? Ich denk nicht an sie, sie ist mir gleich wie was, verschluckte diese Antwort, denn er wollte nicht lügen. Gleichgültig war sie ihm nicht, sie hatte es doch auch ihm angetan, nicht wie dem Arnust, von einem Blinden verliebt sein war bei ihm keine Rede, aber warm machte ihm ihre Nähe und überaus gut gefiel sie ihm und überaus lieb wäre es ihm gewesen, wenn er den Zweifel hätte loswerden können, der sich in ihrer Gegenwart immer wieder meldete und eine gewisse Bange und bestimmte Erwartung. Jetzt, denn jetzt wird sie etwas tun, das mir ans Herz greifen und mir die Freude an ihr verderben wird. Ein anderes Bedenken, das ihn früher schwer gepeinigt hatte, war er ganz los geworden, das, wird mich denn eine ordentliche nehmen? Wird eine ordentliche unter einem Dach mit meiner Mutter leben wollen? Nun, die Slava war eine ordentliche und ließ ihn merken, dass sie nehmen würde, obwohl sie recht gut wusste, dass die Mutter heute oder morgen heimkehren und Aufnahme finden werde bei ihrem Sohn. Sie fragte ab und zu nach ihr und sprach einmal, eine Mutter bleibt halt doch immer eine Mutter, sie soll sein, wie sie will, wenn man nur eine hat. Ich habe keine. Pafel begrüßte sie nun stets sehrartig, machte nie mehr schreckliche Augen auf sie, verhielt sich aber, was auch in seinem Innen drängte und gärte, äußerst zurückhaltend gegen die Kleine, während Arnust vor ihr in Weiche zerschmolz oder in Flammen aufloderte. Der verliebte Bursche war immer genau unterrichtet von jedem ihrer Schritte und immer traf sich's, dass er an den Tagen, an denen sie einen Botengang ins Forsthaus unternahm, zufällig just nichts zu tun hatte und sich Pafel zur Verfügung stellen konnte, um ihm bei seiner Arbeit behilflich zu sein. Kaum die erwartete dann, so fanden sie die zwei an den Zaun gelehnt und ihrer harrend. Mehr sie in größerer Sehnsucht tat, ob der Ernste, Verschlossene, ob der Andere, sie selbst wusste es nicht. Sie benahm sich mit beiden gleichherzlich, gleichkameradschaftlich, sprach aber mehr mit Arnust, weil sich der viel besser aufs Scherzen und Spaßen verstand. Nach Weihnachten brachte Slava einmal eine Kunde aus dem Schlosse, durch welche alle eingeschlummerten Sorgen Papis über seine Schwester wieder wachgerüttelt wurden. Milada war krank gewesen, die Frau Baronin hatte neuerdings einen Besuch im Kloster gemacht und war von neuem getröstet heimgekehrt. Es ging besser, versicherte sie, es ging gut. Dennoch hatte sie sich von ihrem Kinder nicht leicht getrennt, gedachte bald, zu ihm zurückzukehren und dann mehrere Wochen, als Gast der Frau Oberin, im Kloster zu verweilen. Vorher aber, ließ sie Pavel sagen, wolle sie ihn noch sprechen. Er beeilte sich, von der Erlaubnis Gebrauch zu machen, fand die alte Dame gebeugt und unruhig und, je mehr sie das war, desto bemüht er, sich selbst Frieden zu erringen und den der Andere nicht zu stören. Die Frau Baronin gab Pavel das Versprechen, ihm unmittelbar nach ihrem Eintreffen in der Stadt eine Zusammenkunft mit Milada zu erwirken und nahm dafür sein Wort in Empfang, dass er sich um eine solche nicht auf eigene Hand bemühen werde. Er schrieb an Milada, er hielt einige schöne, tröstliche Zeilen, wartete auf die Abreise der Frau Baronin und als diese erfolgte, auf die Berufung zu seiner Schwester. Sein Herz war schwer und wurde etwas leichter, wenn es Pavel gegönnt war, sich an dem Anblick des holden Mädchens zu laben, das Arnus und er nicht mehr anders als die Goldamsel nannten. Die Zeit kam, in welcher es törig zu finden begann, sich länger gegen die in ihm aufkeimende Neigung zur Wehr zu setzen. Dass Lava eine besondere Liebe für ihn hege, bildete er sich nicht ein. Aber er zweifelte auch nicht, dass sie, wenn Arnus und er um sie freiten, ihm den Fort zu geben und, einmal verheiratet, ein braves Weib sein werde, wie sie ein braves Mädchen gewesen war. Aus Rücksicht für den Freund, auf sie zu verzichten, der Gedanke war ihm im Anfang allerdings manchmal durch den Sinn geflogen. Aber diese Regungen der Großmut hatten sich in dem Maße vermindert, als ein Wohlgefallen an dem munteren Ding wuchs und wuchs. Gegen Arnus war er so aufrichtig, wie dieser gegen ihn. Wie lieb du sie hast, ich hab sie lieber, sagte Arnus. Was nützt das, wenn sie mich nimmt, sagte Pavel. Und ich werd sie nächstens fragen. Ich will auch einmal glücklich sein. Arnus erwiderte, frag sie. Sein Entschluss war gefasst. Am Tage, an dem Pavel das Jahr, was Lavas erhielt, wollte er die Hütte, in welche er seit dem Tode seiner Mutter allein hauste, verkaufen und Soldat werden. Es ist kein schlechtes Leben beim Militär, besonders für einen, der es wie Arnus schon nach zweimonatlicher Dienstzeit zu einer Charge gebracht hatte. Eines nebligen Januar-Vormittags kam ein höchster Aufregung zu Pavel und teilte ihm mit, heute mache die Kleine ihren letzten Besuch beim Oberförster. Er sei gesund, die Sendungen aus dem Schlosse hörten auf. Arnus stand der Angstschweißer auf der Stirn, in seiner Brust ging es zu wie in einem Pochwerk. Ich halt's nicht mehr aus. sagte er, heute musst du reden oder ich rede. So red, sagte Pavel, ich werde aber auch reden. Sie sahen einander mit Augen an, aus denen der Hass funkelte und gingen hinter dem Zaun hin und her wie zwei Löwen im Käfig. Lammur saß auf der Schwelle, schwarz und hässlich und beobachtete in stiller Verachtung die beiden von der Leidenschaft gequälten Menschenkinder. Nun brach ein breiter Sonnenstrahl durch den weißen Dunst, der ringsum auf den Feldern und Wegen lagerte und verwandelte ihn in Licht und farbig glitzernden Duft, von dessen durchsichtigen Schleiern umwoben die kleine Slava herannahte, an diesem Tage, gerade an diesen, an dem die feindlichen Freunde ein Wort im Vertrauen an sie zu richten gedachten, nicht allein. Sie hatte eine Begleiterin mitgenommen, die Winska. Arnus und Pavel entdeckten es zugleich und der erste rief und der zweite murmelte Verwünscht! Ein kleines Stück Weges hinter dem jungen Weibe und dem jungen Mädchen kam die Schar der Holzknechte. Sie gingen heute so ungewöhnlich spät in den Wald, weil gestern Sonntag gewesen war und weil ein Holzknecht, der sich achtet, am Montagfrüh immer Feierabend macht, wie Herr Arnus zu sagen pflegte. Winska schien es für nötig zu halten, ihr Kommen dadurch zu erklären, dass sie mit dem Herrn Oberförster wegen des Ankaufs vom Bauholz sprechen müsse und sich Slava angeschlossen habe, weil sie es zu zweien doch immer besser gehe. Arnus fing das Wort zugleich auf, gab ihr Recht und ihre Gefährtin anstarrend stammelte etwas Verworrenes von der Torheit, das nicht einzusehen und lieber Laien dahin zu trotteln durchs Leben statt mit einem, der einen übermenschlich gern hat. Pafel flüsterte ihm ein zorniges Ritono zu und nachdem sein erster Vertruss über Winskas Anwesenheit verraucht war, forderte er sie und Slava auf, bei ihm einzutreten und ein wenig zu rasten. Damit öffnete er das Gitterpferdchen und hieß sie, nachdem sie seiner Einladung Folge geleistet hatten, nicht ohne hausherrliche Würde auf eigenem Grund und Boden willkommen. Diese Höflichkeit vollzog sich vor den Augen der heranrückenden Holzknechte und gab den Wüstengesellen Anlaß zu Glossen der empörendsten Art. Pafel wusste keine Antwort darauf und von seinem Platze aus rief er mit unterdrückter Wut den Holzknechten zu. Packt euch! Sie erwiderten mit Rohheiten, schlimmer als alle vorhergehenden und Hanusch bequem an den Zaun gelehnt die Pfeife zwischen den Zähnen tat, als ob er den im Gärtlein liegenden Dachstuhl aufmerksam betrachtete und sprach. Der ist ja fertig, jetzt kannst du anfangen einen Stall zu bauen. Bau ihn, bau ihn, dummel dich, die du einstellen willst ist schon auf dem Weg. Die aus dem Zuchthaus. Die, ja, die, scholl es im Chor und Hanusch schrie, dass die anderen in seinem Hals schwollen. Nehmt ihn, Weiblein, vor der Schwiegermutter aus dem Zuchthaus braucht ihr euch nicht zu fürchten, die kommt in den Stall, die Mutter. Die Worte reuten ihn. Pafel hatte sich aufgebäumt, aus seiner Brust drang ein gräßliches Stöhnen, über die Zähne floß das Blut der zerbissenen Lippe. Einen Augenblick schaute er. Da stand die Frau, die er geliebt hatte. Da stand das Mädchen, das er liebte. Da, der ehrliche Bursche, dem er es streitig machen wollte, und dort am Zaun der Schurke, der ihn in ihrer Gegenwart unauslöschlich beschimpft hatte. Auf dem Boden aber, zu seinen Füßen, lag sein gutes Zimmermannsbeil. Die Dauer eines Blitzes, und er hatte es ergriffen und geschleudert. Hanusch kreischte und bog aus. Das nach seinem Kopf gezielte Beil flog haarscharf an seinem Ohr vorbei. Alle schrien. Pavel stieß Winsker weg, die ihm den Weg vertreten wollte, schwang sich über den Zaun und sprang mitten unter die Holzknechte hinein. So furchtbar war er anzusehen, ein so maßloser Zorn sprühte aus seinen Augen, dass der ganze trug vor ihm zurückweg, am weitesten Hanusch, die Hand am Ohr. Aber schon war er ereilt und gestellt von einem, der noch rascher gewesen als Pavel. Lamour hatte ein unheilverkündetes Knurren ausgestoßen, sich seinem Herrn vorangeworfen und Hanusch an der Gurgel gepackt. Der glitt aus, wankte und stürzte dicht vor Pavel nieder, die vorgequollenen Augen in verzweiflungsvoller Angst auf ihn gerichtet, der schon seinen Fuß erhob, um den Mund zu zermalmen, der ihm solche Schmach angetan. Plötzlich jedoch, wie von Abscheu und entsetzten ergriffen, totenbleich geworden, stampfte er den Boden und rief, Zurück, Lamour! Ungern ließ der Hund ab von seiner Beute, Hanusch erhob sich mühsam, seine Genossen machten Miene, alle zusammen auf Pavel loszugehen, besannen sich aber eines anderen. Sie parlamentierten noch eine Weile mit Arnust, wenn Pavel dumpf vor sich hinbrütend dastand und zogen endlich, kleinlaut geworden, weiter. Erst in einiger Entfernung vom Grubenhaus faßten sie den Mut, sich zurückzuwenden und in Drohungen zu ergehen, auf welche niemand hörte und die auch nicht erfüllt wurden. Die zurückgebliebenen bildeten eine kleine, stumme Gruppe. Pavel schien der Letzte sein zu wollen, das Schweigen zu brechen. Er war an die Tür der Hütte getreten und sah zu seinem Hunde nieder, der seinen Blick ernst und verständnisvoll erwiderte. Eine Weile verging, bevor sich Slava so weit ermunterte, dass sie Pavel an seine vorhin gemachte Einladung erinnern konnte. Halblaut erneuerte er dieselbe und lächelte das Mäglein, auf dessen Gesicht sich die Spuren des überstandenen Schreckens malten, fremd und traurig an. Man trat ins Haus, in die durch Habrechts Großmut eingerichtete Stube, mit der niederen Decke, mit den kleinen Fenstern und dem Fußboden aus gestampftem Lehm. Der Tisch stand in der Mitte der Stube, wie er in der Mitte des Lehrerzimmers gestanden hatte, der alte Lehnstuhl und drei Sessel um ihn herum. In der Ecke, der Herdnische gegenüber, der schmale Schrank, der das Heiligtum des Hauses trug, das Freundes kostbares Vermächtnis, die Bücher, in denen immer zu lesen er Pavel empfohlen hatte. Nicht umsonst, man sah es in schlichten Bänden an, dass sie oft, wenn auch in schonender Ehrfurcht, zur Hand genommen wurden. Winska nahm Platz im Lehnstuhl, Slava auf einem Sessel neben ihr. Die erste schwieg, die zweite äußerte sich verbindlich über die Reinlichkeit, die im Hause herrschte, brach aber ab, verwirrt durch die strengen Mienen der drei anderen. Arnest war zu Pavel getreten und hatte ihm ein paar Worte zugeraunt. Pavel hatte den Kopf geschüttelt, sich, nicht mehr geregt und stand, wie auf dem Fleck angewurzelt, in finst'rer Gedanken versunken. Lange bezwang sich Arnest, zuletzt aber siegte seine Ungeduld. Er fasste Pavel bei der Schulter und sprach, »Was simulierst? Hör auf! Was liegt dir dran, was ein paar Betrunkene reden?« »Ja«, fiel die Kleine mit ihrer glockenhellen Stimme ein, »Was liegt dir dran? Lass die Leute reden und sprechen wir lieber von was Lustigem.« Pavel horchte auf, eine so liebe Stimme und konnte doch einen Missklang erwecken. »Von was Lustigem?« »Gut.« »Ich hab's nicht anders im Sinn.« Er lachte herb und trocken, kam auf den Tisch zu und wandte sich an die Kleine. »Ich bin ein Freiwerber«, sprach er. »Für den da, für den Arnest.« »Wir haben es schon lang zusammen ausgemacht, dass ich dich fragen soll, ob du ihn nimmst.« »Mach keinen schlechten Spaß«, fuhr ihn Arnest derbern. »Was soll denn das heißen?« Und noch derber gab Pavel zurück. »Willst du vielleicht nicht mehr werden?« »Ist die Lieb schon verraucht?« »Oberst Lieb betrifft«, der Ausdruck, mit dem diese Worte gesprochen wurden, erledigte die Frage übergenügend. Eine Viertelstunde später fiel ihm ein Brautpaar die Hütte Pavels. Der Bräutigam glückselig, die Braut still zufrieden. Arnest war ihr lieber als Pavel. Noch lieber jedoch wäre er Arnest mit dem Felde Pavels gewesen. Minsk empfahl sich zugleich mit den Verlobten, die sie ins Forsthaus begleiten wollte. Am Ausgang des Gärtchens jedoch hieß sie die jungen Leute vorangehen, blieb stehen und sprach zu Pavel. »Was war das jetzt?« »Es hat geheißen, du hast die Slava gern.« »Ich hab sie auch gern«, rief er. Und mit seiner Selbstbeherrschung war es zu Ende. »Aber wie soll denn ich heiraten?« »Wie soll denn ich ein Weib nehmen?« »Ich, dem's alle Tag geschehen kann, er weiß nicht wie, daß er einen erschlagen muß, weil er sich nicht anders helfen kann?« »Ich hab Schand fressen sollen.« »Dazu hat die Mutter mich geboren.« »Jetzt haben sie was Bessres aus mir machen wollen, der Herr Lehrer und meine Schwester Milada. Und jetzt schmeckt mir die Schand nicht mehr. Und jetzt bring ich sie nicht mehr hinunter, das ist mein Unglück.« Nach einer Pause, in welcher Winsker die Augen fest auf den Boden gerichtet hielt, sagte sie, »Du bist mitgegangen beim Bekriegnis von meinem armen Peter.« »Ich hab dir noch nicht danken können, weil du mir immer ausweichst.« Er zuckte die Achseln und erwiderte, »Ich werde dir nicht mehr ausweichen.« Lieber Pavel nahm sie nach abermaliger Pause wieder das Wort. »Ehe ich geh, mußte noch was anhören. Ich hab keine Ruh, die Leute lassen mir keine Ruh. Mein armer Peter ist erst drei Monate tot, und schon haben sich zwei Freier bei mir gemeldet.« »So sucht ihr einen aus?« »Ich glaube«, sagte Winsker, nachdem sie eine Weile in den Schnee geblickt, »dass ich eine Witwrau bleiben werde.« »So bleib eine Witwrau.« »Leb wohl.« Schon in Begriffe zu gehen, wandte sie sich noch einmal zu ihm und begann von neuem mit beklommener Stimme. »Du hast gut zu sagen.« »Leb wohl.« »Wenn man gegen jemanden so schlecht gewesen ist, wie ich gegen dich, lebt sich's nicht wohl.« »Deswegen brauchst du dir keine grauen Haare wachsen zu lassen«, sprach er ruhig. »Das hab ich alles vergessen.« Sie senkte den Kopf auf die Brust, ein Schmerzenszug umspielt ihren Mund. »Und du?« fragte sie, »wirst du wirklich immer ein Junggesell bleiben?« »Ja«, entgegnete er, »ich bleib der einsame Mensch, zu dem ihr mich gemacht habt.« Ende von Kapitel 18 gelesen von Julien Niedermeier Kapitel 19 von das Gemeindekind von Marie, Freifrau von Ebner-Eschenbach. Diese liebe Volksaufnahme ist in der Public Domain. Die Nachricht, die Pavla aus der Stadt erhalten sollte, traf ein und lautete sehr unbefriedigend. Die Frau Baronin ließ sagen, noch könne ihm die Erlaubnis, seine Schwester zu besuchen, nicht erteilt werden, aus welchem Grunde soll er später erfahren und sich vorläufig in Geduld fassen. Bald darauf kam ein Brief von Milada, in welchem sie Pavel bat, sein Kommen aufzuschieben. Auf das Liebreichste dankte sie im Vorhinein für die Erfüllung ihrer Bitte, verdröstete ihn auf das Frühjahr, versicherte, dass es ihr von Tag zu Tag besser gehe und schloss mit der Kunde, dass ihre Einkleidung, auf welche sie sich unaussprechlich freue, im Mai stattfinden werde. So musste Pavel sich bescheiden und tat es. Doch wurde es ihm nicht leicht. Jede Woche wenigstens einmal ging er ins Schloss und fragte, »Ist die Frau Baronin zurückgekommen?« und erhält immer zur Antwort, »Nein.« »Hat sie auch nicht geschrieben?« »Das wohl, um Anordnungen zu treffen, die auf eine neue Verzögerung ihre Rückkehr schließen lassen.« Mit der Heirat Slavas, die ihr pflichtgemäß angezeigt worden, hatte sie sich einverstanden erklärt, die Mädchen, die erbeten Entlassung und ein Geschenk gegeben, das nicht nur hinreichte, um die Kosten der Hochzeit zu bestreiten, sondern auch, um ein rundes Sümmchen für die Wirtschaft zu erübrigen. Dies alles, weil Slava, obwohl von früher Jugend an verweist, und auf eigenen Füßen stehend, sich stets brav geführt und nun unbescheuert an den Altar treten konnte. Am dritten Sonnabend nach Ostern fand die Trauung statt. Tafel fungierte als Brautführer. Er hatte sich schwer dazu entschlossen, tat es aber dann in guter Haltung und mit Stolz auf seinen, über sich selbst errungenen Sieg. Anton der Schmied vertrat die Stelle des Brautvaters, Winske, die der Brautmutter. Sie war trotz des großen Mitwendtuches, das sie sich über den Kopf gezogen hatte, schöner als die Braut selbst. Der Pfarrer sprach die Traurede mit ganz ungewöhnlicher Wärme, behrte auch die Neuvermählten mit seiner Gegenwart beim Festessen im Wirtshause. Der Doktor, der Verwalter, der Förster, der Bürgermeister und einige große Bauern kamen, ihren Glückwunsch zu bringen und den Dank des jungen Paares für die ihm ins Haus geschickten Geschenke zu empfangen. Alles ging ohne unanständigen Lärm, einfach, aber urnobel zu. Nach dem Essen wurde getanzt und nun ereignete sich das Erstaunliche. Vigil, der seit Jahren nur noch schleichen konnte, führte mit einer ungefähr im gleichen Alter wie er stehenden Magd eine Redowatschka an. Als die Musik auf sein Geheiß die Weise des längst aus der Mode gekommenen Tanzes angestimmt, hatten sich die Gesichter alle anwesenden alten Leute erheitert. Die Männer standen auf, jeder winkte der seinigen, sie legten die schwilligen Hände ineinander und schwenkten sich im Tanze hinter dem Hirten und seiner grauen Partnerin. Einmal wieder kamen sie in freundlicher Eintracht zusammen, die alten Paare, die vielleicht längst nichts mehr erkannten als Hader oder Gleichgültigkeit. Da spielte ein verschämtes Lächeln um manchen welken Frauenmund, da blitzte es unternehmend aus manchem trüben Männerauge. Bei der lieben Redowa erinnerten sie sich der Tage, in denen sie jung gewesen waren, untereinander sehr gut und tanzten sie unter dem Applaus ihrer Kinder und Enkel durch bis ans Ende. Manches hübsche Mädchen hatte Pafel schon angeblinzelt und gefragt, »Was ist's mit dir? Kannst nicht tanzen?« »Weiß nicht«, gab er zur Antwort. »Hab's noch nicht probiert?« »So probier's jetzt!« Aber das wollte er nicht, um nichts in der Welt sich da lächerlich machen vor einer so großen Versammlung. Er blieb dabei und widerstand sogar dem Bitten Slavas, die durchaus wenigstens einmal mit ihm getanzt haben wollte, an ihrem Ehrentage. Dem Beispiel, das er ihm ein Sagen gab, folgte die Winske. Sie drohte sogar, das Fest zu verlassen, als der Stürmischste ihrer Freier sie zwingen wollte, mit ihm in den Reigen zu treten. Pafel und sie wechselten hier und da in Wort, von seiner Seite, wenn nicht in Freundschaft, so doch in Frieden, von der ihren in tiefem Dank dafür, dass er mehr als verziehen, das er vergessen hatte. So war es auch. Mit der Liebe zu ihr war die Erinnerung an das Leid erloschen, das er durch sie erfahren. Und wenn es ihm gelungen, sagte er sich, diese erste Liebe, die im Kern seines Daseins gewurzelt hatte, mit ihm gewachsen und stark geworden war, zu besiegen? Sollte es ihm nicht ein leichtes sein, der Zweiten, über Nacht an seinem Lebensbaum erblühten Herr zu werden? Ein paar schmerzliche Regungen galt es noch zu überwinden und er war ein freier Mensch. Für immer, so Gott will, einsam und frei. Dass er sich in dieser Freiheit wohlfühlte, dazu trug heute alles bei. Der Tag war nicht nur für Arnus und Slava, er war auch für ihn ein Ehrentag. Zum ersten Mal stand Pafel auf gleich und gleich mit den Besten, die er kannte. unter einem Dach. Angesehene Bauern grüßten ihn, der Förster sprach lange mit ihm in fast väterlicher Güte, der Pfarrer holte seine Meinung in einer landwirtschaftlichen Frage ein, der Schmied wollte durchaus die Geschichte von der Maschine öffentlich erzählen und ließ sich nur aus Rücksicht für Winsker davon abhalten. Arnus beteuerte ihm laut und begeistert seine Dankbarkeit und ewige Freundschaft. Das Gemeindekind bewegte sich in einer Atmosphäre von Achtung und Wohlwollen, die es einsog durch alle Poren und umso inniger Genoss als eine Leisstimme in seinem Innern warnte, freu dich dieser Stunde, sie wiederholt sich dir vielleicht nie. Mit der Achtung, mit dem Wohlwollen wird es aus sein, wenn die Mutter kommt. Und sie kann morgen kommen, wer weiß, sie kann schon da sein. Er kann sie finden, wenn er sein Haus betritt, in seiner Stube, an seinem Herd. Da faßte es ihn mitten in seinem stillen, schwermütigen Glücke mit übermächtigem Drang. Hinweg! Überlaß der Mutter Hütte und Feld und du, wander fort, weit, weit in die Welt unter fremden Menschen, die nichts von dir und nichts von deinen Eltern wissen. Lerne und werde, wenn auch später als ein anderer mehr als die anderen. Diese Gedanken hafteten, begleiteten ihn heim, waren seine letzten, als er einschlief, und seine ersten, als er aufwachte. Am Morgen jedoch, als er seine im Herbst gepflanzten Kirschbäume besuchen ging und sah, wie die meisten von ihnen schon Blüten über Blüten angesetzt hatten und als er seinen Feldabschritt, auf dem die erste, von ihm gesäte Frucht grünte, da fühlte er, dass ihm das Scheiden doch schwer sein würde. Und dann, wenn seine Schwester Milada, wenn Habrecht von den Fluchtgedanken, die erhegte, wüßten, was würden die wohl sagen? Kleiner Mensch, bleibe in deinem kleinen Kreise und suche still und verborgen zu wirken auf die Gesundheit des Ganzen. Das war auch einer der Aussprüche des Freundes gewesen, der im Augenblick, in dem er getan wurde, von Pavls Verständnis empfangen worden war, wie das Samenkörnern des Evangeliums vom Felsengrunde. Jetzt aber glich seine Seelen nicht mehr dem steinigen Boden, sondern einem guten Erdreich und das Samenkörnlein keimte und ging auf und mit ihm eine Fülle von Erwägungen. Eine Stimme, die seinen Namen rief, beckte Pavel plötzlich aus seinem Sinnen. Auf ihn zugelaufen kam ein herrschaftlicher Stallpage, winkte von Weitem und rief, »Die Frau Baronin hat einen Boten geschickt. Du sollst gleich zu ihr in die Stadt. Du sollst fahren.« »Ich werde doch gehen können«, erwiderte Pavel, dem es vor Überraschung Freude Schrecken heiß und kalt durch die Adern lief. »Warum denn fahren?« »Dass du früher dort bist vermutlich. Mach nur, es wird schon eingespannt.« Hastig wechselte Pavel die Kleider und rannte ins Schloß. Die Fahrgelegenheit wartete bereits. Ein paar kräftige Wirtschaftspferde vor einen leichten Wagen gespannt brachten ihn in kurzer Zeit nach der Stadt an die Pforte des Klosters, wo ihn, auf seinen Schellen, die Pfertnerin mit den Worten empfing, »Ich soll sie zu der Frau Baronin führen.« »Ist meine Schwester bei ihr?« »Wie geht's meiner Schwester?« fragte Pavel mit versagenem Atem. Die Nonne antwortete nicht. Sie schritt ihm schon voran über eine Treppe durch einen bildergeschmückten Gang, an dessen Ende einer dunklen Doppeltür gegenüber ein lebensgroßer Heiland am Kreuze hing. »Wie geht's meiner Schwester?« wiederholte Pavel. Die Pfertnerin dortete nach dem Dornen gekrönten Haupte des Erlösers, sprach »Denken Sie an seine Leiden«, öffnete die Tür und hieß ihn eintreten. Pavel gehorchte und befand sich in einem saalähnlichen, feierlichen Gemach, in dem die Frau Baronin und die Frau Oberin standen, die alte Dame auf den Arm der Freundin gestützt. »Gott zum Gruße«, sagte die ehrwürdige Mutter. Die Baronin wollte reden, vermochte es aber nicht und brach in Tränen aus. Auch Pavel konnte nur stammeln. »Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Was ist denn bei einer Schwester? Ist sie krank?« »Sie ist genesen«, sprach die Oberin, eingegangen zum ewigen Lichter. Pavel starrte sie an, mit einem Blicke der Qual und des Zornes, vor dem ihre schönen, ruhigen Augen sich senkten. »Was heißt das?« schrie er auf in seiner Pein. Da machte die kleine Kreising sich los von dem Arm ihrer starken Freundin und schwankte auf Pavel zu mit ausgestreckten, zitternden Händen. »Armer Bursche«, schluchzte sie, »deine Schwester ist tot. Mein liebes Kind ist mir vorangegangen, mir Alten, müden.« Die Knie versagten ihr, sie war im Begriff umzusinken. Pavel fing sie auf und die alte Gutsfrau weinte an seiner Brust. Er geleitete sie behutsam zu einem Lehensessel und half ihr, sich darin niederzulassen. Dann, am ganzen Leibe bebend, wandte sich zur Oberin, »Warum hat meine Schwester mir geschrieben, dass es ihr besser geht, von Tag zu Tag?« »Sie hat es geglaubt und wir durften ihr diesen Glauben lassen, bis die Zeit kam, sie zum Empfang der heiligen Wegzehrung vorzubereiten.« Sie hielt inne. »Vorzubereiten«, wiederholte Pavel und drückte die Hand an seine trockenen, glühenden Augen. »Sie hat also gewusst, dass sie sterben muss?« Die Oberin machte ein bejahendes Zeichen. »Und hat sie nicht gesagt, dass sie mich sehen will? Nicht gesagt, ich will meinen Bruder noch sehen?« »Frau Baronin«, rief er die Greisin mit erhobener Stimme an, »hat sie nicht gesagt, ich will meinen Bruder noch sehen.« »Sie hat dich tausend und tausendmal grüßen und segnen lassen, aber dich zu sehen hat sie nicht mehr verlangt«, lautete die Antwort, und die ehrwürdige Mutter fiel ein. »Sie war losgelöst, von allem Irdischen, sie gehörte schon im Himmel an. Sie sah ihn offen in ihrer letzten Stunde, sah Gott in seiner Herrlichkeit und hörte den jauchzenden Gesang der Engelchöre, die sie willkommen hießen im Reiche der Glückseligen. »Wann ist sie gestorben?« birgte Pafel hervor. »Gestern Abend.« »Gestern Abend,« während er ein Fest mitfeierte, während seine Gedanken so fern von ihr waren. Mit wildem Zweifel ergriff es ihn. »Es kann nicht sein, es ist ja unmöglich.« Und er rief, »Wo ist sie?« »Führen Sie mich zu ihr.« »Sie ist noch nicht aufgebahrt,« versetzte die Oberin. Aber Pafel ließ keinen Einwand gelten, und die gebietende, die zu herrschen gewohnte, gab nach. Sie stiegen die Treppe zum zweiten Geschoss empor, durchschritten einen Gang, in welchen viele Türen mündenden. Vor der einen blieb die Oberin stehen. »Das Zimmer Marias,« sprach sie in tiefer Ergriffenheit. Pafel stürzte vor und riss die Tür auf. In der weiß getünchten, von sonnenlich durchflutenden Zelle mit dem vergitterten Fenster, mit den glatten Wänden, stand ein schmales Bett, eine Wachskerze in schwarzem, eisernem Leuchterbrante, zu dessen Häupten und eine zu dessen Füßen. Vor demselben knieten, im Gebet versunken, zwei Klosterfrauen, und auf dem Bette lag, mit einem Linnen bedeckt, eine starre, hagere Leiche. Die Oberin näherte sich ihr und zog das Tuch vom Gesicht herab. Pafel prallte zurück, taumelte und schlug an den Türpfosten an, an dem er stehen blieb und sich wand wie ein Gefolterte. Endlich, endlich brachen Tränen aus seinen Augen und er schrie, »Das ist nicht meine Milada! Das ist sie nicht! Wo ist meine Milada?« Er war nicht zu beruhigen, sein Schmerz spottete des Trostes. Die Frau Baronin ließ ihn rufen, weinte, sprach von Milada und er hatte nicht das Herz ihr zu sagen, was er unaufhörlich dachte. Würde man sie zur rechten Zeit aus dem Kloster genommen haben, sie wäre jetzt am Leben. Du hattest dein Kind noch und ich noch mein lichtes Vorbild, mein kostbarstes Gut. Auf den Wunsch der alten Frau blieb er in der Stadt bis zum Tage des Begräbnisses, irrte in den Gassen umher, durch den ungewohnten Müßigang seinem Schmerze ohnmächtig preisgegeben. »Milada, meine liebe Schwester«, sprach er vor sich hin und manchmal blieb er stehen und meinte, es müsse ihm jemand nachkommen und ihm sagen, »Kehr um! Sie lebt! Sie fragt nach dir! Das kleine, zusammengezogene Totenangesicht, das du gesehen hast, war nicht Miladas Angesicht.« Als sie in der Kapelle aufgebahrt lag, im Glanz von hundert Lichtern, weiß gekleidet, mit weißen Rosen bedeckt, war er nicht zu bewegen, an den Katafalk heranzutreten. Erst, als der Sack geschlossen wurde, der die Reste seiner Milada bag, warf er sich über ihn und betete, »Nicht für sie, sondern zu ihr!« Bei der Beerdigung machte der Anblick des Schmerzes seiner alten Gutsfrau ihn fast unempfindlich für seinen eigenen. Ganz gebrochen stand sie neben ihm am Graber ihres Lieblings auf dem stillen Kloster Friedhofe und ließ nach beendeter Trauerfeierlichkeit den Zug der Nonnen vorüberschreiten, ohne sich ihm anzuschließen. Nach einer Weile erst sprach sie zu Pavel, »Führe du mich jetzt zurück auf mein Zimmer, und dann geh nach Hause und sage ihm schloß, dass sie alles zu meinem Empfang vorbereiten sollen.« »Ordentlich, es wird ohnehin die letzte Mühe sein, die ich meinen Leuten mache. Ich glaube, dass ich nur heimkommen werde, um mich hinzulegen zum Sterben.« Pavel widersprach ihr nicht. Er fühlte wohl, auf einen Widerspruch war es hier nicht abgesehen wie so oft bei alten Leuten, wenn sie Anspielungen machen auf ihren nahenden Tod. Es war ernst gemeint und also wurde es aufgenommen. Spät am Nachmittag langte er im Dorfe an. Sein erster Gang war nach dem Schloss, wo er den Auftrag der Frau Baronin bestellte. Die Dienerschaft lief zusammen, als es hieß, er sei da. Alle sahen ihn voll Neugier an und er machte sich rasch davon, besorgend, dass Fragen über Melada an ihn gestellt werden könnten. Auf der Straße begegnete er derselben Aufmerksamkeit, die er im Schloss erregt hatte. Einer oder der andere blieb stehen in der Absicht, ihn anzureden, aber Pavel eilte mit kurzem Gruß vorbei. Vor dem Hause Winskas auf einer Bank saß Vigil, der sich seit dem Ableben Peters bei seiner Tochter einguardiert hatte. Er winkte Pavel heran. Bist endlich da? rief er ihm zu. Du, dein Hund wäre verhungert, wenn ich mich seiner nicht angenommen hätte. Hab mich ohnehin darauf verlassen, erwiderte Pavel und schritt weiter. Vigil jedoch schrie aus allen Kräften, Lauf nicht, bleib, die Winska hat dir was zu sagen. Untertrat sie auch schon aus der Tür, ging auf Pavel zu und sprach, in der demütigen Weise, in welcher sie sich ihm gegenüber jetzt immer verhielt. Wir haben von deinem Unglück gehört. Es tut uns leid. Lass, lass das, fiel er eh ins Wort. Sag ihm doch das andere, ermahnte Vigil voll Ungeduld. Winska verfärbte sich. Lieber Pavel, begann sie. Lieber Pavel, deine Mutter ist angekommen. Er zog sie zusammen. Wo ist sie? Ist sie in meinem Haus? Nein, sie hat in dein Haus nicht treten wollen, bevor du da bist. Sie hätte auch nicht zu mir kommen wollen, setzte sie ihn zu. Hast du sie eingeladen? Ja, ich habe sie eingeladen, zu mir zu kommen und bei mir auf dich zu warten. Sie hat nicht gewollt. Sie wohnt beim Wirt, aber von dir erzählt habe ich ihr den ganzen Tag und sie hat sich gar nicht satt hören können. Dann ist sie hinaufgegangen zu deinem Haus. Sie wird jetzt dort sein. Pavel war zu Mut, als ob ein großes Stück Eis auf seine Brust gefallen wäre. Gut, murmelte er. Gut, so gehe ich. Aber er rührte sich nicht. Sein unstetirrender Blick begegnete dem der Winske, der angstvoll gespannt auf seinem finsteren Gesicht erruhte und plötzlich sprach er, ich danke dir, dass du sie eingeladen hast. Nichts zu danken, versetzte Winske. Die Herzen beider pochten hörbar. Deutlich las jeder in der Seele des Anderen. Sie fand in der Seinen nicht mehr die alte Liebe, aber auch nicht mehr den alten Groll. Die ihre war in allen Tiefen erfüllt von schwerer, von nutzloser Reue, hervorgegangen aus dem Bewusstsein, was ich an dir gefrevelt habe, vermag ich nie wieder gut zu machen. Ohne noch ein Wort zu wechseln, schieden sie. Pavel ging langsam die Dorfstraße hinauf. Die Sonne versank hinter den waldbegrenzten Hügeln, scharf und schwarz ragten die Wirfel des Nadelholzes in die purpurfarbige Luft. Auf das Grubenhaus hatten klare Schatten sich gebreitet, sie glitten über sein ärmliches Dach, trübten den Glanz seiner kleinen Fensterscheiben und umflossen eine hohe Gestalt, die vor dem Gärtchen stand, vertieft in den Anblick des untergehenden Tagesgestirns. Die Mutter, sagte sich Pavel, die Mutter. Da war sie, ungebeugt von der Last der letzten zehn Jahre, ungebrochen durch die Schmach ihrer langen Kerkerhaft. Pavel setzte seinen Weg fort, nicht mehr allein. Das unterdrückte Geräusch von flüstenden Stimmen, von Schritten, die ihm nachschlichen, schlug unsäglich widerwärtig an sein Ohr. Eine Schar von Neugierigen gab ihm das Geleite und wollte Zeuge sein der ersten Begegnung zwischen Mutter und Sohn. Er sah sich nicht um, er ging vorwärts, äußerlich ruhig, seinem Verhängnis entgegen. Die Mutter hatte sich gewandt, erblickte ihn, und Wonne, stolz, erfüllte Sehnsucht leuchteten in ihren Augen auf. Aber sie blieb stehen, wo sie stand, mit herabhängenden Armen, sie sprach ihn nicht an. Grüß euch Gott, Mutter, sagte er rasch und gepreßt. Worn bleibt ihr vor der Tür? Tretet ein. Ich weiß nicht, ob ich soll, antwortete sie, ohne ihn aus den Augen zu lassen, aus denen eine Liebe sprach, ein glückseliges Entzücken, die wie Licht und Wärme über ihn hereinströmten. Ich habe nicht gedacht, dich so zu finden, sohn, ihre Stimme bebte vor tief innerlichstem Jubel, nicht so, wie ich dich finde. Ich möchte dir nicht Schande bringen, Pavel. Nun fasste er ihre Hand. Kommt, kommt, und noch einmal. Grüß euch Gott. Er führte sie ins Haus und sah, dass sie unwillkürlich das Zeichen des Kreuzes machte, als sie es betrat. Setzt euch, Mutter, sagte er. Ich habe euch viel zu sagen. Viel Trauriges. Sie war seiner Aufforderung gefolgt, sah sich bewegt und staunend in der Stube um und sprach, Was du mir sagen willst, weiß ich im Vorhinein, dass ich hier nicht bleiben kann. Es ist mir nicht traurig, eine Freude nur, dass ich dich so gefunden habe, wie du bist, wie ich dich sehe. Nie wäre es mir in den Kopf gekommen, mein Sohn, dass ich dir beschwerlich fallen will. Und wie du geschrieben hast, ich baue ein Haus für euch. Da habe ich gedacht, baue. Und Gott segne jedem Ziegel in deinen Mauern. Baue. Baue. Aber für dich. Nicht für mich. Warum habt ihr so gedacht? Weil du mich hier nicht brauchen kannst, antwortete sie ruhig und ohne den Schatten eines Vorwurfs. Er aber mummelte, Was meint ihr? Wenn dich in den vielen Jahren dein Herz an die Mutter gemahnt hätte, wo sie in ihrer Gelassenheit fort, hättest du dich manchmal nach ihr umgeschaut. Du hast es nie getan. Und darum bin ich auch nur gekommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, dich nicht zu sehen und gehe wieder. Heute noch. Wohin? Ihr könnt doch nicht wieder in den Kerker zurück. Das nicht. Aber in unser Spital, wo ich Krankenwärterin bin. So, Mutter, so? Seit wann? Seit ein paar Monaten schon. Das muss was Schweres sein, Krankenwärterin, bei den schlechten Leuten. Schwer und leicht. Die Ärgsten werden oft die Besten, wenn sie einen brauchen. Und schwer oder leicht, was liegt daran? Ich hab dort einmal mein Heim. Ich bin zufrieden. Oh, lieber Gott, mehr als zufrieden. Und wiederumfassten ihre strahlenden Blicke den Sohn mit unergründlicher Liebe. Mehr als zufrieden, weil ich dich jetzt gesehen habe, so stark, so brav, so gesund. Und mein zweites Kind, das sie dem lieben Herrgott geschenkt haben, das ich nicht sehen darf, wie Lada. Pavel stöhnte. Ist sie schon eine kleine Klosterfrau? Nein, Mutter. Nein? Sie erbebte bei dem kramvollen Ton seiner Worte. Nein, murmelte sie mit trockenen Lippen und stockendem Atem. Noch nicht würdig befunden worden, dieser höchsten Gnade? Oh, Mutter, rief Pavel, wie redet ihr? Nicht würdig? Sie war eine Heilige. Das ist das Traurige, das ich euch gleich habe sagen wollen. Lada ist tot. Tod. Zweifelnd, dumpf und gedehnt sprach sie es ihm nach und schrie plötzlich. Nein, nein! Seit drei Tagen, Mutter. Sie sank zurück, erdrückt von der Wucht eines Schmerzes, der mächtiger war als sie. Allmählich erst kam wieder Leben in ihre Züge und ihre Starrheit wich dem Ausdruck wehmütiger Begeisterung. Ich glaube dir, Sohn, ich glaube dir. Sie war eine Heilige und jetzt ist sie im Himmel und dort werde ich sie finden, wenn es dem Herrn gefallen wird, mich abzurufen. Mutter, entgegnete Pavel zögernd, hofft ihr denn, dass ihr in den Himmel kommen werdet? Ob ich es hoffe? Ich weiß es. Gott ist gerecht. Barmherzig sagt, sagt ihr nicht barmherzig? Seine Mutter richtete sich auf. Ich sage gerecht, sprach sie mit einer großartigen Zuversicht, vor der alle seine Zweifel versanken, die einen Glauben an dieses arme, verfemmte Weib in ihm entzündete, fester, treuer, seligmachender als je in Glaube an das Höchste und Herrlichste. Er trat näher, sein Mund öffnete sich, sie erhob bietend die Hände. Frag mich nicht mehr, ich kann dir nicht antworten. Die Frau hat einmal Tage schworen, ihrem Mann untertänig zu sein und treu. Dafür wird er unserem Herrgott der einst Rechenschaft über sie ablegen müssen. Möge ihm der ewige Richter barmherzig sein. So bete ich und so sollst auch du beten und schweigen und nicht fragen. Nein, beteilte er, nein, und ich frage ja nicht. Ich bitte euch nur, dass ihr es von selbst aussprecht, dass ihr keinen Teil habt am Verbrechen des Vaters. Erbarmet euch meiner und sprecht es aus. Ein schmerzliches Lächeln umspielte ihre Lippen. Pavel, Pavel, das tut mir sehr weh. Es hat mir ja oft einen Stich ins Herz gegeben. Wer weiß, was die Kinder denken. Ich habe mich immer davon losgemacht, wie von einer Eingebung des Bösen. Das war gefehlt. Sie hob das Haupt, ein ernster und edler Stolz malte sich in ihren Zügen. Ich hätte dir nicht über die Schwelle treten sollen, bevor ich zu dir gesagt hätte, ich bin unschuldig verurteilt worden, Sohn. Da brach er aus. Barmherziger Gott, wie schlecht war ich gegen euch. Klage dich nicht an, versetzte sie mit unerschütterlicher Ruhe. Du warst so jung, als ich dich verlassen musste. Du hast mich nicht gekannt. Mutter, konnte er nur sagen, Mutter. Und er stürzte vor ihr nieder, bag sein Haupt in einem Schoß, umschlang sie und wusste, dass er jetzt seinen besten Reichtum, sein kostbarstes und teuerstes in seinen Armen hielt. Bleibt bei mir, liebe Mutter, rief er. Ich werde meine Hände unter eure Füße legen. Ich werde euch alles vergelten, was ihr geliebten habt. Bleibt bei mir. Und sie, verklärten angesichts, einen Himmel in der Brust beugte sich über ihn, presse die schmale Wange in sein Haar, küßte seinen Nacken, seine Schläfen, seine Stirn. Ich weiß nicht, ob ich darf, sagte sie. Der Leute wegen? Der Leute wegen. Da sah er zu ihr empor. Was habt ihr eben gesagt? Die Ärgsten werden oft die Besten, wenn sie einen brauchen. Nun, liebe Mutter, das müßt doch kurios zu gehen, wenn man zwei Menschen, wie wir sie sind, nicht manchmal brauchen sollte. Bleibt bei mir, liebe Mutter. Ende von Kapitel 19 Das Gemeindekind Von Marie, Freifrau von Ebner Eschenbach Das Gemeindekind